Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Nachhaltigkeit. Da gab es gestern die Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Soll demnächst einmal im Jahr in einer Sitzungswoche im Deutschen Bundestag behandelt werden und nachhaltig. Da kann man ja jedes Thema drunter fassen und auch diskutieren. Die meisten, die an Nachhaltigkeit denken, die denken natürlich gleich über das Thema Umwelt nach und Klimaschutz. Und genau darum geht es heute hier in der Debatte. Der Bundesregierung 2019 steht zunächst auf dem Programm mit 20 weiteren Änderungsanträgen. Und das Schwierige ist ja immer, dass wohl keiner wirklich gegen Nachhaltigkeit ist, sondern dass die Interessen gewahrt werden müssen zwischen Umwelt, Industrieinteressen, aber auch sozialen Ausgleich. Und darüber möchte ich diskutieren mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Anja Weisgerber. Sie ist die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Nein, das nennt sich anders. Klimaschutzbeauftragte habe ich jetzt verwirrt. Und dann begrüße ich Silvia Kotting-Uhl von den Bündnisgrünen. Sie ist die Vorsitzende des Umweltausschusses im Deutschen Bundestag. So, jetzt haben wir das auch hinter uns gekriegt. Frau Weisgerber, ich habe es gesagt, der Klimaschutzbericht der Bundesregierung zieht Bilanz 2019. Das selbst gesteckte Ziel, 40 Prozent Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis zum Jahre 2020. Also jetzt, das ist gerissen worden. Man schafft es nicht. Vielleicht schafft man es noch durch Corona, aber durch eigene Anstellungen hat es nicht geklappt, wenn man es mal genauer aufdröselt. Vor allen Dingen deshalb, weil bei den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung das Ganze sogar nach hinten losgegangen ist. Da gibt es mittlerweile mehr CO2-Ausstoß. Wer ist daran schuld? Also zunächst ist zu sagen, dass es sehr gut aussieht, dass wir dieses Klimaziel bis Ende 2020 erreichen. Allen Unken rufen zum Trotz. Wir sind bei über 35 Prozent im Moment. Und wir haben ein umfassendes Klimaschutzpaket vorgelegt mit über 60 Maßnahmen, Förderinstrumenten, Anreizen, damit die Bürger auf klimafreundliche Technologien umsteigen, einem Klimaschutzgesetz mit klimazähnenden einzelnen Sektoren und einer CO2-Bepreisung, mit der wir den Wettbewerb um die beste Technologie, Innovationen anreizen, damit sich auch für die Unternehmen Investitionen in Klimaschutz lohnen. Es sieht sehr gut aus, dass wir das Ziel erreichen. Agora hat Anfang des Jahres das auch bestätigt, auch unabhängig von Corona, auch weil der Emissionshandel sehr gut greift in den Bereichen Industrie und Energie. Und in den anderen Bereichen Gebäude und Verkehr führen wir jetzt die CO2-Bepreisung ein. Also ist genau der richtige Weg. Ja, man schafft es, weil Corona da ein bisschen geholfen hat. Das muss man klar sagen, Frau Kotting-Uhl. Aber weil gerade angesprochen wurde, die Bepreisung, die ab nächstem Jahr stattfindet, auch gerade in diesen beiden kritischen Bereichen, wo ja heute die Werte noch gar nicht stimmen, das bedeutet doch, es wird immer teurer werden, sein Haus zu sanieren. Es wird immer teurer werden, Auto zu fahren, es sei denn, die Industrie schwenkt nun mal endlich um und bringt gleich billige oder noch billigere Fahrzeuge an den Staat, die saubere Energie verwenden. Das haben wir aber nicht. Das bedeutet doch für den Einzelverbraucher, eine alte Oma mit einer Rente, die ihr Haus jetzt auf den neuesten Stand bringen muss oder gar als Mietpartei irgendwo beteiligt werden muss. Für den Einzelnen ist das doch teilweise gar nicht bezahlbar. Klimaschutz ist teuer, weil wir ihn viel zu lange versäumt haben. In der Tat, das ist so. Und wir müssen darauf achten, dass natürlich nicht die Geringverdiener in der Gesellschaft oder diejenigen, die mit kleinen Renten auskommen müssen, nur gerade die Leidtragenden sind. Deswegen hat die Bundesregierung auch sehr zaghaft beim CO2-Preis gegriffen. Sie wollte ja 10 Cent als Einstiegspreis, 10 Euro als Einstiegspreis. Ja, 10 Cent wäre tatsächlich, da wären wir uns eigentlich viel zu wenig. 10 Euro als Einstiegspreis, das ist jetzt bei 25. Das ist immer noch viel zu niedrig. Das Umweltbundesamt stellt fest, dass der Schaden durch eine emittierte Tonne CO2 bei 180 Euro liegt. Also wir müssen da ganz anders greifen, um Klimaschutz tatsächlich praktizieren zu können. Und die Kunst ist, und das ist ja der Begriff Nachhaltigkeit, eben nicht Ökologie, Ökonomie und Soziales auseinanderzudenken, sondern zusammenzuführen. Deswegen hatten wir den Vorschlag gemacht, mit einem wirksamen CO2-Preis, der dann tatsächlich auch eine Lenkungswirkung entfaltet, das ist ja der Sinn der Sache, ja, die beginnt vielleicht bei 50 Euro, einzusteigen und die Einnahmen pro Kopf der Bevölkerung zurückgeben. Das heißt, diejenigen mit geringem CO2-Ausstoß, und das sind im Allgemeinen die geringen Verdiener, die nicht die großen Autos fahren, die nicht die großen Reisen machen und die nicht in Riesenhäusern leben, die würden davon profitieren. Das heißt, die hätten einen Benefit, einen Klimabonus. Und diejenigen, die weiterhin sehr viel CO2 durch ihre Lebensweise emittieren, die würden das verstärkt bezahlen. Aber wir müssen uns klar sein, ohne Preis werden wir das Ziel nicht erreichen. Es geht zu langsam, das ist ja der Vorwurf. Und plötzlich sagt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Genauso ist es. Unabgesprochen hat er jetzt einen Plan vorgelegt, die Charter für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Da schreit gleich die Industrie auf, aber auch aus den eigenen Reihen kommen da Vorwürfe, die sagen, der Bundeswirtschaftsminister ist dafür da, dass die Wirtschaft diese schwierige Zeit der Corona gut überlebt. Und jetzt fängt er auch noch an, hier uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Was ist da los? Der Bundeswirtschaftsminister baut ja in seinen Forderungen auf unserem Klimaschutzpaket auf. Er sagt, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und Klimaschutz, das geht beides zusammen. Wir brauchen eine Klimaschutzgarantie und eine Wirtschaftsgarantie für Arbeitsplätze, für Wachstum. Und da gilt es jetzt auch, die Industrie bei dem Umstellungsprozess zu begleiten. Wir müssen die Industrie auch dabei unterstützen, auch mit Fördergeldern. Und das tun wir. Ihre industriellen Prozesse CO2 ärmer zu machen, irgendwann mal perspektivisch auch CO2-frei zu machen. Deswegen haben wir die Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Wir haben die Stahlstrategie jetzt auch beschlossen. Da geht es auch darum, gerade in diesem Bereich den Wasserstoff zum Einsatz zu bringen, dass in Zukunft auch noch Stahl bei uns produziert wird, aber eben klimafreundlich. Und zum Thema, es geht zu langsam. Wir sind als einzige Industrienation der Welt aus der Kernenergie ausgestiegen und wir steigen jetzt auch noch aus der Kohlekraft aus. Wir haben einen enormen Anstieg im Bereich der erneuerbaren Energien und haben uns da auch wirklich ambitionierte Ziele gesetzt. Der Minister, Wirtschaftsminister, hat jetzt auch eine EG-Reform auf den Tisch gelegt, die auch wichtige Elemente enthält, um die Bürger mitzunehmen. Und wir müssen bei all dem die Akzeptanz der Menschen behalten. Deswegen können wir nicht von Anfang an auf 180 Euro gehen. Da ist dann die Oma, sage ich mal, in der Rhön zum Beispiel aus meiner Region besonders stark betroffen von den hohen Heizkosten, von den hohen Benzin- und Dieselkosten. Und deswegen müssen wir einen sanften Einstieg machen, aber einen glaubwürdigen Aufwuchspfad. Der Preis steigt ja. Es wird immer nur mit dem Anfangspreis argumentiert, aber der steigt ja kontinuierlich und bildet sich schließlich am Markt. Und in dieser Anfangsphase unterstützen wir die Menschen mit Heizungsaustauschprogrammen, mit einer Innovationsprämie für Elektromobilität und vieles mehr. Das ist ein stimmiges Konzept und da ziehen wir in der Bundesregierung und im Bundestag an einem Strang. Frau Kotting-Uhl, da war jetzt sehr viel drin. Ich versuche es mal ein bisschen zu bündeln. Also die Zeit läuft uns eigentlich weg. Das wissen alle. Aber wie macht man es nun? Also die Bundesregierung ist den Weg gegangen, das langsam anzugleichen. Auch die CO2-Preise. Der Bundeswirtschaftsminister sagt jetzt, wir müssen radikaler werden. Wir müssen die Gesetze dazu ableuchten. Und eigentlich muss der Umweltschutz das Wichtigste überhaupt werden. Die Grünen machen das ja schon die ganze Zeit. Das ist ja ein Kernthema der Grünen. Und das Ende vom Lied ist, dass Deutschland mittlerweile die höchsten Strompreise in Europa hat. EEG-Stichwort. Durch die Subventionsmechanismen. Das ist zwar gut gemeint, aber gerade für die Industrie zum Beispiel. Wenn man sieht, in Bulgarien 19, bei uns über 30 Cent. Der Durchschnitt einer Kilowattstunde in Europa bei 20 Cent. Dann sieht man, wo das Problem ist. Ja, jetzt haben Sie noch ein paar Themen dazu gepackt. Wo fange ich jetzt an? Darf ich mal bei Herrn Altmaier anfangen und seinen Vorschlägen, die er gemacht hat? Die können wir ja gerne umsetzen, wenn sie mit etwas mehr als heißer Luft gefüllt werden. Und er darf dann auch nicht am Ende mit Kommissionen, die er ja vorschlägt, so umgehen wie mit der Kohlekommission und die total frustrieren, indem die Ergebnisse nicht umgesetzt werden. Aber grundsätzlich muss der Wirtschaftsminister, genau wie der Verkehrsminister und auch die Landwirtschaftsministerin, die darf man beim Klimaschutz auch nicht unerwähnt lassen. Sie müssen erst mal ihre Hausaufgaben machen. Ja, das heißt beim Wirtschaftsminister mal zu schauen, was ist sein Hauptelement? Das ist die Energiewende, die in seinem Haus ist. Ja, wir brauchen für Klimaschutz 16 Gigawatt Zuwachs pro Jahr. Ja, wenn wir alles, was auch der Wirtschaftsminister in Worten möchte, die Sektorkopplung, den Wasserstoff, ja, also wir wollen, wir wollen Wärmepumpen, wir wollen Elektroautos, wir wollen alles, was Strom braucht. Und gleichzeitig rechnet er in seinen Zielen, den Strombedarf runter. Er rechnet damit, dass der Strombedarf bis 2030 sinkt und damit kommt er dann auf die, auf das Ziel des Anteils an erneuerbaren Energien, der vorgegeben ist. So passt das nicht zusammen. Wir müssen schauen, was sind die Bedarfe und dann müssen wir schauen, was brauchen wir dafür. Und das braucht sehr viel mehr Ambitionen, als wir bis jetzt aufweisen in Deutschland. Lassen Sie mich mal noch unseren Klimarat, unseren Weltklimarat nennen, der hat uns ja vorgerechnet, dass die Welt noch 500 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen darf, um das Pariser Ziel zu erreichen. Wenn wir das runterbrechen auf Deutschland, ja, dann hat uns der SRU und auch das Potsdamer Institut für Klimaforschung vorgerechnet, dass wir in Deutschland bei einem gleichbleibenden Ausstoß wie 2019 dieses Ziel in zehn Jahren durch hätten, dann wäre unser Budget verbraucht. So, das zeigt uns doch ganz deutlich, dass wir mit den Maßnahmen unglaublich beschleunigen müssen. Und wenn ich dann einen Verkehrsminister höre, der noch nichts eingespart hat, null, ja, absolut nichts eingespart an CO2-Emissionen und der sich jetzt schon wieder nur in Empörung ergeht, wenn von Frau von der Leyen der Vorschlag kommt, die Grenzwerte für die PKW-Flotte von minus 37,5 auf minus 50 Prozent zu senken. Absolut notwendig, Verkehrsminister empört sich, anstatt der Industrie endlich zu zeigen, dass die Transformation ansteht. Die kann man nicht mehr verschieben. Die Transformation in unserer Industrie steht an. Ja, da war jetzt auch sehr viel drin. Wir können es immer nur schablonenartig fassen, Frau Weisgabe. Aber jetzt ist es so, dass Ursula von der Leyen gestern gesagt hat, die EU spart nicht mehr 40, sondern 55 Prozent bis 2030. Dieses Ziel hatte die Bundesregierung für Deutschland auch ausgegeben. Und nun gibt es nicht wenige, die sagen, wenn die Europäische Union dieses Ziel wirklich hochlegt, dann müssen wir Deutschen prozentual noch mehr sparen auf 65 oder höher. Die Grünen würden das sogar befürworten. Ist das denn überhaupt machbar? Also zum einen ist ja zu sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir uns auch sehr ambitionierte Ziele, Sie haben es erwähnt, 55 Prozent bis 2030 auch für die Zukunft gegeben haben und Klimaneutralität bis 2050. Und deswegen sagen wir, wir brauchen auch auf der europäischen Ebene eine faire Verteilung der Lasten. Alle Mitgliedstaaten der EU müssen natürlich ihrer Wirtschaftskraft entsprechend, aber jetzt auch eben anziehen. Es kann nicht sein, dass Deutschland allein jetzt die Hauptlast dieser Ambitionssteigerung trägt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dafür marktwirtschaftliche Instrumente auch nutzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass meine Forderung, die ich wirklich gebetsmühlenartig auch gegenüber der Kanzlerin, auch im Hinblick auf die Ratspräsidentschaft und dann nachgestellt habe, jetzt auch erfüllt wird. Nämlich, dass der Emissionshandel für Wärme und Verkehr, wie wir es ja jetzt in Deutschland machen, auch auf der europäischen Ebene ausgeweitet werden soll. Das ist das Erfolgsprojekt und Instrument. Das sehen wir bei Industrie und Energie. In dem Bereich haben wir die Emissionen auch reduziert. Und wir müssen jetzt da auch nachlegen und das europaweit. Frau Kotting-U, noch mal ganz grundsätzlich. Wir steigen aus der Atomkraft aus. Übernächstes Jahr ist es soweit. In einem Jahrzehnt sind wir aus der Kohle raus. Und dann retten wir die Welt. Aber so ist es ja nicht. Denn es gibt ja alleine 1000 Gigatonnen werden momentan gefördert in China. Und die Chinesen planen einen Ausbau bis 2035 auf 1490 Gigatonnen. Unsere Ersparnisse wären bei 45 Gigatonnen, wenn wir die Kohlekraftwerke abstellen würden. Umweltschutz ist ja regional gar nicht allein zu machen. Nein, das ist nicht regional machbar. Da haben Sie völlig recht. Und China ist ein Wahnsinnsproblem. Auch Brasilien inzwischen, auch USA. Wir haben viele Länder, die wirklich problematisch sind und die bei den internationalen Klimaschutzvereinbarungen auch aussteigen wollen oder das bereits getan haben. Das kann aber für uns nicht Grund sein zu sagen, naja, dann legen wir uns zurück und resignieren. Wir können angesichts dieser Situation brennende Wälder überall auf der Welt, Dürren, Hitze, überhitzte Städte, die wir bei uns haben, austrocknende Landwirtschaft, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und zu sagen, unser Beitrag ist so klein. In Europa sind wir der Emittent mit den höchsten Emissionen pro Kopf. Man kann nur pro Kopf rechnen, nicht pro Land. Dazu sind die Länder flächenmäßig zu unterschiedlich und bevölkerungsmäßig. Und deshalb müssen wir die alte Rolle, die wir mal hatten. Wir waren mal der Vorreiter beim Klimaschutz. Die müssen wir wieder ergreifen. Das sind immer noch Vorreiter. Nein, sind wir nicht mehr, Frau Weisgerber. In Worten ja, aber nicht im Tun. Wenn wir diese Vorreiterschaft mit der EU-Ratspräsidentschaft verbinden und wirklich versuchen, die anderen Länder mitzuziehen. Ich weiß, da sind Sie völlig an unserer Seite. Ich weiß, dass Frau Weisgerber im Kern auch mehr möchte, als tatsächlich gemacht wird. Wir sind uns da ganz einig. Aber jetzt diese Chance zu nutzen und die anderen Länder auch zu überzeugen. Und damit das heißt natürlich auch zu zeigen, dass das keine Verlierersituationen produziert, sondern dass das vielfach ökonomisch, ökologisch, Umbau der Wirtschaft, ökologisch, sozial durch zum Beispiel ambitionierter CO2-Preis, der zurückgegeben wird, dass Win-Win-Situationen entstehen können. Wir haben die Potenziale, um zu zeigen, wie es gehen kann. Und diese Potenziale müssen wir nutzen. Wir haben natürlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, die höchsten Strompreise. Und das ist ja auch die Angst, Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen, hat gesagt, wir müssen auch ein bisschen schauen, dass die Industrie mitkommt. Was haben wir davon, wenn unsere Industrie am Boden liegt und in China und woanders nach wie vor die Emissionen so hoch sind, dass unser Opfer umsonst war? Wie löst man das Problem? Mit dem Konjunkturprogramm investieren wir jetzt zum Beispiel 40 Milliarden in Klima- und Umweltinnovationen. Wir unterstützen die Industrie in diesem Strukturwandelprozess. Und das ist auch immens wichtig, wenn man sich jetzt die Situation bei den Zulieferern, bei der Automobilindustrie im Moment anschaut. Durch Corona ist man schon belastet und den Strukturwandel muss man auch noch bewältigen. Die brauchen Unterstützung. Die brauchen auch Unterstützung bei der Dekarbonisierung. Das tun wir. Insgesamt 100 Milliarden mit dem Klimaschutzpaket. Das ist eine Menge Geld, die wir in die Hand nehmen. Und deswegen kann sich unsere Klimapolitik wirklich sehen lassen. Frau Weisgäber, Frau Kotting-Uhlmann könnte stundenlang darüber weiter diskutieren. Das werden Sie jetzt tun, nämlich im Plenum. Vielen Dank. Da geht es nämlich jetzt weiter, meine Damen und Herren, mit der Debatte. Und es gibt unter anderem 20 Änderungsanträge. Das dürfte eine muntere Debatte hier heute Morgen im Deutschen Bundestag sein. Bleiben Sie dran. Ich gebe jetzt rein in den Plenarsaal. Auf Vorschlag der Fraktion der CDU und CSU sollen der Kollege Jens Lehmann und auf Vorschlag der Fraktion der SPD der Kollege Wolfgang Helmig diesem Gremium angehören. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offensichtlich der Fall. Dann sind die beiden Kollegen Lehmann und Helmig in den Aufsichtsrat der Cyberagentur gewählt. Interfraktionell sind folgende Änderungen der Tagesordnung vereinbart worden. Der Tagesordnungspunkt 7e soll abgesetzt werden. Der Tagesordnungspunkt 7f soll in Verbindung mit Zusatzpunkt 22 aufgerufen werden. Nach den Ohne-Debatte-Punkten soll er verlangen der Fraktion der FDP eine aktuelle Stunde zum Thema Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft stattfinden. Der Tagesordnungspunkt 25 soll abgesetzt und an dieser Stelle soll Zusatzpunkt 18 beraten werden. Sind Sie damit einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist auch das so beschlossen. Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 6a bis 6u und 3c und Zusatzpunkt 7. Das ist die Beratung mehrer Vorlagen zu den Themen Klima, Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Diese Woche steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und man könnte auch sagen im Zeichen einer vernünftigen Politik für ein gutes Leben für heute und für morgen. Aber Nachhaltigkeit, die beweist sich erst, wenn es dann wirklich konkret wird. Deswegen will ich noch einmal daran erinnern, was wir vor gut einem Jahr hier gemacht haben im Bundestag. Da habe ich hier nämlich gestanden und für ein Klimaschutzgesetz geworben, für mehr Verbindlichkeit, für einen Kohleausstieg, für einen CO2-Preis, für das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und dafür, dass wir die soziale Frage bei all dem von Anfang an auch wirklich mitdenken. Heute ist das alles beschlossene Sache. Wir haben es in dieser Regierung so hinbekommen, dass wir die Wirtschaft beim Wandel unterstützen und kleine und mittlere Einkommen eben ganz besonders profitieren. Genau das ist Nachhaltigkeit dann ganz konkret. Das ökologisch Notwendige so zu tun, dass wir unsere Gesellschaft sozial zusammenhalten und dass wir unsere Wirtschaft fit machen für die Zukunft. Und das so, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit eben keine Frage des Geldbeutels sind. Das ist die Politik, die wir hier machen. Meine Damen und Herren, die Bedingungen der Klimapolitik in Deutschland haben sich innerhalb eines Jahres wirklich radikal verändert. Die Größe der Aufgabe wird immer mehr Menschen bewusst, übrigens auch auf der Regierungsbank. Aber auch hier gilt, weg von abstrakten Bekenntnissen hin zu konkreten Regierungshandeln, und zwar jeden Tag bis zu Ende der Legislaturperiode. Oder, um es etwas angelehnt an die Bibel mal auszudrücken, nicht an den Worten, sondern an den Taten, solltet ihr sie erkennen. Genau. Und das machen wir. Das machen wir ganz genau. Wir vermeiden nämlich jetzt unnötige Streitereien, weil das, was wir wollen bei der Gesetzesnovelle zum Ökostromausbau jetzt eben auch konkret wird. Und die muss deutlich ambitionierter ausfallen, als das bisher vorgesehen war. Und das werden wir auch nicht später beklagen, sondern das Regierungshandeln muss natürlich auf der Höhe der Zeit sein. Und es gilt übrigens auch für die Anhebung des Klimaziels für 2030. Die EU hat gestern ein Klimaschutz oder die EU hat heute noch ein Klimaschutzziel, das unter deutlich anderen Bedingungen formuliert wurde. Und die Bedingungen waren wirklich radikal anders als heute. Vor sechs Jahren, als das Klimaziel für 2030 beschlossen wurde, da gab es noch kein Pariser Klimaschutzabkommen, da gab es noch keinen europäischen Konsens, dass wir bis 2050 klimaneutral sein wollen. Da gab es kein europäisches Konjunkturprogramm, das Investitionen in Elektroautos, in Bus und Bahn, in klimafreundliche Gebäude, in sauberen Strom und grünen Wasserstoff ermöglicht. Solar, Windstrom, das war damals um ein Vielfaches teurer, als es heute ist. Und Elektroautos und grüner Wasserstoff, die haben damals so gut wie keine Rolle gespielt. Wir hatten auch noch keine Corona-Pandemie, die uns heute zeigt, was möglich ist, wenn wir alle entschlossen und rechtzeitig handeln, um Gefahren auch wirklich abzuwenden. Heute ist der European Green Deal die Zukunftsstrategie für Europa. Und wir haben ein europäisches Parlament, was auf deutlich mehr Klimaschutz drängt, so wie viele, viele Jugendliche in der ganzen Welt. Und es gibt immer mehr Wirtschafts- und Finanzunternehmen, die ihre gesamten Geschäftsmodelle hin auf mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz ändern. Und deswegen können wir uns es jetzt auch zutrauen, in der EU den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Argumente gibt, das Klimaschutzziel auf mindestens 55 Prozent anzuheben und eine Einigung über eine Anhebung des EU-Klimaziels herbeizuführen. Das ist die herausragende Aufgabe für die nächsten Monate. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Nachhaltigkeit, das bedeutet, viele Tausend kleine und große Schritte gehen. Und sie beweist sich im Konkreten. Sie beweist sich hier im Kreislaufwirtschaftsgesetz, beim Erneuerbaren-Energien-Gesetz, beim Insektenschutzgesetz, aber eben auch in der Diskussion über Lieferketten und Freihandelsabkommen. Ganz tagtäglich mit jedem Gesetz, mit jedem Haushaltstitel, den wir hier beraten und verabschieden, für den wir die Menschen gewinnen wollen. Denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die brauchen gesellschaftliche Mehrheiten. Und das ist hier unsere gemeinsame Aufgabe. Ich freue mich darauf, weiter daran mit Ihnen zu arbeiten. Herzlichen Dank. Die Debatte eröffnet eine sichtlich gut gelaunte Svenja Schulze. Die Bundesumweltministerin hat hier nochmal gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, das Klimaschutzziel in Europa nach oben auf 55 Prozent zu korrigieren. Das ist genau richtig. Der erste Redner dann in der Debatte quasi ist Mark Bernhard von der AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, 4.000 Euro. 4.000 Euro muss eine vierköpfige Familie jedes Jahr für ihre Idee, dass Deutschland im nationalen Alleingang die Welt retten könnte bezahlen. Allein für ihre sogenannte Energiewende wird jede vierköpfige Familie bis zum Jahr 2025 25.000 Euro bezahlt haben. Und wofür das Ganze? Dafür, dass sich der CO2-Ausstoß Deutschlands in den letzten zehn Jahren praktisch nicht verändert hat. Die Familien in Deutschland müssen also jedes Jahr 4.000 Euro an Steuern und Abgaben bezahlen, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt hätte. Ganz im Gegenteil, der einzige Effekt ihrer verantwortungslosen Politik ist die Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen. Laut ihren eigenen Experten, die Experten der Regierung, wird allein in der Autoindustrie durch ihre erzwungene E-Mobilität jeder zweite Arbeitsplatz vernichtet. Das bedeutet, jeder, der in der Automobilbranche arbeitet, muss sich in den nächsten Jahren immer die Frage stellen, muss ich gehen oder muss mein Kollege gehen? Das heißt nämlich, jeder zweite Arbeitsplatz wird vernichtet. Diese Art von angeblicher Weltenrettung braucht kein Mensch. Und das, obwohl Batterieautos die schmutzigste Antriebsart überhaupt sind. Wenn ein E-Auto vom Band rollt und noch keinen einzigen Kilometer gefahren hat, hat es schon so viel CO2 erzeugt wie ein Diesel nach sechs Jahren. Ganz zu schweigen von den riesigen Umweltzerstörungen in Südamerika beim Lithiumabbau und der lebensgefährlichen Kinderarbeit beim Kobaltabbau in Afrika. Und Ihr eigenes Pariser Klimaabkommen macht endgültig eindrücklich klar, dass all Ihre Belastungen der Bürger für das Weltklima völlig nutzlos sind. Denn der deutsche Anteil am menschengemachten CO2 beträgt gerade mal 1,8 Prozent. Während Ihr Klimaabkommen allen Schwellen- und Entwicklungsländern wie China und Indien, die zusammen über 60 Prozent des weltweit verursachten CO2 ausstoßen, erlaubt, ihren Ausstoß bis 2030 unbegrenzt, also ohne Limit weiter zu erhöhen. Und genau das tun diese Länder auch. So steigert China seinen Ausstoß, seinen CO2-Ausstoß jedes Jahr um die Menge, die Deutschland in einem einzigen Jahr erzeugt. Also selbst wenn wir unseren CO2-Ausstoß auf Null reduzieren könnten, hätte das Null-Effekt. Und trotzdem sind Ihnen die ganzen Belastungen der Menschen immer noch nicht genug. Sie fabulieren gemeinsam mit Frau von der Leyen über einen sogenannten Green Deal, der die Menschen in der EU 3.000 Milliarden Euro kosten soll. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie in Deutschland nochmal eine zusätzliche weitere sinnlose Belastung von 4.000 Euro pro Jahr für Ihre Klimahysterie. Alles, was Sie mit Ihrer Wahnsinnspolitik erreichen, ist also, die Bürger abzuzocken, Arbeitsplätze und Unternehmen in Deutschland im großen Stil zu vernichten und dafür zu sorgen, dass sich unsere Hauptwettbewerber auf dem Weltmarkt, wie beispielsweise China, über uns Todlachen. Mark Bernhard war das mit der Sicht der AfD. Nächste Rednerin in der Debatte ist eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, die zuständig unter anderem für den Bereich Umwelt ist. Tja, da war sie etwas spät losgelaufen, aber nun hat sie das Bult ja erreicht. Kommen wir doch zum Thema zurück, zur Nachhaltigkeit. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit? Frau Kollegin, damit ich alle Kollegen gleich behandle, bitte reden Sie erst den Präsidenten an, nicht als Person, aber als Institution. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit, lieber Herr Präsident? Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen habe ich das viele Menschen gefragt, denn das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt dieser Woche, übrigens auf Initiative, lieber Ralf Brinkhaus, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Antworten waren ganz unterschiedlich. Kinder, Wald, gesunde Ernährung, gute Finanzen, solide Arbeit und so weiter. Eine junge Landwirtin hat es für mich auf den Punkt gebracht. Nachhaltigkeit heißt, es muss alles zusammenpassen. Leider haben immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft das Gefühl, es passt nicht mehr. Denn Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben sich entfremdet. Das gegenseitige Verständnis fehlt. Das beklagt übrigens ebenso der Jugendliche, der auf die Straße für die Umwelt geht, aber auch der mittelständische Betriebsinhaber, der sich über Frachte zieht. Manche haben aber auch daran gar kein Interesse. So ehrlich müssen wir sein. Denn wir leben in einer Welt, in der Ideologie sich auszahlt. Wer nicht skandalisiert, bekommt kaum Gehör, keinen Einfluss, keine Spenden. Und das ist ein großes Problem. Nachhaltigkeit geht anders. Sie ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Staates, des Bürgers und der Wirtschaft. Wir sind an dieser Stelle alle gefordert, denn jeder kann und jeder muss etwas machen. Wer lebt es uns vor? Fachleute, echte Fachleute. Die Fachleute für natürliche Lebensgrundlagen in diesem Land sind unsere Landwirte, unsere Waldbauern, unsere Gärtner, unsere Winzer, unsere Fischer und, und, und. Diese Aussage wird Sie vielleicht wundern, denn in der Öffentlichkeit wird ein anderes Bild von Landwirtschaft gezeichnet, ein Zerrbild. Darunter leiden unsere Bauernfamilien. Bei jedem Hofbesuch höre ich inzwischen, unsere Kinder werden in der Schule gemobbt, wir werden bestimmt, Klimakiller, Insektentöter. Das dürfen wir nicht zulassen. Denn es sind die Bauern, die wissen, was Boden, Pflanzen, Bäume und Tiere brauchen. Sie leben in, mit und für die Natur. Übrigens Tag für Tag, morgens wie abends. Fakt ist, die größten Klimaschützer in Deutschland sind unsere Waldbauer. Und das seit Jahrhunderten. Sie sind übrigens die Erfinder der Nachhaltigkeit, denn Sie haben gelernt, ich darf nur so viel fällen, wie auch nachwächst. Und es wächst eine Menge nach in Deutschland, in unseren Nutzwäldern. Denn jeder Hektar Wald bindet acht Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist so viel, wie ein Mensch in Deutschland erzeugt. Ein Hektar ein Mensch wird kompensiert und liefert damit übrigens auch den bedeutendsten nachwachsenden Rohstoff in Deutschland. Und das ist regionales Holz. Ohne Nutzung keine Nachhaltigkeit. Und deswegen treibt uns auch um, dass selbsternannte Experten den Verzicht auf die Waldbewirtschaftung fordern. Das ist nicht nur unverantwortungslos, denn Holz müsste importiert werden aus Ländern, wo viel niedrigere Standards gelten, sondern es bricht die Nachhaltigkeit. Zurzeit leidet der Wald unter Stürmen, Dürren, Borkenkäfer. Die Holzmärkte sind zusammengebrochen. Und wenn wir wollen, dass unser Klimaschützerwald Klimaschützer Nummer eins bleibt, müssen wir die Waldbewirtschaftung unterstützen. Auf Initiative der CDU-CSU-Bundestagsfraktion könnte unsere Bundesforstministerin Julia Klöckner über 500 Millionen Euro zusätzlich verfügen. Könnte. Dafür müsste aber der Bundesfinanzminister nur eine Richtlinie freigeben, die seit Wochen in seinem Haus liegt. Lieber Herr Kollege Scholz, wenn Sie da wären, aber ich hoffe, es wird Ihnen bestellt. Lassen Sie die Waldbauern nicht hängen. Was für den Wald gilt, gilt auch für das armenreiche Grünland. Es ist kein Zufallsprodukt. Die Weiden sind entstanden, weil Landwirte sie bewirtschaftet haben, und zwar über Generationen hinweg. Liebe Frau Kollegin Schulz, Sie haben gerade gesagt, an den Taten sollt ihr sie messen. Ja, missen Sie die Landwirte an diesen Taten. Und dann wüssten Sie, Grünland ist ein Alleskönner. Er bindet CO2. Er ist ein Paradies für Flora und Fauna, und er ist durch Nutzung entstanden. Deshalb ist Ihre Überlegung, genau diese Nutzung zu verbieten, genau der falsche Reflex. Denn damit würden Sie das Gegenteil erreichen. Grünland ohne Bewirtschaftung verbuscht, Artenvielfalt adieu, ohne Nutzung keine Nachhaltigkeit. Überlegen Sie es sich doch bitte noch einmal. Und wenn wir wirklich Nachhaltigkeit wollen, dann müssen wir eines tun. Setzen wir uns mit den Landwirten und Waldbauern an einen Tisch, denn ohne sie gibt es keinen Artenschutz und auch keinen Klimaschutz. Honorieren wir endlich Ihre Leistungen. Auch das ist wichtig. Und das Dritte ist, lassen Sie uns zusammenarbeiten, damit der Satz der jungen Landwirtin schüttelt, stimmt. Es muss alles zusammenpassen und dann passt es auch wieder. Applaus Es muss zusammenpassen, sagt Gita Connemann hier bezogen auf die Landwirtschaft. So richtig zusammenpassen ja CDU, CSU und SPD offensichtlich nicht mehr. Auch in dieser Debatte wieder deutlich zu spüren, dass hier die Fraktionen eher im Einzelauftrag unterwegs sind. Dabei sagen die Regierungsmitglieder immer, wir halten toll zusammen und wir müssen ja auch noch weiter regieren. Im Parlament hört sich das häufig anders an. Judith Skudelny, nein, pardon für die FDP. Die Herausforderung der kommenden Jahre im Bereich der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Nämlich, wie wir künftig 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt eine Heimat, eine angemessene Heimat bieten wollen. Und vor dem Hintergrund der jünger werdenden Weltbevölkerung kann ich Ihnen eins versprechen. Verzichts- und Verbotsideologien werden uns nicht die Antworten geben, die wir brauchen, um diese Menschen angemessen mit Ernährung, Mobilität, Medizin, Bildung, aber auch Sicherheit zu besorgen. Da brauchen wir neue, kreativere Wege dorthin. Applaus Und jetzt schauen wir mal, was Deutschland, was diese Bundesregierung auf dem Weg zu diesen Wegen beiträgt. Es gibt das chemische Recycling. Das chemische Recycling kann es künftig ermöglichen, Kunststoff so oft wiederzuverwenden, dass wir vielleicht neue Rohstoffe gar nicht brauchen. Und was macht die Bundesregierung? Sie verbietet Strohhalme und Plastiktüten zum Schutz der Weltmeere. Was das bringen soll, ist mir bis heute ein Rätsel. Meine Damen und Herren, damit kommen wir nicht ans Ziel. Eine Meereskonferenz, um dieses Thema genauso ernst zu nehmen wie den Klimaschutz, würde uns dort weiterbringen. Applaus Es gibt in der Mobilität nichts Nachhaltigeres, als die bestehenden Fahrzeuge weiterzunutzen. Warum die ganze Flotte austauschen, wenn wir ganz umweltschonend, und zwar klima- und luftschonend, die jetzigen Verbrennungsmotoren nutzen können? Mit synthetischen Kraftstoffen. In Deutschland? Im Individualverkehr verboten. Meine Damen und Herren, so macht man nicht die Mobilität der Zukunft, so schützen wir die Umwelt nicht. Wir brauchen Innovation und Kreativität. Und in diesem Punkt versagt die Bundesregierung. Jetzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Wir haben einen Antrag eingebracht, der sagt, passt mal auf, im Lockdown haben wir was gelernt. Es gehört ja auch zu Innovation und Kreativität, Dinge zu lernen. Wir haben gelernt, dass Dieselfahrverbote nicht zur Luftreinhaltung der Innenstädte beiträgt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier umweltpolitische Argumente nicht dazu nutzen, Ideologien durchzusetzen. Deswegen beenden wir diese unsäglichen Dieselfahrverbote am besten heute noch. Den Antrag dazu haben wir eingereicht. Der liegt uns heute zur Abstimmung vor. Herr Grundmann von der CDU hat im Umweltausschuss gesagt, er findet den Antrag auch gut. Er findet ihn gut. Er ist nur leider in der falschen politischen Ehe. Liebe CDU, wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir würden Sie nicht nur heiraten, wir machen auch einen Dreier. Aber wenn man Attraktivität, Intelligenz und einen tollen Partner haben will, dann muss man bessere Angebote machen als der letzte Ehevertrag. Geben Sie sich ein bisschen mehr Mühe. Und wir sind als Innovationsmotor beim nächsten Mal an Ihrer Seite. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dr. Gesine Lötzsch, Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich zu Beginn möchte ich Bundesminister Altmaier zitieren. Und zwar sagt er, wir, also die Bundesregierung, haben viele Menschen beim Klimaschutz enttäuscht. Und da hat er recht. Ja, sie haben uns wirklich enttäuscht. Die Bundesregierung hat aber nicht nur die junge Generation enttäuscht. Aber ich will an dieser Stelle gleich zu Anfang ganz deutlich sagen, wir als Linke unterstützen den globalen Klimastreik von Fridays for Future am 25. September. Seien Sie alle dabei. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist aber nicht etwas nur für die jüngere Generation. Das ist etwas für alle Generationen. Und ich möchte, dass auch mein 88-jähriger Vater unter vernünftigen Bedingungen leben kann. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte jeder haben. Meine Damen und Herren, CDU und SPD haben aber auch die Menschen enttäuscht, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Niemand in unserem Land darf Klimapolitik als Bedrohung erleben. Ich denke zum Beispiel an die vielen Mieterinnen und Mieter, die zu Recht fürchten müssen, nach einer teuren energetischen Gebäudesanierung ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Klimaschutz darf nicht auf den Rücken der Mieterinnen und Mieter abgeladen werden. Das ist eine klare Forderung unserer Partei, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat auch alle die Menschen enttäuscht, die vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen wollen. Bei vielen blitzen doch nur die Mercedes-Sterne in den Augen, wenn sie an Mobilität denken. Wir als Linke unterstützen das Bündnis von Verdi und den Umweltverbänden. Die Verdoppelung der Kapazität für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr bis 2030 einschließlich guter Arbeit für die Beschäftigten, das ist doch ein gutes Ziel. Für das sollten wir uns alle einsetzen, meine Damen und Herren. Herr Altmaier, Ihr 20-Punkte-Plan hat nicht zur Stärkung Ihrer Glaubwürdigkeit beitragen. Sie spielen doch mit gezinkten Karten. Einerseits versuchen Sie, mit Hochglanzbroschüren die Grünen als Koalitionspartner zu gewinnen. Doch in Brüssel treten Ihre Parteifreunde auf die Umweltbremse. Im Europaparlament mobilisiert die Abgeordnete der CDU gegen eine fortschrittliche Klimapolitik und stimmen zusammen mit Rechtsextremen und Klimaleugnern gegen Klimaziele. Das darf noch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Und damit fallen Sie, by the way, auch noch Ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen, die ja gestern ein Klimaziel ausgegeben hat, es könnte höher sein, in den Rücken. Das ist doppeltes Spiel, und das sollten wir auch den Menschen ganz deutlich sagen. Und außerdem, Herr Altmaier, kommt Ihr 20-Punkte-Plan exakt nach Verabschiedung der wichtigsten Gesetze zu diesem Thema, nämlich des Klimaschutzgesetzes und des Kohleausstiegsgesetzes. Sie gießen also erst Ihre verkorkste Klimapolitik in Beton, und dann versuchen Sie, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Ich glaube, das ist ein Widerspruch, und darauf sollte niemand hereinfallen. Meine Damen und Herren, die Journalistin Christine Dankbar setzt sich in der Berliner Zeitung mit einer Offenbarung des Vorsitzenden der Unionsfraktion auseinander. Sie schreibt, ich zitiere, es geht diese Woche im Parlament um unsere Zukunft, versichert Beringhaus. Darüber werde man reden, nicht über laufende Gesetze, nicht über Haushalt. Das heißt kurz und ernüchternd. Diskutiert wird ausgiebig, beschlossen wird nichts. Die Kolumne heißt übrigens Politiker im Quasselmodus. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung gibt sich also weiterhin verbal aufgeschlossen, aber bei weitgehender Verhaltensstärke. Wir als Linke sagen deutlich, wir brauchen endlich verbindliche Ziele, um eine Klimakatastrophe zu verhindern, damit es nicht zu spät ist, meine Damen und Herren. Nun wollen Sie die Klimaziele vorrangig durch marktwirtschaftliche Maßnahmen erreichen. Hierzu soll der europäische Emissionshandel reformiert werden, doch damit sind Sie doch bereits gescheitert. Es hat nicht funktioniert und ist auch unsozial. Wer sich in Zukunft teure Produkte mit einem hohen CO2-Preis leisten kann, der wird weiter zum Beispiel Privatjet fliegen und mit dem ökologischen Zeigefinger auf die Menschen zeigen, die sich das nicht leisten können. Wir brauchen also zusätzlich Ordnungspolitik. Wir haben ja hier vor einiger Zeit 9 Milliarden Euro für die Lufthansa zur Verfügung gestellt. Wir als Linke haben gesagt, das muss mit klaren Forderungen verbunden sein. Sicherung der Arbeitsplätze, Einstellung der Inlandsflüge. Das haben Sie nicht aufgegriffen. Das war ein schwerer Fehler. In Frankreich wurde eher franz unterstützt in der Coronakrise. Die Bedingung, die dargestellt wurde, war keine Inlandsflüge. Wenn es in Frankreich geht, warum geht das in Deutschland nicht? Ich denke, das liegt nur an dieser Regierung. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Der Plan enthält natürlich auch sinnvolle Vorschläge. Herr Altmaier, Sie haben geschrieben, Sie wollen einen Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr für Klimaschutz und Wirtschaftsförderung zur Verfügung stellen. Das ist erst einmal keine schlechte Idee. Die Frage ist nur, was heißt das konkret und wofür? An dieser Stelle ist ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass es eine andere Kopplung an das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr geben darf. Es muss endlich Schluss damit sein, dass die Bundesregierung in jedem Jahr 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung aufgeben will. Das sind 68 Milliarden Euro im Jahr. Dabei sind die Kosten, die Leid- und Umweltzerstörung noch nicht eingerechnet die mörderische Kriegekosten. Keiner, sage ich Ihnen ganz deutlich, kann ernsthaft für Umweltschutz eintreten und gleichzeitig Kriege befürworten. Meine Damen und Herren, wir als Linke sagen, Nachhaltigkeit geht nur sozial gerecht und friedlich. Anders geht es nicht. Dazu braucht es einen Richtungswechsel in der Politik. Wir als Linke sind darauf vorbereitet. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Kolleginnen und Kollegen, Papier wird ungeduldig. 2015 wurden in New York die Nachhaltigkeitsziele beschlossen, ebenfalls 2015 der Klimavertrag von Paris. Alle waren sich einig, wir müssen viel mehr tun für Klimaschutz, für Gerechtigkeit, für das langfristige Überleben des Menschen auf unserem Planeten. Und was tut sich im deutschen Kabinett? CO2-Preis, Kohleausstieg, EEG-Novelle. Überall da, wo Sie etwas Starkes tun könnten, Herr Altmaier, ducken Sie sich weg, weshalb Ihre starken Aussagen vom letzten Freitag zu einer ernst gemeinten Klimapolitik einfach nichts wert sind. Bestes Beispiel ist Ihr Vorschrag für Kommissionen. Wie Sie mit deren Empfehlungen am Ende umgehen, das haben Sie bei der Kohlekommission vorgeführt. So frustriert man die Zivilgesellschaft, und genau das können wir in diesen Zeiten nicht brauchen. In Ihrer jüngsten EEG-Novelle wollen Sie mit der Hälfte des für Klimaschutz nötigen Ausbaus von jährlich 16 Gigawatt auskommen. Damit das dann trotzdem für 65 Prozent Ökostrom im Jahr 2030 reicht, gehen Sie kurzerhand von einer Verringerung des Stromverbrauchs aus. Sie wollen aber, wie wir auch, Elektroautos, Wärmepumpen und Wasserstoff. Das geht doch nicht zusammen. 30 000 Arbeitsplätze in der Windindustrie, wie Sie zusammen mit dem florierenden Ausbau der Erneuerbaren an die Wand gefahren haben, waren Ihnen nichts wert. Die Rettung der Lufthansa war Ihnen wichtig. Aber ökologische Bedingungen? Darauf haben Sie verzichtet. Vernunft und Verschärfung heutiger Ziele gehen beim Klimaschutz Hand in Hand. Da muss man keine Balance suchen, Herr Scheuer. Und Verunsicherung trägt man in die Wirtschaft nicht durch Klarheit, sondern dadurch, dass man von Klimaschutz redet und nichts tut. Der Verkehrssektor hat bislang gar nichts eingespart. Mit den für Sie typischen Kommentaren zur absolut notwendigen Verschärfung der CO2-Grenzwerte für die Pkw-Flotte machen Sie nicht nur sich, sondern wieder einmal die gesamte deutsche Klimapolitik unglaubwürdig. Und Sie legen Hand an das langfristige Überlegen der deutschen Automobilindustrie, indem Sie ihr Einreden, die Transformation hätte noch Zeit. Nein, hat sie nicht. Frau Schulze unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission für ein schärferes Emissionsziel. Da heißt es jetzt den Koalitionspartner überzeugen und dann aber auch konsequent sein. Das bedeutet erstens nicht zu akzeptieren, dass Aufforstung als Minderungsmaßnahme angerechnet wird. Das ist in Zeiten brennender und an Hitze und Dürre sterbender Wälder einfach nur absurd. Wenn Wälder in der Klimakrise sterben und wieder aufgeforstet werden müssen, soll das dann CO2-Einsparung sein? Ernsthaft? Zweitens unsere nationalen Ziele und Maßnahmen dem neuen EU-Ziel anzupassen und die Chance der EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um zögernde Länder zu überzeugen. Und im Vorblick auf die Haushaltswoche endlich den doppelten klimapolitisch-haushalterischen Benefit des Abbaus klimaschädlicher Subventionen nutzen. Einen doppelten Benefit hätte übrigens auch ein wirksamer CO2-Preis. Vor allem, wenn die Eingaben pro Kopf an die Bevölkerung zurückgegeben werden und so einen sozialen Ausgleich schaffen. Spätestens die Coronakrise hat uns gezeigt, wie alle Politikfelder zusammenhängen. Ohne Naturschutz keine Gesundheit, ohne Klimaschutz keine soziale Gerechtigkeit. Es braucht resiliente Städte mit anderer Mobilität, die nicht mehr Kinder, älterer und Geringverdiener zu verlierenden Systems machen, weil sie überdurchschnittlich unter Lärm, schlechter Luft, verbrauchter Fläche und Erwärmung leiden. Genauso in der Landwirtschaft. Tierleid, Billigfleisch, unterbezahlte Arbeitskräfte, Überdüngung, Grundwassergefährdung, Schadstoff und Zwei-Emissionen stellen die Negativspitzen des heutigen Systems dar. Sie alle wären schon allein durch die Anbindung der Tierzahl an die Fläche abzufedern. Wenn Sie sich dann noch zum Glyphosatausstieg und einer Pestizidreduktionsstrategie durchringen, hätten Sie nicht nur Bienen und Insekten, sondern auch das Klima ein Stückchen gesünder gemacht. Aber nein, immer wieder Ihre spürbare Angst vor Liebesverlust bei Wirtschaft und Gesellschaft, die Sie auf der Bremse stehen lässt und Sie nicht tun lässt, wovon Sie wissen, dass es getan werden müsste. Dabei sind Wirtschaft und Gesellschaft vielfach längst weiter als Sie. Fridays, Parents, Scientists for Future, Appelle aus der Wissenschaft, das Wirtschaftsforum in Davos, Stiftung 2 Grad oder jetzt gerade die Chefs von 150 internationalen Unternehmen wie Google, Apple, Deutsche Bank, die eine deutliche Senkung des CO2-Ausstoßes anmahnen. Sie haben recht. Brände überall auf der Welt, der Regenwald, Kalifornien, die Tundra, Überschwemmungen in Afrika, Dürre in Brandenburg, Waldsterben, Hitze in deutschen Städten, alles bei nur einem Grad durchschnittlicher Erwärmung. Dazu vielleicht noch öfter Zoonosen wie Covid-19, die mit der Zurückdrängung natürlicher Räume zusammenhängen. Der gerade erschienene Bericht zur Lage der biologischen Vielfalt zeigt, dass das Massensterben weitergeht. Neben allen anderen fatalen Schäden, die der Rückhalt der Artenvielfalt bedeutet, begünstigt er auch das Überspringen von Viren. Wer jetzt den Gong noch nicht gehört hat, dem ist nicht zu helfen. Nehmen Sie die EU-Klimaschutzziele konstruktiv auf und setzen Sie sie für Deutschland um. Und nehmen Sie von mir aus auch Herrn Altmaier 20 Punkte und füllen Sie sie, aber mit etwas anderem als mit heißer Luft. Sie haben noch elf Monate Zeit. Mir ist es nicht aus taktischen Gründen recht, wenn Sie weiterhin versagen. In der Sache haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb nehmen Sie diese Nachhaltigkeits- und Klimawoche als Auftrag. Vielen Dank. Silvia Kotting-Uhl von den Bündnisgrünen hat im Grunde genommen zusammenfassend gesagt, jetzt muss gehandelt werden und nicht später und hat noch einmal dargestellt, dass letztlich alles miteinander zusammenhängt. Und das ist ja das Problem bei Nachhaltigkeit, dass Umwelt, Zukunftsfähigkeit, Wirtschaft und sozialer Ausgleich gemeinsam gedacht werden und gemeinsam vorkommen müssen. Der nächste Redner ist Carsten Träger, der Umweltbüsche, Sprecher der SPD. Nachhaltigkeit ist für uns Zukunftsfähigkeit und Zusammenhalt. Es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir die Zukunftsthemen voran betreiben für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, für die Arbeitsplätze, aber dass wir eben auch das Soziale nie aus dem Blick verlieren. Und natürlich die Notwendigkeit, ökologisch zu handeln, ist uns allen, die wir hier sitzen, klar. Und deswegen finde ich, dass dieses Klimaschutzgesetz, aufgrund dessen wir ja heute hier diese Nachhaltigkeitsdebatte führen können, dass das eine richtig gute Sache gewesen ist. Denn genau darin vereinen wir diesen Ansatz, dass wir alles zusammendenken müssen, dass diese Herausforderung eben nicht einfach mit einer Kleinigkeit in einem oder in ein, zwei Gesetzen zu stemmen ist, sondern dass wir einen langen Weg gehen auf den Weg hin zur Treibhausgates und Neutralität 2050. Und dieses Parlament nimmt sich das Recht, jedes Jahr diesen Weg zu überprüfen. Wir geben klare Zielvorgaben für jeden Sektor und wir debattieren, jedes Jahr wird dieser Weg schnell genug gegangen. Und das ist klar. Es ist klar, dass das natürlich der Opposition nicht schnell genug geht. Aber ich erlaube mir den Hinweis darauf, dass das Gesetz noch nicht mal ein Jahr in Kraft ist. Und deswegen eine kleine Zwischenbilanz dieses Jahr mehr ein Blick in die Zukunft sein muss. Trotzdem weise ich darauf hin, dass wir viel geschafft haben in dem ganzen Bereich. Das Kohleausstiegsgesetz ist für mich ein Sinnbild für ein gutes, nachhaltiges Gesetz. Weil wir den Ausstieg schaffen. 2038 ist manchen zu wenig, mir persönlich auch. Aber das Türchen ist offen, dass wir 2035 das machen können. Und ich rate auch immer, schaut nicht nur auf das Ende, schaut auf den Anfang. In den nächsten drei Jahren legen wir die letzten Atomkraftwerke in Deutschland still und ein Drittel unserer Kohleerzeugungskapazitäten. Das wird sofort schnelle Wirkungen erzielen und den Klimaausstoß in Deutschland, den Ausstoß der klimaschätzlichen Gase deutlich reduzieren. Und wir tun das. Und wir halten dabei unser Versprechen, dass wir keinen Kumpel ins Berg frei fallen lassen. Wir nehmen viel Geld in die Hand, um den Ausstieg sozial abzufedern. Wir investieren in den Regionen, in Infrastruktur. Wir verlagern Behörden dorthin. Wir locken Unternehmen, damit eben Arbeitsplätze geschaffen werden für diejenigen Leute, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Das ist für mich ein nachhaltiges Gesetz. Und diesen Grundsatz müssen wir viel öfters anwenden. Und wir tun ja noch viel mehr. Wasserstoffstrategie. Um nur um es zu nennen, sieben Milliarden pumpen wir in diesen Hochlauf dieser neuen Technologie, die am Ende natürlich dann auch Arbeitsplätze in Deutschland schaffen und sichern wird. Wir stecken viel, viel Geld in den Hochlauf der Elektromobilität, auch als Konjunkturprogramm. Und da wäre es schön, wenn der Verkehrsminister die Voraussetzungen schafft, dass wir auch das schnell auf die Straße bringen, das Ladesäulenprogramm. Es soll ja ein Konjunkturprogramm sein, das in der Krise seine Wirkung entfaltet und nicht erst nach der Krise. Das wäre meine dringende Bitte. Wir machen Förderung von energetischen Sanierungen mit massiver Unterstützung durch den Staat. Und da kann man nicht sagen, dass Klimaschutz Geld kostet, sondern das wird die Wirtschaft ankurbeln. Und es ist aber auch so ausgestaltet, dass die Menschen das bezahlen können. Und davon natürlich profitieren sowohl die Umwelt als auch unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Und wir scheuen uns auch nicht, dann das scharfe Schwert Ordnungsrecht anzuwenden. Denn ab 2025 ist dann einfach der Einbau von neuen Ölheizungen nicht mehr erlaubt in Deutschland. Ich finde, wir haben in diesem Bereich wirklich geliefert. Die Bilanz dieser Regierung ist dort wesentlich besser als in der öffentlichen Meinung. Und bevor meine Redezeit abgelaufen ist, nur noch all den Hinweis, liebe Frau Glöckner, ich würde Sie bitten, dass Sie bei dem zweiten großen Thema, das wir haben, neben dem Klimaschutz, das sind Artensterben und den Insektenschutz. Und nach meiner Wahrnehmung könnte es ein bisschen schneller gehen. Ich würde Sie bitten, gehen Sie von der Bremse runter und machen Sie den Weg frei, dass wir endlich das Insektenschutzgesetz auch im Parlament debattieren können. Wir sind da mittlerweile mehr als ein Jahr im Verzug. Und ich freue mich auf Ihre Antwort. Sie werden ja sicherlich dann gleich sprechen zu dem Thema. Hier wäre es mir ein großes Anliegen, dass wir beim Insektenschutz vorankommen. Vielen Dank. Die Bitte von Carsten Träger scheint erhört worden zu sein. Die Ministerin lächelt. Sie wird nachher auch das Wort wohl ergreifen. Der nächste Redner ist der umweltpolitische Sprecher der AfD, Carsten Hilse. Die AfD leugnet er den menschengemachten Klimawandel als einzige Fraktion hier im Hohen Haus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, mit Ihrer Genehmigung, Herr Schäuble, zitiere ich Sie höchst selbst. Die Corona-Krise ist eine große Chance. Zitat Ende. Und meine damit aus meiner Sicht die Chance, via Angst Pläne, die sich sonst nicht umsetzen ließen, durchzusetzen. Angst, welche allein die Regierung und ihre medialen Unterstützer mit ihrer Corona-Panik erzeugt haben. Angst, die auch Herr Altmaier nutzen will, aktuell mit seiner Charta für den Klimaschutz. Er will uns damit glauben machen, dass die Wirtschaft für ihren Gang zum Schafott nur einen festen Zeitplan benötigt. Planungssicherheit nennt er das. Sie würde sich dann freudig auf die Ausgeburt der Planwirtschaftshölle stürzen und im Gleichschritt in ihr Elend marschieren. Das nennt er dann Klimaschutz und Wirtschaft versöhnen. Wir wissen, was die Wirtschaft zum größten Teil unter Versöhnen versteht. Alle Subventionen abgreifen, immer mehr fordern, aber verstärkt und sehr schnell aus diesem Land verschwinden. Und mit ihr die Wertschöpfung, unsere Kaufkraft und unser Wohlstand. Und zwar für immer. Und deswegen müssen wir, das Parlament, die Vertretung des deutschen Volkes als souverän diesen Leuten in den Arm fallen, bevor es zu spät ist. Das bedeutet zuallererst, aus der unseligen Klimaübereinkunft von Paris auszusteigen. Diese völlig unverbindliche Übereinkunft legt nur gefühlte zulässige Temperatursteigerung von 1,5 oder auch 2 Grad fest, ohne jemals zu quantifizieren, von welchem konkreten Temperaturausgangswert sich dieser statistische Mittelwert verändern darf. Außer inhaltsleeren Worthülsen finden sich dazu nichts in den fast 30 Seiten. Also kann auch niemand die Wirkung irgendeiner Maßnahme überprüfen. Stattdessen wird darin ebenso unverbindlich festgelegt, dass jeder Staat benennen soll, wie viel CO2 er einsparen will. Nicht muss, sondern will. In der völlig unbelegten Annahme, dass das menschengemachte CO2 die Temperatur dieses Planeten maßgeblich beeinflusst. Und es steht noch drin, allerdings nur indirekt, dass der Green Climate Fund ab 2020 100 und ab 2025 500 Milliarden Dollar jährlich verteilen soll. Und das leider an teilweise korrupte Eliten, die zwar ihre ersten Selbstverpflichtungen gemeldet haben, aber keine Taten folgen ließen. Die weltweiten Emissionen stiegen seit 1997 um mehr als 50 Prozent, trotz Klimahysterie, trotz bisher 23 Klimamammutkonferenzen. Einstein soll gesagt haben, eine Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Zeigen Sie, dass Einsteins Zitat nicht für diesen Bundestag gilt. Ändern Sie Ihren Kurs. Stimmen Sie für unser Deutschland. Retten Sie Deutschland aus dem Würgegriff der Klimamafia. So wie es Präsident Trump vor knapp einem Jahr bereits getan hat. Am 4. November ist die Übergangsfrist für den Austritt abgelaufen. Deshalb wünsche ich von hier aus Ihnen, Mr. Präsident Trump, für den 3. November viel Erfolg. Mögen Sie die Wahl gewinnen und das amerikanische Volk am 4. November aus der Geiselhaft des selbsternennenden Weltklimarates führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Marie-Louise Dörth ist die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man eine nachhaltige Entwicklung voranbringen will, dann geht es auch um die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft. Die Vermeidung von Abfällen und das Schließen von Stoffkreisläufen ist eine Voraussetzung für Ressourcenschutz, für Klimaschutz und für eine prosperierende Wirtschaft und natürlich auch für Arbeitsplätze in unserem Land. Gerade Deutschland als rohstoffarmes Land muss Vorreiter bei der Kreislaufwirtschaft sein. Und, meine Damen und Herren, wir sind es auch. Wir haben die Kreislaufwirtschaft in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von Gesetzesinitiativen weiterentwickelt. Und wir lassen nicht nach. Wir arbeiten aktuell an einer Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Batteriegesetzes, novellieren die Altfahrzeugverordnung, setzen die Vorgaben der Europäischen Union zum Verbot von Einweg-Kunststoffartikeln um. Wir haben im Bereich der Kreislaufwirtschaft viele Mittelständler, die mit ihren innovativen Unternehmen tausende Arbeitsplätze sichern. Wir wollen diese Entwicklung weiter voranbringen. Ein erster wichtiger Ansatz dafür ist die Produktpolitik. Mit der Gestaltung der Reparaturfreundlichkeit und gegebenenfalls auch mit einem Verbot von Produkten entscheiden wir auch über das Abfallaufkommen. Aber wir können Produkte nur verbieten, wenn wir einen nachweislich ökologisch besseren Ersatz haben. Eine Kreislaufwirtschaft auf der Grundlage gefühlter ökologischer Vorteile führt umweltpolitisch in die Irre und ist wirtschaftlich schädlich. Wir brauchen zur wissenschaftlichen Beurteilung der Vor- und Nachteile Ökobilanzen. Ein zweiter Ansatz ist die Stärkung des stofflichen Recyclings. Es macht keinen Sinn, Abfälle zu hohen Kosten zu trennen, zu sammeln und zu sortieren, wenn man sie am Ende nicht nutzt. Wir sollten uns deshalb bestimmte Branchen ansehen und prüfen, welche Möglichkeiten der Wiedernutzung für Rezyklate möglich sind. Bei Materialien für den Tiefbau wie Rohren sind die Chancen für einen Rezyklateinsatz sicherlich größer als bei Lebensmittelverpackungen. Zudem muss auch der Rechtsrahmen auf den Prüfstand. Beim Bodenschutz, Gesundheitsschutz, Chemikaliensicherheit oder dem Lebensmittelrecht müssen wir dafür sorgen, dass Zielkonflikte für Rezyklatnutzung abgebaut werden. Eine Null-Schadstoff-Strategie, wie im Green Deal angekündigt, hilft hier jedenfalls nicht weiter. Und drittens müssen wir prüfen, wie wir den preislichen Nachteil der Rezyklate gegenüber Primärmaterial reduzieren. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze, die geprüft werden müssen. Ein vierter wichtiger Ansatz ist die öffentliche Beschaffung, stärker auf die Rezyklatnutzung auszurichten. Mit der aktuellen Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sorgen wir in den Ausschreibungen für eine Gleichbehandlung von Rezyklaten. Und wir werden in Europa und Deutschland die Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln. Aber wir müssen auch international stärker zusammenarbeiten. Wir unterstützen andere Länder beim Aufbau von Abfallmanagement und Entsorgungsinfrastruktur. Aber wir können hier deutlich noch besser werden. Das hilft dem Meeresmüll, hilft den Partnerländern, unterstützt unsere Unternehmen und schafft Arbeitsplätze in Deutschland. Kreislaufwirtschaft muss endlich als ein wesentliches Element nachhaltiger Entwicklung verstanden werden und gehört deshalb stärker in den Mittelpunkt der Politik. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bundestag debattiert auch heute über Nachhaltigkeit, heute die zentralen Themen Klima, Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen. Und in der Debatte hat jetzt das Wort der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kotting-Uhr hat Ihnen gerade mit ein paar Fehlern ein sehr, sehr düsteres Bild dargelegt und gezeigt, wo man alles aussteigen muss, was man alles reduzieren muss. Wovon ist alles weniger gewinnt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Aber wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, dann kann man das so sehen. Meiner Meinung nach gibt es eine andere Möglichkeit. Und überlegen wir mal, was wir, und das richte ich auch in die richtigen AfD, die ohne viel Ahnung in eine falsche und andere Richtung gegangen sind. Man kann über den Klimaschutz sprechen und über die Chancen und Möglichkeiten, die dabei entstehen. Denn überlegen wir uns mal, was der Klimaschutz für uns hier in Deutschland bedeutet, vor allen Dingen, was er bei weltweit bedeutet. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine starke, eine funktionierende, eine innovative Anlagentechnologie. Denn nur die wird irgendwann mal die Möglichkeit bieten, wirklich viel CO2 zu reduzieren. Was brauchen wir noch? Wir brauchen verdammt gut funktionierende neue Werkstoffe. Wir brauchen leichte Materialien. Wir brauchen gute Verbundstoffe. Wir brauchen die Möglichkeiten, die also die Chemieindustrie uns heute bietet. Und das Dritte, was wir brauchen, ist verdammt gut funktionierende Energienetze. Wir brauchen Netze, die die Energie, und zwar die nicht fossile Energie, von A nach B bringt, ohne dass es zu Problemen kommt. Jetzt können wir mal überlegen, was haben wir denn in Deutschland? Wir haben die besten Anlagenbauer der Welt. Wir haben Ingenieure, wir haben Tüftler, die jeden Tag richtig, richtig, richtig gute neue Lösungen für die Probleme, die wir haben, finden. Was ist das Zweite, was wir haben? Wir haben eine verdammt gut funktionierende Chemieindustrie, die jeden Tag, auch hier, aufs Neue dafür sorgt, dass wir richtig gute, neue, tolle Produkte haben. Was haben wir noch? Und auch wenn wir immer, auch wir gerne mal drüber herziehen, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ein verdammt gut funktionierendes Energienetz. Und eigentlich haben wir auch eine verdammt gut funktionierende Energieversorgung, die selbst mit so Schnellen aus der erneuerbaren Energieindustrie klarkommt. Und dafür müssen wir sorgen, dass diese Sachen so bleiben. Wenn wir die Sachen also übereinanderlegen, dann haben wir das, was wir in Deutschland brauchen, um wirklichen Klimaschutz zu betreiben. Und das ist die Herausforderung. Das müssen wir weiterführen. Das funktioniert aber nur durch kluge politische Rahmenbedingungen und nicht durch diese ganzen vielen 1.000 Einzelmaßnahmen, die es gibt. Und ja, LULU-CF in den Emissionshandeln zu integrieren, bedeutet eine einheitliche Form davon zu haben, wie wir Klimaschutz anständig benutzen. Und anständig mit dem Klimaschutz umgehen. Denn es geht darum, CO2 zu reduzieren. Es geht darum, dafür zu sorgen, die Gesamtheit an CO2-neutral zu stellen bis 2050. Und da müssen natürlich alle Emissionen, aber auch alle Reduktionen von Emissionen mit drin sein. Das funktioniert technologisch. Und deswegen freue ich mich auch. Und ich freue mich. Und ich muss sagen, dass Sie, liebe Linke und Sie, liebe Grüne, hier taktisch versuchen, die Charter von Peter Altmaier deswegen kleinzureden, weil Sie Sorgen haben, dass Sie dann sich committen müssten auf Ziele, die Sie nicht nutzen wollen. Das finde ich eigentlich schade. Aber ich will sagen, dass das mehr als leere Worte wie beim letzten Mal sein müssen. Lieber Herr Altmaier, Ihre Fraktion, Ihre Partei hat vor einem Jahr schon mal angekündigt, dass das das Ziel wäre, dass wir über Klimaschutz reden wollen. Und was ist passiert? Gar nichts. Wir haben sogar einen Brief an Sie geschickt. Und ich weiß noch nicht mal, ob wir eine Antwort draufgekriegt haben. Und das ist doch das Problem. Leere Worte sind genau das Falsche in der Klimapolitik. Denn leere Worte bringen der Chemieindustrie nichts. Leere Worte bringen den Anlagenbauern nichts. Leere Worte bringen unserer energieintensiven Industrie nichts. Und die brauchen wir, um wirklichen Klimaschutz umzusetzen. Und wo Sie gerade reingufen, Frau Weisgerber, Sie reden immer von synthetischen Kraftstoffen. Ich erwarte immer noch, dass Sie mir aufzeigen, wie Sie die in den flotten Grenzwerten einverhandeln wollen. Ich warte immer noch darauf, dass Sie mir zeigen, wie Sie den europäischen Emissionshandel wirklich aushalten wollen. Und ich warte immer noch darauf, dass Sie Gesetze machen, die nicht wahrscheinlich vom Verfassungsgericht gekippt werden. Weil das wäre eine Aufgabe für eine konservative CDU, die sagt, ja, wir wollen dafür sorgen, dass Klimaschutz umgesetzt wird. Rechtskonforme Gesetze, das wäre der erste Schritt. Und, meine Damen und Herren, wenn wir das alles machen, wenn wir Rahmen so setzen, dass Sie Innovation, Marktwirtschaft und Wettbewerb fördern, und wenn Sie dafür sorgen, dass das auch auf den Klimaschutz ausgerichtet ist, dann machen wir wirkliche Nachhaltigkeitspolitik. Und, meine Damen und Herren, das können wir tun. Dazu bieten wir Ihnen jeden Tag aufs Neue an, wie das funktionieren kann. Ich hoffe, Sie folgen uns. Vielen herzlichen Dank. Lukas Köhler, der umweltpolitische Sprecher der FDP, hat es nicht ganz so deutlich gesagt. Aber auf jeden Fall, vorhin war es ja doch deutlicher bei Frau Skudel-Heri von der FDP, dass man im Grunde genommen hier schon Richtung Union schielt und sich mehrfach schon angeboten hat, gemeinsam doch zum Beispiel in der Umwelt etwas zu bewegen. Rainer Spiegel jetzt für die SPD. Wer sich hier in diesem Haus öffentlich zu Trump und zur Lügen- und Verschwörungspolitik bekennt, der bekennt sich zu einer Politik, die für Deutschland auf jeden Fall nicht die richtige Politik ist. Sie haben sich übrigens an einer Stelle entlarvt. Wer bei einem Hundertstel der Weltbevölkerung für sich einfordert, ein Fünfzigstel der Energie- und des CO2-Ausstoßes für sich in Anspruch zu nehmen, der sagt, welche Ansprüche er hat und welche Ansprüche er anderen zubilligt. Den Dreisatz versteht jeder. Was mir hier heute ein bisschen fehlt, und das hat mir bei den Grünen auch gefehlt, ist der Ansatz Zukunft. Ich habe so ein bisschen an die akupalyptischen Reiter gedacht, als ich daran gedacht habe, was für ein Bild sie hier aufzeigen. Und das sage ich auch noch mal zur AfD. Aus der Geschichte kann man lernen, dass sie da Schwierigkeiten haben, ist bekannt. Aber wenn ich mal daran denke, was uns in diesem Land stark gemacht hat, dann ist das Motorenbau, Anlagen- und Maschinenbau gewesen. Und der Diesel hat tatsächlich die Welt auf den Kopf gestellt. Und jetzt stellen wir das noch mal, indem wir in andere Energien gehen, in andere Energieformen und auch zeigen, was wir können. Windräder ist exzellenter deutscher Maschinenbau. Alles. Damit kann man Geld verdienen, weltweit. Und das muss das Signal sein an die Menschen. Wir produzieren hier neue Arbeitsplätze durch neue Technologie. Und das müssen wir fordern, Herr Minister Altmaier. Zur Landwirtschaft. Liebe Gitta Connemann, ich hätte mir auch da eine etwas zukunftsorientiertere Rede vorgestellt. Landwirtschaft muss in diesem Land Zukunft haben. Zukunft bedeutet aber, so hart wie das ist, immer Veränderung. Und auch die Landwirtschaft muss in einen Veränderungsprozess kommen. Wir werden das heute Nachmittag noch mal bei der Frage ASB diskutieren. Nämlich auch Stoffkreisläufe. Und wenn wir der Landwirtschaft wirklich helfen wollen, Frau Ministerin Klöckner, wir haben Ihnen so viel Geld zur Verfügung gestellt für Digitalisierung. Das neue Handwerkzeug des 21. Jahrhunderts. Nutzen Sie es. Sie hatten zugesagt, zu Mitte August die Machbarkeitsstudie der Masterplattform vorzustellen. Sie haben das nicht leisten können. Und wenn wir die Probleme der Landwirtschaft werden lösen wollen, dann brauchen wir Fakten, Daten und Ausgangssituationen. Und die können wir nur mit dem modernen Handwerkszeug der Digitalisierung leisten. Tun Sie an der Stelle etwas. Helfen Sie den Landwirten mit, denen Sie ihnen Fakten geben, Erkenntnisse und Handwerkszeug, um zu verändern. Das muss der Ansatz sein. Nur auf der Basis von Faktenwissen können wir agieren. Und zum Abschluss, wenn mir ein prominenter Wissenschaftler in Deutschland sagt, wir sind heute dazu in der Lage, jedes Güllefass zu erfassen und bei jedem Güllefass festzustellen, wo wird etwas ausgebracht, dann frage ich mich, warum haben wir das nicht bereits getan? Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Lebe vom Ertrag, lebe nicht von der Substanz. Was das bedeutet, das wissen Land und Forstwirte nur zu gut. Es bedeutet ihr Überleben. Es bedeutet unser aller Überleben. Und Land und Forstwirte, Gartenbauer, Fischer, sie denken nicht in Quartalen, sie denken in Generationen. Wir müssen Nachhaltigkeit aber ganzheitlich verstehen. Anders als zum Beispiel die Grünen, die nur auf die Ökologie achten. Ganzheitlich heißt, Ökologie im Blick zu haben, aber auch die ökonomische Basis und die soziale Balance. Und was das bedeutet, dass wir Ressourcen wertschätzen und nicht verschwenden. Dass wir Land und Ernährungswirtschaft intelligent weiterentwickeln. Dass wir unsere natürlichen Verbündeten im Klimaschutz aktivieren, nämlich unsere Wälder und unsere Böden. Und wir haben deshalb in meinem Ministerium einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet. Mit ganz konkreten Maßnahmen. Vom Schutz des Moorbodens, über Energieeinsparungen, Gartenbau. Ja, die Grünen werden dann unruhig, wenn es konkret wird, weil sie dann von ihrer Flughöhe runter müssen. Und dann zeigt sich, wer wirklich Klimaschutz ernst nimmt, weil er es in den Alltag überträgt. Und vom Schutz des Moorbodens, über Energieeinsparungen, Gartenbau, über eine emissionsarme Tierhaltung, über den Humusaufbau im Ackerland, sowie die Stärkung unserer Wälder, über die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis hin zur Förderung eines regionalen, eines nachhaltigen Konsums. Und wir machen es konkreter. Wir fördern, wir setzen das um als Bundesregierung nachwachsende Rohstoffe. Autoreifen aus Löwenzahn, Gummistiefel aus Mais, Fahrradhelme aus Holzfasern. Das mag lächerlich klingeln, aber die einen wollen verbieten, und wir bieten Lösungen an. Das ist Nachhaltigkeit. Und deshalb sage ich auch ganz klar, Stichwort Holz. Unser Klimaschützer Nummer eins, das ist der Wald. Er liefert uns den bedeutendsten nachwachsenden Rohstoff, das Holz. Und Holz speichert den Kohlenstoff, oft über Jahrzehnte, in Möbeln, in ganzen Häusern. Wir mögen den Wald, wir mögen Bäume, wir mögen Möbel aus Holz, aber die Grünen mögen nicht, dass Bäume geschlagen werden und geerntet werden. Wir sagen Ja zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, denn ansonsten werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen können. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, der Zustand unseres Waldes, der ist dramatisch. Wir brauchen den Wald, unsere grüne Lunge, und jetzt braucht er uns. Schadholzräumen, Schutz vor Schädlingen, standortangepasste, stabile Baumartenpflanzen. Und deshalb nimmt die Bundesregierung, nehmen wir gemeinsam 1,5 Milliarden Euro in die Hand. Und die Große Koalition will in den kommenden Jahren das für die Zukunft investieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Baum, der jetzt nicht gepflanzt wird, der ist eine verpasste Chance für unsere Enkel und Urenkel. Und deshalb machen Sie mit bei den deutschen Waldtagen, die wir im Anschluss eröffnen werden. Aber, verehrte Damen und Herren, Nachhaltigkeit, da sind wir alle gefragt, nicht immer nur die anderen. Nachhaltigkeit, Verbraucherinnen und Verbraucher, das heißt, Lebensmittel wertzuschätzen und nicht wegzuwerfen. Aber bitte auch die einmal wertzuschätzen, die für unsere Lebensmittel sorgen und ihnen nicht ständig unterstellen, dass sie Klimavergifter sind, dass sie Tiere quellen und dass sie den Insektenschutz schleifen würden. Deshalb sage ich ganz klar, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landen im Müll. Das ist zu viel. Während 700 Millionen Menschen weltweit Hunger leiden. In unseren Lebensmitteln stecken Wasser, Energie, Rohstoffe, Arbeitskraft, Sorgfalt und auch Herzblut. Und Lebensmittelverschwendung, dadurch entstehen Treibhausgasemissionen. Acht Prozent der weltweit anfallenden Mengen. Und das setzt unsere Erde unter Druck. Und deshalb haben wir uns verpflichtet. Also wir haben das gemacht als große Koalition. Die Lebensmittelverschwendung pro Kopf, die wollen wir halbieren. Und Lebensmittelverluste entlang der gesamten Produktion und Lieferkette reduzieren. Und die Reaktion der Grünen zeigt, dass wir genau diesen Punkt getroffen haben, weil sie kein Wahlkampfthema mehr haben, weil wir Umsetzungskompetenz und nicht nur Forderungskompetenz haben. Wir erfassen die Höhe der Lebensmittelabfälle auf jeder Stufe. Und so können wir nachvollziehen, wo Schwierigkeiten sind. Wir haben eine kluge nationale Strategie zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung entwickelt, die Vorbild für die Europäische Union geworden ist. Und das ist nationale Politik, die einen globalen Anspruch auch hat. Und deshalb sage ich auch Produzenten, die Landwirte, das sind wirkliche Praxisklimaschützer, weil sie tatsächlich CO2 speichern können. Im Gegensatz zu Theorieklimaschützern, die viel fordern, aber keinen Milligramm CO2 aus der Luft holen. Frau Kotting-Ulig hat das eben so schön gesagt. Oder auch Herr Spiering. Herr Spiering, wir haben die Experimentierfelder eingeführt und zeigen, wie Digitalisierung läuft. Denn die Landwirte, ja, sie schützen Artenvielfalt. Energieverbrauch wird reduziert. Emissionen werden eingespart. Wer fordert, dass Landwirtschaft sich verändern muss, hat überhaupt nicht mitbekommen, wo wir heute schon stehen. Wir sind nicht auf der Standspur. Wir sind schon längst auf der Überholspur. Wir lösen Zielkonflikte. Wir sagen nicht entweder oder. Das eine verbieten, das andere lassen. Sondern wir zeigen, wie Lösungen gehen. Klimaschutz und Tierhaltung, Tierwohl zusammenzubringen. Mehr Emissionen. Ja, wir forschen auch an Futtermittel, die weniger Methan dann ausstoßen. Ja, wir forschen daran, wie wir mit Drohnen Schädlinge auf den Ackerflächen früher erkennen können, damit wir nicht in die Bodenbearbeitung in erosionsgefährdeten Gebieten kommen. Das sind Zielkonflikte. Weniger Pflanzenschutzmittel. Wir sind passgenau aufgebracht. Das sind Lösungen. Und deshalb sage ich, ja, es geht um nichts weniger als um die Bewahrung der Schöpfung. Es geht darum, dass wir von den Erträgen leben und nicht von der Substanz. Und das geht nur mit Experten. Sagt die Bundeslandwirtschaftsministerin, der Bereich Landwirtschaft ist ein durchaus problematischer Bereich. Nicht bei der Frage der Nachhaltigkeit, aber bei der Frage der Umweltverträglichkeit. Und dort gibt es ja auch viele Bemühungen. Die Ministerin hat einige aufgezählt. Einer von sieben fraktionslosen Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Marco Bülow, hat jetzt das Wort. Er war mal SPD-Abgeordneter, jetzt Fraktionslos. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, wollen, 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 machen wäre mal schön. Machen ist wie wollen, nur krasser. Sehr geehrte Damen und Herren, was ist die Gemeinsamkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel der Relativitätstheorie oder noch viel einfacher, dass die Erde sich um die Sonne dreht, und gesellschaftlichen Erkenntnissen, wie die Abschaffung der Sklaverei und zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Die Gemeinsamkeit ist, dass es meistens mit einer Idee, mit einem Menschen anfing, der diese Erkenntnis hat, dann einer kleinen Gruppe. Und bekämpft wurden diese Ideen, diese Fortschritte, diese Erkenntnisse immer von den Reaktionären und immer von den konservativen Kräften. Und auch, obwohl sie sich dann durchgesetzt haben, die progressiven Kräfte, die sie immer unterstützt haben, blieb es immer bei den Leugnern und blieb es immer bei den konservativen Kräften. Aber am Ende, am Ende haben sie sich durchgesetzt. Und so wird es auch beim Klimaschutz sein. Am Ende wird sich durchsetzen, einen richtigen Klimaschutz zu machen. Nur in diesem Fall ist es die Frage der Zeit, wann sich das durchsetzt. Es muss sich schneller durchsetzen, als es bei den anderen Ideen war. Wir müssen nämlich jetzt schneller handeln, weil ansonsten die Kosten viel zu hoch sind und weil ansonsten die Schäden viel zu hoch sind und weil ansonsten das Leiden viel zu hoch ist. Deswegen muss sich diese Erkenntnis diesmal viel schneller durchsetzen und auch in Handeln umsetzen. Und wissen Sie, was noch eine Gemeinsamkeit ist von diesen Erkenntnissen auf gesellschaftlicher Ebene und den Fortschritten? Dass es am Ende nicht die Leugner waren, die den Fortschritt verhindert haben, sondern diejenigen waren, die beschönigt haben, die Nebelkerzen geworfen haben, die viel Brimborium drum gemacht haben, aber am Ende doch gebremst haben. Das hat viele Ideen ganz lange verzögert, über die wir heute lachen, wo keiner mehr versteht, dass es mal eine andere Zeit gegeben hat. Deswegen müssen wir endlich anfangen, aufzuhören, schönzureden, tolle Pläne zu machen, viel von Wollen zu reden, sondern wirklich handeln. Nehmen wir zum Beispiel mal den Wald. Ja, dann wird gesagt, das ist der größte Klimaschützer. Ja, aber Wald ist eben nicht gleich Wald. Gucken wir uns die Wälder doch zum Teil an. Das sind Monokulturen, wo einzelne Bäume stehen, wo nichts darunter wächst. Und wenn man sich die Nadelhölzer jetzt in Deutschland anguckt, dann sterben sie überall weg wegen der Trockenheit. Also gehen wir doch mal in die richtige Diskussion. Ja, wir wollen den Wald. Und ich bin auch nicht dagegen, dass wir auch teilweise den Wald nutzen. Aber wir brauchen eben auch Wälder und Moore, die unberührt sind, die wirklichen Klimaschutz leisten. Und dann haben wir einen Fortschritt. Vielen Dank. Marco Bülow, Fraktionslos. So, und jetzt die letzten beiden Redner hier in der Debatte zur Klima, Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen kommen beide von der CDU, CSU. Zunächst Klaus-Peter Schulze, der das Wort hat. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Weltbiodiversitätsrat hat im vergangenen Jahr festgestellt, dass etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten akut vom Ausstarm bedroht sind. Und dass drei Viertel der terrestrischen Naturräume und zwei Drittel der Meeresnaturräume in ihrem Zustand erheblich verändert wurden. Ich möchte in meiner kurzen Redezeit auf zwei Dinge eingehen, wo wir in der Vergangenheit aus meiner Sicht bei der Förderung der regenerativen Energien das Thema biologische Vielfalt ausgeblendet haben und uns das jetzt auf die Füße fällt. Im Jahr 2000 wurde mit dem EEG die Problematik Biogasanlagen vorangetrieben. In dessen Folge werden in den letzten 20 Jahren 300.000 Hektar Grünland. Über die Bedeutung des Grünlandes haben schon einige vor mir gesprochen. Weniger haben und 1,1 Millionen Hektar mehr Maisanbau mit einer für alle sichtbaren Monotonisierung unserer Landschaft. Keiner weiß mehr oder möchte das heute daran erinnert werden, dass diese Rahmenbedingungen unter anderem dafür Verantwortung tragen, dass unsere Insekten vorne deutlich zurückgegangen sind. Das muss man ganz einfach wissen und an dieser Stelle auch mal benennen. Zweites Beispiel. Da, glaube ich, können wir in den nächsten Monaten einen besseren Weg gehen. Die deutsche AWZ in der Nordsee ist für die Seetaucher aus der Westpalatis das größte Überwindungsgebiet. Wir haben damit internationale Verantwortung zu tragen. Im Jahr 2002 hat der grüne Umweltminister gegen den Rat vieler Fachleute entschieden, eine Offshore-Windanlage in so ein Überwindungsgebiet reinzubauen. Die Folge ist, und das hat die Universität Kiel in jahrelangen Untersuchungen bewiesen, dass diese Überwindungspopulation deutlich geschrumpft ist, etwa um ein Viertel. Und jetzt diskutieren wir über den Ausbau von Offshore in den nächsten Jahren. Und ich möchte gerne, Herr Minister Altmaier, aus Sicht des Naturschutzes, dass wir diese Belange dort genauso berücksichtigt finden in einer Raumordnung wie die Belange der Fischerei, wie die Belange der Seefahrt, wie die Belange der Nutzung der Bodenschätze, die dort sind. Das muss unter einem Hut passen. Und wir müssen in den nächsten Monaten nachweisen, dass wir das besser können, als es im Jahr 2001 gemacht wurde. Herzlichen Dank. Und als letzte Rednerin jetzt Anja Weisgerber. Sie ist die Klimaschutzbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Heute Morgen schon im Phoenix-Interview bei uns zu hören gewesen. Und danach werden hier zahllose Anträge abgestimmt werden. Deswegen wird es hier gleich sicherlich etwas voller im Plenarsaal werden. Aber zunächst noch Anja Weisgerber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nachhaltigkeit heißt für uns heute schon, an morgen zu denken. Lebensqualität für diejenigen zu gewährleisten, die noch nicht geboren sind. Das ist eine enorme Verantwortung für uns alle, die wir wahrnehmen. Und wir vonseiten der Union haben diese Nachhaltigkeitstage auch genau aus diesem Grund angestoßen. Die Coronakrise hat uns gelehrt, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir präventiv, vorausschauend und vor allem nachhaltig handeln müssen. Dass es jetzt auch darum geht, unsere Wirtschaft klimafreundlich wieder aufzubauen, nachhaltig wieder aufzubauen. Nur so sind wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Deshalb haben wir ein Konjunkturprogramm aufgelegt, das ein wahres Kraftpaket ist für mehr Klimaschutz und mehr Umweltschutz. Insgesamt sind es 40 Milliarden Euro, die im Konjunkturpaket mittelbar oder unmittelbar in den Klimaschutz, in den Umweltschutz investiert werden. Ich bin ein Stück weit stolz darauf, denn wir Klimapolitiker und Umweltpolitiker haben dafür auch die Ideen geliefert. Zusammen mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz, mit unserem Klimaschutzpaket investieren wir insgesamt jetzt 90 Milliarden Euro in den Klimaschutz. Das nimmt der Staat in die Hand. Und diese Maßnahmen werden dafür genutzt, dass wir uns eben klimafreundlich aufstellen, nachhaltig aufstellen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Die Wasserstoffstrategie dient jetzt auch dazu, dass wir unsere energieintensive Wirtschaft dabei begleiten, den Wasserstoff in Zukunft einsetzen zu können. Die industriellen Prozesse zu dekarbonisieren. Wasserstoff ist ein ganz wichtiger Schlüsselrohstoff zur Erreichung unserer Klimaziele. Das Handlungskonzept Stahl, das die Bundesregierung vorgelegt hat, wird dafür sorgen, dass wir weiterhin Stahl in Deutschland produzieren, das aber klimafreundlich, klimaneutral schlussendlich machen können. Die Innovationsprämie, die wir aufgelegt haben, damit unterstützen wir die Elektromobilität. 2,2 Milliarden werden in diesen Bereich investiert. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und die steuerliche Förderung im Bereich der energetischen Gebäudesanierung, das sind wichtige Investitionen im Sektor Wärme. All das ist ein Paket, das ich sehen lassen kann. Und deswegen sage ich auch, unsere Politik, unsere nachhaltige Politik, heißt Maß und Ziel zu bewahren, Klimaschutz mit Augenmaß zu machen, die Auswirkungen zu bedenken, auf Wirtschaft, auf die soziale Seite, aber auch die Akzeptanz der Menschen zu behalten. Klimaschutz und Umweltschutz mit den Menschen und nicht gegen sie. Das ist unser Motto. Und deswegen sage ich in Richtung der Opposition, hören Sie doch endlich mal mit dem Märchen auf, dass wir nichts vorgelegt haben. Wir haben ein Klimaschutzpaket vorgelegt, das sich sehen lassen kann, dass es so in der Geschichte der Bundesregierung und der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat, aus drei Teilen, zum einen Maßnahmen, über 60 Maßnahmen mit Förderung, mit Anreizen, um die Bürger dabei zu begleiten, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen, mit einem Klimaschutzgesetz, mit Sektorzielen in einzelnen Bereichen und einer CO2-Bepreisung. Wir geben CO2 einen Preis. Und ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel auch mal wahrgenommen wird, dass wir mit dieser CO2-Bepreisung einen europäischen Prozess angestoßen haben. Die EU-Kommission hat jetzt angekündigt, den Emissionshandel auch auf die Bereiche Wärme und Verkehr auszuweiten. Das ist genau der richtige Weg. Denn wir schaffen mit einem marktwirtschaftlichen Instrument Klimaschutz. Dieser Emissionshandel hat dazu geführt, dass wir auch in Deutschland unsere Klimaziele, allen Unken rufen zu trotz, unser 2020-Ziel jetzt einhalten werden. Und zwar unabhängig von Corona hat es Agora Anfang des Jahres schon bestätigt. Und deswegen sage ich noch mal in die Richtung der Opposition, hören Sie endlich mit Ihrem Märchen auf, dass wir nichts vorgelegt haben. Lassen Sie uns lieber gemeinsam etwas für Klima- und Umweltschutz tun. Wir strecken dazu die Hand. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache. Jetzt kommen wir zu Abstimmungen. Tagesordnungspunkt 6a. Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 22506 mit dem Titel Klima und Umwelt nachhaltig schützen. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Tagesordnungspunkt 6b, 6c, G, H, J, L bis N, S und 3c sowie Zusatzpunkt 7. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22, 1, 80, 22, 4, 85, 4, 55, 4, 48, 4, 84, 3, 48, 5, 31, 21, 5, 31, 13, 5, 15. Und wenn Ihnen das chinesisch vorkommt, das ist ganz normal bei solchen Abstimmungen. Vor allem, wenn es so viele Änderungsanträge gibt, dass man die dann subsumiert und in die zuständigen Ausschüsse, in dem Fall zum Beispiel den Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheitsausschuss des Deutschen Bundestages, überweist. So geht es jetzt in dieser Sekunde gerade der Unterrichtung der Bundesregierung Klimaschutzbericht 2019, die hier diskutiert wurde. Dieser Klimaschutzbericht wird jetzt eben in diesen Ausschuss überwiesen und die ein oder andere Änderung. Insgesamt haben wir acht Änderungsanträge der AfD, zehn von den Grünen, zwei von der FDP und einen von der Linken, sowie den gemeinsamen Antrag von CDU, CSU und SPD, der hier soeben schon abgestimmt wurde. Inhalt dieser Anträge sind zumeist Aufforderungen an die Bundesregierung, sich für mehr Nachhaltigkeit in verschiedenen Politikfeldern einzusetzen. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Dann lasse ich jetzt abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, also Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Dann ist der Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Da ging es um Stromkunden entlasten, erneuerbare Energie im Gesetz gerade in der Covid-19-Wirtschaftskrise abschaffen. Und jetzt geht es ebenfalls um einen Antrag der AfD, keine Nachfolgeförderung für die alte EEG-Anlage, für alte EEG-Anlage. Die Koalitionsfraktionen wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie, die Fraktion der AfD Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Das macht es besonders schwierig, wenn es störtlich ist, welcher Ausschuss sich weiter damit beschäftigen soll. Naturgemäß wird hier die Mehrheit des Hauses dem Vorschlag der Regierungsfraktionen folgen. Und so ist es auch. Der Vorschlag also wird jetzt im Wirtschaftsausschuss weiter beraten. Der Überweisungsantrag, der Überweisungsvorschlag der Koalitionsfraktion, also Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie abstimmen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Der Überweisungsvorschlag ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 6f, das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Wirtschaft entlasten, Treibhausgas, Emissionshandel gerade in der Covid-19-Krise, Wirtschaftskrise abschaffen. Also die AfD empfiehlt die Abschaffung. Das ist ein bisschen kompliziert bei Abstimmungen. Der Ausschuss vorher hat mit Mehrheit beschlossen, diesen Antrag abzulehnen. Wenn man also dem Antrag zustimmen will, dann muss man mit Nein stimmen. Die AfD also wird damit Nein stimmen gegen die Ausschüssempfehlung, aber sie wird damit keine Mehrheit bekommen. Das war etwas kompliziert, aber wenn man darüber nachdenkt, dann glaube ich, kann man es verstehen. Denn all diese Anträge sind vorher schon in einem entsprechenden Ausschuss beraten worden. Und die Ausschussmehrheit hat zumeist ja eine andere Meinung als die AfD. Das ist die Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre. Das heißt, alle Umweltbelastungen durch Windindustrieanlagen ernst nehmen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschutzempfehlung auf der Drucksache 22595 den Antrag der Fraktion auf der Drucksache 20121 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschutzempfehlung? Das ist jetzt ein Antrag, gesundheitsbeeintragende Schallemissionen umfassend messen. Alle Umweltbelastungen durch Windindustrieanlagen ernst nehmen. Das ist aber auch hier vom Haus abgelehnt worden. Tagesordnungspunkt 6k. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Saubere Luft durch wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen gewährleisten. Der Ausschuss empfiehlt, auf der Drucksache 22598 den Antrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache 2056 abzulehnen. Auch hier das Gleiche, jetzt ist es mal die FDP-Fraktion, aber Opposition bleibt Opposition. Die Mehrheit im Ausschuss hat eben empfohlen, das abzulehnen und die Mehrheit hier im Haus von der Regierungskoalition vor allem wird dem zustimmen. Das bedeutet, der FDP-Antrag saubere Luft durch wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen gewährleisten wird abgelehnt. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaftsenergie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel Energiewende weitertragen, grünen Strom aus ersten EEG-Anlagen weiter nutzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19783 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf der Drucksache 19140 abzulehnen. Die Grünen haben zehn Änderungsanträge hier vorgelegt. Die FDP-Fraktion, die AfD, die FDP, wer stimmt dagegen? Die Linke und Bündnis 90 die Grünen. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Das bedeutet, der Wunsch der Grünen, der Antrag ist abgelehnt. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel Fracking verbieten und keine Erdgasbohrungen in Schutzgebieten zulassen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 191485, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf der Drucksache 1914859 abzulehnen. Also mit den Nummern kommt mir das komisch vor, aber ich nehme mal an, es hat seine Richtigkeit. Wer stimmt jedenfalls für die Beschlussempfehlung? Ja, der kann auch schon mal ein Bundestagspräsident durcheinander kommen. Wolfgang Schäuble hat übrigens in diesen Tagen mitgeteilt. Er will bei der kommenden Bundestagswahl erneut kandidieren. Und da das hier quasi der oberste Gesetzgeber ist, läuft das auch nicht von alleine, was diese Abstimmung angeht, sondern hinter dem Bundestagspräsidenten sitzt immer ein Jurist, ein Justizier, der hier die Oberaufsicht führt, der mit der Präsident, wenn er an der einen oder anderen Stelle vielleicht durcheinander gerät, auch juristischen Beistand hat. Denn das muss ja hier alles ordnungsgemäß laufen und nicht antrittbar sein. ... der Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17230, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf der Drucksache 8985 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Koalitionsfraktion, AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6 R. Da ging es um die Strategie für saubere und gesunde Luft. Und jetzt 6 R. Da muss ich selber mal gucken. Pestizide jetzt wirksam reduzieren. Auch ein Antrag der Bündnisgrünen. Pestizide jetzt wirksam reduzieren. Der Ausschuss empfiehlt auf der Drucksache 1933, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf der Drucksache 835 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Koalitionsfraktion, AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Die Linke. Bei solchen Abstimmungen ist es im Übrigen immer so, dass nicht alle Abgeordneten anwesend sind, sondern die Abgeordneten, die anwesend sind, stimmen für ihre Fraktion quasi. Und das wird dann hochgerechnet, sodass die Koalitionsfraktion faktisch dann die Mehrheit hat, wenn sie das will. Es sei denn, es gibt Einspruch bei solchen schnellen Abstimmungen. So viele hintereinander ist das selten der Fall. Aber natürlich müssen die parlamentarischen Geschäftsführer ihrer Fraktion sehen, dass sie durchaus immer eine gewisse Mehrheit im Saal bereithalten. Das klappt nicht immer. Manchmal wird ja auch abgestimmt. Da sind eigentlich viel weniger zum Beispiel von der Koalition da als von der Opposition. Das spielt aber zumeist im täglichen Geschäft hier keine Rolle. Es sei denn, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der Oppositionsfraktion legt Einspruch ein. Und dann haben wir das ja das ein oder andere Mal, dass man sich dann nicht über Mehrheiten einigen kann und es dann sogar zum Hammelsprung kommt, wenn das Präsidium zum Beispiel nicht sieht, wer die Mehrheit bei einer Abstimmung hat. Bei diesen Abstimmungen, die nach so einer Nachhaltigkeitsdebatte wie heute stattfinden, passiert das aber eigentlich nie. Denn das ist Routinegeschäft. Und selbst die AfD, die am Anfang ja gerne die Geschäftsordnung in die eine oder andere Richtung mal ausweitet hat, stimmt hier freudigst mit ab und hat im Grunde genommen sich zumindest bei diesem Verfahren daran gehalten. Es ist auch eine Frage von Zeit, dass man hier durchkommt, und uns jedes Mal alle Abgeordneten zusammenlaufen zu lassen, das wäre sicherlich nicht möglich. Daher gibt es dieses Verfahren, dass im Großen und Ganzen die Mehrheitsverhältnisse der einzelnen Fraktionen auch bei solchen Abstimmungen wieder gespiegelt werden. So, jetzt sind wir durch diese ganzen Abstimmungsorgie durchgekommen. Und beim nächsten Tagesordnungspunkt, der heißt Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und da geht es eigentlich weiter mit der Nachhaltigkeitsdebatte, jetzt mehr von der Wirtschaftsseite. Und der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird auch nachher das Wort in dieser Debatte zum Beispiel ergreifen. Aber der erste Redner, der hier zu diesen Tagesordnungspunkten redet, ist Matthias Haider von der CDU und CSU. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wohl keine Debatte über Nachhaltigkeit entwickelt sich, ohne dass das Beispiel des deutschen Forstwirtes von Karlowitz aus dem 18. Jahrhundert genannt wird. Heute umfasst unser Nachhaltigkeitsideal eine optimale Balance aus den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Doch einzelne Maximalforderungen, meine Damen und Herren, waren gestern. Heute sind vernetzende Gateways gefragt. Unser Anspruch muss sein, Nachhaltigkeit nicht auf ein Politikziel zu beschränken, sondern die Einzelziele miteinander zu verzahnen. Dazu gehört den Klimaschutz voranbringen, den Umweltschutz ausbauen, die Ressourceneffizienz stärken, soziale Sicherheit gewährleisten, Staatsfinanzen zu konsolidieren und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber was wäre wohl Karl von Karlowitz 1713 angesichts der Borkenkäferplage, die im Deutschen Wald gerade tobt, eingefallen? Hätte er dann noch zu einem maßvollen Holzeinschlag auch während der Krise geraten? Oder hätte er seine Erkenntnisse der Krise mit der Entscheidung über die zukünftige Bepflanzung und Bewirtschaftung der Wälder einfließen lassen? Hätte er die soziale Absicherung von Waldarbeitern und Fuhrleuten im Blick gehabt? Wir wissen es nicht. Krisen und Missstände erfordern heute zum Teil ein Umdenken, ein Neudenken. Deutschlands Lösung für die Bewältigung der Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg war daher die Verknüpfung von Ökonomie und sozialer Marktwirtschaft, heute verkürzend als Wirtschaftswunder dargestellt. Unsere Antwort auf die Klimakrise unter anderem heute ist die Energiewende, die in diesem Jahr mit dem Kohleausstiegsgesetz unter Berücksichtigung der sozialen Folgen in den Revieren, unter wirtschaftlichen Anreizen mit klimaschonenden Technologien begleitet wird und so alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit umfasst. Die EU hat die soziale Marktwirtschaft in ihrer Verfassung, im Lissabonner Vertrag. Mittlerweile finden sich die Aspekte der Ökologie in vielen Rechtssätzen wieder. Und letztendlich auch der Green Deal ist ein neuer Schritt in diese Richtung. Man könnte sagen, Nachhaltigkeit hat sich als Gedanke den Weg aus den deutschen Wäldern nach Brüssel und nach Europa gebahnt. Mit Blick auf die globale Entwicklung, meine Damen und Herren, sehen wir zwar einige positive Entwicklungen, aber wir müssen leider auch feststellen, dass immer noch das schnelle Wachstum dem nachhaltigen Wachstum vorgezogen wird. Nehmen wir nur die USA, die aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind und massiv die Gasgewinnung durch Fracking fördern. In Deutschland, meine Damen und Herren, könnten wir weiter sein. Im Mai 2013 haben wir hier im Deutschen Bundestag den Bericht unserer Enkott-Kommission Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität vorgestellt, damals unter dem Vorsitz der geschätzten Kollegin Daniela Kolbe. Wir haben der Politik eine Empfehlung an die Hand gegeben, mit der sowohl Fort- als auch Rückschritt von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität messbar gemacht werden sollte. Wir haben die sogenannten W3-Faktoren entwickelt, quantifizierbare Wohlstandsfaktoren in den Bereichen materieller Wohlstand, Soziales und Teilhabe sowie Ökologie. Sie sollten jedes Jahr berechnet werden, um anzuzeigen, in welchen Bereichen wir für Wohlstand und Qualität mehr tun müssen. Natürlich sind nicht alle diese Empfehlungen einer Enquete-Kommission umgesetzt worden. Ich hätte gerne gesehen, dass wir eine Visualisierung dieser Entwicklung an einer prominenten Stelle, Herr Präsident, hier im Hause gehabt hätten. Aber nachhaltiges Wachstum hat einen hohen Stellenwert inzwischen, und dass wir uns so intensiv in dieser Sitzungswoche damit beschäftigen, spricht für sich. Meine Damen und Herren, nachhaltige Politik ist dabei kein Selbstzweck. Nachhaltige Politik erkennt die Wechselwirkung zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Absicherung. Sie folgt einer an den Grundsätzen der Sparsamkeit und Effektivität ausgerichteten Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung. Und, meine Damen und Herren bei der AfD, sie greift gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse auf und stellt sie nicht in Abrede. Sie fördert Innovation und sie lässt ein Krisenmanagement zu, meine Damen und Herren, ohne Einzelziele zu verabsolutieren. Lassen Sie mich anhand von drei kurzen Beispielen dieser Wohlstandsfaktoren von der Enquete-Kommission die Wirkungszusammenhänge mal aufzeigen. Ein Indikator für den materiellen Wohlstand, also die ökonomische Dimension, ist die Staatsverschuldung. Eine übermäßige Verschuldung wirkt sich nicht nur negativ auf die Wirtschaftsentwicklung aus, sondern führt unter Umständen auch zu sozialen Einschnitten. Nachhaltige Haushalte haben wir mit unterschiedlichen Koalitionspartnern in den Jahren 2015 bis 2019 aufgestellt. Meine Damen und Herren, wer sich so verhält, hat in einer Krise genügend Reaktionsmöglichkeiten, um auch auf eine Krise zu reagieren. Das zeichnet deutsche Politik aus. Eine der sozialen Dimensionen zugeordneter Wohlstandsindikator ist das Bildungsniveau. Eine Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts in Berlin zeigt, dass die positive Entwicklung des Bildungsniveaus insbesondere durch die Wahrnehmung beruflicher Weiterbildungsangebote vorangebracht wird. Die Arbeitsproduktivität von Unternehmen erhöht sich laut der DEW-Studie schon um 1 Prozent. Diese Weiterbildungsintensität ist wichtig. Das ist signifikant. Gerade Unternehmen, die sich jetzt mehr der Digitalisierung zuwenden, brauchen diese Umschulungsangebote. Auch das ist nachhaltig. Für den Bereich der Ökologie würde ich gerne mal das aufgreifen, was die Kollegin Marie-Louise Dötte, unsere umweltpolitische Sprecherin, gerade schon zur zirkulären Wirtschaft gesagt hat. Meine Damen und Herren, Kunststoffrezyklate zu produzieren aus Post-Consumer-Abfällen ist die eine Sache. Einen Markt dafür zu haben, um sie einzusetzen, ist die andere. Deshalb ist der Anreiz, den wir haben müssen, einen Anreiz zu setzen, und zwar das bei einem sehr niedrigen Ölpreis, der Neuware, Polymere viel günstiger für Unternehmer erscheinen lässt als Rezyklate, die durch einen teuren Prozess erst hergestellt werden müssen. All diese Dinge sind wichtig. Sie sind Beispiele. Es gilt dafür, einen vernünftigen Ordnungsrahmen zu schaffen, der auch im digitalen Zeitalter Wettbewerb zulässt. Wir müssen nicht nur, aber auch Selbstverpflichtungen von Industrie und auch der Gesellschaft weiter fordern. Anreize für ressourcensparendes Wirtschaften sind zu setzen, und eine regelmäßige Bestandsaufnahme unserer Ziele gehört mit dazu. Das alles in einem Rahmen, in dem das Digital, in dem der Wettbewerb von einer Vermachtung der Märkte durch große Digitalkonzerne vorangetrieben wird, meine Damen und Herren, das ist eine Herausforderung. Und Ludwig Erhard hätte uns in dieser Situation zum Maßhalten aufgerufen, man sollte nur so viel verteilen, wie man nach Maßgabe der Produktion herzugeben imstande ist. Ökonomie, Ökologie und soziale Absicherung, das ist der Fahrplan, den die Union dafür hat. Herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. Sehr geehrter Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Zurück zum Thema. Zum fünften Mal jährt sich die Verabschiedung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. Sie richten sich an Regierungen, Sie richten sich an Regierungen, an Parlamente, an die Privatwirtschaft, an die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft. Das Ziel von nachhaltiger Politik ist es, unsere Erde auch für nachfolgende Generationen Lebenswert zu erhalten. Für die großen Themen der Zeit sind intelligente Lösungen gefragt. Unser Handeln muss in einem umfassenden Sinne nachhaltig sein. Wir verbinden mit dem Nachhaltigkeitsbegriff die Gleichberechtigung von Ökonomie, Sozialem und Ökologie. Und natürlich gehört zur Nachhaltigkeit ökonomischer Erfolg, aber auch sozialer Fortschritt. Die industriepolitische Wende kann gelingen. Die Ziele der Bundesregierung sowie der Europäischen Kommission für die Wirtschaft und Industrie in Europa sind hochgesteckt. Drastische Reduktion des Energieverbrauchs, fast vollständige CO2-Neutralität bis 2050, nahezu komplette Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen und ressourcenschonendes Wirtschaften. Als wäre diese Herausforderung nicht schon groß genug, belastet zurzeit die gesamte europäische Wirtschaft die Corona-Pandemie wie ein Brandbeschleuniger. Das darf uns aber nicht dazu verleiten, bei den weiteren Schritten bei der nachhaltigen Entwicklung zurückzustehen. Ganz im Gegenteil. Corona macht deutlich, welche Defizite wir haben. Höchste Zeit also, dass Strategien und Ideen diskutiert und entwickelt werden, die alle Interessen miteinander in Einklang bringen oder auch neue austariert werden müssen. Und es werden auch Unterschiede in den politischen Strategien deutlich. Die CDU und die Grünen predigen Verzicht. Die CDU und CSU wollen sparen und wollen die Schulden, die durch Hilfsprogramme jetzt entstanden sind, tilgen. Natürlich so schnell wie möglich. Aber das gerade führt doch dazu, wenn wir jetzt nicht investieren, zum Abwürgen einer konjunkturellen Entwicklung. Das ist die falsche Botschaft, die wir zurzeit brauchen. Die Grünen wollen auf eine ökonomische Bescheidenheit, aufgebaute Wirtschaft, um so ökologische Anforderungen zu erfüllen. Dies an sich ist schon gegen eine wirtschaftliche Dynamik. Mit unserer Politik zeigen wir Wege auf, wie eine nachhaltige Wirtschafts- und Industriepolitik in Deutschland und Europa gelingen kann. Zum Beispiel mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem Kohleausstieg und Strukturstärkungsgesetz. Aber natürlich auch mit einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft und Verstärkung und Verstetigung der Mittel für Forschung und Entwicklung. Dass wir den Veränderungsprozess kontinuierlich fortsetzen, zeigt die jetzt anstehende EEG-Novelle, in der viele, viele Dinge für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht werden. Denn wer heute die Wirtschaft zukunftssicher machen will, muss den Klimaschutz mitdenken. Gerade weltweit entwickelt sich zukünftiges Potenzial, wirtschaftliches Potenzial an Märkten, an denen wir partizipieren wollen. Die Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer und sauberer Energie ist das siebte Ziel von den 17. Und es wird dabei für Deutschland ein Standortvorteil sein, wenn wir bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien weitermachen. Das zeigen Investoren weltweit, die sich für den deutschen Standort interessieren. Gerade das wird zukünftig ein Standortvorteil in Deutschland sein. Seit über 150 Jahren ist das der Markenkern der SPD, das Austarieren von Ökologie und sozialen Belangen. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass wir neben einem innovativen Umfeld auch die soziale Balance halten. Das macht sich deutlich, zum Beispiel in guten Bildungschancen oder in ausreichenden Ausbildungsplätzen, in ansprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch in einem wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es muss auch bezahlbare Arbeitsplätze mit Tarifbindung geben. Vernünftige Bezahlung ist heute natürlich wichtig neben Mitbestimmung, weil Demokratie vor dem Werkstor nicht Halt macht, meine Damen und Herren. Wir merken, dass wir nicht trotz dieser hohen sozialen und ökologischen Standards, sondern eben wegen diesen Standards so wirtschaftlich erfolgreich sind. Deshalb ist für uns klar, dass wir den anstehenden Transformationsprozess in unseren Schlüsselindustrien, Chemie, Stahl, Maschinenbau, Automobilindustrie mit staatlichem Handeln unterstützen müssen. Die Unterstützung von Innovation und nachhaltiger Industrialisierung, wie sie das neunte Ziel beschreibt, ist deshalb von zentraler Bedeutung. Deshalb werden wir auf diesem Weg weiter fortsetzen. Wir werden mit der Dekarbonisierung der Energiesysteme und Industrieprozesse bis 2050 erfolgreich mit entschlossenen Handeln fortführen. Ich bin davon überzeugt, dass jede Generation für ihre Herausforderungen Lösungen finden muss. Wir können nicht der nachfolgenden Generationen diese Probleme hinterlassen. Vielen Dank und Glückwunsch. Sandra Weser, FDP, hat jetzt das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft sprechen, dann wird eines relativ schnell klar. Wir haben auf der rechten Seite die AfD die Geisterfahrer, die im Prinzip keine Entwicklung unseres Zusammenlebens und der Wirtschaft wollen. Auf der anderen Seite haben wir die Bundesregierung und die Grünen, die die Nachhaltigkeit ziemlich einseitig betrachten. Ja, wir müssen ambitionierte Nachhaltigkeitspolitik betreiben, aber Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und die Politik der Bundesregierung, meine Damen und Herren, ist hier das absolute Gegenteil. Schauen wir mal zusammen über den Tellerrand. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wurden eben schon angesprochen. Die setzen auf bezahlbare Energie. Deutschland hat mit den höchsten Strompreisen in Europa ein sehr schlechtes Vorspiel geliefert. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir ändern. Sorgen Sie endlich dafür, dass Nachhaltigkeitspolitik wirksam und effizient wird. Statt ständiger Zielverschärfung kommt es doch eigentlich hier nur auf die richtigen Instrumente an. Hören Sie auf, endlich am EEG rumzuschrauben. Und sorgen Sie stattdessen dafür, dass die Ausweitung des EU-weiten Emissionshandels vorankommt. Das würde dem Klima und auch der Nachhaltigkeit tatsächlich helfen. Was haben wir stattdessen? Murks wie beim Gesetz zum Brennstoff-Emissionshandel. Das nationale Vorgehen beim CO2-Preis war von Anfang an falsch. Und in der Umsetzung ist es wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Und jetzt droht das große Desaster. Wenige Monate vor Start hat das BMU immer noch keine Regelungen vorgelegt zum Schutz von Carbon Leakage. Und es gibt auch immer noch keine Ideen zur Vermeidung der Doppelbelastungen. Hier wird tatsächlich der Nachhaltigkeit ein Bärendienst erwiesen. Aber nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern eben auch der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Und Sie lassen hiermit den Mittelstand im Stich, meine Damen und Herren. Wir Freien Demokraten sind davon überzeugt, Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert gelingt nur mit technologischem Fortschritt. Also hören wir doch endlich auf, politisch festzulegen, welche nachhaltigen Technologien die besten sind. Sorgen Sie stattdessen für viel Freiheit bei Forschung und Entwicklung. Und wir brauchen dafür auch Wachstum. Und wir müssen unsere Ziele möglichst gemeinsam international durchsetzen. Und auch hier gibt es keine hehren Zielvorgaben, die man stecken muss, sondern wir haben die richtigen Instrumente. Und diese richtigen Instrumente, die heißen regelbasierter Freihandel und multilaterale Institutionen, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt mal zum Stichwort Mercosur kommen, warum stellt die Bundeskanzlerin dieses Abkommen infrage? Das treibt die Südamerikaner in die Arme von China, statt sie zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Ja, wenn man mal schaut, im Nachhaltigkeitskapitel von Mercosur, Frau Dröge, gehen die Staaten eine viel größere Verpflichtung ein. Sie wollen das Klimaschutzabkommen von Paris einhalten. Sie wollen Verträge für Natur- und Artenschutz einhalten. Und es schafft auch die Möglichkeit, Verstöße aufzuzeigen. Warum stellen wir jetzt diese 20 Jahren verhandelte Abkommen infrage? Machen wir uns lieber mal stark für nachhaltiges Wachstum in der ganzen Welt. Dafür setzen wir Freien Demokraten uns permanent ein, unter anderem auch mit diesem Antrag. Vielen Dank. Sandra Weser war das und sie hat es angesprochen. Deutschland hat in der Tat in Europa den teuersten Strompreis mit 30,88 Cent für die Kilowattstunde. Bulgarien hat 9,97 Cent und im EU-Durchschnitt sind es 20,5 Prozent. Wohlstand. Der nächste Redner jetzt von der Linken, Jörg Shizan. ... an der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, sondern an Lebensqualität. Um nachhaltig zu wirtschaften, brauchen wir ein grundsätzliches Umdenken. Nicht der Geldbeutel darf darüber entscheiden, ob jemand in Zukunft seine Wohnung ausreichend heizen oder Reisen unternehmen kann. Von dieser Einsicht ist die herrschende Politik noch weit entfernt. Das stimmt. Denn dazu bedarf es einer eingreifenden und lenkenden Politik. Die gewinnorientierte Privatwirtschaft kann bei einzelnen Produkten für Ökoeffizienz sorgen, aber nicht gesamtgesellschaftlich. Sie kann Elektroautos anbieten, aber keine nachhaltigen Verkehrssysteme. Sie kann Bioregale in Supermärkten füllen, aber nicht die Nahrungsketten als Ganzes ökologisieren. Systemwandel statt Klimawandel, wie Fridays for Futures das nennen, ist die Losung des Tages. Applaus Für die Industrie in Deutschland heißt das zum Beispiel verbindliche und ehrgeizige Verpflichtungen zur vollständigen Vermeidung von Treibhausgasen, insbesondere in den energieintensiven Branchen Stahl, Zement und der Chemieindustrie. Der europäische Emissionshandel reicht dafür nicht aus. Die Vermeidung des Verbrauchs von Rohstoffen muss an erster Stelle stehen. Applaus Ziel muss es sein, in geschlossenen Kreisläufen zu wirtschaften und Rohstoffe immer wieder zu verwenden. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Ökodesignrichtlinie der EU sind dafür deutlich zu verschärfen. Applaus Im Gegenzug zu diesen Forderungen an die Privatwirtschaft brauchen wir sehr viel mutigere Hilfen für die Entwicklung neuer CO2-neutraler Produktionsverfahren. Über Wasserstoff ist schon geredet worden. Und wir müssen einen finanziellen Ausgleich schaffen für Unternehmen, denen durch steigende Produktionskosten Wettbewerbsteile und Nachteile im Export entstehen. Für diesen Umbau, meine Damen und Herren, müssen wir die Kenntnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten mobilisieren, statt die Leute auf die Straße zu setzen, wie das die Firma Continental in Babenhausen bei mir zu Hause oder die Norma in Maintal gerade probiert. Belegschaften und ihre Betriebsräte sowie die Gewerkschaften müssen mitentscheiden, welche Produkte das Unternehmen in Zukunft klimaneutral herstellen soll. Betriebe, deren bisherige Produktion nicht schnell genug umgestellt werden kann, sollten mit staatlicher Hilfe die Zeit bekommen, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die IG Metall schlägt hierzu die Schaffung eines Transformationsfonds vor. Ich halte das für eine gute Idee. Applaus Wo es nicht genimmt, Menschen, die vom Arbeitsplatzverlust bedroht sind, muss ihnen eine gute Zukunft gesichert werden. Transformationskurzarbeitergeld zur Weiterbildung, staatliche Beschäftigungs- und Einkommensgarantien sind hier das Mittel der Wahl. Der Prozess muss mit einer Verkürzung der Arbeitszeit begleitet werden. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das Rune herumzureißen. Dankeschön. Applaus Die kleine Pause, die immer entsteht, das haben Sie gesehen, ist die Reinigungspause. Natürlich wird hier auch darauf geachtet, dass alles ordentlich sauber ist. Bevor der nächste Redner ans Pol tritt, jetzt Dieter Janicek. Herr Kotré, wenn Sie sich mit der AfD hier so glühend für die Atomenergie einsetzen, dann wäre es doch jetzt auch ein Nichts für Sie, wenn Sie jetzt einfach durch die Wahlkreise ziehen und für das Atomentlager bei sich werben zu Hause. Ich meine, es ist doch hanebüchen, dass Sie uns hier erzählen, dass 200 Milliarden Euro Endkosten für das Atomentlager billig seien. Das ist billige Energie der AfD, da kann ich nur den Kopf schütteln. Applaus Aber jetzt auch ganz konkret zur Bundesregierung. Herr Altmaier, ich will Ihnen mal ganz konkret erzählen, was Energiepolitik im Jahr 2020 in Bayern auf der Rechtsgrundlage der Bundesregierung bedeutet. Vor zehn Jahren hat der Landkreis Rhön-Grabfeld einen Windpark versucht zu genehmigen. Der wurde genehmigt. Dann kamen die 10-H-Regeln. Dann haben die Investoren und die Bürgerenergiegenossenschaften angefangen zu bauen. Sie haben zehn Fundamente errichtet, ungefähr 10 Millionen Euro investiert. Und jetzt hat die bayerische Staatsregierung ein Baugesetz erlassen, das es nicht erlaubt, neue Technologien anzuwenden. Also, wir haben hier eine Millionenruine vor Ort. Das ist Folge Ihrer Politik und Ihrer Freunde in Bayern. Antiklimaschutzpolitik ist das. Applaus Und es ist auch Folge Ihrer Politik, dass in den letzten Jahren mehr Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien vernichtet worden sind, als wir im gesamten Bereich der Kohleindustrie überhaupt haben. Und Milliardeninvestitionen gehen jetzt in diese Bereiche rein und wir kommen nicht voran, zum Beispiel beim Ausbau der Windenergie im Süden. Das kann es nicht sein. Das müssen Sie dringend ändern. Applaus Und auch beim Thema Wasserstoff bin ich auf Ihrer Seite, dass wir das vorantreiben müssen. Wir müssen Partnerschaften finden. Wir werden auch den gesamten Strom dafür nicht auf erneuerbarer Basis allein in Deutschland produzieren. Aber wir müssen dann auch darüber diskutieren, welche Anwendungen wir eigentlich wirklich brauchen. Und Sie können sich doch nicht gemeinsam mit der Automobilindustrie hinstellen und sagen, das ist der Anwendungsbereich, wenn die Industrie im Stahlbereich, im Chemiebereich, in vielen Bereichen diese Anwendungen dringend braucht. Wir brauchen hier auch Entscheidungen und sind Sie nicht bereit zu treffen. Und Sie können nicht den Leuten alles erzählen und am Ende nichts realisieren. Sie brauchen hier wirklich mal ein konkretes Konzept, was voranweist. Applaus Und überhaupt beim Thema Automobilwirtschaft. Ich wohne hier in einer Region, die auch schwer betroffen ist, nämlich der Bereich von Audi und BMW, Ingolstadt und München. Wir brauchen jetzt Transformationsdialoge, die nach vorne weisen. Das heißt, wir brauchen Hilfen, die konkret sind, Qualifizierungsoffensiven. Vielleicht ist auch eine Viertagewoche für die Beschäftigten eine gute Idee, um Ängste abzubauen. Also nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern wirklich entschlossen in die Zukunft zu investieren. Der Klimaschutz muss jetzt realisiert werden. Denn ohne Klimaschutz schauen Sie auf die Brände in Kalifornien. Schauen Sie auf die Dürren in den deutschen Wäldern. Ohne Klimaschutz gibt es keine zugerichtete Wirtschaftspolitik mehr. Das muss jetzt der Stand sein. Da müssen wir voranschreiten. Und ganz zum Schluss ein Thema, das vielleicht ein bisschen sperrig ist, aber doch sehr, sehr relevant auch für die deutsche Industrie. Das ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir sind viel zu schlecht darin, Kreislaufwirtschaft zu realisieren. Wir haben hohe Potenziale, dass unsere Industrie insbesondere besser wird. Führend beim Produktdesign, beim Ökodesign, bei der Frage, wie wir die gewaltigen Ressourcen, die wir aufwenden, dann auch wirklich wiederverwenden. Hier braucht es auch gesetzliche Initiativen. Hier braucht es Fortschritte. Dazu werden wir Grüne auch, Kollegin Bettina Hoffmann, einiges vorlegen in den nächsten Wochen und Monaten. Da müssen wir eine moderne Industriepolitik machen. Also liefern Sie jetzt endlich. Der Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit und Jobs der Zukunft gibt es nur mit hartem Klimaschutz. Dankeschön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich zunächst einmal für all diejenigen unter Ihnen, vor allen Dingen in der Opposition, die sich so eifrig und so engagiert an meinen Klimaschutzvorschlägen abgearbeitet haben. Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gehofft, dass wir heute Morgen so weit kommen würden. Aber genau das ist das Ziel, dass wir diskutieren. Und wenn Sie mich kritisieren wollen, nur zu. Ich habe auch Fehler eingestanden, weil ich tatsächlich der Auffassung bin, dass wir manches vielleicht auch früher und schneller hätten erreichen können für die Wirtschaft genauso wie für das Klima. Aber wenn Frau Lötsch sich an diesem Punkt zwei Minuten aufgehalten hat, dann sage ich, ist alles okay. Aber vielleicht hätten Sie auch mal darüber nachdenken können, ob nicht auch die Linkspartei mal irgendwo einen Fehler gemacht hat und ob sie nicht auch mal von den Grünen etwas engagierter sich mit der Frage auseinandersetzen, wie muss man denn die Interessen der Wirtschaft so schützen und sicherstellen, dass Klimawandel möglich ist und dass am Ende der Wege in eine klimaneutrale Zukunft gelingt. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich sehr bei dem Vorsitzenden meiner Fraktion, bei Ralf Brinkhaus, dass wir heute über Nachhaltigkeit diskutieren. Nachhaltigkeit ist nämlich überhaupt kein einfaches Konzept. Das hört sich so logisch an, aber es lebt davon, dass Sie heute den Mut haben, Entscheidungen zu treffen oder Handlungen zu unterlassen, deren Folgen und Ergebnisse erst eine oder zwei Generationen später sichtbar sind. Und deshalb hat man eben über Jahrhunderte und Jahrtausende die Wälder abgeholzt. Und das Buch von Herrn Karlowitz zum Wald und zum Holz war 250 Jahre lang der einzige Bereich, wo man dieses Prinzip tatsächlich konsequent umgesetzt hat, in vielen anderen Bereichen nicht. Und heute wissen wir, dass Nachhaltigkeit ein übergreifendes Prinzip ist. Als ich als junger Mensch im Saarland unterwegs war, war der Himmel schwarz und gelb von Schwefel und Ruß. Die Saar war ein toter Fluss und die natürlichen Ressourcen waren belastet. Und das Argument war damals wie heute, wir können anders unseren wirtschaftlichen Wohlstand nicht aufrechterhalten. Heute wissen wir, wir haben es geschafft, gemeinsam den Himmel wieder blau und die Flüsse wieder sauber zu machen. Und wir sind wirtschaftlich heute nicht schwächer, sondern stärker als damals. Nachhaltigkeit bedeutet anzuerkennen, dass Ressourcen endlich sind und dass man aber, wenn man sorgfältig mit ihnen umgeht, sie potenziell unendlich lange nutzen und immer wieder nutzen kann. Und dazu gehört die Bereitschaft, die Dinge eben von beiden Seiten zu sehen. Von den begrenzten Ressourcen des Planeten und der Natur, aber auch im Hinblick darauf, dass wir den Menschen verpflichtet sind, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu gewährleisten. Mit Bildung und mit Infrastruktur, mit sozialer Sicherheit, mit Solidarität und allem, was dazu gehört. Und das war für mich der Anlass, eine Initiative zu ergreifen, die im Grunde genommen auf einem ganz wesentlichen Gedanken beruht. So wie wir vor einigen Jahren den Streit über die friedliche Nutzung der Kernenergie nach 40 Jahren polemischer Debatte, nach Irrungen und Wirrungen zu einem guten Ende gebracht haben und seitdem die schöpferischen Kräfte auf ganz andere Bereiche konzentrieren können, so glaube ich, ist es der Schweiß aller Beteiligten wert, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht auch einen Klimakonsens erreichen können, der den jungen Menschen, die demonstrieren, die Vertrauen in uns verloren haben, die Gewissheit gibt, dass wir die einmal festgesetzten Ziele erreichen und der den vielen Mittelständern, den Handwerkern, der Industrie die Gewissheit gibt, dass Investitionen, die sie im Vertrauen auf diese Ziele heute tätigen, nicht in zehn oder 15 Jahren frustriert werden, weil es irgendwelche gibt, die sagen, es interessiert uns nicht. Und wenn die Wirtschaft abwandert, dann ist es halt eben vielleicht sogar ganz gut, dann sinken unsere CO2-Emissionen. Nur, meine Damen und Herren, jede Tonne Stahl, die nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders außerhalb von Europa produziert wird, belastet das Weltklima mit mehr CO2, als wenn es in Europa produziert wird. Und deshalb wollen und brauchen wir die Industrie auch für den Klimaschutz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Union hat gestern lange erwartete Ziele vorgelegt. Dass wir bis zum Jahre 2050 weitgehende Klimaneutralität erreichen wollen, ist inzwischen in Europa mit von einer übergroßen Mehrheit der Mitgliedstaaten und der Staats- und Regierungschefs akzeptiert. Und nun stellt sich die Frage, wie man damit umgeht im Hinblick auf 2030. Und selbstverständlich müssen wir doch auch die 2030er-Ziele so anpassen, dass wir am Ende Glaubwürdigkeit gewinnen im Hinblick auf das 2050er-Ziel. Aber, meine Damen und Herren, und das ist mein Vorschlag, als Bundeswirtschafts- und Energieminister, ich werde auch als Präsident von mehreren Ratsformationen, die darüber zu beraten und zu entscheiden haben, alles da reinsetzen, dass wir sagen, das sind siamesische Zwillinge. Natürlich kann man solche Ziele setzen. Aber dann muss man in dem Moment, wo man sie verabschiedet, auch sagen, wie man die Wirtschaft vor den Belastungen schützt, die damit verbunden sind, und wie man sicherstellt, dass die Industrie nicht irgendwann in China und in Russland und in Indien und anderswo ist und damit dieses ehrgeizige Projekt misslingt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde auf viele von Ihnen in den nächsten Wochen zugehen. Ich bin auch gerne bereit, Ihren Einladungen zu folgen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man vor Beginn der heißen Wahlkampfphase über die grundlegenden Aspekte Einigkeit erzielt. Es wird noch genügend übrig bleiben, worüber wir streiten können, auch kontrovers. Es geht gar nicht darum, ein Thema aus dem Diskurs oder aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Es geht nur darum, dass wir, ähnlich wie mit der Marktwirtschaft vor vielen Jahren, ähnlich wie mit unserer wehrhaften Demokratie, ähnlich wie mit vielen Fragen, zum Beispiel die notwendigen Wirtschaftsreformen zu Beginn des letzten oder dieses Jahrhunderts, dass wir Klarheit, Verlässlichkeit schaffen und damit auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen und politischen Frieden in diesem Land. Vielen Dank. Peter Altmaier war ja auch mal Bundesumweltminister, kriegt viel Gegenwind, zum Beispiel vom CDU-Wirtschaftsrat, der unter anderem kritisiert, für jedes Jahr Klimaziele festlegen. Das ist total planwirtschaftlich. Öffentliche Scoreboards seien Pranger und Zwischenschritte werden in guten Jahren zur Wirtschaftsbremse. Das ist nur etwas von der Kritik, die an dem relativ neuen Vorschlag der Charter für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft des Bundeswirtschaftsministers geäußert wurde. Der nächste Redner ist jetzt von der FDP, Martin Neumann. Und die Wirtschaft zeitweise lahmgelegt und uns ganz deutlich gezeigt, dass einzig nur durch Verzicht, wie ihn die Grünen gern hier gebetsmühlenartig predigen, kein Wachstum, keine Weiterentwicklung entstehen kann. Nachhaltigkeit heißt für mich aber ebenso Generationengerechtigkeit. Wir versuchen, nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir müssen es nicht nur versuchen, sondern wir müssen es auch machen. Dazu gehört aber auch, meine Damen und Herren, Chancen und Optionen für Technologie und Innovation offen zu halten und keinen starren Weg, sondern ein klares Ziel vorzugeben. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren Antrag unter dem Titel Mit Innovation zu nachhaltigem Wachstum. Um es noch konkreter zu machen, meine Damen und Herren, dazu gehört zum Beispiel auch die Grundhaltung der Grünen, blauen Wasserstoff zum Beispiel zu verteufeln. Liebe Kollegen der Grünen-Fraktion, Klimaschutz ist für mich nicht nur ein Teil Nachhaltigkeit, sondern es ist mittlerweile in der Gesellschaft und auch hier im Plenum angekommen, außer hier auf der rechten Seite. Für den Technologie- und Industriestandort Deutschland bedeutet ein Hochlauf der Wasserstofftechnologie Exportchancen und vor allen Dingen damit auch Klimaschutz für andere Länder der Welt, die nicht eins zu eins dem deutschen Alleingang folgen wollen. Wir haben dazu einen Antrag geschrieben, auf den ich hier verweise, Tempo in der Energiepolitik. Ja, meine Damen und Herren, es bringt nichts, einzelne Energieträger oder Technologien konsequent abzustrafen. Wir brauchen eine gute Diversifizierung unserer Energieträger, um auf einem wirklich breiten Fundament für die Zukunft zu stehen. Und wir sind uns auch einig, meine Damen und Herren, Effizienztechnologien made in Germany kann ein Exportschlager werden. Und liebe Kollegen der AfD, es bringt uns auch nichts, mit unzähligen Anträgen zur vierten Generation Atomkraft zu behelligen. Im Ausschuss für Technikfolgenabschätzung waren sich alle Fraktionen einig, ein unabhängiges Gutachten zu dieser Technologie in Auftrag zu geben. Wer hat dieses Gutachten blockiert? Ja, natürlich die AfD. Und es bringt auch nichts, aus dem Euroatomvertrag auszusteigen, wie es die Linken hier fordern. Für nachhaltiges Wachstum, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir eine funktionierende Marktwirtschaft. Wir brauchen erstens Innovation, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen zweitens eine Technologieoffenheit der Energieträger, einen Wettbewerb der emissionsarmen Energieträger. Wir brauchen drittens Chancengleichheit für diese und nachfolgende Generation. Und viertens, das kann nur mit einer funktionierenden Wirtschaft passieren. Ich bedanke mich. Martin Neumann, der energiepolitische Sprecher der FDP, hat seine Rede gerade da beendet, wo Carsten Hilse von der AfD eine Frage stellen wollte. Und er kommt jetzt damit auch noch mal zu Wort. Ich bedanke mich vielmals, Frau Präsidentin, dass Sie mir die Gelegenheit geben, etwas richtig zu stellen. Die AfD-Fraktion hatte beantragt, so ein Gutachten zur Kernreaktion Generation 4 in Auftrag zu geben. Allerdings wurde, also es haben sich mehrere Institute dafür beworben. Und es wurde das Institut favorisiert, welches also ausgesprochener Gegner Kernenergie ist. Und deswegen hatten wir vorgeschlagen, zwei Studien zu erstellen, die dann auch nicht mehr gekostet hätten. Und das hat der Rest des Gremiums abgelehnt. Also wir hätten gern diese Studie in Auftrag gegeben, aber nicht, wenn von vornherein schon klar ist, dass das also ausgewiesene Kernenergiegegner sind. Und deswegen hatten wir gefordert, ein möglichst positiv Gutachten und ein negativ Gutachten, meinetwegen, und diese Gutachten dann übereinander zu legen. Und dann, dass die Parlamentarier dann mit ihrer Weisheit quasi entscheiden können, ob das, ob, bitte? Gut, jetzt ist der Herr Hilse dran. Okay, ja, das wollte ich dann. Ich wollte es bloß gar nicht. Ja, danke schön, Dr. Neumann. Wollen Sie? Müssen nicht? Dazu antworten. Das Thema ist natürlich wirklich ein Thema, was man wissenschaftlich betrachten muss und behandeln muss. Und die Frage von vornherein, Institute auszuschalten oder auszugrenzen, halte ich für etwas gefährlich. Man kann darüber diskutieren, völlig klar. Aber ich glaube, es gab eine Diskussion auch in diesem Ausschuss, der dazu hätte führen können, ein geeignetes Institut auszuwählen. Und ich glaube schon, dass wir hier an der Stelle Bedarf haben, uns auch über diese Fragen auszutauschen. Aber wie gesagt, Sie haben es abgelehnt. Das Thema ist vom Tisch. Und in dem Augenblick kommen wir jetzt nicht weiter. Danke. Vielen Dank. Dann kommt die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Gabriele Katzmarek. Ja, und mittlerweile hat Claudia Roth von der Bündnisgrünen hier den Vorsitz im Präsidium übernommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute schon mehrfach angesprochen, nachhaltiges Handeln ist mehr als Energiepolitik. Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen – ökologisch, ökonomisch und sozial. Soziale Auswirkungen auf die Menschen in diesem Land, in Europa, aber auch auf der Welt. Deshalb ist es notwendig, bei allen Entscheidungen alle drei Aspekte im Blick zu haben. Wenn wir über nachhaltiges Wachstum reden, reicht es also nicht aus, alleine über Energiepolitik oder die Transformation in der Automobilindustrie zu reden. Was ich vermisse, Herr Altmaier, ist eine intensive Beschäftigung mit weiteren Branchen, zum Beispiel die industrielle Gesundheitswirtschaft, eine konjunkturresistente Leitbranche, ein investitionsstarker, exportstarker Bereich mit einer Million Arbeitsplätze. Ich erwarte mehr Engagement vonseiten des BMWi, denn es reicht nicht, wie wir heute oder gestern aus der Presse, wie wir erfahren konnten, dass die Bundesregierung drei Pharmaunternehmen fördern möchte, wie Frau Ministerin Kalitschek mitteilte. Das alleine ist natürlich kein, sich mit der Branche beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, was notwendig ist, damit auch weiterhin dieser Leitmarkt unsere Stärke in Deutschland ausbauen und dass wir sie auch nutzen können. Nachhaltiges Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft sind fest miteinander verbunden. Das bedeutet, immer wenn es darum geht, wie auch in der Zukunft Wachstum generiert werden kann, muss zeitgleich auch die Umwelt und die sozialen Wirkungsweisen mitgedacht werden. Ist sie die Entscheidung umweltverträglich, führt sie zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, gerade auch mit Blick auf Erhalt der Beschäftigten. Neben einer fairen Wettbewerbsordnung gehört gute Arbeitsbedingungen ebenso dazu. Herr Brinkhaus, Sie sitzen gerade da. Ich habe am Wochenende Ihre Einlassung auf Frage der Presse gelesen, als es darum ging, welches Gesetz fällt Ihnen denn ein, wenn man so zurückblickt, was nicht nachhaltig war. Da haben Sie zwei Beispiele genannt, die Grundrente und die Mütterrente, und haben gesagt, diese Entscheidung wäre womöglich anders ausgefallen. Dazu will ich schon sagen, Herr Brinkhaus, es ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt, ja verstanden will ich nicht sagen, aber akzeptiert hat, dass es immer um drei Dimensionen geht, neben der ökonomischen, ökologischen, auch um die soziale Dimension in diesem Land, und um Gerechtigkeit, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, und dass dieses immer in Verbindung gebracht werden muss. Denn eins ist klar, wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat eine auskömmliche Rente verdient, heute, morgen und übermorgen. Und deshalb ist so eine Entscheidung nachhaltig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sind Grundlage für Entscheidungen, zum Beispiel für die Arbeit von morgen, wenn ich über Mindestlohn nachdenke, über Bildung, über Digitalisierung. Sie sind aber auch Grundlage für gute, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Nachhaltiges Wachstum, gespeist aus klugen Ideen, gelingt nur, wenn wir die Umwelt und die Menschen und ihre Lebenssituation im Mittelpunkt der Entscheidung stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gabriele Katzmarek. Der nächste Redner, den haben wir vorhin schon ein paar Mal groß im Bild gesehen, vor allem Kopfschütteln bei dem Vortrag der AfD, Klaus Ernst, der wirtschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen Altmaier vollkommen recht. Wir haben den Klimawandel unterschätzt. Sie haben das zugegeben. Das freut mich sehr. Das macht in der Politik nicht jeder. Es gibt heute eine große Einigkeit, dass es eine menschengemachte Klimaveränderung gibt. Das ist gut so. Es gibt nur noch eine Fraktion hier im Bundestag, die glaubt, dass die Erde noch eine Scheibe ist. Die wird auch noch lernen, dass man am Rand nicht runterfällt. Und ich hoffe, dass das auch in der Klimapolitik noch stattfindet. Wir haben inzwischen tatsächlich ehrgeizige Ziele. Frau von der Leyen hat die noch einmal erhöht. 55 Prozent Reduzierung Treibhausgasemissionen bis 2030. Sie sagt ehrgeizig, aber machbar. Da hat sie recht. Die Richtung stimmt. Sie musste aber oft gegen Widerstand, auch aus der Fraktion der Konservativen, hier auch gegen andere, vor allem aber der Industrie durchgesetzt werden. Die Industrie hat ihre technischen Möglichkeiten eher zum Schummeln eingesetzt und nicht für den Klimawandel neue technische Lösungen zu finden. Das war ein Problem, unter dem leiden wir heute noch. Heute haben wir aber, und das möchte ich schon deutlich sagen, auch einen richtigen Weg eingeschlagen. Wir gehen in Richtung klimaneutrale Technologie, zum Beispiel Stahl und Wasserstoff. Wir sind im Bereich Mobilität ebenfalls mit klimafreundlichen Antrieben unterwegs, mit vielen Verzögerungen, die dort zu verzeichnen sind. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und darin liegt auch unsere Chance. Ich bin überzeugt, dass wir den Klimawandel nicht durch Verzicht, sondern insbesondere durch technische Lösungen beheben können, meine Damen und Herren. Und darin liegt auch unsere Chance, weil wir mit den technischen Lösungen, die hier produziert werden, auch die Arbeitsplätze sichern und die Arbeitsplätze auch für die Exportindustrie regenerieren, die wir brauchen, wenn wir hier unseren Wohlstand sichern wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb freue ich mich über die Entwicklungen, die es in diesem Bereich gibt. Aber, meine Damen und Herren, noch leben wir am Heute. Die Transformationsprozesse bergen auch sozialen Sprengstoff. Sie wissen das. Erst vorgestern zum Beispiel hat die Firma Schäffler, die auch in meinem Wahlkreis zu Hause ist, die Entlassung von 4.400 Leuten angekündigt. Gleichzeitig verlagert das Unternehmen Produktion ins Ausland und verschärft damit noch die Probleme, die mit der Transformation verbunden sind. Wenn der Wandel gelingen soll, brauchen wir Regelungen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter die Räder kommen in diesem Prozess, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir mehr Mitbestimmung der Betriebsräte bei solchen Entscheidungen, ob Produktion verlagert wird oder nicht. Wir brauchen mehr Rechte der Belegschaft, um alternative Vorschläge, die sie selber machen, durchsetzen zu können. Und wir brauchen, wo staatliche Unterstützung notwendig ist, die Bindung dieser Unterstützung an Arbeitsplatzgarantien. Meine Damen und Herren, sonst wird das zu Lasten der Beschäftigten gehen, und das werden wir nicht mitmachen. Vollkommen abwegig ist mein letzter Punkt. Vollkommen abwegig ist aber der Vorschlag von Ihnen, Herrn Altmaier, dass wir sagen, jetzt bleiben wir bei 40 Prozent, decken wir die Sozialausgaben. Es wird nicht ohne Arbeitsplatzverluste abgehen. Wir brauchen Geld für Weiterbildung, auch von der Bundesagentur für Arbeit. Wir brauchen einen starken, sicheren Sozialstaat, wenn wir diese Umwandlung in vernünftige Bahnen bewältigen wollen. Und deshalb ist Ihr Vorschlag wirklich abwegig. Wir werden dem nie und nimmer zustimmen, die Sozialbeiträge zu deckeln. Vielen Dank, Klaus Ernst. Klaus Ernst, der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken. In der gleichen Funktion für die Bündnisgrünen spricht jetzt hier im Plenum Katharina Dröge zu dem Tagesordnungspunkt Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister Altmaier, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Sommer ist schon wieder ein trauriger Rekordsommer. Rekordbrände in Kalifornien, Rekordtemperaturen in der Arktis, Rekordbrände im Amazonasregenwald. Und auch hier bei uns zu Hause können wir unserem eigenen Wald beim Vertrocknen zuschauen. Herr Altmaier, die Folgen einer falschen Politik, die werden wir nicht erst in zwei oder drei Generationen merken. Die Folgen einer falschen Politik, die können wir schon ganz konkret heute im Hier und Jetzt wahrnehmen. Der Klimawandel ist nicht mehr Zukunft, er ist Realität. Und es wird Zeit, dass das auch in der politischen Erkenntnis hier im Deutschen Bundestag endlich ankommt. Und Sie, Herr Altmaier, Sie verantworten eigentlich das Ressort, das der Schlüssel wäre im Kampf gegen die Klimakrise. Sie sind Minister für Wirtschaft und Energie. Sie haben es in der Hand, dass dieses Land sich auf den Weg macht, der Welt zu zeigen, wie man klimaneutral wirtschaften kann, wie man gleichzeitig den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen kann und positive Effekte für die Jobs, für die Beschäftigung in diesem Land schafft. Das ist Ihre Aufgabe. Da können Sie uns zeigen, wie das geht. Und jetzt komme ich zu Ihrem Vorschlag mit dem Klimakonsens. Ehrlich gesagt, wir Grünen, wir sind bei jedem Vorschlag, der ernsthaft Klimakrise bekämpft, Sie sind natürlich dabei. Das Problem bei Ihnen, das ist die Ernsthaftigkeit. Sie können uns nicht auf der einen Seite in einen Gesprächskreis einladen und auf der anderen Seite hier im Parlament das Gegenteil tun. Da sind wir doch nicht dabei, Herr Altmaier. Sie haben es als Minister in der Hand zu handeln. Sie müssen endlich vorwärts machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ohne die erneuerbaren Energien werden wir die Wirtschaft nicht klimaneutral machen, ohne erneuerbaren Energien kriegen wir keinen grünen Wasserstoff. Und dann müssen Sie uns auch keine Geschichten mehr vom klimaneutralen Stahl erzählen. Das funktioniert nicht ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da müssen Sie handeln. Und ohne die Transformation der Automobilindustrie werden Sie das auch nicht schaffen. Deswegen ist es unglaubwürdig, wenn Sie auf der einen Seite so einen Klimakonsens anbieten, und auf der anderen Seite mit Herrn Scheuer gemeinsam für eine Prämie für Verbrennungsmotoren kämpfen. Auch das passt nicht zusammen, Herr Altmaier. Und dann das Thema Handelspolitik. Sie haben eines der stärksten Instrumente in der Hand mit dem Freihandelsabkommen Mercosur darauf einzuwirken, dass die Brände im Amazonas-Regenwald endlich aufhören. Sie könnten dieses Abkommen nachverhandeln. Sie könnten starke Klimaschutzklauseln hineinverhandeln, die den Amazonas-Regenwald effektiv schützen, die diese wichtige Lunge unseres Planeten dann auch bewahren. Und nichts tun Sie, nichts tun Sie. Sie sind einer der Treiber auf europäischer Ebene, dass dieses Abkommen unverändert abgeschlossen wird. Das ist unglaubwürdig, Herr Altmaier. Wenn man Klimaschutz ernst meint, dann muss man nicht nur darüber reden, dann muss man nicht nur große Pläne ankündigen, sondern muss es im Hier und Jetzt machen. Sie sind Junister, Sie sind gewählt fürs Handeln und nicht fürs Reden. Vielen Dank, Katharina Dröge. Ja, soweit also die wirtschaftspolitische Sprecherin der Bündnisgrünen. Der nächste Redner in der Debatte kommt von der CDU-CSU ist der Vorsitzende des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung im Deutschen Bundestag. Andreas Lenz hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass Nachhaltigkeit auch und gerade ein Wirtschaftsthema ist, beispielsweise durch das SDG, das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 9, und das heißt Unterstützung von Innovation und nachhaltiger Industrialisierung. Und das ist genau das, was wir wollen und das, was wir auch machen übrigens, die Herausforderungen des Klimawandels durch Innovation zu lösen und dabei unsere starke industrielle Basis natürlich zu erhalten. Und wer, wenn nicht wir, soll denn die Themen Ökologie und Ökonomie zusammenbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Dass wir schon große Fortschritte erzielt haben, sieht man doch allein anhand der Zahlen. Wir werden das Klimaziel 2020 einhalten. Übrigens, auch ohne Corona hätten wir annähernd 40 Prozent CO2-Äquivalent gegenüber 1990 eingespart. Wir stehen bei annähernd 50 Prozent Erneuerbare im Sprombereich. Wir sind weltweit führend in puncto Kreislaufwirtschaft. Bei der Nutzung von Rezyklaten wollen wir weiter zulegen. Kreislaufwirtschaft wird zukünftig umfassender zu betrachten sein. Und durch das Klimapaket haben wir hinsichtlich der Energieeffizienz endlich den schlafenden Riesen im Wärmebereich geweckt. Die Programme sind ein Riesenerfolg. Durch die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung steigen endlich die Sanierungsquoten. Wir sehen daran auch, Anreize wirken besser als Verbote, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Antragszahlen haben sich in einigen Segmenten, wie bei den Heizungen, mittlerweile verdreifacht, voraussichtlich circa 240.000 in 2020. Circa die Hälfte davon sind übrigens Ölaustauschfälle. Bei den Sanierungen sind die Anträge insgesamt um circa 50 Prozent gestiegen. Also Freiwilligkeit anstatt Zwang. Wir haben es geschafft, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Und das sind alles Erfolge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind alles unsere Erfolge, liebe Freundinnen und Freunde. Aber man kann nicht einfach Schnitt machen. Und alles ist Solar, alles ist Wind- und grüner Wasserstoff, alles ist CO2-neutral. Das erkennt eben auch die Komplexität der Realität. Transformation heißt immer auch Transformation, weil es ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen stattfinden kann. Wir haben auf diesem Weg schon viel geleistet, keine Frage. Es liegt aber natürlich auch noch ein langer Weg vor uns. Übrigens hilft es auch manchmal zu überlegen, was nicht nachhaltig ist. Nicht nachhaltig wäre es, wenn wir zwar die Klimaziele irgendwie erreichen würden, dafür aber das produzierende Gewerbe, die Industrie, aber auch die Landwirtschaft aus Deutschland verschwinden. Eine Tonne Stahl aus China verbraucht circa ein Viertel mehr CO2 als der in Deutschland produzierte Stahl. Das wäre eben kein nachhaltiger Weg. Übrigens interessant, dass Herr Ernst von den Linken jetzt auch so bedacht auf die exportorientierten Arbeitsplätze ist. Das finde ich insgesamt gut. Aber Sie haben ja lange Zeit die Exportüberschüsse massiv kritisiert. Da hört man jetzt übrigens auch weniger gerade im Moment. Herr Kollege Dr. Lenz, das hat jetzt eine Frage oder einen Kommentar von Herrn Ernst produziert. Erlauben Sie das? Das machen wir gerne im Anschluss. Aber wir dürfen ja den Herrn Ernst mit seinen Fragen und Anwertungen im Ausschuss schon auch immer ziemlich intensiv ertragen. Insofern machen wir das lieber im Anschluss. Gerade aus den Gründen Carbon Leakage ist es deshalb auch so gut, dass unser Wirtschaftsminister gegen das Problem vorgeht, das ich vorher gerade eben auch beschrieben habe. Den Vorschlag der sogenannten Contracts of Difference unterstützen wir deshalb ausdrücklich. Ich möchte am Schluss noch ein besonderes deutsches Beispiel für Nachhaltigkeit aufzeigen. Das sind die Familienunternehmen. Das sind unsere Mittelständler. Hier wird in Generationen gedacht. Hier stehen eben nicht der kurzfristige Erfolg und Gewinn im Vordergrund. Hier wird heute für morgen investiert. Das ist Nachhaltigkeit im klassischen Jahr im besten Sinne. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die den Laden gerade jetzt nachhaltig am Laufen halten. Gerade der Mittelstand schafft es durch viel Eigenkapital im Schnitt übrigens 39 Prozent angespart in den letzten Jahren und hohe Baureserven eben durch die Krise zu kommen. Der Mittelstand zeigt damit eben auch, was Resilienz eigentlich bedeutet. Resilienz und Nachhaltigkeit hängen ja auch eng miteinander zusammen. Der Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen hat eben viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Deshalb ist es richtig, dass wir Anstrengungen unternehmen, um mehr Souveränität innerhalb Deutschlands zu erhalten, ob bei der Impfstoffproduktion oder eben auch bei der Antibiotikaherstellung. Wir wollen gezielte Anreize setzen. Wir können das übrigens auch nur, weil wir nachhaltig gewirtschaftet haben als Bund in der Vergangenheit und die Haushalte entsprechend konsolidiert haben. Die schwarze Null war eben kein Irrweg. Die Konsolidierung war nachhaltige und umsichtige Politik. Was für den Mittelständler gilt, gilt in diesem Fall eben auch für den Bund. Und für uns gilt die Bewahrung der Schöpfung. Die Ehrfurcht vor der Schöpfung liegt in unserer DNA. Sie ist unser Begriff für Umweltschutz und Ressourcenschonung. Hier haben wir schon vieles geleistet. Aber natürlich liegt noch ein langer Weg vor uns. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Andreas Lenz. So, der letzte Redner in dieser Debatte. Pardon. Nein, zunächst kommt Klaus Ernst. Nochmal von der Linken, der vorher nicht zu Wort gekommen ist, während der Rede von Herrn Lenz. Ja, Herr Dr. Lenz, zu Ihrer Vorbemerkung. Wenn man vorne sitzt und den Ausschuss leitet, ist auch nicht jede Bemerkung und jeder Diskussionsbeitrag Vergnügungssteuerpflicht. Das betrifft jetzt allerdings wenige Sie. Das muss ich zugeben. Ich wollte allerdings zu Ihrer Bemerkung zum Export was sagen. Sie sagen, es wäre sozusagen gegen unsere bisherige Position, wenn wir sagen, oder wenn ich gesagt habe, Umwelttechnologie kann ein Exportschlager für diese Republik werden und kann deshalb dazu beitragen, Arbeitsplätze zu erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt verwechselt haben, aber Export selber ist noch kein Exportüberschuss, sondern der Saldo zwischen Export und Import. Wenn wir das paaren würden, zum Beispiel mit dem Import von grüner Energie, zum Beispiel auch grünen Wasserstoff, der dort produziert wird, wo mehr Sonne scheint und mehr Wind weht, dann hätten wir die Möglichkeit, aus ausgeglichenen Handelsbilanzen hinzukriegen, obwohl wir Exportnation im Umwelt sein würden. So möchte ich meinen Diskussionsbeitrag verstanden wissen. Und ich gehe davon aus, dass Sie da eigentlich mit mir einer Meinung wären. Das werden wir jetzt gleich hören, wenn er antworten will. Ja, lieber Klaus Ernst, die Anträge, die wir in der Vergangenheit zu dem Thema von Ihnen bekommen haben, die haben einfach ein anderes Bild aufgezeigt und die können Sie sich auch gerne im Nachgang nochmal durchlesen. Sie haben immer kritisiert, dass wir einen hohen Handelsbilanzüberschuss aufgrund unserer hohen Warenexporte haben. Und das an sich ist nicht verkehrt. Und das will ich noch mal feststellen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auch nicht verbieten sollen, sondern dass wir die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin stärken sollen. Und dass das unser Ansatz ist. Sie wollen Wettbewerbsfähigkeit verhindern durch eben eine Kritik an unseren Exportüberschüssen. Wir wollen unsere Exportfähigkeit auch übrigens durch nachhaltige Exportgüter weiterhin stärken. Und in dem Sinne bleiben wir gerne in Kontakt und diskutieren weiterhin. Aber ich glaube, an der Stelle ändert sich unsere Haltung nicht und Ihre wahrscheinlich auch nicht. Danke. Vielen Dank. Muss spannend sein im Wirtschaftsausschuss. Vielen Dank, Dr. Lenz. So, der letzte Redner jetzt zu diesem Debattenpunkt ist Timon Gremmels von der SPD. Er ist im Ausschuss für Wirtschaft und hatte sich eben schon mal warm gelaufen, musste sich da nochmal hinsetzen. Jetzt also Timon Gremmels. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Transformation unserer Industriegesellschaft ist eine der sehr großen Herausforderungen dieser Zeit. Aber sie bietet auch eine sehr große Chance, mit klimafreundlichen, nachhaltigen Produkten wieder Weltmarktführerschaft zu erlangen als Bundesrepublik Deutschland. Das ist unser Anliegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass uns das gelingen kann, haben wir doch gezeigt als Sozialdemokraten unter Gerd Schröder. Wir haben es doch mit unserem damaligen Koalitionspartner geschafft, mit dem EEG über die PV-Branche, die Windbranche zum Weltmarktführer zu machen. Das heißt, das ist ein richtiger Weg. Damit gibt es bis heute über 300.000 nachhaltige Arbeitsplätze in Deutschland. Das heißt, wir können Energiewende, wir können Nachhaltigkeit und wir können Transformation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kann, das sage ich als Mitglied der Partei der Arbeit, das ist die Sozialdemokratie, unser Selbstverständnis, nur mit den Beschäftigten geschehen. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Mitbestimmung. Und das ist gut gewesen für Deutschland. Das war vernünftig. Das hat Deutschland vorangebracht. Und deswegen brauchen wir die Kolleginnen und Kollegen in der Industrie bei der Transformation. Wir machen es mit Ihnen und nicht gegen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Altmaier, ich habe mir auch Ihr 20-Punkte-Plan Klimaschutz und Wirtschaftskraft angeguckt. Da stehen ja auch ein paar vernünftige Dinge drin. Sie sprechen da von einem Klimakonsens, den Sie jetzt ganz dringend benötigen. Herr Altmaier, die Grundlage Ihres Handelns in dieser Wahlperiode, die haben wir Ihnen doch gegeben, mit dem Klimaschutzgesetz. Das ist die Grundlage. Wenn Sie aber wollen, dass wir da mehr tun, wir bieten Ihnen gerne an, nachzuschärfen. Herr Altmaier, das ist die Grundlage. Und wenn Sie Konsens brauchen, wenden Sie sich an Ihre eigene Fraktion. Da haben Sie noch einiges zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ansonsten, Herr Altmaier, messen wir Sie nicht an irgendwelchen netten 20-Punkten-Plänen, sondern wir messen Sie an konkreten Gesetzgebungsvorhaben. Und ehrlich gesagt, das EEG, was Sie ja fast zeitgleich vorgelegt haben, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da könnten wir uns mehr verstellen. Also, wir messen Sie nicht an Ihren 20-Punkten-Plan. Wir messen Sie am EEG. Und da sage ich Ihnen, da müssen wir mehr tun, gerade beim Thema Mieterstrom. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Mieterinnen und Mieter von preiswerter PV-Industrie, von preiswerter Photovoltaik auch profitieren können. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der viel besser ist als das, was Sie im EEG positionieren und präsentieren. Wir möchten das gemeinsam machen, und wir wollen auch mehr Photovoltaik auf die Dächer bringen. Ich wohne und komme aus Kassel. Wir haben einen riesen Logistikstandort dort, und die Hallen sind leer. Wir haben Flächenversiegelung im großen Ausmaß, aber auf den Hallen ist keine Photovoltaik. Ich bin dafür, dass wir bei solcher großen Hallen- und Flächenversiegelung bitteschön das zur Pflicht machen. Deswegen lassen Sie uns doch gemeinsam für eine Solarpflicht kämpfen, Herr Altmaier. Da haben Sie uns als Ihre Partner. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auch bei der Elektromobilität mehr tun. Auch hier habe ich in Nordhessen, in Rosenthal, einen innovativen Mittelständler, der sozusagen Fahrzeuge der Leichtbauklasse entwickelt hat. Der war Pionier. Da waren die großen Industrien und die großen Autokonzerne noch sehr, sehr weit weg. Da hat er schon Elektromobilität umgesetzt. Und jetzt hat er große Sorge, weil er nicht von den Förderprogrammen profitiert und ihm die Kunden weglaufen, weil sie dahin gehen, wo sie eine hohe Förderung kriegen. Und ich finde, wir sollten die Pioniere der Elektromobilität nicht alleine lassen. Tun Sie auch was für die E-Fahrzeuge der Leichtbauklasse. Da sind Sie. Haben Sie die Verordnung in der Hand. Tun Sie was auch für die, die uns da und die Großen da vor sich hergetrieben haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Altmaier, ich will aber versöhnlich enden, weil ich habe mir zwei Punkte angeguckt in Ihrem 20-Punkte-Plan. Punkt 17, da sprechen Sie, Sie möchten gerne ein Haus der Energiewende haben. Kommen Sie zu mir in den Wahlkreis Kassel. Wir haben ein House of Energy, wir haben das Fraunhofer IEE, das die Leitwarte der Energiewende gerade baut. Da sind Sie herzlich eingeladen, ebenso wie an die Universität Kassel. Punkt 20, die Universität in Kassel will und hat im Sommer entschieden, für alle 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien, Studiengänge entsprechend anzupassen, die Forschungs- und Lehrkompetenz da zu bündeln. Das ist die Klima-Uni in Kassel. Sie sind herzlich eingeladen, Herr Altmaier. Da gehen wir auch zusammen Würstchen essen. Vielen Dank. Ja, das mit dem Würstchen überzeugt der Wirtschaftsminister vielleicht. Aber vorher muss er jetzt hier erst noch die Abstimmung mitmachen, beziehungsweise wir werden die Abstimmung jetzt hier erleben. Es gibt insgesamt sechs AfD-Änderungsanträge, zwei FDP, zwei Linke und sechs von Bündnis 90 Die Grünen. 22 434, 22 435, 22 454, 22 431, 22 494, 8 512 und 22 502 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Überweisungsvorschläge, dann verfahren wir genauso. Tagesordnungspunkt 7 G. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Atommüllendlager vermeiden, hochradioaktive Reststoffe verwerten. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22 611, den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 17 127 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Also quasi für die Ablehnung. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Ablehnung der AfD-Fraktion und Zustimmung aller anderen Fraktionen im Haus. Tagesordnungspunkt 7 I. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Tempo in der Energiepolitik, Wasserstoff zum neuen Öl machen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17 192 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15 049 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Dagegengestimmt hat die Fraktion der FDP. Alle anderen Fraktionen des Hauses haben zugestimmt. Tagesordnungspunkt 7 K. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Fukushima mahnt, Atomausstieg beschleunigen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22 611 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 8271 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Also das ist mal ganz interessant heute. Die Linke ist dafür den Atomausstieg zu beschleunigen. Die AfD sagt, der müsse sofort gestoppt werden und die AKWs müssen länger laufen. Also ist alles dabei hier heute. Aber dieser Antrag der Linken ist erwarnungsgemäß natürlich abgelehnt worden mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen. Tagesordnungspunkt 7 M. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel In die Zukunft investieren, Kreditspielräume nutzen und erweitern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22 260 den Antrag der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16 841 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegengestimmt hat die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und enthalten hat sich die Fraktion der Linken. Geht nur eine Weile so weiter. Tagesordnungspunkt 7 M. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Rohstoffwende zum Schutz von Menschenrechten und für eine nachhaltige Entwicklung der Industrie. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17 946 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16 522 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegengestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken. Tagesordnungspunkt 7 O. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Vorsorgeprinzip als Innovationsmotor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15 974 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 270 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Ja, und das wird auch so kommen. Dann kann ich Ihnen noch sagen, dass danach drei Anträge noch abgestimmt werden. Also ein bisschen durchhalten. Dann sind wir gleich durch und dann geht es gleich weiter. Auch wieder mit Nachhaltigkeit, wie schon seit gestern im Deutschen Bundestag, großflächig diskutiert. Das soll jetzt jedes Jahr in einer Sitzungswoche der Fall sein. Und nachdem wir heute Morgen die Klassiker Umwelt und Klimaschutz hatten, kommen wir jetzt gleich zum Tagesordnungspunkt. Da geht es vor allen Dingen um die Arbeit im Wandel. Also halten Sie durch. Es sind nur noch zwei Abstimmungen und dann werden wir uns diesem Punkt zuwenden. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15 944 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 9954 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusammen zugestimmt haben die Fraktionen zur Beschlussempfehlung SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken. Tagesordnungspunkt 7Q. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Lieferketten schützen, heimische Wertschöpfung steigern, Unterstützung von Unternehmen zur vereinfachten Produktionsrückverlagerung nach Deutschland. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22 368 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 20 680 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Nein, das war klar, dass die AfD dagegen stimmt. Das war übrigens ein Antrag, der gerade erst noch aufgesetzt wurde. Und auch der letzte Antrag, über den jetzt hier abgestimmt wird von den Bündnisgrünen, ist neu auf das Tableau gekommen, nämlich Chancen der Digitalisierung, Einbau von Smartmetern. So heißt hier der Zusatzpunkt der Bündnisgrünen, der voraussichtlich auch abgelehnt wird. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17 466 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 16 048 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU, CSU und der AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen. Und enthalten hat sich die Fraktion der FDP. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 8a bis 8f sowie Zusatzpunkt 9. Beratung mehrerer Vorlagen zum Thema Arbeit im Wandel. Genauso ist es jetzt also Arbeit im Wandel. Dazu gibt es von der Oppositionsfraktion insgesamt sieben Anträge, die hier nach der Debatte auch wieder abgestimmt werden, teilweise zumindest. Erstmals beraten wird unter anderem ein Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Menschenwürdige, pardon, inklusive Arbeitswelt voranbringen. Die Linke legt eine Vorlage vor mit dem Titel Arbeitsschutzkontrollgesetz nachbessern und Ausbeutung in der Fleischindustrie beändern. Ein Antrag der AfD heißt eine langfristige, tragfähige soziale und Arbeitsmarktpolitik und es sollen Ressourcen gesichert werden. Die Grünen legen vor, mehr Sicherheit für Beschäftigte im Wandel und Qualifizierungskurzarbeit einführen. Die FDP will dann noch Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Führungsetagen durch Auszeiten ermöglichen. Also es geht um den Komplex Arbeit. Die erste Rednerin hier in der Debatte kommt von der Linksfraktion. Susanne Ferschel wird das sein. Sie ist Sprecherin für gute Arbeit. Da haben wir sie auch schon im Bild und während, ja, jetzt wird sie aufgerufen. Einige, das ist so üblich, Abgeordnete, haben den Planator verlassen. Andere sind dazugekommen und deswegen hat es ein wenig gedauert. Aber jetzt geht es los mit Susanne Ferschel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Minister. Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, hervorgerufen durch die Digitalisierung und die Klimakatastrophe. Und durch die Corona-Pandemie sind ganze Branchen in Schwierigkeiten geraten. Die Leidtragenden sind überwiegend die Beschäftigten, die durch Arbeitsplatzverlust und Einkommenseinbußen Zukunftsängste haben und für sich und ihre Familien. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass viele Probleme schon lange existieren und durch Corona, wie sagt man immer so schön hier in diesem Haus, wie durch ein Brennglas sichtbar geworden sind. Den Pflegenotstand, den gibt es doch nicht erst seit März. Aber seit Corona arbeiten die Pflegekräfte auch noch unter einem erhöhten Infektionsrisiko, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts beweisen. Und nach wie vor mit zu wenig Personal und zu langen Arbeitszeiten. Die Erzieherinnen, Müllmänner und Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die immer schon so wichtig für diese Gesellschaft waren, waren es unter Corona-Bedingungen erst recht. Wer hat denn im Lockdown die Kinder betreut, den Müll weggebracht, die Anträge von Hartz IV und Kurzarbeit bearbeitet und so weiter? Und denen sagt man nun in der aktuellen Tarifrunde, dass 4,8 Prozent Lohn unangemessen sind? Oder die Beschäftigten in der Deutschen Post AG. Die Deutsche Post AG hat im ersten Halbjahr 2020 eine Gewinnsteigerung von 48 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 48 Prozent. Und die Beschäftigten will man mit einer Lohnerhöhung von 1,5 Prozent abspeisen. Da gäbe es noch etliche Beispiele mehr. Diese Kolleginnen und Kollegen haben den Laden hier am Laufen gehalten und haben sich dem Risiko einer Infektion ausgesetzt. Und hier in dem Haus hat man ihnen stehend applaudiert. Jetzt predigt man Verzicht. Wo ist denn die Initiative, über eine Vermögensabgabe die Superreichen zur Finanzierung der Krise heranzuziehen? Offensichtlich verwechseln einige Dienstleistungsgesellschaften mit Dienstbotengesellschaften. Aber kommen wir zurück zur Transformation, insbesondere in der Automobil- und Zulieferindustrie. Dort greift der Kahlschlag um sich. Conti, Schaeffler, ZF, Male, Schula, Voigt, Schlemmer und so weiter und so fort. Diese Unternehmen, ein großer Teil davon, nutzt Corona schamlos aus, um Arbeitsplätze abzubauen. Der Absatz sinkt bereits seit Jahren. Die Automobilindustrie leidet nicht an dem Coronavirus, sondern an einer verfehlten Modellpolitik und an einer fehlenden Unternehmensstrategie. Und wo bleibt eigentlich die Strategie der Bundesregierung? Wo ist denn eigentlich das Mobilitätskonzept von Herrn Scheuer? Die Linke sagt, der notwendige ökologische Umbau der Produktion muss mit Arbeitsplatzgarantien und Beschäftigungsgarantien verbunden werden. Angesichts tausender bedrohter Arbeitsplätze braucht es politische Entscheidungen und Weichenstellungen. Und auch wenn Sie das scheuen wie der Teufel des Weihwassers, das heißt ein Mehr an staatlicher Einflussnahme und nicht ein Weniger. Ein nationaler Transformationsrat aus Gewerkschaften, Unternehmen und Umwelt- und Sozialverbänden wäre schon mal ein guter Anfang. Und ja, es ist richtig, das Kurzarbeitergeld zu verlängern und die Arbeitslosenversicherung mit Steuergeldern zu unterstützen. Aber bitte machen Sie sich doch ehrlich, Sie schieben die Probleme nur bis nach der Zeit der Bundestagswahl auf. Es wird Zeit, Kredite und Erstattungen aus den Sozialversicherungen an Bedingungen zu knüpfen. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Der kleine Taxiunternehmer hier aus Berlin mit 15 Beschäftigten, der nimmt einen Kredit auf, um die Löhne weiter bezahlen zu können. Und Volkswagen, Daimler und BMW hingegen verfügen insgesamt über Gewinnrücklagen von 180 Milliarden Euro, schicken die Leute in Kurzarbeit und greifen die Sozialversicherungsbeiträge ab. Konti, dort sollen 13.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Und gleichzeitig, fast gleichzeitig, schütten Sie eine Dividenden von 600.000 Euro aus. Und nicht unerwähnt lassen will ich die 9 Milliarden Euro für Lufthansa. Und dann sagt der Wirtschaftsminister, puh, ja, keinen staatlichen Einfluss gelten machen. Ja, meine Damen und Herren, das versteht doch kein Mensch mehr. Die Frage ist, wohin wandelt sich die Arbeitswelt? Hin zu noch mehr unsicheren Arbeitsplätzen mit noch mehr Flexibilisierung auf dem Rücken der Beschäftigten und noch mehr Deregulierung. Die Arbeitgeberverbände, sie fahren schon wieder die Attacke auf den Sozialstaat mit ganz innovativen Vorschlägen wie Verlängerung der Lebensarbeitszeit, mehr Privatisierung, die ganze alte Leier. Und diese alten Rezepte, die haben doch in die Sackgasse erst geführt und führen weiter da hinein. Das zeigen doch die Erfahrungen aus den letzten Krisen. Wenn es der Bundesregierung nicht gelingt, darauf zu achten, dass die Beschäftigten nicht die großen Krisenverlierer werden, dann nehmen sie Billigenden in Kauf, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter erodiert. Notwendig sind neben dem Konzept für den klimaneutralen Umbau mehr Mitbestimmung, Investitionen in Qualifizierung, gute Arbeit und soziale Sicherheit. Das wäre nachhaltig für Mensch und Natur. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Ferschel. Susanne Ferschel war das für die linke Nachhaltigkeit, bürgt auch Gefahren für die Arbeitswelt. Das hat sie noch mal deutlich hier dargestellt. Matthias Zimmer aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir tragen als Partei das C im Namen. Das verpflichtet auch und gerade im Bereich der Arbeit. Zweck der Arbeit, so hat es Johannes Paul II. einmal formuliert, ist letztlich immer der Mensch selbst. Arbeit hat nicht nur eine objektive Dimension, in der die Welt gestaltet wird. Sie hat vor allen Dingen eine subjektive Dimension, die auf die Wesenserfüllung des Menschen hingeordnet ist. Arbeit ist Ausdruck der Personalität des Menschen. Das verleiht der Arbeit Würde. Deshalb sind die Belange der Arbeit denknotwendig, denen des Kapitals übergeordnet. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Kapital. Der Mensch hat Würde, nicht das Kapital. Ich freue mich ja über den Beifall bei den Linken und kann dann nur mit dem Evangelisten Lukas sagen, dass im Himmel mehr Freude über einen reuigen Sünder ist, als über 99 gerecht ist. Das gilt auch für uns. Was hat es aber, meine Damen und Herren, auf sich mit der Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit kann sich auf die objektive Dimension der Arbeit beziehen. Dann sagt sie etwas aus über die Art und Weise, wie wir natürliche Ressourcen nutzen. Das ist in den vergangenen Tagesordnungspunkten diskutiert worden. Nachhaltigkeit muss sich aber auch auf die subjektive Dimension der Arbeit beziehen. Und dann sagt sie etwas darüber aus, welchen Beitrag die Arbeit zur Entfaltung der Person leistet. Alle Arbeit, die nicht auch in den Dienst der Personalität des Menschen gestellt ist, ist in fremde der Arbeit und nicht nachhaltig. Das ist auch der Grund, warum der Satz sozial sei, was Arbeit schaffe, grundfalsch ist und gefährlich. Meine Damen und Herren, das Soziale ist nach der Soziallehre unmittelbarer Ausfluss des Personalen. Und wenn Arbeit der Personalität des Menschen schadet, kann sie per Definition nicht sozial sein. Was folgt für uns daraus, die wir uns als christlich orientierte Partei verstehen? Zum Ersten, Arbeit ist keine Ware, die anderen Waren vergleichbar ist, die auf dem Markt gehandelt werden. Die Rede vom Arbeitsmarkt nimmt die personelle Dimension der Arbeit nicht in den Blick. Bei der Arbeit geht es nicht nur um die Herstellung von Dingen, sondern um die Entfaltung des Arbeitenden selbst. Deshalb ist es richtig, Formen der Entfremdeten nicht nachhaltigen Arbeit zu eliminieren. Arbeit, die krank macht, Arbeit, die keine Wertschätzung genießt, Arbeit, die gefährlich ist für Leben und Gesundheit, Arbeit, die ausbeuterisch ist, Arbeit ohne gerechten Lohn. Wir erleben Formen der Entfremdeten und Entfremdenden Arbeit, etwa in der Fleischindustrie, und wollen den Untaten hier ein Ende bereiten. Die Zustände bei Tönnies sind eines zivilisierten Landes unwürdig und eines christlichen allemal. Die christliche Botschaft, das ist mein zweiter Punkt, ist universal. Und als christliche Partei steht es uns gut an, diese Universalität ernst zu nehmen. Es nützt nichts, auf einer Insel der Wohlmeinenden und Gerechten in einem Ozean der Niedertracht, der Ausbeutung und der Entwürdigung zu leben. Aus dieser Grundidee heraus beteiligen wir uns in besonderem Maße an der Internationalen Arbeitsorganisation der ILO. Aus dieser Grunderkenntnis heraus unterstützen wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, zu denen auch menschenwürdige Arbeit gehört. Und, meine Damen und Herren, um es sehr deutlich zu sagen, das gilt auch für die Arbeit in den Wertschöpfungsketten. Die Schande der Produkte durch ausbeuterische Arbeit ist auch unsere Schande. Es gibt kein Recht, auf Profit zu Lasten der Menschenrechte. Das ist die Mindestanforderung von nachhaltiger Arbeit in der globalisierten Welt. Kein Gewinn ohne Gewissen. Und, meine Damen und Herren, das Gewissen fängt nicht erst bei Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern an. Meine Damen und Herren, das C in unserem Namen verpflichtet, auch wenn es mancher bisweilen damit nicht so genau nimmt. Es verpflichtet uns auf das Gemeinwohl, und das ist nicht eben wenig. Arbeit ist kein Produktionsfaktor, sondern die tätige Mitwirkung an der Gestaltung des Gemeinwohls. Nur so ist sie nachhaltig, in Deutschland, aber auch weltweit. Und nur so können wir auch in Zukunft den Anspruch erheben, die Umbrüche in der Arbeitswelt im Sinne der Menschen gestalten zu können. Denn der Mensch ist Zweck der Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Matthias Zimmer. So, der nächste Redner, den sehen wir hier schon kommen, von der AfD, René Springer. Er ist der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren jetzt über Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt. Und ich hätte da ein paar Nachhaltigkeitsfragen an die, die schon länger hier sitzen. Wie nachhaltig ist es eigentlich, dass wir uns in Europa einen der größten Niedriglohnsektoren leisten, obwohl wir doch wissen, dass ein geringer Lohn im Alter zu Armut führt? Wir haben heute 10 Millionen Beschäftigte, die Vollzeit arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie am Ende keine Anwartschaft für die Rente oberhalb der Grundsicherung aufbauen können. 45 Jahre lang arbeiten, Vollzeit, Armut im Alter. Ich glaube nicht, dass das Ihr Wählerauftrag war. Aber Armut im Alter heißt auch, dass wir den zukünftigen Generationen enorme Lasten aufbürden. Die kommende Generationen, das bringt mich zur Bildungspolitik und zur Familienpolitik. Die Zukunft gehört denen, die neue Technologien verstehen, entwickeln und beherrschen. Was setzt das voraus? Die Schüler müssen fit sein in Naturwissenschaften. Sie müssen Mathe können, Physik, Biologie, Chemie. Wie nachhaltig ist unsere Bildungspolitik eigentlich, wenn unsere deutschen Grundschüler im internationalen Vergleich bei Naturwissenschaften inzwischen weit abgeschlagen hinter Kasachstan liegen? Und wie nachhaltig ist eine Politik, die offensichtlich nachweist, dass wir dem technologischen Wandel der Zukunft nicht mehr gewachsen sind, weil unsere Schüler das nicht hinbekommen werden, wenn wir so weitermachen? Da ist es im Übrigen auch kein Trost, dass wir in diesem internationalen Vergleichstest knapp besser sind als Serbien. Das werden wir nicht akzeptieren. Kommen wir zur Bildungspolitik. Deutschland gibt im Jahr mehr als 200 Milliarden Euro aus für 150 familienpolitische Leistungen, die sich irgendwo in einem Dickicht verlieren, 150 Leistungen, die die Bundesregierung selbst nicht aufzielen kann. Das Ergebnis dieser Leistungen sind 68 Prozent der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet. Jedes Kind, das heute in eine Familie hineingeboren wird, steigert das Armutsrisiko. Wir haben unzählige Kinder am Hartz-IV-Bezug. Kinder sind zu einem Luxus geworden, und wir stolpern unter ihrer Verantwortung geradezu in eine demografische Katastrophe. Morgen werden uns die Fachkräfte fehlen. Morgen werden uns die fehlen, die in die Rente einzahlen. Und dafür gibt es ja ein neues Zauberwort. Das heißt dann Fachkräfteeinwanderung. Aber ich frage mich, wie nachhaltig ist eigentlich eine Fachkräfteeinwanderung, bei der auf 100 Ausländer, die in einen vernünftigen Job kommen, 50 Ausländer ins Hartz-IV-System einwandern? Wie nachhaltig ist eine solche Einwanderungspolitik? Wie nachhaltig ist eine Einwanderungspolitik, wo am Ende 40 Prozent aller Hartz-IV-Bezieher Ausländer sind? Wer soll das bitte auf Dauer finanzieren? Und dann haben wir jetzt bedingt durch Ihre Corona-Maßnahmen einen enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Corona-bedingt 637.000 Arbeitslose. Weitere werden folgen. Das wissen Sie alle. Wir haben sogar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Mangelberufen. Selbst im Mangelberuf Nummer eins Altenpflege. Kommt da jemand auf die Idee, mal das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auszusetzen oder die Westbalkanregelung auslaufen zu lassen, dass in der Zeit, wo bei uns Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen, nicht weitere Fachkräfte im Ausland angeworben werden? Nein, auf die Idee kommt keiner. Sie schauen in eine Zukunft, und wir leider mit Ihnen in eine Zukunft, wo ausländische Fachkräfte in der Zeit steigender Arbeitslosigkeit in einem Arbeitsmarkt konkurrieren, obwohl sie bereit sind, bis 1.500 Euro im Monat weniger zu akzeptieren als Lohn. Das ist nämlich die Lohnlücke, die wir inzwischen haben zwischen Deutschen und Ausländern. Im Monat 1.000 bis 1.500 Euro. Ich komme zum Abschluss. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet das Verbot, in der Gegenwart irreversible Veränderungen vorzunehmen, die von den zukünftigen Generationen nicht gewollt werden könnten. In den vergangenen 30 Jahren haben Sie gezeigt, dass Sie dazu nicht in der Lage sind. Im Grunde hat es der Fraktionsvorsitzende... Kollege, Sie sind deutlich drüber. Würden Sie bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Gestern hat es der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus auch deutlich gesagt, es soll jetzt einen Nachhaltigkeitscheck bei Gesetzen geben, die darauf achten sollen, was das für zukünftige Generationen bedeutet. Was haben Sie eigentlich vorher getan? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Danke, Herr Spinger. René Spinger, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD war das. Und der nächste Redner ist der zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Der Bundestag debattiert in der Nachhaltigkeitsdebatte über den Punkt Arbeit im Wandel. Und da sitzt er auch schon und wartet auf den Einsatz, wird jetzt aufgerufen und hat jetzt das Wort im Deutschen Bundestag Hubertus Heil. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir in dieser Woche so intensiv über Nachhaltigkeit sprechen, dann reden wir eben nicht über ein abstraktes politisches Konzept, sondern sehr konkret über die Zukunft unseres Landes und die Zukunft unserer Kinder. Wir reden davon, wie Deutschland digitaler, ökologischer und sozialer werden kann. Und das ist die Verpflichtung unserer Generation, das genau jetzt zu tun. Erhard Eppler, der große Vordenker der Nachhaltigkeit, sprach in den 70er-Jahren sehr leidenschaftlich von Zukunftstauglichkeit. Das war damals visionär. Heute ist es schlicht und ergreifend eine politische Notwendigkeit. Und ich will das an drei Beispielen im Bereich der Arbeit deutlich machen. Die größte Aufgabe, vor der wir im Moment in dieser aktuellen Wirtschaftskrise stehen und in der sozialen, digitalen und ökologischen Transformation, ist es dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, auch die Arbeit von morgen zu machen. In der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in vielen anderen Bereichen. Und ein Schlüssel der Bundesregierung ist ganz konkret die nationale Weiterbildungsstrategie. Mit konkret unterlegten Instrumenten, Herr Kollege Ernst, aus der Debatte von vorhin. Es ist so, dass wir mit dem Arbeit von morgen gesetzt, beispielsweise kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, in Weiterbildung zu investieren, damit wir Arbeitslosigkeit in dieser Transformation verhindern, bevor sie entsteht. Es ist so, dass wir beim Kohleausstieg dafür gesorgt haben, dass wir in den Regionen Strukturbruch nicht zulassen, sondern dass wir Perspektive geben mit industriepolitischen Ansätzen, mit strukturpolitischen Ansätzen und eben auch mit einer Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik, die mithilft, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Das ist das, was wir tun. Wenn wir über die Arbeit von morgen reden, müssen wir aber auch über die Frage reden, was das für Arbeit ist. Und wer versucht, in diesen Zeiten, in der bisherigen Arbeitswelt oder in der modernen Arbeitswelt, Digitalisierung und Arbeit mit Ausbeutung zu verwechseln, der hat diese Bundesregierung zum Gegner, meine Damen und Herren. Und ich sage das mit Blick auf das, was der Kollege Zimmer vorhin angesprochen hat, auch die Verhältnisse in der Fleischindustrie. Dieses Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig, weil die Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa schon vor Corona eine Schande ist. Bis jetzt ist es ein allgemeines Pandemierisiko geworden. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir das Arbeitsschutzkontrollgesetz in diesem Hause ohne Verwässerung von Lobbyisten auch durchziehen, meine Damen und Herren. Wenn wir über soziale Nachhaltigkeit reden, meine Damen und Herren, dann hat das allerdings nicht nur eine Bedeutung für die Arbeit in Deutschland und Europa, sondern es hat auch eine globale Dimension. Und angesichts der Rede meines Vorgängers kann ich mir das nicht ersparen. Herr Kollege, es ist ja kein Zufall, dass die Anti-Corona-Ideologen auf dieser Welt auch Anti-Nachhaltigkeitsideologen sind. Ich rede von Politikern wie Herrn Bolsonaro, dem Präsidenten von Brasilien. Unter seiner Regierung wird die Pandemie verharmlost. Unter seiner Regierung wird der Amazonas weiter zur Brandrottung und Ausbeutung freigegeben. Es werden Gewerkschaften systematisch unterdrückt. Ein großartiges Land wie Brasilien wird um seine Zukunftstauglichkeit beraubt. Meine Damen und Herren, anstatt Schaden von den Menschen abzuwenden, führen solche Politiker und solche politischen Freunde wie Sie, die hier haben, dieses Land, Brasilien, in eine tiefe Krise. Sie spalten die Gesellschaft, sie schüren soziale Unruhen, sie setzen die Zukunft folgender Generationen aufs Spiel. Sie vergiften die Umwelt genauso wie das gesellschaftliche Klima. Sie lassen die Wälder genauso brennen wie die Straßen. Diese Politik, meine Damen und Herren, des Rechtsradikalismus ist das Gegenteil von Zukunftsfähigkeit. Und unsere Verantwortung als Handelsnation, als Europäer und als Deutsche, ist es dafür zu sorgen, dass wir in diesen Bereichen auch unserer Verantwortung gerecht werden. Ob das in Handelsabkommen ist oder ob das auch in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen betrifft. Ich bin sehr froh, Herr Kollege Zimmer, dass zumindest wir beiden, und ich würde Gerd Möhler noch dazu ziehen, der Meinung sind, dass wir endlich in Deutschland ein Lieferkettengesetz brauchen, was dazu führt, dass Unternehmen sich auch verbindlich um ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in globalen Lieferbeziehungen zu kümmern haben. Ich sage aber auch, das darf keine Tünche sein, das darf kein Placebo sein. Und deshalb gehört zu einem Sorgfaltspflichtenkatalog für große Unternehmen, ab 500 beschäftigt, nicht ab 5000, da sind wir beide uns einig, dass es eine verbindliche Haftung für das Erfüllen von Sorgfaltspflichten gibt. Das ist eine zivilrechtliche Haftung für die Wirtschaft. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft, habe ich mal gelernt. Es soll nicht mehr Bäume ausgeschlagen werden als nachwachsen. Es ist inzwischen ein politisches Konzept geworden, ein guter Kompass für eine bessere, für eine digitalere, für eine ökologische und eine soziale Zukunft. Die Wahrheit ist nur nicht abstrakt. Und so sehr ich die Rede des Kollegen Zimmer genossen habe, die sehr grundsätzlich war und bei der ich jeden Satz unterschreiben könnte, die Wahrheit ist konkret. Und dieser Deutsche Bundestag, meine Damen und Herren, kann in den nächsten Wochen in konkreter Gesetzgebung mithelfen, dass aus diesem politischen Konzept auch politische Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Hubertus Heil. Herr Bundesarbeitsminister, Hubertus Heil. Nächster Redner hier in der Debatte ist der arbeitspolitische Sprecher, marktspolitische Sprecher Jens Beek von der FDP. Er steht ja schon bereit. Die Pause entsteht immer dadurch, dass das Pult noch kurz desinfiziert werden muss. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 25. September in wenigen Tagen jährt sich dann zum fünften Mal die Verabschiedung der UN-Nachhaltigkeitsziele, die sich auch befasst mit dem Thema, dem wir uns in diesem Tagesordnungspunkt widmen, nämlich guter sozialer Arbeit. Ein Ziel, das sich 192 Staaten mit uns für das Jahr 2030 gesetzt haben, 17 Ziele insgesamt. Und wir alle sind uns der Tatsache bewusst, dass die Besonderheiten in diesem Jahr mit der Corona-Krise und anderen mehr weltweit die Erfüllung dieser Ziele deutlich erschwert haben. Trotzdem hat uns die Krise vieles gelehrt. Und wir haben die Chance, aus diesen Lehren gestärkt hervorzugehen, indem wir darauf reagieren und auch in unserem Arbeitsmarkt die Dinge besser machen, die noch besser zu machen sind. Das muss nur am Ende funktionieren. Die Corona-Pandemie hat ganz viele gebeutelt. Künstler, Familien, Kinder, Minijobber, ältere Menschen, die Gastronomie. In den Krankenhäusern hatten wir Herausforderungen. Auch unsere Global Player und Hidden Champions stehen vor Herausforderungen, die wir im letzten Jahr noch nicht absehen konnten. Deswegen mussten wir auch in der Arbeitswelt neue Wege finden, auch dieser Pandemie zu begegnen. Innerhalb kürzester Zeit sind Millionen von Menschen in Homeoffice-Arbeit geschickt worden. Und analoge Arbeitsabläufe sind durch diverse digitale Kommunikationstools ersetzt worden. Wir haben die vorher nicht hinreichend angegangene digitale Transformation unserer Arbeitswelt im Schnelldurchlauf erlebt. Und wir reagieren, und Herr Minister Heil, Sie haben auf Ihre künftigen Gesetzesvorhaben hingewiesen, Arbeitsschutzkontrollgesetz, Lieferkettengesetz, immer noch mit mehr Bürokratie auf die Herausforderungen, die wir gemeinsam erkennen. Und ich glaube zutiefst, dass das auch der falsche Weg sein kann, wenn man es nicht richtig macht. Wir haben in der letzten Woche das Arbeitsschutzkontrollgesetz hier diskutiert. Wir teilen die Ziele. Wir warten darauf, wie sie nacharbeiten, um zu verhindern, dass nicht das genaue Gegenteil erreicht wird. Und auch beim Lieferkettengesetz werden wir darauf achten müssen. Und wir teilen diese Ziele. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gemeinschaftlich uns guter Arbeit auch durch uns, durch die Ministerien und hier im Haus verpflichten, damit die Ziele mit unseren Initiativen auch erreicht werden können. Und als konstruktive Serviceopposition will ich Ihnen deswegen mit unserem Antrag, den wir vorgelegt haben, zum inklusiven Arbeitsmarkt, bei dem aus dem Hause Heil meines sehr geschätzten niedersächsischen Kollegen in dieser Wahlperiode außer den Reparaturgesetzen zum Bundesteilhabegesetz leider nichts gekommen ist, neun ganz konkrete Punkte genannt, wo wir ebenfalls alle das Ziel eines offenen inklusiven Arbeitsmarkts teilen, wo es zum Teil Regelungen schon gibt, die aber in der Praxis nicht funktionieren. Ich will als ein Beispiel nennen die Frage der Anfrage bei den Integrationsämtern danach, man hat einen Arbeitsplatz, einen passenden Menschen und dann dauert es, das wissen Sie selbst, manchmal sechs, manchmal acht, manchmal 14 Wochen, bis man einen Bescheid hat. Solange kann das Unternehmen seinen Arbeitsplatz nicht unbesetzt lassen und deswegen ist er dann oft weg. Wir schlagen Ihnen vor, eine Genehmigungsfiktion innerhalb von vier Wochen einzubauen. Vier Wochen reichen aus, um abzusehen, ob es keine Genehmigung geben kann. Wenn die Genehmigungsfiktion da ist, kann der Arbeitsplatz besetzt werden. Das ist gut für das Unternehmen, das ist gut für den Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung, der diesen Arbeitsplatz bekommt. Die weiteren Verfahrensfragen, was konkret in welcher Höhe gefördert werden kann, lassen sich danach regeln. Nehmen Sie das Angebot an, sorgen Sie für diese Genehmigungsfiktion, verbessern Sie an der Stelle den Arbeitsmarkt. Ich will ein weiteres Beispiel ausdrücklich nennen. Das Budget für Arbeit ist ein großartiges Instrument in der Konstruktion, wie wir sie uns ausgedacht haben. Es ist bei allem, was wir wissen über die Frage, wie viele Budgets für Arbeit in Kraft sind, derzeit noch nicht mit der Durchschlagskraft versehen, die wir uns alle wünschen. Aber besonders unangenehm im Rahmen der Krise ist aufgefallen, viele Arbeitgeber wollten Arbeitslosenversicherungspflicht, auch für die Menschen, die das Budget in Arbeit, in Anspruch nehmen. Und sie haben freiwillig Versicherungsbeiträge gezahlt, einfach weil sie in ihrem Betrieb bester inklusiver Gedanke keinen Unterschied machen wollten zwischen denen, die mit Budget für Arbeit arbeiten und denen ohne. Und dann hat man, nachdem man eingezahlt hat, gedacht, jetzt besteht in der Krise auch Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Reaktion der Bundesagentur für Arbeit war, man überweist kommentarlos die eingezahlten Beiträge zurück und die Anträge auf Kurzarbeitergeld und andere Sicherungsmechanismen aus dem Versicherungssystem sind nicht gewährt worden. Auch hier machen Sie eine Option dafür, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber das freiwillig tun können, in das Sozialversicherungssystem hier mit reinkommen. Nehmen Sie die anderen sieben Punkte auch noch. Dann haben wir heute ganz konkret eine Verbesserung im inklusiven Arbeitsmarkt erreicht und die Woche hatte einen Sinn. Wir fordern Sie auf, nutzen Sie unsere Hilfe. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Jens Wieck. Also ist es schon auffällig, die FDP-Redner heute bieten ihre Hilfe an, die Zusammenarbeit. Es scheint doch da der verstärkte Wille jetzt doch mitzugestalten in diesem Lande. Beate Müller-Gemmeke jetzt von den Bündnisgrünen. Sie sprechen für Arbeitnehmerinteressen und Arbeitsmarktpolitik. Sie ist von den Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie müssen bewältigt werden, aber nachhaltig. Denn wir sind auch mitten in der Klimakrise und die ist existenziell und die ist mittlerweile auch spürbar. Wir haben beispielsweise das dritte Dürrejahr in Folge. Es geht also um unsere Lebensgrundlagen und die schützen wir nur, wenn wir auch tatsächlich die Klimaziele erreichen. Und deshalb muss unsere Wirtschaft wirklich nachhaltig werden, klimaneutral werden. Und das führt zwangsläufig auch zu einem Wandel der Arbeit. Und am Beginn dieser Transformation steht im Moment die Automobilindustrie und ihre Zulieferfirmen. Betroffen davon sind rund 800.000 Beschäftigten. Und dabei geht es in der Regel um gute Arbeit mit tariflichem Lohn und betrieblicher Mitbestimmung. Und dem müssen wir gerecht werden. Die Transformation muss also immer ökologisch und sozial ausgestaltet sein. Und deshalb verbinden wir Grünen Klimapolitik immer auch mit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit. Und deshalb fordern wir heute mit unserem Antrag ein neues Qualifizierungskurzarbeitergeld. Die Automobilbranche braucht Unterstützung in der Übergangsphase zu nachhaltigen Produkten, also im Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität. Und die Beschäftigten brauchen hingegen gute Qualifizierungsangebote für die Arbeitswelt von morgen. Und deshalb wollen wir Kurzarbeit ganz konsequent mit Qualifizierung der Beschäftigten verbinden und eng an die Sozialpartnerschaft binden. Und zwar mit Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Wir verbinden also Arbeitsmarkt und Industriepolitik und schaffen damit für die Beschäftigten im Strukturwandel neue Perspektiven. Und es zeigt, Ökologie und Soziales sind keine Gegensätze. Im Gegenteil, nur so entstehen gute und vor allem auch zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die sozial-ökologische Transformation braucht also Investitionen. Sie braucht verlässliche, gute politische Rahmenbedingungen. Notwendig ist aber auch Vertrauen. Und Vertrauen entsteht bei den Beschäftigten durch Mitbestimmung. Und deshalb fordern wir ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Personalentwicklung. Und insbesondere zur Verbesserung der Klimabilanz in den Unternehmen. Wir wollen die Beschäftigten zu Akteuren machen. Sie sollen den Klimaschutz aktiv mitgestalten können. So entstehen dann Innovation und vor allem auch Akzeptanz. Wir Grünen sind überzeugt, den Unternehmen wird nur gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften die Transformation ökologisch und auch sozial gelingen. Und genau das wollen wir politisch mit unserem Antrag unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Beate Müller-Gemmecke. Herr Ante Müller-Gemmecke war das, die Sprecherin für Arbeitnehmerrechte der Bündnisgrünen. Die nächste Rednerin hier in der Debatte im Deutschen Bundestag zum Bereich Arbeit im Wandel wird von der CDU-CSU kommen. Silke Launert, der Bundestag diskutiert ja seit gestern das Thema Nachhaltigkeit nach Energie und Umwelt. Heute also zunächst hier dieser wichtige Bereich Arbeit im Wandel. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, diese Sitzungswoche steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ein wichtiges, sehr interessantes Thema, ein wichtiger Schwerpunkt. Ich muss aber zugeben, als man mich als Rednerin für die heutige Debatte gefragt hat mit dem Argument Familien- und Gleichstellungspolitik, ja, habe ich mir doch zunächst ein bisschen schwer getan, eine Verknüpfung zu der heutigen Debatte herzustellen. Zum Schluss Arbeit im Wandel, die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Bereiche Arbeit und Soziales und die Gleichstellungspolitik. Ich habe mich zunächst gefragt, wo ist denn da genau der Zusammenhang? Die meisten von uns denken natürlich beim Begriff Nachhaltigkeit zunächst an Umweltpolitik, Bewahrung der Schöpfung, Erhaltung von Ressourcen. Keine Ressourcen verschwenden, Energien, die man investiert, die in den Kreislauf hineingeworben, gegeben wurden, nicht verlieren. Ja, ich habe ihn doch gefunden, den Anknüpfungspunkt. Denn auch unsere Gesellschaft verschwendet in hohem Maße eine ganz wichtige und wertvolle Ressource, die gut qualifizierten Frauen. Unser Land verfügt über so viele talentierte, gut ausgebildete, in den verschiedensten Bereichen motivierte Frauen. Frauen machen oft das bessere Abitur, zumindest gleich gut, sind gut ausgebildet in den verschiedenen Ausbildungszweigen, oft sehr gut, sogar besser oft im Studium. Und wo bleiben sie denn dann, all die Frauen? Wo sind sie zumindest nicht in den Chefetagen? Und da rede ich nicht nur von der Privatwirtschaft, sondern auch vom öffentlichen Sektor und leider auch nicht in der großen Anzahl in der Politik. Die Frage ist also, wo und wann verlieren wir diese Frauen? Klar ist, eine Frau, die 10, 15 Jahre aus dem Beruf ausgeschieden ist, weil sie Kinder bekommen hat und sich um diese kümmern wollte, wird es sich schwer tun, wieder genau auf diese Arbeitsstelle zurückzukommen, wenn sie überhaupt in den Beruf wieder kann. Sie wird sich schwer tun, sich schnell weiterzuentwickeln, wird Karrierechancen verpasst haben. Ja, und es sind halt immer noch meistens die Frauen, die im Interesse des Familienlebens zurückstecken. Und ja, auch wenn es einige bestreiten, es gibt die gläserne Decke. Und ich habe sie auch hier schon in dem Haus des einen oder anderen beobachten können. Wenn wir als Gesellschaft unsere Frauen nicht verlieren wollen, dann müssen wir mehr an Punkten ansetzen. Das eine ist, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Da sind zaghafte Versuche gemacht worden, Führungspositionen, Gesetzentransparenzgesetz. Ich würde mir auch wünschen, alles geht freiwillig, aber dann muss die Wirtschaft auch endlich mal liefern. Dann brauchen nicht 70 Prozent sagen, wir sind nicht in der Lage, Frauen zu finden in den Spitzenpositionen. Wir brauchen eine Quote Null und solche Beispiele. Aber auch die Politik, auch die Parteien, die meinen, alles geht freiwillig, müssen dann liefern. Damit auch die eigene. Von der FDP und der AfD will ich gar nicht reden. Zugleich müssen wir bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ansetzen. Auch wenn es den einen oder anderen nervt. Es ist essentiell das Thema und es geht nicht von heute auf morgen, aber man muss immer daran arbeiten. Der Rechtsanspruch auf den Kitaplatz bei von der Leyen war damals nicht von allen gern gesehen, aber er war wichtig. Und er hat eine Bewegung in Gang gesetzt. Das Gute-Kita-Gesetz, 5,5 Milliarden Euro für die Besserung der Qualität, ist wichtig, auch wenn es nicht von heute auf morgen mit Fachkräften zu lösen ist. Jetzt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der kommen wird. Ich habe wirklich Verständnis für die Gemeinden. Ganz, ganz schwer. Aber auch die Gemeinden müssen erkennen, das ist Infrastruktur. Ich muss nicht nur eine Wasserversorgung, eine Gemeindestraße bauen. Ich muss auch die Infrastruktur für die Kinderbetreuung schaffen. Sonst schaffen wir es nicht. Die Ressourcen gut ausgebildete Frauen gut auch für uns alle und auch für sich selbst zu nutzen. Weitere Themen, Homeoffice, Aufstiegschancen und Teilzeit, viele dieser Aspekte. Alles ist wichtig für die Frauen. Wobei wir aber, und das ist mir auch wichtig, wir haben nichts davon, und es ist nicht nachhaltig, wenn wir die Frauen einseitig in ein von morgens bis abends Arbeiten drängen. Wenn wir sie kaputt arbeiten, das ist nicht nachhaltig. Wir gehen von der Frau aus, die frei und selbstbestimmt ist. Wir wollen Frauen, die selbst entscheiden, die wissen, wo sind meine Potenziale, die ich nutzen kann, welche Prioritäten sie im Leben setzt. Denn auch Care-Arbeit ist Arbeit, ist Ressource. Auch da wird viel weitergegeben. Ich nenne nur ein Beispiel Kochrezepte. Es ist eine Generation von vielen Frauen, die nicht mehr kochen kann. Oft waren die Großmütter noch vor Ort. Kindererziehung, ich kenne viele junge Frauen, die wissen nicht, was sie machen sollen, wenn das erste Problem mit dem Kind auftaucht. Auch dieses Wissen muss vermittelt und weitergegeben werden. Auch das ist Nachhaltigkeit, und dafür muss sich keiner schämen. Auch das ist erlaubt. Die Männer können teilweise manchmal schon besser kochen, jetzt wie viele Frauen. Leider. Also auch das ist schade. Aber ich erlebe das immer wieder. Da braucht man sich nicht wundern, wenn viele fände ich richtig. Lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen. Ja, spannend mit den Kochrezepten. Aber wir müssen trotzdem zum Schluss kommen. Ja, da habe ich mich aufgehauen. Ja, ich gebe zu. Also wir wollen die Frauen, die engagiert sind, die gestalten, dass sie ihre Potenziale nutzen. Denn eins ist klar, Nachhaltigkeit ist viel mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Vielen Dank, Dr. Silke Launert. Allerdings überrascht ist, dass manche Männer besser kochen als Frauen, weiß ich nicht. Das soll vorkommen, dass ein Mann mal besser kocht als eine Frau. Da scheint mir auch ein durchaus noch veraltetes Bild von Familie zu herrschen. Naja, aber das hat sie ja angemerkt, dass eben genau die Frauen mit Kindern für den Arbeitsmarkt nicht verloren werden dürfen. Da hat sie sicherlich völlig recht. Der nächste Redner kommt jetzt von der AfD. Martin Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für 133 Milliarden könnte man jedem Rentner 6.300 Euro geben. Oder man könnte die Einkommenssteuer für ein Jahr halbieren. 133 Milliarden haben Sie diesen Sommer tatsächlich ausgegeben, allerdings für andere EU-Staaten. Die deutschen Rentner würden mit dem Geld in deutschen Läden deutsche Produkte kaufen und damit unsere Wirtschaft stärken. Die Griechen, Spanier und Italiener, denen sie das Geld geben, die reduzieren ihre Steuern und kaufen griechische, spanische und italienische Produkte. Die Deutschen haben davon keinen Nutzen, sie haben nur Kosten. Der durchschnittliche Deutsche hat mit den niedrigsten Vermögen, die niedrigsten Renten und das niedrigste Wohneigentum in ganz Europa. Dafür arbeiten die Deutschen überdurchschnittlich lange, zahlen weltweit am meisten Steuern und zusätzlich werden jährlich hunderte Milliarden unseres Wohlstands anderen Staaten geschenkt. Herr Sichert, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Hendricks? Frau Hendricks, bitte. Sehe ich das richtig, Herr Abgeordnete Sichert, dass Sie nicht damit einverstanden sind, wenn zum Beispiel deutsche Rentner den Winter in Spanien verbringen und dort ihr Geld ausgeben? Doch, ich bin vollkommen der Meinung, dass der deutsche Rentner sein Geld dort ausgeben können soll, wo er es möchte und dass wir eine Freizügigkeit brauchen. Aber ich bin der Auffassung, dass der deutsche Rentner das nicht mehr kann, weil die Renten in diesem Land mickrig sind, weil viele Rentner unterhalb der Armutsgrenze sind, weil viele Rentner, wenn sie versuchen, ihre Rente aufzustocken, das gar nicht können, weil sie dann gegebenenfalls den Bauernhof, der seit vielen Generationen in Familienbesitz ist, aufgeben müssten. Wir haben viele Rentner in diesem Land, die dringend eine höhere Rente bräuchten und dafür soll das Geld ausgegeben werden. Und das Geld soll nicht direkt nach Spanien transferiert werden, damit laut in Spanien die Renten der Spanier finanziert wird. Das hat Barbara Hendricks von der SPD nicht so ganz erzeugt, glaube ich. Ihre Politik macht die Deutschen zu Lohnsklaven Europas und der Welt. Ein nachhaltiger Sozialstaat ist nicht möglich, solange die deutschen Arbeitnehmer ausgebeutet werden. 1.800 Menschen standen letzte Woche hier in Berlin Schlange für eine Zweizimmerwohnung für 550 Euro. Die Zahl der Obdachlosen ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. Deutsche Politiker müssen nicht auf eine griechische Insel fahren, um Fotos mit angeblich Bedürftigen zu machen. Denn die wirklich Armen, die wirklich Bedürftigen, die leben millionenfach mitten unter uns. Von der FDP bis zu den Linken haben Sie Platz für theatralisch heulende Migranten in weit entfernten Ländern. Aber das Elend unserer Mitbürger ist Ihnen egal. Solange Sie hier im Bundestag, ohne mit der Wimper zu zucken, die Deutschen mal eben um 133 Milliarden enteignen, ist jede Diskussion über nachhaltige Sozialpolitik Heuchelei. Griechische Politiker vertreten Interessen der Griechen, amerikanische Politiker Interessen der Amerikaner und chinesische Politiker Interessen der Chinesen. Was überall auf der Welt selbstverständlich ist, das muss auch in Deutschland gelten. Als deutsche Politiker sind wir den Deutschen verpflichtet. Und wir müssen erst die Probleme unserer armen Mitbürger lösen, bevor wir uns um die Probleme irgendwo in der Welt kümmern können. Deswegen haben wir als AfD beantragt, dass künftig bei jedem Geldtransfer aus Deutschland dargestellt werden muss, welche Erhöhung der Sozialleistungen, welche Steuersenkungen und welcher Ausbau der Infrastruktur uns in unserem Land mit diesem Geldabfluss entgeht. Wir als AfD sind die Partei der sozialen Nachhaltigkeit. Was deutsche Steuerzahler hart erarbeiten, das muss eingesetzt werden, um Wohlstand in Deutschland zu mehren. Vielen Dank. Arbeit im Wandel heißt die Debatte hier im Deutschen Bundestag. Und der nächste Redner kommt wieder von der SPD, Michael Gerdes. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte versuchen, das Niveau wieder ein bisschen anzuheben. Nachhaltigkeit ist einer dieser Begriffe, die wir als Politiker gerne zitieren, weil sie modern und zukunftsweisend klingen. Und wer sich nachhaltig verhält, tut augenscheinlich Gutes. Ohne eine genaue Vorstellung aber, was damit gemeint ist, kommt man nicht weit. Jedes Ressort muss Nachhaltigkeit für sich definieren und mit Inhalten füllen. Der Versuch, die Gesellschaft zu spalten, wie gerade wieder von der rechten Seite des Hauses, ist jedenfalls nicht nachhaltig. Für mich als Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker geht es darum, langfristig für soziale Sicherheit zu sorgen und Arbeitsplätze zu schützen. Ein soziales System, das sich auch in Krisenzeiten als robust erweist und ein Instrument wie das Kurzarbeitergeld kennt, das ist für mich soziale Nachhaltigkeit. Ein Sozialstaat, der benachteiligten Menschen nicht einfach ihrem Schicksal überlässt, sondern sie qualifiziert, ihre Erwerbsfähigkeit steigert, indem er verschiedene Bildungswege stärkt, das nenne ich soziale Nachhaltigkeit. Ein Arbeitsplatz, der nicht nur heute die Lohntüte füllt, sondern auch in naher Zukunft Geld bringt, das ist nachhaltig. Ein Job, der mir und meiner Familie ein auskömmliches Leben ermöglicht, von dem ich mir mehr als das Nötigste leisten kann, der es mir auch erlaubt, etwas zu sparen, das ist nachhaltig. Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die meine Gesundheit nicht über Gebühr belasten, ganz gleich ob psychisch oder physisch, so definiere ich Nachhaltigkeit. Eine Arbeitsmarktpolitik, die Branchen im Strukturwandel unterstützt, indem sie Angebote für Fort- und Weiterbildung macht, das ist nachhaltig. Wirtschaft und Arbeitsmarkt müssen so funktionieren, dass sie nicht nur kurzfristig Wohlstand bringen, sondern lange Zeit. Ganz konkret gehört für uns als SPD-Fraktion auch ein Lieferkettengesetz zur Nachhaltigkeit dazu. An vielen Stellen geht es Firmen nur darum, Gewinnmaximierung zu bekommen. Wir fordern von Unternehmen mehr Verantwortung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, und das überall auf der Welt. Es darf uns nicht egal sein, wenn diejenigen, die unsere T-Shirts oder Hosen nähen, schlecht bezahlt oder gesundheitlich ausgebeutet werden. Nachhaltiges Handeln bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Missstände zu beheben und nicht wegzuschauen. Es ist bedauerlich, dass im Kabinett bisher keine Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz verabschiedet wurden. Es hätte dieser parlamentarischen Woche der Nachhaltigkeit gut zu Gesicht bestanden. Die SPD ist jedenfalls bereit. Ich bin Herr Obertus Heil sehr dankbar, denn er hat ausdrücklich und eindrücklich geschildert, was wir im Fachbereich Arbeit und Soziales in dieser Legislaturperiode bereits getan haben, um unseren Sozialstaat zu stärken. Ich nenne beispielhaft das Qualifizierungschancengesetz, das Arbeit-von-Morgen-Gesetz, den sozialen Arbeitsmarkt, die Stabilisierung des Rentenniveaus und die Einführung der Grundrente, mit der wir die Lebensleistung vieler Menschen besser anerkennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sich Arbeitsorte, Arbeitsinhalte und Arbeitsformen wandeln, so bleibt es immer dabei, dass wir Arbeit als zentrales Mittel für Teilhabe betrachten. Unsere Politik ist nachhaltig, wenn wir als Gesellschaft solidarisch sind mit denen, deren Arbeit in Gefahr ist oder denen wir helfen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr oder nur wenig arbeiten können. Wir sind nachhaltig, wenn wir vorausschauend denken, den Kuchen gerecht verteilen und möglichst allen Teilhabechancen eröffnen. Das ist es, was einen guten und starken Sozialstaat ausmacht. Dafür kämpfen wir, dafür kämpft die SPD Tag für Tag. Herzlichen Dank und Glück auf! Vielen Dank, Michael Gerdes. Und die nächste Rednerin, Nicole Bauer von der FDP. Sie ist frauenpolitische Sprecherin. Und wir hatten ja vorhin schon gehört, dass natürlich auch Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt, dazu zählen natürlich auch die Mütter, die gerne nach ihren Kindern und der Kinderarbeit auch wieder auf ihren Berufsplatz zurückkehren wollen. Nicole Bauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte den Blick auf die Nachhaltigkeitsdebatte noch ein bisschen erweitern und auch auf eine moderne Arbeitswelt lenken. Das typische Vorstandsmitglied eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland ist männlich, über 50 Jahre alt und heißt Thomas. Mit Diversity hat das wirklich wenig zu tun. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, über die Vereinbarkeit von Familie und Führungsposition hat sich Thomas wohl kaum Gedanken gemacht. Hätte er aber vielleicht gerne. Und genau deshalb diskutieren wir heute über einen Wandel. Denn wir haben dringend Handlungsbedarf. Und das hat uns in den letzten Wochen auch die Initiative Stay on Board gezeigt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Initiative und das Engagement. Nehmen wir an, dass es neben Thomas auch noch Karin gibt, die gut ausgebildet ist, knapp 40 Jahre alt ist, Vorständin ist und ein Kind erwartet. Für beide Vorstände ist es aktuell nicht möglich, dass sie sich eine Auszeit nehmen. Nicht für die Geburt des eigenen Kindes, nicht für die Pflege von Angehörigen und auch nicht für die eigene schwere Erkrankheit. Thomas und Karin haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder volle Haftung bei Abwesenheit oder die Niederlegung. Ja, die Verzicht auf das Mandat. Das ist alles andere zeitgemäß. Und deshalb fordern wir, das zu ändern, meine Damen und Herren. Wir wundern uns ernsthaft über eine Monokultur in Unternehmensspitzen. Wir wundern uns über zu wenig Familienfreundlichkeit in den Unternehmen, zu wenig Frauen in Führungspositionen, insbesondere Junge. Aber das ist doch kein Wunder. Führungskräfte, egal ob Mann oder Frau, haben Familie, Kinder, pflegebedürftige Eltern und sie können auch erkranken. All das gehört zur Lebenswelt von Thomas und Karin mit dazu. Das können wir nicht ausblenden, nicht wegwischen. Hier müssen wir handeln und eine Lösung aufzeigen. Eine Auszeit für Vorstände von bis zu sechs Monaten in begründeten Fällen muss möglich sein. Die Berücksichtigung der vielfältigen Interessen, Unternehmen, Gläubigen, Aktionären, Mitarbeitern, der Gesellschaft, selbstverständlich, das berücksichtigen wir. Ich bin mir sicher, es geht. Alle werden von diesen Vorteilen am Ende profitieren. Auf der einen Seite können Menschen nämlich endlich Verantwortung im Beruf übernehmen und für Privates. Verständnis und Vorbild, das wird dabei gestärkt. Vorstandswitglieder kommen also somit einer Schlüsselrolle zu. Sie haben eine Strahlkraft für das gesamte Unternehmen hinein und für die Stakeholder. Sie leben eine moderne Unternehmens- und Führungskultur vor. Also wenn wir wirklich etwas verändern wollen, meine Damen und Herren, müssen wir hier ansetzen. Denken wir innovativ, denken wir neu. Für einen Wandel zu mehr Familienfreundlichkeit, Flexibilität und Vielfalt fangen wir hier und heute damit an. Ziehen wir für andere Unternehmensformen nach. Es ist höchste Zeit für eine moderne Gesetzgebung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Nicole Bauer. Meine Damen und Herren, das war der Aspekt, den ich angesprochen habe. Eine moderne Arbeitswelt muss familienfreundlich sein. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis in den obersten Etagen. Aber sind immer noch zu wenig Frauen, das ist Tatsache. Nächste Rednerin ist die Sprecherin für Menschenrechtspolitik der Bündnisgrünen, Margarete Bause. Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Schimmelpilzbefall, Ungeziefer, Einsturzgefahr, katastrophale Sanitäreinrichtungen, Brandschutzmängeln. Hier werden nicht etwa Zustände in irgendeinem weit entfernten Land beschrieben. So beschämend liest sich der Bericht des Sozialministeriums Nordrhein-Westfalen über die Unterkünfte für Beschäftigte bei Werkvertragsfirmen in der Fleischindustrie hierzulande. Corona legt bekannte, aber verdrängte Missstände offen. Wir haben das hier oft diskutiert. Auch hier bei uns gibt es menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Betroffen davon sind oft Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die unser Billigfleisch zerlegen, Erdbeeren pflücken, Hotelzimmer putzen oder auf dem Bauschuften. Kolleginnen und Kollegen, die Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern, egal wo sie herkommen, egal wie lang sie bleiben, egal wie ihr rechtlicher Status ist, Arbeitsausbeutung ist in einem Rechts- und Sozialstaat nicht hinnehmbar und sie ist menschenrechtlich inakzeptabel. Arbeitsmigrantinnen sind nach einer Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte vielfach Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, auch hier bei uns in Deutschland. Das Institut hat 1918 berichtet über zahlreiche Fälle schwerer Arbeitsausbeutung in Deutschland. Und diese Kritik muss uns wachrütteln, gerade weil wir global immer wieder die Einhaltung von Menschenrechten anmahnen. Wir reden heute über Arbeit im Wandel und über die UN-Nachhaltigkeitsziele. Ziel Nummer 8 verpflichtet uns, menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern. Menschenwürdige Arbeit für alle, das heißt auch für die weltweit etwa 150 Millionen Arbeitsmigrantinnen. Sie sind besonders schutzbedürftig. Um sie zu schützen, hat die UN-Generalversammlung 1990 die Wanderarbeiterkonvention verabschiedet. Bis heute sind ihr weltweit nur 55 Staaten beigetreten. Deutschland lehnt sie nach wie vor ab und auch hier ist ein Antrag von uns diesbezüglich abgelehnt worden. Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf wurde die Bundesregierung wiederholt dafür kritisiert, dass diese Konvention bei uns bisher nicht gilt. Die Konvention ist aber notwendig, wie Skandale bei Tönnies und anderen gezeigt haben. Arbeitsmigrantinnen haben einen Anspruch auf faire Arbeitsbedingungen, auf soziale Mindeststandards, auf angemessene Unterkünfte und den Schutz ihrer Gesundheit. Und mit einer Entschuldigung gegenüber Rumänien oder anderen Staaten ist es eben nicht getan. Wir müssen alles tun, um Zustände, die von Menschenrechtsorganisationen zu Recht als moderne Sklavenarbeit bezeichnet werden, mit allen Mitteln zu unterbinden. Und wir müssen alles tun, um Zwangsarbeit in der Lieferkette deutscher Unternehmen zu verhindern. Wenn es um die Arbeit der Zukunft geht, dann geht es um menschenwürdige Arbeit. Dazu brauchen wir ein wirksames Lieferkettengesetz und dazu muss die Wanderarbeiterkonvention von Deutschland ratifiziert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Margarete Bause. Margarete Bause von den Bündnis Grünen. Und in der Debatte Arbeit im Wandel hat jetzt das Wort Ingrid Palmann von der CDU CSU. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann darf ich Ihnen an dieser Stelle noch mitteilen, dass wir heute auch irgendwann den Bundestag kurz verlassen werden, um die Debatte im nordrhein-westfälischen Landtag zu verfolgen. Stichwort Rechtsextremismus in den Reihen der Polizei. Aber das werden wir Ihnen gleich nochmal erläutern. Zunächst hier Ingrid Palmann. Und ein ganz erheblicher Punkt ist dabei auch die Gleichstellung von Frauen und Männern. Dass Frauen gleiche Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Dass sie nicht von überholten Rollenbildern ausgegrenzt werden. Dass sie nicht mit dem Kopf gegen die gläserne Decke stoßen. Dass sie kein Opfer häuslicher Gewalt werden. Dass sie ohne Hürden und Nachteile im Arbeitsleben und im Rentenbezug Mutter werden können. Dass sie auch selbstbewusst kinderlos bleiben können. Dass sie einen Doktortitel, eine Professur im Physik innehaben können. Dass sie ihr Frausein eben ganz nach eigenem Gutdünken ausleben können. Und vieles, vieles mehr. Wir Frauen haben Stärken. Wir haben auch Schwächen. Jede einzelne von uns in einer einzigartigen Kombination. Und das unterscheidet uns nicht von den Männern. Wir Frauen stellen gut die Hälfte der deutschen Gesellschaft. Ohne uns ist kein Staat zu machen. Und ohne uns gibt es aber auch keine nachhaltige Entwicklung. Deswegen fordern wir eine umfassende Gleichberechtigung und Fairness. Fairness nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen. Um das zu erreichen, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz in unserer Politik. Das bietet die geplante Bundesstiftung Gleichstellung. Die sich Fragen der gerechten Partizipation von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft widmen wird. Mit der nationalen Gleichstellungsstrategie hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Regierung auch wahrzunehmen. Auch auf europäischer und globaler Ebene setzt sich die Bundesregierung entschlossen für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Das ist auch ein zentrales Thema der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Mit der Gleichstellungsstrategie eine Union der Gleichheit der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wurde dem Thema höchste Priorität eingeräumt, um in Europa und der Welt mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Uns als CDU-CSU-Fraktion liegt es aber auch besonders am Herzen, Gewalt gegen Frauen umfassend zu bekämpfen. So hat Deutschland das Europaratsübereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ratizifiert. Wir haben ein umfangreiches Investitions- und Innovationsprogramm für Frauenhäuser, Fachberatungsstellen und verschiedene Modellprojekte aufgelegt. Seit 2018 koordinieren Bund, Länder und Kommunen auf Initiative der Koalitionsfraktionen ihre Arbeit am runden Tisch gegen Gewalt an Frauen. Meine Damen und Herren, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Nun will ich als Frau natürlich nicht darauf hinaus, dass Frauen als Ding oder einfach nur als Ressource angesehen werden. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir als Gesellschaft mit einer starken, gut ausgebildeten Gruppe nicht eben, gelinde gesagt, sinnvoll umgehen. Dieses Manko müssen und wollen wir beheben. Bei den Schulabgängern haben die Frauen die besten Noten, unter den Absolventinnen Hochschulabschluss ist die Frauenquote extrem hoch. Und diese Qualität, die muss ich nun auch langsam, ich möchte eigentlich sagen, die muss ich ganz schnell auch als Quantität in den Führungsetagen von Unternehmen wiederfinden. Und wir Frauen wollen endlich mindestens genauso viel verdienen wie unsere männlichen Kollegen. Die nach wie vor bestehende strukturelle Lohnlücke zwischen Männern und Frauen müssen wir endlich schließen. Natürlich wissen wir, dass diese Lücke ihren historisch gewachsenen Ursprung, unter anderem durch auch die gezielte Wahl von Frauen auf bestimmte Berufe hat. Wie auch die traditionelle Organisation der Familienphase, die für Frauen eben oft zu Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung geführt hat und leider immer auch noch führt. Zu den ergriffenen Maßnahmen, um die Lohnlücke zu schließen, zählen unter anderem die Einführung des Entgelttransparenzgesetzes und der gesetzliche Mindestlohn. Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Wahlmöglichkeiten der Eltern wurden aber beispielsweise durch Einführung von Elterngeld, Elterngeld Plus wird momentan gerade auch noch überarbeitet, flexibler gestaltet, den Ausbau, die qualitative Verbesserung der Kindertagesbetreuung sowie die Neuregelung zur Pflege- und Familienpflegezeit verbessert. Verbesserungen erwarten wir natürlich auch vom Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. All dieses sind die Bausteine, damit insbesondere Frauen Erwerbstätigkeit und Familienzeit endlich besser vereinbaren können. Das sind wichtige und richtige Maßnahmen, und diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen. Denn wir Frauen wollen gleiche Bildungskarrierechancen, wir wollen Entgeltgleichheit, wir wollen keine Gewalt mehr erdulden, wir wollen selbstbestimmt durchs Leben gehen, wir wollen keine Fesseln, keine Hürden. Dafür kämpfen wir und das tun wir auch mit tatkräftiger Unterstützung. Vieler Kollegen, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Inge Palman war das für die CDU, CSU, der Bundestag debattiert über Arbeit im Wandel, aber es geschehen natürlich auch noch andere Dinge. Deswegen verlassen wir jetzt kurz mal den Deutschen Bundestag und werden uns einem anderen Thema widmen. Und was das genau sein wird, wird Ihnen jetzt meine Kollegin Ina Baltes verraten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch in Zeiten von Digitalisierung, Strukturwandel und Pandemie gibt es drei wesentliche Sachen, die Erwerbstätige mit ihrer Berufsarbeit verbinden. Sie wollen davon gut leben können, sie wollen für die großen Lebensrisiken abgesichert sein, sprich bei Krankheit, bei Erwerbslosigkeit und eben auch im Alter. Und es muss auch sein, dass ich mit meiner Erwerbsarbeit, dass auch die nicht bezahlte Familienarbeit und das Ehrenamt mit meiner Erwerbsarbeit kompatibel ist. Es geht nie um Beruf und Familie, das schaffen die Männer alle locker. Es geht immer um Beruf und Familienarbeit. Die wunderbare Käthe Leichter, eine Sozialwissenschaftlerin aus Österreich, hat schon vor 100 Jahren gesagt, für die Frauen ist zu Hause nur Schichtwechsel. Und wir wissen es, es ist jetzt auch mehrfach gesagt worden, es ist ja so schön, dass bei dem Thema die Frauenpolitikerinnen zu Wort kommen, Frauen haben weniger Geld, sie bekommen weniger Rente und sie haben weniger bezahlte Zeit. Und ich halte die Analyse der Frau Palman an der Stelle falsch, aber ich glaube, über den Weg sind wir uns einig, es darf bloß insgesamt alles ein bisschen schneller gehen. Wir leben heute davon, was Generationen vor uns, für uns erstritten und gestaltet haben, und zwar im Guten wie im Schlechten. Und wir sind verantwortlich für das, was wir den nächsten Generationen hinterlassen, dass wir, und darüber reden wir hier die ganze Woche, nachhaltig handeln. Und wo wir gerade überhaupt nicht nachhaltig handeln, das ist aus meiner Sicht, wenn ich mir die Situation im Einzelhandel anschaue, wenn ich sehe, wie der Versandhandel sich an der Pandemie eine goldene Nase verdient hat, und wesentliche Versandhändler meinen, sie können sich in Deutschland den ihnen passenden Tarifvertrag raussuchen, im Fall von Amazon konkret den Tarifvertrag für Spedition und Logistik und nicht den Tarifvertrag des Versandhandels. Das ist nicht richtig. Und parallel dazu bippert die Verkäuferin vom Karstadt, die sich an die normalen Tarifverträge halten, um ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt. Ich habe die Tage mit einer Betriebsrätin von Karstadt-Kaufhof telefoniert, die sagt, bei uns ist Weihnachtsstimmung, die Kunden klauen aus den Psychomatikdeckeln die Gummis, und die Frauen wissen nicht, ob sie in vier Wochen ihren Arbeitsplatz noch haben. Ja, es ist gelungen, einige Filialen zu retten, aber es gibt noch ganz viele, die bippen. Und an der Stelle, wenn es um Arbeit in Wandel geht, will ich heute auch mal an die Frauen erinnern. In der SPD freuen wir uns über die Grundrente, von der überwiegend Frauen profitieren. Und wir arbeiten weiter an einem gerechten Alterssicherungssystem. Und ich halte es für uns säglich, wenn der Herr Brinkmann sagt, das sei nicht nachhaltig. Sozial nachhaltiger geht es überhaupt nicht. Das ist unser Gesetz, und es werden viele, viele Frauen davon profitieren. Wir wollen, dass in der Pflege mehr verdient wird, in der Altenpflege bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Aber wir müssen uns da ehrlich machen. Verdi wird es mit einer Lohnforderung von 4,8 Prozent nicht richten. Wir müssen insgesamt schauen, dass wir im System mehr Geld bekommen, aus Steuern, aus Beiträgen. Von Klatschen haben wir nicht die plötzliche Geldvermehrung. Wir brauchen gute Kitas und geben dafür richtig viel Geld aus, weil wir einheitliche Lebensverhältnisse wollen. Für ein gleiches Entgelt brauchen wir ein Entgelttransparenzgesetz mit Biss. Und wir müssen auch an die Lebens- und Arbeitsbedingungen in anderen Kontinenten denken. Und darum ist das Lieferkettengesetz so wichtig. Es sind überwiegend die Frauen in den Fabriken der armen Länder. Sie schuften unter uns säglichen Arbeits- und Umweltbedingungen. Wir haben alle die Bilder im Kopf der brennenden Textilfabriken. Das Lieferkettengesetz ist ein Frauengesetz. Und wegen all dem unterstützen wir sowohl die EU-Kommissarin Dalli wie auch unsere Ministerin Franziska Giffey bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Gleichstellungsstrategien 2021 wird die Bundesregierung in New York den Bericht zur nachhaltigen Entwicklung vorstellen. Und ich hoffe, da gibt es viel über Taten zu berichten und auch einiges über Vorhaben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Leni Breymeyer. Ich danke Ihnen. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer hier im Saal und an den digitalen Endgeräten. Wir haben uns aufgeteilt in der Unionsfraktion. Der Kollege Zimmer hat unser Wertekonzept erläutert, das ich ausdrücklich teile. Und meine Kolleginnen haben über die unerledigten Dinge bei der Gleichberechtigung der Frauen gesprochen. Auch das teile ich selbstverständlich. Die Liste des Unerledigten ist leider noch lang. Ein Aspekt in dieser Debatte ist mir allerdings zu kurz gekommen. Und über den möchte ich reden. Es fehlt an Optimismus für die Arbeit im Wandel, wie unser Thema heute heißt. Natürlich müssen wir den sozialen Schutz, den neuen Bedingungen anpassen. Das ist hier vielfach gesagt worden. Und da spreche ich auch ausdrücklich nicht. Aber wir sollten das nicht in einer Art und Weise tun, dass wir den Menschen vor allen Dingen Angst vor der Transformation machen. Angst ist kein guter Ratgeber und schafft gerade keine Nachhaltigkeit. Denn, meine Damen und Herren, die neue Arbeit, die Arbeit im Wandel schafft viele Chancen. Sie entlastet eher von Routine. Sie reduziert körperliche Fehlbelastungen. Sie schafft größere Flexibilität. Die neue Arbeit verlangt höherwertige Qualifikationen. Sie verlangt mehr soziale Qualifikationen, mehr Kommunikationstalent, mehr Planung, mehr Steuerung und übrigens auch mehr Kompetenz im Team. Alles Aufgaben, die dann auch auf unsere Bildungssysteme kommen. Aber all das führt natürlich dazu, dass das unserem Land und den Beschäftigten in unserem Land entgegenkommt. Höher Qualifikationen ist eine Chance und aus meiner Sicht keine Belastung. Und insofern habe ich sehr bedauert, dass Frau Ferschel jetzt gar nicht mehr da ist nach ihrer Rede. Dann nehme ich das zurück. Das ist mir nicht bekannt. Aber sie hat jedenfalls vor allen Dingen, wenn es nicht anders geht, soll es mir recht sein, aber sie hat ihre Rede in den Mittelpunkt die Begriffe Katastrophe, Leidtragende, Zukunftsängste, unsichere Arbeitsplätze etc. genannt. Und das halte ich ehrlich gesagt für viel zu einseitig, wenn man nur auf die Gefahren darstellt. Es kommt mir so vor, als wenn Sie einem Sporttreibenden sagen, du kannst verletzt werden, du kannst übrigens auch gefoult werden, du kannst dich über anstrengen und wir nicht darüber reden, welche guten Seiten der Sport hat. Und die Arbeit im Wandel ist insgesamt eine Chance und keine Belastung für unser Land. Und dann hat hier keiner etwas zu den Äußerungen der AfD gesagt. Und deswegen will ich meine letzte Minute darauf verwenden. Ehrlich gesagt, Herr Springer, damit fangen wir mal an, das ist ja noch das kleinere Problem, dass ausgerechnet Sie die Rente kritisieren, bei der wir doch alle hier im Raum wissen, dass ausgerechnet die AfD gar kein Konzept hat, weil sie sich auf nichts einigen können. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Besonders geärgert habe ich mich mal wieder über Sie, Herr Sichert. Sie haben eine ganz besondere Milchmiedchenrechnung vorgelegt, aber das hätte ich vielleicht gar nicht erwähnt. Aber ehrlich gesagt, dass in diesem Hohen Hause jemand so offen für puren Egoismus plädiert, dafür habe ich mich ehrlich gesagt geschämt. Denn Egoismus ist gerade nicht nachhaltig, sondern kurzsichtig. Wenn jeder nur an sich selber denkt, dann geht es eben nicht allen besser, sondern allen schlechter. Das bringe ich meinen vier Kindern bei. Und das ist doch eigentlich kulturelle Selbstverständlichkeit. Herr Heilmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Ja, Entschuldigung, ich habe zu vermitteln. Ja, vielen Dank. Herr Heilmann, Sie haben gerade gesagt, dass es purer Egoismus wäre. Purer Egoismus, wenn wir als deutsche Politiker, als deutsche Regierung, als deutscher Staat, deutsches Steuergeld für deutsche Bürger ausgeben und eben nicht Hunderte Milliarden jedes Jahr an die Europäische Union und an fremde Staaten vergeben. Finden Sie das wirklich purer Egoismus oder ist das nicht eher vernünftige Politik? Nein, es ist purer Egoismus. Und ehrlich gesagt, es gibt ja auch den Beleg, dass das sehr gut gegangen ist. Wir tun das ja nicht erst seit einem Jahr, sondern seit Jahrzehnten investieren wir in Europa. Und Deutschland ist es wirtschaftlich nie so gut gegangen wie mit Europa. Und das ist doch der wesentliche Unterschied. Es ist weder theoretisch richtig noch praktisch richtig. Und wenn Sie da gerade so schäden, dann habe ich mich extrem geschämen für Ihre Äußerungen über die sozialen Probleme in der Welt. Ich bitte Sie herzlich, nutzen Sie die Möglichkeiten als Bundestagsabgeordneter, wir bezahlen Ihnen die Reise und fahren Sie mal in Flüchtlingsunterkünfte in der Welt. Ich habe das getan. Danach würden Sie sich, glaube ich, nie wieder trauen zu sagen, die größten sozialen Probleme existieren in diesem Land und nicht in Flüchtlingsheimen. Und wie Sie darauf kommen, ist mir völlig schleierhaft. Und ich würde Sie bitten, erst wenn Sie mal in Jordanien, in der Türkei oder bei den Rohingyas waren, dann wissen Sie, wovor Sie da eigentlich wirklich reden. Und das mit der Wohnungsnot in Berlin, so schlimm sie ist, und das haben wir auch denen zu verdanken. Aber das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Und es ist beschämend, dass Sie das hier so sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Thomas Heilmann. Damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkte 8a bis 8c und 8e sowie Zusatzpunkt 9. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 19 22545, 22474, 20780, 22488 und 17521 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 8d. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Arbeitnehmerrechte sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Fleischindustrie durchsetzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19 22578 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 20189 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Tagesordnungspunkt 8f. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Zeichnung und Ratifikation der UN-Wanderarbeiterkonvention für eine verantwortungsvolle und menschenwürdige Migrationspolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19 1772 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 19 19 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Und dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9n sowie Zusatzpunkt 10. Beratung mehrerer Vorlagen zu den Themen Innovation, Bildung und Digitalisierung. So, die Kolleginnen und Kollegen mögen bitte die Plätze tauschen. Was hast du denn schon angesagt? Ich habe den Titel. Ich habe den Titel angesagt und der kann mich dann nicht freuen. Okay. Reiche Frage. Vielen Dank. Und es beginnt der Kollege Dr. Thomas Sattelberger für die FDP-Fraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dann fange ich noch mal an. Aha! Es werde nicht. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen weist immer wieder darauf hin, Wohlstand hängt wesentlich ab von Befähigungen und Verwirklichungschancen des Einzelnen. Deshalb erinnere ich in dieser Nachhaltigkeitswoche an die Bildungsrepublik Deutschland, die Angela Merkel vor zwölf Jahren ausrief. Analfabetisierung bekämpfen, Frauen für MINT-Ausbildungsberufe gewinnen, Schulabbrecherzahlen halbieren. Doch bitte vergleichen Sie die Zahlen von 2008 mit denen von heute. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die kaum oder nicht lesen und schreiben können. Bei PISA zurückgefallen auf die Werte von vor 17 Jahren in Mathematik und Naturwissenschaften fast so schlecht wie beim letzten PISA-Schock. Übrigens auch bei Spitzenleistungen ähnlicher Rückgang, auch beim Lesen. Ungedeckter Betreuungsbedarf für mehr als ein Drittel der unter Dreijährigen und viel zu wenig junge Geflüchtete lernen Deutsch oder erhalten frühkindliche Bildung. Hinzu kommt, unsere digitale Bildungsrepublik erhält derzeit eine Ohrfeige nach der anderen. Citrix-Studie, Digitalreport, Bitkom-Umfrage, Deutschland ist Schlüsselicht beim digitalen Lernen, Absturz um 52 Plätze, Eltern geben den Schulen die Note mangelhaft für Homeschooling und digitalen Unterricht. Mangelhaft, Herr Meister, bitte an Frau Karliczek weitergeben. Sie verfehlt das Klassenziel. Das hat Ihnen durch die Blume am Montag sogar Ihre Kollegin Dorothee Bär zugerufen. Wir Freien Demokraten machen seit Monaten konstruktive Vorschläge für guten digitalen Unterricht, Positivlisten für Digitalplattformen, schnelle Fortbildung für Lehrer, Entbürokratisierung des Digitalpakts. Aber Frau Karliczek, statt zu handeln, statt anzupacken, da spielt sie Topfschlagen. Ihr Ministerium dekoriert bunte Schaufenster. Attrappen, es hat keine echte Wahl. Es fehlt an Produktion und Vertrieb. Das BMBF wie in einer Briefkastenfirma. So wird Deutschlands Bildung in dieser Legislatur nicht mehr zukunftsfit. Sie führen nicht, Frau Karliczek. Sie agieren nicht wie eine Ressortchefin, sondern wie eine Nachlasspflegerin. Übrigens auch bei der Agentur für Sprunginnovation, da kommt noch was Kräftiges. Und vor allem bei der Batteriezellenforschung, die von allen gerügt wird in Ibenbüren, da kommt auch noch etwas. Meine Damen und Herren, der Speck rutscht weg, Frau Karliczek. Unser Anspruch als G7-Industrienation ist eben nicht Regionalliga, sondern Champions League. Und wie kommt Deutschlands Bildung da wieder hin? Lesen Sie bitte unseren Antrag zur Bildungsrepublik 2.0, Digitalpakt 2.0, Exzellenzinitiative berufliche Bildung, Mitleif-BAföG, digitale Lehr- und Lernmittelfreiheit, Unterrichtspflicht des Staates analog wie digital, in Präsenz wie in Distanz, Förderung von Spitzenbegabung. Dies, meine Damen und Herren, das wären die Pfeiler einer Bildungsrepublik der Zukunft. Packen wir es endlich an. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort die Kollegin Sibylle Benning. Sehr geehrter Herr Präsident und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es freut mich wirklich sehr, dass wir zum ersten Mal überhaupt in einer Nachhaltigkeitswoche hier im Parlament gemeinsam diskutieren. Unser Handeln an den planetaren Grenzen der Erde und dem Ziel, eines Lebens in Würde für alle Menschen auszurichten, muss die Maxime für unser politisches Handeln sein. Die 17 SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, geben uns den Weg dafür vor. Bildung und Forschung sind dafür in besonderer Weise wichtig und nützlich. Und sie können jedes der 17 SDGs erfolgreich fördern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, neben dem Leitantrag der Koalition für die Nachhaltigkeitswoche noch einen eigenen Antrag zum Bereich Bildung, Forschung und Innovation vorzulegen. Im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bundestages befassen wir uns immer wieder mit diesen Fragen. Wie können wir Zielkonflikte zwischen einzelnen SDGs auflösen? Und wie nutzen wir die Schnittstellen gewinnbringend? Denn Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das alle Politikbereiche betrifft. Und spätestens seit der Corona-Pandemie bestimmt noch ein drittes Schlagwort die Debatte. Resilienz, also wie widerstandsfähig oder krisenfest machen wir unsere Gesellschaft. Und wie hängt das mit Nachhaltigkeit zusammen? Ich fange mal mit der Querschnittsaufgabe an. Nachhaltige Politik meint, jedes Problem und seine Lösungen von drei Seiten, nämlich von der Ökologie, der Wirtschaft und dem Sozialen, gemeinsam zu betrachten. Als Christdemokraten fordern wir, möglichst Lösungen zu finden, die diese Dimension miteinander versöhnen. Auch wenn das nicht immer möglich ist. Voraussetzung dafür ist der Wille und die Kompetenz, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und Bildung ist in allen Etappen, von der Kita bis zur Weiterbildung, die allererste Grundlage dafür. So ist es auch im SDG 4 formuliert. Eine hochwertige Bildung für alle, um eine mündige Teilnahme für alle an Gesellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen. Über Innovationen wissen wir, dass sie an den Schnittstellen von unterschiedlichen Disziplinen in Wissenschaft und verschiedene Perspektiven von Wissenschaft und Wirtschaft entstehen. Und wenn wir Fördergelder vergeben, ist dafür in der Regel die Vernetzung von wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch von unterschiedlichen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft eine Voraussetzung. Es gibt aber auch Schnittstellen, die bislang noch zu wenig genutzt werden, um nachhaltige Innovationen entstehen zu lassen. Die Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Schnittstelle wird in Forschungsprojekten bislang zu wenig systematisch gefördert. Die Digitalisierung hat viel Potenzial, eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise zu ermöglichen, wenn Nachhaltigkeit als Ziel von all jenen Innovatoren mitgedacht wird, die neue digitale Anwendungen entwickeln. Die Digitalisierung kann jedoch auch Nachhaltigkeitszielen zuwiderlaufen, etwa der Ressourceneffizienz und der Verminderung von CO2-Emissionen, wenn sie ungesteuert erfolgt. Ich meine, dass die bisher separat arbeitenden Communities von Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsforschung viel mehr zusammenarbeiten müssen. Und dafür wollen wir Fördereinreize setzen. Geeignete Förderinstrumente für nachhaltige Innovationen sehen wir auch in partizipativen Reallaboren, in den digitalen Experimentierfeldern in der Landwirtschaft, in der Anwendung von Experimentierklauseln, aber auch in der Mobilisierung von Wagniskapital für junge, innovative Unternehmen. Das wollen wir ausbauen. Und wir fordern, dass die Hightech-Strategie, die ja schon vier Missionen zur Nachhaltigkeit enthält, künftig insgesamt auf die SDGs ausbezogen werden. Dass technische und technologische Innovationen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen anlegen. Das ist im besten Sinne nachhaltige Innovationsförderung. Und in diesem Sinne fordern wir auch eine Weiterentwicklung des Rahmenprogramms Mikroelektronik, das stärker auf energieeffiziente Lösungen ausgerichtet werden soll. Die nationale Wasserstoffstrategie, für die das Zukunftspaket der Koalition 7 Milliarden Euro vorsieht, wollen wir eng mit der europäischen Ebene, insbesondere dem Green Deal, verzahnen. Geforscht muss noch werden, muss noch an einer Reihe von Fragen, wie etwa wie grüner Wasserstoff in Masse produziert werden kann, wie die geeigneten Transportwege aussehen. Denn ohne Import wird sich der Bedarf nicht decken lassen. In jedem Fall ist der grüne Wasserstoff eine nachhaltige Alternative zu fossilen Energieträgern. Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele stößt man allerdings unweigerlich auf Zielkonflikte. Ein Beispiel ist der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft. Sie ist ein berechtigtes Ziel. Wenn man allerdings global betrachtet, dass der Bedarf an Nahrungsmitteln mit der Weltbevölkerung wächst, gibt es eben schon die Frage, kann diese Form der Landwirtschaft die Ernährung der Weltbevölkerung gewährleisten? Denn der Ertrag pro Hektar ist beim ökologischen Landbau eben erheblich geringer. Diese Ziele muss man miteinander abwägen. Wir in der Union stehen für eine nachhaltige Politik, die einen solchen Ausgleich sucht. Als Gesetzgeber stehen wir permanent vor Zielkonflikten. Darum finden wir es lohnenswert, zu testen, ob wir unseren Gesetzgebungsprozess verbessern können, indem wir frühzeitig den Abgleich mit den Nachhaltigkeitszielen vornehmen. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir in unserem Leitantrag ein Nachhaltigkeitsgesetzesfolgenabschätzung an kommenden Gesetzesvorhaben ausprobieren können und dabei verschiedene Methoden einer solchen Prüfung wissenschaftlich evaluieren können. Ich verspreche mir von dieser Idee vor allem mehr Systematik und Transparenz darüber, wie wir Zielkonflikte bewerten können. Ich komme zum dritten Schlagwort Resilienz. Unsere Gesellschaft und Wirtschaft krisenfest machen, da gibt es eine Menge zu forschen, ebenso aber auch bereits vorliegende Empfehlungen umzusetzen. Resilienz bedeutet zum einen Vorsorgetreffen, zum anderen gewappnet sein, um bei eintretenden Krisenfällen gut reagieren zu können. Wir haben dafür mit dem Rahmenprogramm FONA Forschung für nachhaltige Entwicklung einen erfolgreichen Förderrahmen, und der geht dieses Jahr in die vierte Auflage. Auch die Förderung des Nationalen Aktionsplans für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung lässt sich unter dem Aspekt der Krisenfestigkeit betrachten. Denn wenn wir unser Bildungssystem so verändern, dass es Zukunftskompetenz vermittelt, sind wir alle für die Veränderung, die auf uns zukommen, gewappnet. Ich kann gar nicht aufzählen, was dafür alles bedeutsam ist, aber ein paar Beispiele kann ich dafür geben. Wenige bitte. Das Ziel muss aber die Mündigkeit für den Gebrauch und die Gestaltung digitaler Technologien sein und das Bewusstsein dafür, dass die Einsatzressourcen und Energieeffizienz sein müssen. So, ich kürze ab. Aber es ist wichtig, dass wir uns für eine solche Bildung im Sinne des SDG 4, die hochwertig, inklusiv und gleichberechtigt einsetzen. Ich sage vielen Dank. Es gibt halt viel zu sagen zu dem Thema Bildung. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch. Ich erteile das Wort der nächsten Rednerin, der Kollegin Joana Kotar für die AfD-Fraktion. Herr Präsident! Werte Kollegen! Eine Schlagzeile dieser Woche, die IT-Modernisierung des Bundes, droht zu scheitern. Es ist das Digitalisierungs-Megaprojekt der Bundesregierung. Fünf Jahre Arbeit hat sie in die IT-Konsolidierung bereits gesteckt. Über 3,4 Milliarden Euro sind eingeplant, und das Geld wird nicht reichen. Dabei sollen sowohl die Betriebssysteme als auch die Computerarbeitsplätze aller 180 Ministerien und Behörden der Bundesverwaltung modernisiert und vereinheitlicht werden. Nach über fünf Jahren haben die meisten Ämter aber noch nicht einmal mit der Vorbereitung für diese Konsolidierung begonnen. Ja, es gibt noch nicht einmal einen Fahrplan, in welcher Reihenfolge die Behörden an die neue IT-Plattform angeschlossen werden sollen. Noch schlimmer, bei 18 Behörden wurde das bereits eingeleitete Systemupdate wegen Neuorganisationen zuerst pausiert, um zu prüfen, ob eine Fortführung überhaupt noch Sinn macht. Im Ergebnis wurde das Projekt dann erst einmal gestoppt. Der Zeitplan kann nicht mehr eingehalten werden. Und die Krönung des Ganzen ist die Tatsache, dass noch nicht einmal die Frage beantwortet ist, ob die Netze des Bundes, über die der Datenverkehr dann laufen soll, in der gewünschten Zeit und Qualität überhaupt zur Verfügung stehen werden. Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, das ist die totale Bankrotterklärung. Aber immerhin eine Branche verdient prima am Rundumversagen der Regierung, die Beraterbranche. Weil der Sachverstand nicht auf der Regierungsbank zu finden ist, muss der von außen eingekauft werden. Allein das Innenministerium hat bis Ende 2019 bereits 250 Millionen Euro für Berater ausgegeben. Bis zum geplanten Projekt Ende 2025 sollen es rund 900 Millionen Euro werden. Das sind ja nur Steuergelder. Die schmeißen Sie mit Vergnügen zum Fenster heraus. Den dummen Michel kann man ja noch mehr abpressen, wenn es nötig wird. Olaf Scholz, von der wir kriegen den Hals nicht voll SPD, hat ja schon angekündigt, dass es Steuererhöhungen geben soll werden wird, wenn er denn gewählt werden wird. Wissen Sie, was das alles nicht ist, meine Damen und Herren? Nachhaltig. Es ist garantiert nicht nachhaltig, was Sie hier tun. Und das ist doch das Oberthema der Woche, meine Damen und Herren. Sie wollen den Bürgern da draußen wahrmachen, wie sehr Sie sich um die Zukunft kümmern, für wie wichtig Sie die Digitalisierung halten. Sie wollen zeigen, dass Sie das Zeichen der Zeit erkannt haben. Und dabei ist das genaue Gegenteil richtig. Sie kriegen es nicht hin, und es interessiert Sie auch nicht. Wäre das anders, dann müssten wir nicht darüber streiten, ob wir ein Digitalministerium brauchen, das alle Zügel in der Hand hält und echtes Projektmanagement betreibt. Wir hätten es längst. Würden Sie sich interessieren, dann müssten wir vom Ausschuss Digitale Agenda nicht um jede Federführung kämpfen. Wir hätten sie längst. Stattdessen stimmen Sie, werte Vertreter von der Koalition, immer gegen die Überweisung in den Ausschuss, wo die Leute setzen, sich tatsächlich mit dem Thema auskennen. Ich nehme an, weil Sie Angst vor der Opposition haben, weil alle Oppositionsparteien in diesem Ausschuss mehr drauf haben als Sie. Ihr Antrag, den Sie heute vorlegen, zentrale Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung, liest sich wieder einmal nicht wie ein Plan, sondern wie einen Brief an den Weihnachtsmann. Sie wollen unter anderem bis zum Jahr 2025 ein flächendeckendes 5G-Netz in Deutschland aufbauen. Verzeihen Sie, dass ich darüber lachen muss, aber manche Dorfbewohner wäre schon froh, wenn er nicht zur großen Eiche in der Mitte des Dorfes laufen müsste, um mit dem Handy telefonieren zu können. An Ihrer Stelle wären mir solche Plattenversprechen mittlerweile irgendwann peinlich. Aber weil wir nicht nur kritisieren, sondern auch zeigen wollen, wie es besser geht, legen wir von der AfD heute drei praktische Anträge vor, bei denen wir das Thema Digitalisierung tatsächlich nach vorne bringen wollen. Wir fordern ein Digitalministerium, um die digitalen Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln. Wir fordern den beschleunigten Einsatz von künstlicher Intelligenz für eine nachhaltige öffentliche Verwaltung. Und wir fordern die Öffnung der Echtzeit-Fahrgastinformationen des ÖPNV, um den Aufbau einer zentralen Plattform, um das vorhandene Innovationspotenzial gerade für kleinere und mittlere Unternehmen zu stärken. Deutschland kann mehr. Deutschland verdient mehr. Die Regierung liefert es nicht. Wir dagegen schon. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Frau Bundesministerin Dr. Franziska Giffey. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! In welchem Land wollen wir leben? Das ist die Frage, die verbunden ist mit der Frage der Nachhaltigkeit. Ein Land mit einer modernen Gesellschaft, das seine Potenziale voll ausschöpft und seinen Kindern die besten Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Ein Land, in dem Chancengerechtigkeit durch gute Bildung verwirklicht wird und Männer und Frauen gleichermaßen teilhaben können an Sorgearbeit in der Familie, aber auch an beruflicher Entwicklung. Gestern haben wir im Bundeskabinett die neue Elterngeldreform beschlossen. Wir wollen das Elterngeld noch partnerschaftlicher, noch flexibler, noch einfacher machen. Wir wollen damit all diejenigen stärken, die auf Partnerschaftlichkeit und Vereinbarkeit setzen. Wir wollen die Unternehmen stärken, die eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördern. Wir wollen dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleichermaßen profitieren können. Dabei geht es natürlich um eine der wesentlichen Zukunftsfragen, nicht nur die finanzielle Unterstützung von Familien, sondern es geht auch um gute Investitionen in Bildung, und zwar von der frühkindlichen Bildung bis hin zur guten Betreuung im Grundschulalter und darüber hinaus. Das ist der eine wichtige Strang, und wir investieren hier in große Masse. Wir haben mit dem Gute-Kita-Gesetz von 2019 bis 2022 über 5 Milliarden Euro Investitionen in Qualität, in Zugänglichkeit, und wir haben jetzt mit dem Konjunkturpaket noch einmal eine zusätzliche Milliarde Euro, um eben den Kita-Platzausbau zu befördern und auch in Hygienemaßnahmen, in Digitalisierung zu investieren, auch schon in der Kita. Das ist möglich, und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, gerade in Krisenzeiten auch über digitale Wege den Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten. Das zieht sich fort in der Grundschule, wo das natürlich ganz genauso wichtig ist. Und es ist hier heute schon angesprochen worden, natürlich brauchen wir eine gute Ganztagsschule, die das Mittel von Präsenzunterricht, aber auch von E-Learning zu Hause, von guter digitaler Bildung, von Schul-Cloud und allem mit umfasst. Und deswegen investieren wir zusätzlich in den Ganztagsausbau. Wir arbeiten intensiv am Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich etwas, was wir auch in diesem Jahr noch auf den Weg bringen wollen. Wir sind sehr weit gekommen, schon mit den Bundesländern. Es gibt eine sehr gute, einheitliche Sicht darauf, auch von Bundesseite. Und ich bin zuversichtlich, dass wir hier die richtigen Weichen stellen können. Der Bund hat in einem Maße, was es noch nie vorher gab, gesagt, wir investieren in den Bau dieser Plätze, aber wir sind auch bereit, uns an den Betriebskosten, an den Personalkosten zu beteiligen und zusätzliche Bundesmittel in die Digitalisierung zu stecken, auch aus dem Konjunkturpaket und für die Förderung, nicht nur der Bildung, sondern auch der Konjunktur. Und das werden wir auch umsetzen. Und ich will einen weiteren wichtigen Aspekt ansprechen. Wir reden heute über die Digitalisierung in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Für mich ist die Frage der Digitalisierung der Familienleistungen auch eine essentielle Zukunftsfrage. Wir haben gesehen, dass wir mit unserem Kids Digital, dem Kinderzuschlag Digital, in der Corona-Krise sehr, sehr schnell reagieren konnten. Und wenn wir vergleichen die Zahlen vom Anfang des Jahres, wir hatten 300.000 Kinder, die den Kinderzuschlag bekommen haben. Wir haben heute fast eine Million Kinder. Wir konnten diejenigen, die davon profitieren, die Unterstützung bekommen haben aus dem Kinderzuschlag, dem Zuschlag auf das Kindergeld, das jeden Monat gezahlt wird, verdreifachen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir den Antrag entschlackt haben, dass er digital ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche eine Erreichbarkeit da ist. Und das ist eine Leistung, die ich mir wünsche für alle anderen Familienleistungen, die wir auch machen, dass wir nämlich digital erreichbar sind für die Eltern und Hürden abbauen. Und dabei können wir auch auf die Erfahrungen mit dem Elterngeld digital zurückgreifen. Und der nächste Schritt ist etwas, das bereits in der ersten Lesung hier im Bundestag war, unser digitales Familienleistunggesetz. Wir wollen, dass, wenn ein Kind geboren wird, die Geburtsurkunde, das Elterngeld, das Kindergeld und der Kinderzuschlag in einem Antrag digital einfach und simpel beantragt werden kann, vom Sofa, von der Couch, wo auch immer von unterwegs, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das ist etwas, womit wir Eltern und Familien auch mehr Zeit geben für ihre Kinder, für das, was sie wirklich wichtig finden und brauchen, ihnen Hürden nehmen und erleichtern, dass alle, die einen Anspruch auf Leistung haben, davon auch tatsächlich profitieren können. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen Innovationen nutzen, um Menschen an den Leistungen, die das Land erbringt, teilhaben zu lassen, ihnen ihren Anspruch zu gewähren und das Land insgesamt auch voranzubringen. Das ist eine Zeit, in der wir die Weichen stellen für eine gute und nachhaltige Zukunft, für Jung und Alt, für die Engagierten, für alle, die in Deutschland leben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Dr. Petra Sitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über Nachhaltigkeit am Ende eines der heißesten Sommer, den Deutschland je erlebt hat. In Spitzbergen gab es im Juni die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und an der amerikanischen Westküste haben die historisch größten Waldbrände bislang eine Fläche von der Größe Mecklenburg-Vorpommerns verwüstet. Das ist das aufgeheizte Umfeld, in dem wir heute über nahezu alle Politikfelder Nachhaltigkeit diskutieren. Diese Debatte schulden wir insbesondere den jungen Menschen, die weltweit zu den Fridays-for-Future-Protesten auf die Straße gegangen sind und wieder gehen. Aber noch mehr schulden wir ihnen das Handeln. Die Corona-Krise hat die Klimakrise teilweise aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt. Aber es ist klar, beide haben miteinander zu tun. Das heißt also auch, die Konjunkturpakete im Zuge der Corona-Krise sollten wir dazu nutzen, endlich eine umfassende Strategie zur Nachhaltigkeit anzupacken. Und Corona hat auch gezeigt – den Zweiflern will ich das hier mit auf den Weg geben – wie wichtig und sinnvoll staatliches Handeln im Interesse von Gemeinwohl sein kann, bei der Bildungs- und Forschungsförderung, bei der Stützung des Wirtschaftslebens und der Innovationsentwicklung, bei der Koordination zwischen Regionen, Ländern oder eben auch international. Strategisch angelegte staatliche Impulse sollen Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig, umweltverträglich und sozial gestalten. Dazu bedarf es politischen Willens, den die Regierung bei der Umsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie seit vielen Jahren vermissen lässt. Und na klar, hier reden alle über Innovationen, gar kein Zweifel. Selbstverständlich bedarf es Innovationen und Investitionen. Aber aus unserer Sicht, insbesondere in jene Bereiche, die Gesellschaft und Demokratie tatsächlich grundieren – Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kunst, Kultur, Gesundheit, Pflege und öffentliche Infrastrukturen – Sie merken – hoffe ich jedenfalls – wir wollen Nachhaltigkeit weiterfassen. Es geht um nicht weniger als einen gesellschaftlichen Umbau für Lebensperspektiven. Wenn wir nachfolgenden Generationen tatsächlich gerechtere Chancen, wie Frau Giffey gerade angekündigt hat bzw. versprochen hat, gerechtere Chancen bieten wollen und Wissen für morgen vermitteln wollen, dann brauchen wir vor allem Bildung, Bildung, Bildung. Von der frühkindlichen bis zum lebenslangen Lernen. Lust auf Lernen bewahren und Lernen nicht verlernen. Darum soll es gehen. So gesehen hat die Koalition aus unserer Sicht noch sehr viel zu tun. Forschung zu Nachhaltigkeit oder für Forschung zu Nachhaltigkeit bedarf es wissenschaftlicher Entscheidungsfreiheiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung lässt sich nur garantieren, wenn am Ende die Einrichtungen auch grundständig öffentlich finanziert werden. Nicht wenige der Einrichtungen sind aber nur noch zu 50 Prozent ausfinanziert. Dadurch sind sie permanent in irgendwelchen Rennen nach Zusatzfinanzierungen, ob aus öffentlichen Programmen, ob aus der Wirtschaft oder von Sponsoren jeglicher Couleur. Sie wissen es alle, das hat bisweilen sehr fragwürdige Abhängigkeiten hervorgebracht. Öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen gesellschaftlichen Zielen und Zwecken dienen. Punkt. Meine Damen und Herren, den Klimawandel zu bekämpfen und die Gesellschaft auf Nachhaltigkeit auszurichten, wird natürlich ohne Innovation nicht gehen. Das ist völlig klar. Aber Innovation lösen ja nicht automatisch alle Probleme. Vor allem nicht, wenn sie ungebrochen ihrer Wachstumsphilosophie untergeordnet werden. Jede Innovation, jede Technologie bringt doch auch neue Probleme hervor. Nachhaltigkeitsprobleme lassen sich eben nicht nur technisch-technologisch lösen. Das ist viel zu kurz gesprungen. Und nochmal, meine Damen und Herren, es geht um eine gesellschaftliche Transformation, also auch um gesellschaftliche, um soziale Innovation, um Dinge, die uns alle angehen, die uns jeden Tag begegnen. Und infolgedessen kann, wie schon angesprochen, Digitalisierung natürlich nicht die Lösung für alles sein. Das ist klar. Auch Digitalisierung ist ein Mittel, das unser Handeln im Guten wie im Schlechten beeinflussen kann. In vielen Bereichen aber hilft Digitalisierung durchaus, Nachhaltigkeit herzustellen, weil sie es eben beispielsweise ermöglicht, Ressourcen gezielter und damit sparsamer einzusetzen. Beispielsweise in der Landwirtschaft oder eben auch bei dem Management stabiler Stromnetze. Aber sie bringt eben auch Probleme hervor. Man denke an die Ressourcenverschwendung durch Wegwerf-Hardware oder den riesigen Energieverbrauch von Bitcoin. Insofern muss ich schon mal sagen, an die Adresse der FDP, jetzt gucke ich Herrn Brandenburg an, muss sein, wissen Sie, dass sie ausgerechnet unter der Überschrift Nachhaltigkeit wieder einen Antrag zu Blockchain-Lösungen vorlegen und dann eben hier auch völlig ignorieren, dass gerade in diesem Bereich erhebliche Energiemengen verheizt werden. Und was soll bitte daran nachhaltig sein? Und an die Adressen der Bündnisgrün will ich anmerken, ja, Ihr Antrag enthält viele gute Ideen, denen wir auf jeden Fall zustimmen werden. Aber eins will ich noch mal sagen, gesellschaftliche Probleme sollten wir nicht über schlechtige Wissen lösen. Sie können es nicht auf eine individuelle Ebene einfach schützen. Erst recht nicht, wenn dadurch eben auch Menschen mit niedrigeren Einkommen benachteiligt werden oder noch zusätzlich benachteiligt werden. Insofern, es stimmt, ja, wir müssen den Konsum ändern, aber noch mehr müssen wir die Art, wie wir produzieren, ändern. Fazit. Nur wenn wir Bildung, Innovation und Digitalisierung auch selbst nachhaltig gestalten, können Sie am Ende tatsächlich Ihr Potenzial für mehr Nachhaltigkeit entfalten. Danke. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Anna Christmann, Bündnis 90 Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hört auf die Wissenschaft! Das war der Slogan der vielen jungen Menschen, die letztes Jahr überall auf der Welt auf der Straße waren. Hören wir also auf die Wissenschaft und lasst uns mit klugen Ideen das Klima retten. Und was wir heute hier hören, klingt ja alles sehr nachhaltig, aber was die Bundesregierung den Scientists for Futures, wie sie sich ja auch nennen, Teile dieser Bewegung, konkret zu bieten hat, das ist bisher doch äußerst übersichtlich und vor allen Dingen weiß sie ist, im Grunde selber nicht. Denn schon zweimal haben wir als Grüne nachgefragt beim Forschungsministerium, wie viel Geld denn eigentlich in klimaneutrale Technologien fließt, zum Beispiel in der Hightech-Strategie, wissen Sie nicht so genau, im aktuellen Konjunkturpaket, das ja einen besonderen Fokus auf Klimatechnologien haben soll. Das befindet sich noch in Klärung. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Und die Bundesregierung weiß noch nicht einmal, was sie tut. Eine erste Priorität für Klimaschutz sieht anders aus, liebe Bundesregierung. Was wäre stattdessen nötig? Wir fordern in unserem heutigen Antrag aus dem Labor in die Praxis eine konsequente Ausrichtung der Innovationsförderung auf die globalen Nachhaltigkeitsziele, ob Hightech-Strategie oder Agentur für Sprunginnovation. Wir müssen konsequent klimaneutrale Technologien fördern und nicht Absichtserklärungen in Hochglanzbroschüren aufschreiben. Für einen zukunftsfähigen Mobilitätsstandort bräuchten wir zum Beispiel steigende Investitionen in E-Mobilität und in die Forschung dazu. Fakt ist, im Bundesministerium sinken die Ausgaben für Forschung in E-Mobilität. Das ist nicht die Zukunft für unseren Mobilitätsstandort. Und da, wo Sie Geld ausgeben, tun Sie das ja bekanntermaßen intransparent und unfair, wie im Falle der Batterieforschungsfabrik. Dort, wo es darum geht, wo die Batterien der Zukunft hergestellt werden, da schlampt Ihr Ministerium und kriegt auch vom Bundesrechnungshof bescheinigt, dass Sie da ein Chaos im Ministerium veranstaltet haben. Während also bei Tesla bald die ersten Batterien vom Band laufen, sind Sie mit Aufräumarbeiten im Ministerium beschäftigt. Das ist fatal. Und wir bräuchten ja ein starkes Forschungsministerium, weil die Herausforderungen so groß sind. Denn wir brauchen eben genau diese klugen Ideen fürs Klima drängender denn je. Und natürlich ist auch die Digitalisierung dafür eine wichtige Chance, die wir nutzen müssen. Sie ist aber natürlich gleichzeitig auch Stromfresser. Es geht also darum, sie aktiv nachhaltig zu gestalten. Auch das schlagen wir heute noch mal vor. Und ich möchte da abschließend nur noch ein Beispiel nennen, weil gerade zum Online-Streaming ein Gutachten des Umweltbundesamtes erschienen ist. Man kann zum Beispiel viel Strom sparen, wenn man zu Hause mit dem Glasfaseranschluss Netflix guckt und nicht mobil. Das kostet 50-mal mehr Strom. Daraus sollten wir doch die Ideen der Zukunft machen. Öko-Streaming-Angebote, das wären schöne Ideen wie für Gründungen auf der Grundlage von neuen Forschungserkenntnissen. Dafür brauchen wir mehr, also mehr Investitionen in Forschung, Digitalisierung und Transformation. Dafür machen wir heute Vorschläge. Und ich hoffe auf mehr Aktivitäten in diesem Bereich von der Bundesregierung. Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Krise, Klimawandel, Migrationsbewegung und auch Digitalisierung machen deutlich, unser Alltagsleben ist immer stärker verwundbar, wenn es um die Auswirkung von globalen Veränderungen geht. Mit gravierenden Veränderungen und Folgen für die Menschen, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Wir haben jetzt die Chance, durch Zukunftsgestaltung über die reine Krisenbewältigung hinaus zu gehen. Bildung und Forschung spielen dabei eine Schlüsselrolle. Auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunftsgestaltung orientieren wir uns an den 17 Nachhaltigkeitszielen. Aus diesem Grund haben wir bereits das Corona-Konjunkturpaket um ein ambitioniertes Zukunftspaket ergänzt. Es soll Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaft erneuern, und zwar strukturell und weit über einen konjunkturellen Impuls hinausgehen. Liebe Frau Kollegin Sitte, bei Ihrer Rede habe ich mich erinnert, als ich im Frühjahr 1990 Görlitz besucht habe. Ich habe dort einen Himmel gesehen, der war schwarz-dunkel von Braunkohle-Wolken. Das war das Ergebnis von nachhaltiger Politik, die Sie zu verantworten haben. Wenn wir heute nach Görlitz fahren, ist der Himmel blau. Das ist nachhaltige Politik, die wir als Regierung zu verantworten haben. Wir investieren 60 Milliarden Euro in die Förderung von Bildung, Forschung und Zukunftstechnologien. Frau Christmann, überhören Sie es bitte nicht. 60 Milliarden Euro. Und damit werden die Nachhaltigkeitsziele in hochwertiger Bildung, in Infrastrukturen und Innovationen unterstützt. Lieber Kollege Sattelberger, Sie haben kritisiert, dass meine Ministerin nicht hier ist. Das Thema Nachhaltigkeit hat eine europäische Dimension. Gestern und heute tagen die Bildungsminister Europas in Osnabrück im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Und meine Ministerin trägt im Rahmen der Bildungspolitik Nachhaltigkeit nicht nur in Deutschland, sondern in Europa vor. Und das sollten Sie begrüßen und nicht kritisieren an dieser Stelle. Frau Kollegin Giffey hat es vorhin angesprochen, wir haben die Nachhaltigkeitsziele im Blick, wenn wir 10 Milliarden Euro in den Bildungsbereich investieren. Das ist einmal der Bereich Digitalisierung und andererseits sind es die Ganztagsangebote, die wir dort vortragen. Und lieber Herr Sattelberger, ich sehe den Arnold Farz. Und der Arnold Farz, sein Bundesland Sachsen, hat 105 Millionen Euro aus dem Digitalpakt gebunden. Wenn man das hochrechnet, heißt das, die Hälfte der in fünf Jahren zur Verfügung stehenden Mittel. Das heißt, es kann nicht an Bürokratie im Bund liegen, wenn Sachsen schafft, innerhalb des ersten Jahres die Hälfte der Mittel abzurufen. Da muss es andere Gründe haben. Und deshalb machen Sie hier nicht Scheingefächte, sondern wenden Sie sich mal der realen Welt zu an dieser Stelle. Wir haben nachhaltige Erneuerung im Blick, wenn wir 9 Milliarden Euro in die Strukturen für grüne Wasserstoffwirtschaft investieren. Mit nahezu 8 Milliarden Euro gehen wir in die Quantentechnologie und in die künstliche Intelligenz. Und damit stellen wir sicher, dass das Innovationsland Deutschland auch langfristig technologisch souverän, widerstandsfähig und wettbewerbsfähig bleibt. Und liebe Frau Koda, Sie haben hier vorgetragen eben, wie arm Deutschland dran ist mit dieser Regierung. Wenn Sie mal den weltweiten Vergleich ziehen, es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, was in der Gesundheit so gut durch die Corona-Krise gekommen ist bis jetzt wie diese Bundesrepublik Deutschland, trotz dieser armseligen Regierung, von der Sie reden. Und es gibt kaum ein Land, was wirtschaftspolitisch so stark durch diese Krise gekommen ist wie wir. Und Sie nennen sich Alternative. Und außer Kritik haben Sie nichts vorgetragen. Sie haben keine Alternative. Für die Zukunft wollen wir Nachhaltigkeit als handlungsleitendes Querschnittsthema der Bildungs- und Forschungspolitik verankern. Besonders wichtig ist uns dabei der Transfer von der Forschung in die Praxis. Und Wissenschaft muss auch bei den Menschen ankommen. Und Frau Benning, Sie haben zu Recht angesprochen FONA. Wir machen jetzt seit 15 Jahren Forschung für die Nachhaltigkeit. Und wir werden jetzt FONA 4 die neue Strategie vorlegen. Wir werden die Mittel dafür verdoppeln auf 4 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren, um dafür zu sorgen, dass wir Zukunft aktiv gestalten, wissen, wie Zukunft geht. Das ist das Motto der neuen FONA-Strategie. Damit treten wir an, um Impulse für eine krisenfeste, nachhaltige Zukunft ökonomisch, ökologisch und sozial zu setzen. Und deshalb will ich zum Abschluss einfach sagen, liebe Frau Sittel, wenn wir über Innovation sprechen, ja, dann geht es um Technik. Aber es geht auch um soziale Innovation in der Gesellschaft. Das ist für uns ein gleichberechtigter Ansatz. Und ich glaube, diese Bundesregierung und diese Koalition sind an der Stelle auf dem richtigen Weg. Sie würden gut daran tun, wenn Sie etwas Tatkräftiger unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Für die Fraktion der AfD hat als Nächstes das Wort der Kollege Dr. Marc Jongen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, unter dem Motto Nachhaltigkeit über Digitalisierung zu sprechen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie oder Paradoxie. Denn die Digitalisierung, immer stärker auch in Form der künstlichen Intelligenz oder KI, ist wohl der Treiber der beispiellosen Beschleunigung unserer Zeit, der Innovationszyklen der Finanzmärkte, des gesellschaftlichen wie beruflichen Lebens. Wie ist daran der Begriff der Nachhaltigkeit, der ja aus der Forstwirtschaft stammt, und sich an der Wachstumsgeschwindigkeit der Bäume orientiert, sinnvoll anzulegen? Es bleibt das Geheimnis der Erfinder dieser Nachhaltigkeitswoche. Für uns ist eines klar. Wir befinden uns als Deutschland und Europa in Sachen Digitalisierung in einem gnadenlosen Wettbewerb mit China und den USA. Es gibt zwar noch hohe akademische KI-Kompetenz in Deutschland, aber der KI-Monitor der deutschen Wirtschaft hat gezeigt, die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist seit 2018 zurückgegangen. Und vor allem, wir haben von SAP vielleicht abgesehen, hierzulande kein Software- oder gar Hardware-Unternehmen von Weltrang. Deutschland gerät immer tiefer in Abhängigkeiten. Die digitale Souveränität des Staates ist in weiter Ferne. Diesen Trend müssen wir dringend umkehren, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will im Rahmen ihrer KI-Strategie 3 Milliarden Euro bis 2025 investieren. Werte Kollegen, allein die Stadt Shanghai investiert 15 Milliarden Euro in KI-Projekte. Die USA bewegen ähnlich hohe Summen. Wir sprechen hier von einer technologischen Revolution, die alle Wirtschaftsbranchen erfassen wird. Das Bildungssystem, die Forschung, die gesamte Gesellschaft inklusive der Politik. Millionen Arbeitsplätze werden wegfallen. Neue müssen in dieser Zahl erst einmal geschaffen werden. Und auch wenn das konservativen Gemütern nicht gefällt, die sich lieber an den Rhythmen des Baumwachstums orientieren würden, ich schließe mich da selbst durchaus ein, wer diesen Wettlauf verliert, der tritt als entwickelte Industrienation von der Weltbühne ab und infolgedessen auch aus der Geschichte aus. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Im Rahmen der nationalen Kraftanstrengung in Sachen künstliche Intelligenz, die deutlich verstärkt werden muss, beantragt die AfD-Fraktion einen zentralen KI-Campus als international sichtbares Leuchtturmprojekt zu errichten. Nicht um die bestehenden Forschungseinrichtungen zu ersetzen, sondern als deren zentraler Koordinierungspunkt. Experten wie der renommierte KI-Forscher Jürgen Schmidbauer vertreten die Ansicht, dass nur in dieser räumlichen Bündelung die für die Spitzenforschung notwendigen Synergieeffekte der unterschiedlichen Disziplinen und Köpfe zustande kommen. 100 KI-Professuren wollte die Bundesregierung schaffen. Bis heute konnte nur ein Bruchteil davon besetzt werden. Vielleicht überlegen Sie sich mal, dass es für internationale Spitzenforscher attraktiv sein könnte, dass auch deutsche Spitzenforscher nur dann aus dem Ausland zurückkehren, wenn Sie an einem deutschen MIT Beschäftigung fänden. Das könnte zum Beispiel eine Erweiterung des KIT in Karlsruhe sein. Es könnte im Raum Stuttgart oder auch in München oder in Dresden stehen. Überall, wo bereits geeignete universitäre Strukturen und eine wirtschaftliche Technologieregion vorhanden sind. Wir haben, letzter Satz, in der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages jetzt die letzten zwei Jahre genug Worte über diskriminierungsfreie Algorithmen gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Dr. Karampa Diaby. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es sollte selbstverständlich sein, dass es einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung für Mädchen und Jungen überall auf der Welt gibt. Doch das ist leider nicht so. Noch so oft hängt der Zugang zur Bildung von der sozialen Herkunft der Kinder ab. Es ist also kein Wunder, dass dem vierten UN-Nachhaltigkeitsziel Bildung die weiteren Nachhaltigkeitsziele wie keine Armut, kein Hunger und gute Gesundheit vorangestellt worden sind. Das sollten wir bei unserem heutigen Thema nicht vergessen. Gleichzeitig gilt, weder in Kassel noch in Casamance dürfen wir Kinder zurücklassen. Das können wir uns einfach nicht leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt braucht mehr denn je die heutige Generation und die kommenden Generationen, die mit ihrer Umwelt und ihrem Umfeld verantwortungsvoll umgehen. Wir alle müssen verstehen, dass die Maximierung von Gewinn und Nutzen häufig im Widerspruch zu Umwelt- und zu Menschenrechten steht. Wir müssen daher Strukturen aufbauen, die ein nachhaltiges Leben, einen Einklang mit der Natur und der Zivilgesellschaft ermöglichen. Dazu müssen wir aus meiner Sicht drei Ziele klar verfolgen. Erstens. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss auch in den Lehrplänen stärker berücksichtigt werden. Zweitens. In der Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften müssen wir Bildung für nachhaltige Entwicklung verankern. Und drittens. Wir müssen Strukturen und Netzwerke stärken, die nachhaltige Entwicklung befördern, wie zum Beispiel die Stiftung des Haus der kleinen Forscher, das genau in diesem Bereich bereits Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte anbietet. Schon in der Kita sollen die Kinder forschen, wie unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, nachhaltiger gestaltet werden könnte. Sie sollen befähigt werden, kreative Lösungen zu finden oder kurzum verantwortungsvoll handeln. Grundlage dafür ist auch eine frühe Bildung. Das bedeutet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Damit werden wissenschaftliche Zusammenhänge rechtzeitig erklärt und Begeisterungen für das Forschen bei den Kindern geweckt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist, wir haben keinen Planeten B. Klimaschutz, grüner Wasserstoff, Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Themen, die nicht nur einige wenige, sondern ganze Bewegungen und viele junge Menschen interessieren. Deshalb nehmen wir sie ernst und stehen wir und stärken wir für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Diaby. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Mario Brandenburg. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Petra Sitte, ich habe nur drei Minuten, aber ein paar Sekunden muss ich opfern. Es ist mitnichten so, dass jede Blockchain Energie verbraucht. Das hängt mit dem Konsensusmechanismus zusammen. Aber das sollten Sie als Mitglied im Beirat Blockchain eigentlich wissen. Ich muss jetzt aber anfangen, weil wir anfangen müssen. So, mir geht es um das SDG Nummer 9, nachhaltige Innovation. Und was passt da besser, als die Biotechnologie anzusprechen und unseren Antrag von der Bioinnovation zum Produkt. Denn während in diesem Haus, und es kam ja bei den Vorrednern raus, das Internet jetzt so langsam akzeptiert ist und mutige Pioniere sogar über Digitalisierung sprechen, hat sich die Welt um uns herum trotzdem weiterentwickelt. Und wir dürfen nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Wir haben schon den Beginn in die digitale Transformation verschlafen. Lassen Sie uns nicht den Beginn in die biotechnologische Transformation erneut verschlafen. Und ich will auch erklären, um was es mir geht. Während bei der Digitalisierung die Innovation eher virtualisiert wurde, quasi ins Cyberspace verlagert, ist die Biotechnologisierung die Umkehrbewegung. Denn die Wissen, die wir durch Muster und Sonstiges erlangt haben, schaffen es letzten Endes jetzt wieder zurück in die Natur, in die Biologie. Denn durch die sogenannte Genschere, CRISPR-Cas, und die synthetische Biologie als Ganzes gibt es uns die Möglichkeit, Pflanzen zu erschaffen, die beispielsweise pilzresistent sind, dürreresistent sind, in verschiedenen Regionen der Welt Nahrungsmittel produzieren können. Es geht aber weiter über biobasierte Kraftstoffe, personalisierte Medizin und letztendlich hin bis zu einem Impfstoff, beispielsweise für das Coronavirus, auf das wir eben alle warten. Und selbst die ach so disruptive Informationstechnologie wird disruptiert durch DNA-Data-Storage. Es ist Forschern gelungen, eine Streaming-Serie in DNA zu speichern. Und man vermutet, dass in einem Gramm DNA unglaubliche 200 Millionen Terabyte Daten gespeichert werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alles basierend auf den Grundsätzen der Natur. Lassen Sie uns diese Chancen nicht entgehen. Und so unglaublich chancenreich, wie sich dieses Thema anhört, so unglaublich begrenzt sind die Chancen leider manchmal in diesem Land. Denn durch zu starre Regulation ist es oft Produkten und Innovationen nicht möglich, in den Markt vorzudringen. Und eine Forscherin brachte es in einem Gespräch schön auf den Punkt, denn sie sagte, warum soll ich denn hier an was forschen, was ich sowieso nie probieren darf, dann bin ich halt ins Ausland. Und es ist eben nicht nur diese Seite, nein, es ist auch die Kapitalseite, die ich noch ansprechen muss. Der Blick über den großen Teich, und ja, mir ist bewusst, USA hat ein fünfmal so großes Bruttoinlandsprodukt. Trotzdem ist das keine Erklärung, warum der Kapitalmarkt für Biotech-Unternehmen um ein 39-faches größer ist als hier im Land. Und so musste sogar eine gut finanzierte Firma wie die CureVac mit Dietmar Hopp im Rücken ihren Börsengang letztendlich in den USA antreten. Und Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Bundesregierung, wenn wir nicht in zehn Jahren hier sitzen wollen und den Chancen der Biotechnologie hinterherweinen, dann nehmen Sie unseren Antrag ernst. Sie können auch ablehnen, hauptsächlich machen, was drinsteht. Dann klappt es auch mit dem SDG 9. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Beate Walter-Rosenheimer für Bündnis 90 Grüne. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Ministerin, Die Menschen auf der Welt wollen keine halben Sachen oder leeren Versprechungen. Sie fordern einen Veränderungsprozess, der fair und nachhaltig ist. Das ist ein Zitat von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, formuliert anlässlich der UN-Weltkonferenz vor ziemlich genau einem Jahr. Das sind Worte, die im Kern ausdrücken, was immer mehr Menschen bewegt und was vor allem junge Menschen immer vehementer zum Ausdruck bringen. Fridays for Future zum Beispiel kämpft mit vielfältigen Protesten für ein Umdenken von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft beim Umgang mit dem Klimawandel. Sie fordern die Umsetzung einer nachhaltigen Politik. Gerade haben wir in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen gesehen, wie viele junge Menschen sich beteiligen und wie wichtig ihnen die Unterstützung einer Partei ist, die sich für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit einsetzt. Und auch Sie als Bundesregierung sollten endlich mehr Gewicht auf das politische Engagement dieser jungen Menschen legen. Stärkung und Mobilisierung der Jugend, das ist schließlich auch eines der fünf Handlungsfelder, die die UNESCO-Generalkonferenz für wichtig hält. Wir haben unseren Antrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit engagierten jungen Menschen entwickelt, miteinander reden statt übereinander. Für eine gute Zukunft brauchen wir vor allem Bildung, die besser, sozial gerechter und nachhaltiger ist. Da wurde viel verschlafen, da ist viel Luft nach oben. Wenn wir uns anschauen, wie wenig Gewicht jetzt in der Krise lange Zeit auf Bildung, Kinder, Jugendliche gelegt wurde, muss ich leider sagen, das ist ein Armutszeugnis. Bildung und Engagement gehören zusammen. Es ist wichtig, dass alle Menschen sich einbringen können. Bildung nachhaltiger zu machen, das haben sich auch fast alle Staaten der Welt als Ziel gesetzt, weil auch im Jahr 2020 Bildung noch nicht gerecht und noch lange nicht nachhaltig ist. Guten Willen zeigen, und das ist jetzt wieder an die Bundesregierung gerichtet, genügt da allein nicht. Deshalb fordern wir, den nationalen Aktionsplan endlich zügig umzusetzen. Wir fordern in unserem Antrag unter anderem, Kitas, Schulen und auch andere Lernhorte demokratischer zu machen, die Gedanken von Nachhaltigkeit in den Unterricht zu bringen, sodass es auch Spaß und Freude macht, und die Beteiligungsrechte unserer Kinder und Jugendlichen zu stärken und das Wahlalter endlich zu senken. Nur mit mehr Engagement und auch mehr Mut schaffen wir den überfälligen Wandel, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit den jungen, engagierten Menschen etwas zu schaffen. Die warten alle längst auf ein überfälliges Signal der Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erforschen Mars und Mond und Venus, aber wir haben nur einen Planeten, auf dem wir bis jetzt leben können, unsere Erde. Bitte schützen wir sie. Vielen Dank, Frau Kollegin Walter-Rosenheimer. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Tankred Schipanski. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn der Rede der Sibylle Benning mal ganz herzlich danken. Sie hat nämlich in der AG Bildung und Forschung seit Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben. Sie hat diese Nachhaltigkeitswoche ganz aktiv mit vorbereitet. Die Kollegen immer ein bisschen genervt damit an passenden und unpassenden Stellen. Und ich freue mich, liebe Sibylle, dass wir heute hier gemeinsam dein großes Thema diskutieren. Ganz lieben Dank! Herr Staatssekretär Meister hat in einer sehr engagierten Rede für die Bundesregierung bereits alle Irrtümer und Fehlinterpretationen der Opposition abgeräumt, sodass ich das gar nicht mehr machen muss. Und ich möchte mich daher einfach auf den digitalen Part des Koalitionsantrags beziehen. In der Tat ein kleiner digitaler Part. Und ja, man hätte das natürlich auch breiter darstellen können. Aber wir wollen mit diesem Antrag Bewusstsein wecken, auf Aktivitäten hinweisen, zukünftige Maßnahmen skizzieren. Und wer sich mit der gesamten Dimension von Digitalisierung und Nachhaltigkeit befassen möchte, dem empfehle ich die Stellungnahme Unsere gemeinsame digitale Zukunft vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen aus dem März 2019. Dort können Sie jedweden Aspekt von Bewahrung und Schöpfung im digitalen Zeitalter in wissenschaftlich anspruchsvoller Sprache und Methodik nacharbeiten. Diese Debatte und auch dieser Antrag dient mehr der Veranschauligung, des Runterbrechens. Von daher finde ich die Aktion der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ganz spannend, wo unsere Kollegen innerhalb von einer Minute mal darstellen sollten. Wir haben das in sozialen Netzwerken veröffentlicht, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Und der Hauptbegriff war dort immer gewesen Ressourceneffizienz. Und genau dort helfen uns digitale Technologien und insbesondere eben auch das schon angesprochene Themenfeld künstliche Intelligenz, ob bei Energieeffizienz, Mobilität, bei der Gesundheitsversorgung oder bei einer ressourceneffizienten Land- und Ernährungswirtschaft oder bei der Produktion im Bereich der Prozessoptimierung. Überall helfen digitale Technologien oftmals mit dem Begriff Smart gekennzeichnet, ob Smart City, Smart Grid, Smart Phone. Das sind alles Helfer in unserem Alltag, die unseren Verbrauch ressourceneffizient und auch somit nachhaltig machen. Und ich will Ihnen ein Beispiel aufzeigen aus dem Rahmenprogramm Mikroelektronik des Bundesforschungsministeriums, wie nämlich dort ganz konkret Nachhaltigkeit geleistet wird. An meiner Heimatuniversität der TU Ilmenau fördert der Bund aus diesem Rahmenprogramm seit 2019 ein Forschungslabor für Mikroelektronik. Und der Forschungsschwerpunkt ist dort die sogenannte Neuromorphe-Elektronik. Das ist eine von der Biologie inspirierte Elektronik. Sie wissen, der wachsende Datendurchsatz im Internet, Cloud-Computing, Nutzung von Smartphones und so weiter gehören zur Informationsgesellschaft dazu. Und eine Studie beziffert den Leistungsbedarf für den Betrieb des Internets allein im Jahr 2015 auf 228 Gigawatt, äquivalent zur Leistung von 228 Kernkraftwerken. Die Nutzung des Internets wird also täglich mehr, somit auch der Energiebedarf. Und was machen die Forscher an der TU Ilmenau? Sie vergleichen, wie denn die Informationsverarbeitung und Speicherung beim Menschen erfolgt. Und stellen natürlich fest, dass wir viel weniger Energie brauchen als diese Maschinen und das Internet. Und noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir klüger als diese Maschinen und das Internet. Und die Idee der Forscher ist, diese menschlichen, also neurobiologischen Informationsverarbeitungssysteme in die Elektronik zu übertragen. Wir sprechen dabei von energetisch hocheffizienten mikroelektronischen Schaltungen für selbstadaptierende, also diese neuromorphen Systeme. Und diese Forschung ist eben gelebte Nachhaltigkeitsforschung für unsere digitale Gesellschaft, weil die Ergebnisse dazu führen werden, dass wir eben wesentlich weniger Energie benötigen, Energie einsparen, weil wir natürlich auch zukünftig Energie für diese Digitalisierung brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass Ralf Brinkhaus gerade auch reingekommen ist. Ich will nämlich an etwas anknüpfen, was er in der Nachhaltigkeitsgeneraldebatte gesagt hat. Wir werden unsere Nachhaltigkeitsziele nur durch technische Innovation erreichen können. Und dafür ist eine Technikfreundlichkeit und ein Technikverständnis elementar. Ansonsten werden wir auch nicht innovativ sein. Und das macht unser Antrag, zu dem ich Sie herzlich einladen möchte, zuzustimmen, sehr deutlich. Er macht auch noch mal ganz deutlich, dass wir das eben anders sehen als die Opposition. Nachhaltigkeit ist eng mit einer guten MINT-Bildung, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technikbildung verbunden, über die gesamte Bildungskette. Da müssen wir auch noch besser werden. Für uns steht aber fest, ohne Innovation erreichen wir die Nachhaltigkeitsziele nicht. Daher ist jede Zukunftsinvestition in Bildung und Forschung und Digitalisierung eine notwendige Investition für Innovation und zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele. Daran werde ich Sie auch in den Haushaltsberatungen erinnern, die in Kürze anstehen. Denn da können Sie zeigen, ob Sie für nachhaltige und innovative Politik stehen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Markus Paschke. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte, bevor ich loslege, noch mal was zum Thema Software sagen. Es würde mich manchmal freuen, wenn die Kollegen hier von rechts außen sich ab und zu mal informieren. Es gibt nicht nur die größten Softwareunternehmen in Deutschland, sondern wir haben viele Unternehmen, die spezielle Lösungen haben, die Weltmarktführer sind. Und dann hilft es, wenn man sich auch mal vorher informiert und nicht so tut, als ob die Qualität und die Leistung nur woanders stattfindet. Aber, machen Sie ruhig so weiter, Wissen gilt ja als hinderlich beim Pflegen der Vorurteile. Deswegen habe ich mir überlegt, werde ich mal ein bisschen deutlich versuchen zu sagen, auch im Hinblick auf das, was heute Vormittag und gestern in der Nachhaltigkeitsdebatte kam. Ich werde mal versuchen zu erklären, was Nachhaltigkeit denn ist. Nachhaltig ist nicht das Ignorieren des Klimawandels und gesellschaftlicher Entwicklung. Nachhaltig ist auch nicht das Glorifizieren der Vergangenheit nach dem Motto des kleinen Roboters in dem Film Wall-E Der letzte räumt die Erde auf. Nachhaltig ist es aber auch nicht. Das sage ich in Richtung der anderen Dogmatiker. Mit panischen... Da darf sich jeder angesprochen fühlen, der sich den Schuh anzieht. Nachhaltig ist es auch nicht, mit panischem Aktionismus auf bekannte Probleme bisherige Strukturen zu zerschlagen, allein in der Hoffnung, dass später etwas Besseres kommt. Nachhaltig ist es, erkannte Probleme als Querschnittsaufgabe anzunehmen, mit Forschungs- und Innovationsstrategien zu unterlegen und gute Ergebnisse vor allem auch umzusetzen. Zur Nachhaltigkeit gehört es auch, die Menschen in unserer Gesellschaft mitzunehmen und am Fortschritt auch alle teilhaben zu lassen. Nachhaltig ist es, für unsere Kinder und Enkelkinder eine Gesellschaft und eine Erde zu hinterlassen, mit der sie die Zukunft für die nächsten Generationen gestalten können. Wir haben bereits mehrfach gehört heute, dass Bildung der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben ist und wir nur künftige Probleme lösen können, wenn wir auch dafür Sorge tragen, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Bildung erhalten. Und eben dieses Prinzip der Teilhabe gilt auch für die Bereiche der Forschung. Mit Forschung und Innovation können wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen. Aber da bedarf es aber auch der Verankerung in der Gesellschaft. Forschung schafft nicht nur Grundlagen und Orientierungswissen. Forschung bringt auch technische und soziale Innovationen und Lösungen für die Energiewende oder die Verkehrswende und für ein nachhaltiges Wirtschaften und vor allem für gute Arbeit der Zukunft hervor. Der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft beinhaltet nicht nur technologische Innovationen, sondern insbesondere auch soziale Innovationen, die unsere demokratische Kultur, die soziale Teilhabe und die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stärken. Der Erhalt unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und dabei müssen wir vor allem auch über den nationalen Tellerrand hinausschauen. Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik kann nur erfolgreich sein, wenn wir international kooperieren und die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Zusammengefasst möchte ich noch mal betonen, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben eine Wirkung. Sie beflügeln nämlich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und helfen dabei, die gesellschaftliche Transformation zum Wohle aller zu gestalten. Vielen Dank. Es macht sich auf den Weg der Kollege Uwe Karmann. Und der einen etwas weiteren Weg hat, dauert es auch ein bisschen. Herr Kollege Karmann, Sie haben das Wort. Dankeschön. Herr Präsident, werter Kollegen und Kolleginnen, ganze 60 Minuten nehmen wir uns heute Zeit, um über die Zukunftsthemen Bildung, Innovation und Digitalisierung zu debattieren. 60 Minuten, in denen wir im Schnelldurchlauf über 15 Anträge, verschiedene Anträge befinden, die sich mit völlig unterschiedlichen Sachverhalten befassen. Da geht es wild durcheinander. Die CDU, CSU und SPD stellen immerhin fest, dass Bildung, Innovation und Digitalisierung wichtig sind, loben sich dabei selbst und ergehen sich in einer Vielzahl unkonkreter Ankündigungen. Die Grünen wollen Digitalisierung ökologisch gestalten und die FDP Ökologie digital. Die AfD will alles Mögliche, nur die Linken fordern diesmal nichts. Man gibt Ihnen fast den Eindruck, zu Top 9 seien lauter Anträge eingebracht worden, die einfach mal raus mussten. Allen Anträgen ist aber eines gemeinsam, sie sind meilenweit davon entfernt, zentrale Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung zu sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, ich habe den Eindruck, Sie merken immer noch nicht, dass die Uhr bei diesen Themen 5.12 Uhr steht. Und Sie debattieren nur Änderungsanträge. Ja, heute Nacht war das schwierig. Und Sie debattieren hier immer noch munter über Selbstverständlichkeiten. Sie werfen mit Basswörtern um sich, deren Sinn manche in diesem Hause bis heute nicht verstanden haben. Ohne auch nur für eines der Themen einen konsistenten Plan entwickelt zu haben, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Wo stehen wir im Bereich Digitalisierung? Abseits. Kleine Länder wie Estland sind seit vielen Jahren digitale Vorreiter. In Dänemark arbeiten alle Schulen im ganzen Land seit Jahren digital. Nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Sie wollen die Zukunftsthemen ernst nehmen, dann gehen Sie den Wandel von der analogen in die digitale Welt grundlegend an, und zwar in allen Bereichen. Und vor allem, wir brauchen keine Lippenbekenntnisse. Wir brauchen ein grundsätzliches Bekenntnis der Bundesregierung zur Förderung dieser Zukunftsthemen mit der höchsten politischen Priorität. Damit jeder, aber auch wirklich jeder merkt, dass es der Bundesregierung endlich ernst ist mit der digitalen Transformation. Wie ernst die Bundesregierung diesen Auftrag bisher genommen hat, durften wir gerade aufs Spiegel lesen. Die vor fünf Jahren begonnene Bundes-IT-Konsolidierung ist gescheitert. Die Kosten aus dem Ruder gelaufen, das ist normal, das Ergebnis de facto gleich null. Und im Fortschrittsbericht, den Spiegel treffenderweise als Stillstandsbericht bezeichnet, heißt es, im Ergebnis wurden alle Projekte gestoppt, wie es weitergeht, anscheinend kein Plan. Wir wollen immer bei jedem und allen Weltmeister sein. Aber bei den Themen Digitalisierung, Bildung und Innovation sind wir nur Weltmeister im dicke Backen machen. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch, bei der Bildung und Digitalisierung die Zukunft zielgerichtet zu gestalten und nicht nur darüber reden. Herzlichen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Wolfgang Steffinger, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei allen Debatten, die wir jetzt dieser Tage führen zum Thema Nachhaltigkeit, wird eines immer wieder deutlich. Nachhaltigkeit erfordert globales Denken. Nachhaltige Politik kann nicht funktionieren im Klein-Klein- und im Nationalstaaten-Denken, sondern es braucht Kooperation und internationale Zusammenarbeit. Wir sehen das aktuell bei dem Thema Impfstoff, beim Thema Pandemie. Eine Pandemie macht an keiner Staatsgrenze Halt. Und deshalb ist es wichtig gewesen, dass wir schon vor vielen Jahren eine Kooperation eingegangen sind, was das Thema Impfstoff betrifft. Die Impfstoffinitiative Gavi beispielsweise oder die Forschungskooperationen im Bereich von CEPI sind hier wesentliche und wichtige Punkte der internationalen Zusammenarbeit. Ich bin auch dankbar dafür, dass wir als Koalition nochmals 750 Millionen Euro sehr zügig auf den Weg gebracht haben im Bereich der Impfstoffforschung, im Bereich der Gesundheitsforschung. Ich bin aber auch dankbar, und das möchte ich ganz deutlich sagen. Ich freue mich auch, dass der Entwicklungsminister Gerd Müller da ist, dass wir gemeinsam als Entwicklungsministerium, aber auch mit dem Bildungs- und Forschungsministerium eine Afrika-Strategie auf den Weg gebracht haben, wo wir auch den Bereich Forschung beleuchten, dass wir mit 14 afrikanischen Ländern Forschungsnetzwerke aufbauen. Wie wichtig das ist, sehen wir aktuell. Wir dachten über viele Jahre, manche Krankheit ist halt ein Entwicklungsthema und befindet sich in manchen Entwicklungsländern, Stichwort Ebola. Dass wir heute von diesen Krankheiten und der Entwicklung und Forschung in diesem Bereich auch lernen können, im Bereich Corona, sieht man. Deswegen ist es wichtig und war es richtig, dass wir Strukturen geschaffen haben, dass wir Strukturen aufgebaut haben und dass wir vor allem jetzt auf diese Forschungsnetzwerke auch mit Entwicklungsländern zurückgreifen können. Ich möchte aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema Klimawandel ansprechen, das immer wieder in dieser Debatte genannt wird. Natürlich ist es wichtig, auf Deutschland und auf die Industriestaaten zu schauen. Ich sage, es ist aber auch wichtig, auf die Entwicklungs- und Schwellenländer zu schauen. Ich weiß, dass dieser Vorwurf immer wieder kommt, ja, Sie wollen jetzt da ablenken. Nein, ganz und gar nicht. Es gehört zur Wahrheit einfach dazu, dass wir mit viel geringerem Aufwand in den Entwicklungs- und Schwellenländern beim Thema Klimawandel viel, viel mehr erreichen können. Ich möchte das Thema Rohstoffe ansprechen, weil die viel gepriesene Elektromobilität immer wieder angesprochen wird. Ja, wo kommen denn diese Rohstoffe her? Die kommen aus Entwicklungsländern. Und unter welchen Bedingungen werden diese abgebaut? Wie viel Wasser brauche ich, um Lithium zu gewinnen oder Kobalt beispielsweise abzubauen? Also das sind alles Themen, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und auch wenn wir uns das Thema Kohle anschauen, wenn wir uns das Thema Energiegewinnung anschauen, wenn wir heute schon sehen, dass 600 Millionen Haushalte in Afrika keine Steckdose haben, jetzt haben wir einen immensen Bevölkerungszuwachs in Afrika. Derzeit sind 450 Kohlekraftwerke im Bau. Ja, da kann ich lange diskutieren, dass wir in Deutschland ein paar Kohlekraftwerke abschalten, wenn woanders neu ans Netz gehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier die Energiewende vorantreiben. Und dafür braucht es Innovation. Dafür braucht es auch unsere Technologien, europäische Technologien. Es braucht aber vor allem eines, Technologieoffenheit. Das Wichtige ist mir, dass wir Zukunftsfragen lernen, global zu betrachten und auch global gemeinsam zu lösen. Der Grundstein hierfür ist gute Bildungs- und Forschungspolitik, wie sie die Union seit vielen Jahren macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang Steffinger. Ich schließe die Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten. In der Fraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22507, 20762, 2456, 2472, 190882 und 17976 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 9c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22453 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Allerdings ist die Federführung strittig. CDU, CSU und SPD wünschen eine Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda. Wir stimmen zunächst ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Fraktion der AfD. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Das sind alle. Das sind die Linke, SPD, Bündnis 90, Grüne, CDU, CSU. Enthaltung der FDP. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Dann stimmen wir ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen CDU, CSU und SPD für die Führung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Linke, SPD, CDU, CSU und FDP. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Enthaltung, wo waren Sie? Sie waren auch dafür. Also, dann waren dafür alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Und dagegen hat gestimmt die AfD. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19 22436 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Auch hier ist die Federführung strittig. Die Fraktionen CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die AfD schlägt wiederum die Federführung beim Ausschuss für digitale Agenda vor. Wir stimmen wieder über den AfD-Antrag zuerst ab. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Alle übrigen Fraktionen. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag der AfD ist abgelehnt. Wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen CDU, CSU, FDP für die Federführung, Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9e. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 22452 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Auch hier ist wiederum die Federführung strittig. Die Fraktionen CDU, CSU und SPD wünschen eine Federführung beim Ausschuss Inneres und Heimat. Auch hier schlägt die Fraktion der AfD vor Federführung beim Ausschuss digitale Agenda. Wir stimmen über den AfD-Überweisungsvorschlag zuerst ab. Wer stimmt dafür? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der linke, SPD, Bündnis 90, Grüne, CDU, CSU. Enthaltungen der FDP. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt dafür? CDU, CSU, SPD, Grüne. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Wer stimmt dagegen? Die AfD. Enthaltungen keine. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9i. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Programm zur Beschleunigung der Digitalisierung in Deutschland. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 4777, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 2991 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das ist Linke, SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU, CSU. Gegenprobe die FDP und die AfD. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist damit angenommen. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu einem weiteren Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Ökologie digital gestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18581, den Antrag der FDP-Fraktion auf Drucksache 17097 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Linke, SPD, Bündnis 90 Grüne, CDU, CSU und AfD. Gegenprobe die FDP. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 9k. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Nachhaltiges Wachstum. Der Weg aus der Rezession in eine klimaneutrale Zukunft. Hier empfiehlt der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1902604, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 190510 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Das ist CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Grüne und Linke. Gegenprobe die FDP. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Tagesordnungspunkt 9m. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit dem Titel Digitalisierung ökologisch gestalten. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung. Auf Drucksache 1902345 den Antrag von Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 1905804 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? Das ist AfD, FDP, CDU, CSU und SPD. Vielen Dank. Gegenprobe Grüne und Linke. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 9m. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit dem Titel aus dem Labor und die Praxis mit Innovationen gesellschaftliche Herausforderungen anpacken. Der Ausschuss empfiehlt hier in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1902475 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne auf Drucksache 1906800 abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? CDU, CSU und SPD sowie die AfD. Gegenprobe Linke und Grüne. Enthaltungen der FDP. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Zusatzpunkt 10. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Chancen der Digitalisierung nutzen, Papierverbrauch reduzieren und die Umwelt schonen. Der Ausschuss empfiehlt hier in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1902585 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 1907448 neu abzulehnen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ausschusses? CDU, CSU und SPD. Vielen Dank. Gegenprobe. Die FDP. Enthaltungen? Linke, Bündnis 90 Grüne und AfD. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a, 10b, 10d bis 10g, 10i, 10j, 10l sowie 10n bis 10p und 7r sowie die Zusatzpunkte 11 bis 16, Beratung mehrerer Vorlagen zu den Themen Entwicklung und internationale Zusammenarbeit. Für die Aussprache sind wiederum 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt die Kollegin Claudia Roth, Bündnis 90 Grüne. Sehr verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Klimakrise führt zu dramatischen Veränderungen in der Welt, schon heute auch bei uns. Wir alle sehen die Bilder aus Kalifornien, Bilder wie aus einem apokalyptischen Hollywood-Movie Der Himmel in toxischem Orange. Gleichzeitig, davon sehen wir leider weniger Bilder, gleichzeitig ertrinkt das östliche Afrika gerade in braunen Fluten. 2,5 Millionen Menschen sind davon betroffen, Hunderttausende auf der Flucht. Schon heute werden innerstaatlich mehr Menschen durch die Folgen der Klimakrise vertrieben als durch Gewalt und Konflikte. Am härtesten trifft es den globalen Süden und damit just jene Regionen, die historisch am allerallerwenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Und darum ist die Klimakrise auch und vor allem eine Krise der globalen Gerechtigkeit. Der neue Weltrisikobericht, von ein paar Tagen erschienen, bestätigt, die Zahl extremer Wetterereignisse nimmt zu. Wüsten breiten sich aus, der Meeresspiegel steigt, fruchtbare Böden versalzen, der Permafrost taut ab. Hinzu kommt nun auch noch die weltweite Corona-Pandemie. Und sie verschärft ja auch die Situation in vielen Ländern und wird mit der Klimakrise zusammen zu einem lebensbedrohlichen Gemisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist allerhöchste Zeit, die millionenfache klimabedingte Flucht und Vertreibung endlich wahr und endlich ernst zu nehmen. Es ist höchste Zeit, höchste Zeit, über die eigenen Grenzen hinweg zu blicken, statt sich von der Pandemie des Nationalismus anstecken zu lassen. Wieder bei der Debatte zum Thema Nachhaltigkeit. Die ganze Woche ist heute ja, ist diese Woche ja dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Da geht es um verschiedene Aspekte. Wie kann die Mobilität der Zukunft aussehen? Wie kann das Klima geschützt werden? Und auch, wie geht internationale Zusammenarbeit in einer nachhaltigen Weise? Und da hören wir gleich rein. Die erste Rednerin in dieser Debatte ist Claudia Roth von Bündnis 90 den Grünen. ... miteinander verzahnt werden, die internationale Klimafinanzierung massiv aufgestockt und die Schulden den ärmsten Staaten endlich erlassen werden. Warum? Um damit Gesundheitssysteme und Resilienz aufzubauen, um Schäden und Verluste zu kompensieren, um Menschen Perspektiven zu bieten. Es gibt aber auch diejenigen, die nicht bleiben können, die von der Klimakrise gezwungen werden, ihr Zuhause zu verlassen. Für sie muss eine selbstbestimmte und frühzeitige und legale und würdevolle Migration möglich sein. Die Agenda 2030, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das Pariser Klimaabkommen sind keine Almosen. Sie sind Ausdruck globaler Gerechtigkeit. Und gerade Deutschland hat als Mitverursacher der Klimakrise eine völkerrechtliche Verpflichtung und eine historische Verantwortung. Und als Augsburgerin sei mir erlaubt, mit Bert Brecht zu sagen, ändere sie Welt, sie braucht es. 21 Anträge von der Opposition gibt es hier insgesamt in dieser Debatte. Allerdings wird auch der aktuelle Entwicklungsminister Gerd Müller sprechen im Laufe dieser Debatte. Momentan ist aber der nächste Redner Volkmar Klein, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit Kofi in seinem ghanaischen Dorf, weit nördlich von Accra, zu reden darüber, wie er sich ein besseres Leben vorstellt, ist so ein bisschen wie das Durchgehen der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Er will keine Armut. Ziel 1, keine Hungersnot. Ziel 2, gute Gesundheitsversorgung. Ziel 3, hochwertige Bildung. Ziel 4, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen. Ziel 6. Ziel 4, er will aber auch nicht abhängig sein von Hilfe anderer. Er will sich das selber verdienen. Er will einen Job. SDG 8. Und er ist damit in seinem Land auch noch nicht einmal allein. Die Vision des ghanaischen Präsidenten ist Ghana Beyond Ed. Dafür werden Investitionen gebraucht. Jobs werden gebraucht. Infrastruktur wird gebraucht. Innovationen und Investitionen. Auch das wird in den SDGs abgebildet. Nachhaltig soll das natürlich sein. Sich selbst tragend, also langfristig ausgeglichen, nicht mehr verbrauchen, als verfügbar ist. Das gilt in mehrerer Hinsicht. Das gilt für die natürlichen Ressourcen. Auch das wird durch mehrere dieser UN-Ziele untermauert. Das gilt aber auch für die Finanzen. Gut, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren finanziell nachhaltig gearbeitet haben. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, sowohl in unserem eigenen Land die richtigen Antworten auf die Corona-Krise zu finden, wie aber auch richtig viel Solidarität mit vielen, vielen anderen Ländern in der Welt üben zu können. Und all das ist für Samira, nur wenige hundert Kilometer nördlich von Kofi im Osten von Burkina Faso, völlig unerreichbar. Ihre Schule, vielleicht früher mal von Deutschland finanziert, ist geschlossen, wie viele hundert andere Schulen auch, weil IS-Terroristen nicht wollen, dass Mädchen in die Schule gehen, weil sie nicht wollen, dass SDG 5 gilt. Frieden und Gerechtigkeit, also das UN-Ziel 16, wird am Beispiel von Samira auch noch einmal ganz besonders krass deutlich. Vernetzte Sicherheit muss auch unser Anliegen sein im Sinne von Nachhaltigkeit. Entwicklung und Sicherheit, gerade in der Saalzone, sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, Perspektiven für Kofi und für Samira mitzuhelfen, zu erstellen, dann ist das zweierlei. Dann ist das einerseits für uns ein ethisches Gebot, auch ein Stück christliche Verpflichtung. Dann ist es aber auch gleichzeitig unser praktisches Interesse. Denn wenn es nicht gelingt, da erfolgreich zu sein, dann wird unsere Welt immer instabiler. Dann werden am Ende auch wir unseren Wohlstand, unsere Freiheit und unsere Sicherheit verlieren. Das können wir nicht wollen. Sowohl ethisch wie auch in unserem praktischen Interesse ist es richtig, dass wir etwas tun. Das klingt erst mal nach großen Worten. Üblicherweise wird hier ja auch finanziell untermauert, was man für Prioritäten hält. Und da hat wahrscheinlich aus Zeitmangel die Kollegin Claudia Roth eben noch vergessen, der Regierung und der jetzigen Mehrheit zu danken. Weil nämlich, wenn man sich anguckt, wie sich denn die Zahlen entwickelt haben, 2004, zum Ende der Zeit, wo die Grünen selber noch in der Regierung waren, da war der Haushalt des BMZ 3,7 Milliarden Euro. Die Oda-Quote lag bei 0,28 Prozent Euro, also zum Ende der grünen Beteiligung. Heute liegt der Haushalt bei 12,4 Milliarden Euro, die Quote liegt bei rund 0,7 Prozent. Und ich sage ja, das war sicherlich ausschließlich Zeitmangel, weshalb Claudia Roth nicht auf diesen Sachverhalt hingewiesen hat und auch so ein bisschen der heutigen Mehrheit und Regierung gedankt hat. Wir machen damit deutlich, wo unsere Prioritäten sind, und zwar nicht nur verbal, sondern einfach mit Fakten. Und ich finde, faktenorientiert ist besser zu argumentieren als nur mit Worten. Dieses Geld wird ausgegeben einerseits für Nothilfe. Auch das sichert Stabilität. Wir haben ja gestern im AWZ den David Beasley zu Gast gehabt, der uns auch noch einmal darüber berichtet hat, wie denn die 1 Milliarde Euro, die Deutschland da beiträgt, sinnvollerweise ausgegeben wird. Auf der anderen Seite geht es darum, Investitionen zu stärken, in Compact with Africa-Ländern auch zu helfen, die richtigen Anreize für mehr Investitionen zu schaffen, also wirklich für Nachhaltigkeit im kompletten Sinne. Und genau das wird gebraucht. Denn die Vision, das ist mein Traum, die Vision des ghanaischen Präsidenten sollte sich nicht beschränken auf Ghana. Wir brauchen die Vision Africa beyond end. Vielen Dank. Und wir sehen Ihnen jetzt auch den aktuellen Entwicklungsminister Gerd Müller. Er hat ja gerade erst angekündigt, dass er in der nächsten Legislaturperiode nicht wieder in den Bundestag möchte. Er möchte nicht wieder kandidieren. Markus Fronmayr von der AfD-Fraktion spricht als nächstes. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Roth, kennen Sie diese verstrahlten Typen, die mit so einem Schild auf dem Broadway stehen und vom Weltuntergang warnen? Ich habe mir gerade einfach nur gedacht, so etwas könnte man Ihnen aufwursschlagen. Ihnen fehlt eigentlich nur noch das Schild dafür. Ja, was Sie hier gerade gemacht haben, das ist Panikmache, das ist Angstmacherei. Und so etwas gibt es mit der AfD nicht. Wir bleiben bei den Fakten, wir bleiben bei der Realität. Frau Roth, warum reden wir heute nicht über drei Millionen Arbeitslose? Warum reden wir nicht über sieben Millionen Kurzarbeiter? Wir reden nicht über 220 Milliarden Euro neue Schulden allein in diesem Jahr. Das Leid der Deutschen, das ist Ihnen egal. Es ist Ihnen egal, dass der Einzelhändler seinen Laden absperren muss. Es ist Ihnen egal, dass der Gastronom seine Mitarbeiter kündigen muss. Es ist Ihnen auch egal, dass der Arbeiter bei Daimler acht Stunden lang unter seiner Maske nicht atmen kann. Stattdessen beraten wir heute die irren Forderungen von links. Frau Roth, Sie fordern ernsthaft auch weiterhin ein Umsiedlungsprogramm für sogenannte Klimaflüchtlinge. Ich zitiere aus dem Antrag von Frau Roth. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Einführung eines Klimapasses national, europaweit und international voranzutreiben und in einer ersten Phase den Bevölkerungen kleiner Inselstaaten anzubieten. Liebe Frau Roth, was ist denn die zweite und dritte Phase, nachdem Sie die Bevölkerungen der Inselstaaten nach Deutschland umgesiedelt haben? Sagen Sie den Bürgern da draußen doch endlich mal die Wahrheit. Sie wollen Deutschland und seine Grenzen abschaffen. Sie wollen, dass fast acht Milliarden Menschen von jedem Ort auf der Welt jederzeit nach Deutschland einwandern dürfen. Auch jetzt kommt immer noch jedes Jahr eine Großstadt nach Deutschland, darunter Goldstücke wie Abdul Salam R., der es kürzlich einem deutschen Bürger ein Messer in den Rücken rammte, um sich einen, Zitat, weiteren Verbleib in Deutschland zu sichern, da seine Aufenthaltserlaubnis gerade abgelaufen sei. Mit dem Konstrukt Klimaflüchtling machen Sie jetzt so richtig ernst und fordern die totale Migration. Was sind das für Leute, die kommen? Ganz sicher nicht Klimaflüchtlinge. Die gibt es nämlich gar nicht. Das hat das Bundesinnenministerium Anfang des Jahres festgestellt. Stattdessen kommen vor allem Wirtschaftsmigranten nach Deutschland. Es sind eben nicht die Ärmsten der Armen, die aus Afrika und dem Nahen Osten zu uns kommen, sondern das, was dort zu uns kommt, das ist die Mittelschicht. Das sind Leute mit Einkommen zwischen 6.000 und 10.000 US-Dollar pro Jahr. Leute, die eine Schwarzgeldzahlung an Schlepper als Investment begreifen. Sobald sie nämlich in Deutschland sind, glühen bei Wester Union die Dräte. Rund 20 Milliarden Euro an Rücküberweisungen haben Deutschland so im Jahr 2019 verlassen. Die UN-Studie Scaling Fences belegt, dass 78 Prozent der Migranten aus Afrika wieder Geld in ihre Heimat zurücküberweisen. Aber eigentlich hat sich ihre Forderung nach einem Klimapass schon lange überholt. Denn mittlerweile, da braucht man keinen Klimapass mehr, sondern es reicht völlig aus, sein eigenes Flüchtlingslager anzuzünden. Dann chattet Katrin Göring-Eckardt ohne Rücksicht auf die CO2-Bilanz schnell nach Moria. Und eine Woche später verkündet die Bundeskanzlerin, 1.500 Migranten nach Deutschland einzufliegen. Stoppen Sie diese kriminelle Streichholzmigration jetzt sofort. Markus Frohnmeier von der AfD-Fraktion. War das nächste Redner, ist Sascha Rabe. Er ist Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, womit ich gestraft bin. Fast in jeder Debatte muss ich nach dem Herrn Frohnmeier reden. Herr Frohnmeier, das Thema ist wirklich einfach zu ernst und zu groß, dass ich mich jetzt mit Ihrem kleinen nationalistischen Dünnpfiff hier abgebe. Sorry, ich werde zum Thema kommen. Wir haben eine Woche hier angesetzt, in der wir über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung reden. Ich sage ganz bewusst nicht eine Nachhaltigkeitswoche, wo es um Klima und Umwelt geht, sondern es gibt 17 Ziele der verhaltenen Nationen, die alle zusammengehören und alle wichtig sind. Und die ersten beiden sind nicht umsonst Hunger und Armut bis 2030 zu überwinden. Das sind die ersten beiden Ziele. Und da, Herr Kollege Klein hat es angesprochen, war heute, war im Mittwoch im Ausschuss der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, David Beasley. Und er hat uns nochmal ganz eindringlich und drastisch geschildert, wie sich diese Zahlen entwickelt haben und wie weit wir sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage bereits vor der Corona-Pandemie, sah das nicht gut aus. Ich erinnere nochmal, 2015 hat die Weltgemeinschaft gesagt, innerhalb von 15 Jahren will sie Hunger und Armut überwinden. Wir haben es geschafft, von 2000 bis 2015 die Zahl der Hungernden am Anteil der Weltbevölkerung zu halbieren. Aber da bleibt noch fast 800 Millionen Menschen sind sozusagen übrig geblieben. Und das sind nicht wenig. Und wir hatten schon 2018 leider wieder einen leichten Anstieg auf über 821 Millionen Menschen, die hungern. Und durch die Corona-Pandemie kann das jetzt auf über eine Milliarde ansteigen. Und das muss uns hier in diesem Hohen Haus ein Warnsignal sein, ein Mahnruf, der hier von dieser Woche, von dieser Debatte ausgeht, dass wir bei den beiden wichtigsten oder ersten Zielen, und ich sage irgendwo auch schon aus Mensch-Sicht die wichtigsten, denn wenn du verhungerst, dann nutzt dir alles andere auch nichts. Dann nutzt dir auch nicht digital und nicht Bildung, wenn du verhungerst. Und natürlich ist das wichtig, dass wir dann auch mit finanziellen Mitteln jetzt nochmal viel helfen. Und ich bin da auch stolz und froh, dass es uns gelungen ist, Kier, die Kollegen des Hauses, auch der Entwicklungsminister hat sich eingesetzt, aber auch unser Finanzminister Olaf Scholz, dass wir jetzt in dieser Legislaturperiode pro Jahr so hohe Aufwüchse wie noch nie im Entwicklungshaushalt hatten für humanitäre Hilfe. Also seit ich 2002 dabei bin, gab es noch nie jedes Jahr mindestens eine Milliarde. Dieses Jahr mit den Corona-Sondermitteln sogar über zwei Milliarden. Und wir haben ja nochmal 3,55 Milliarden EZ-Humanitäre Hilfe als Sonder-Corona-Programm dazu. Aber Geld alleine wird Menschen auch nicht aus Hunger und Armut führen können. Es ist wichtig, jetzt zu helfen. Klar, man kann nicht sagen, wenn ein Haus brennt, jetzt warte ich erst an, bis ich eine schicke Feuerwehr habe, sondern ich muss mit den Mitteln löschen, mit denen ich kann. Deswegen ist es auch wichtig, über soziale Sicherungssysteme und all die Hilfsmaßnahmen direkt hungernden Menschen zu helfen. Aber natürlich geht es darum, langfristig Menschen zu empowern, wie man so schön sagt, in die Lage zu versetzen, dass sie selbstbestimmt von ihrer eigenen Hände arbeitwürdig leben können. Und da gehört natürlich auch fairer Handel dazu. Da gehört menschenwürdige Arbeit dazu. Und da brauchen wir auch faire Handelsverträge. Und wir brauchen auch Unternehmen, die die Menschenrechte über lauf der Welt umsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sehr stolz und froh, dass es in der Bevölkerung da eine große Zustimmung gibt. Also in meinem Wahlkreis gibt es viele, die in eine Weltläden arbeiten, die ehrenamtlich sich für eine bessere Welt engagieren. Wir haben bereits drei Kommunen mit Gelnhausen, Ehrensee, Rodenbach und jetzt kommt die größte Stadt Hanau dazu. Die wird im November Fairtrade Town. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben über drei Viertel der Bevölkerung, die sich ein Lieferkettengesetz wünschen. ein Scharfes mit auch entsprechenden Haftungsmöglichkeiten. Und da wird es jetzt halt schon in diesem Haus auch mal kontrovers. Bei allen Übereinstimmungen, die wir oft im Entwicklungsausschuss haben, auch zwischen CDU und SPD. Da frage ich Sie auch, Herr Entwicklungsminister. Ich weiß, Sie sind da auf meiner Seite und Hubertus Heil und Sie kämpfen für ein Lieferkettengesetz. Aber wenn der Altmaier jetzt hier wäre, der ist derjenige Wirtschaftsminister, der so ein Gesetz zurzeit blockiert, der es verhindern möchte, der es verwässern möchte. Und da müssen wir doch an dieser Stelle sagen, Menschenrechte sind konkret, sie sind unteilbar, sie müssen umgesetzt werden. Ich finde, Herr Wirtschaftsmister Altmaier muss jetzt endlich aufhören, dieses Gesetz zu blockieren. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn Menschenrechte sind konkret, sie sind nicht abstrakt. Wenn man wie ich in Ghana, im Kongo, in Madagaskar war, sieht, wie Kinder dort in Bergwerksminen schuften müssen, in irgendwelche Löcher an Eimern runtergelassen werden, nach Stunden aus dem Dunkeln wieder hochkommen, weil sie Diamanten klopfen müssen, auf Kauplantagen mit Macheten arbeiten müssen, Lasten auf dem Kopf tragen, wo sie zusammenbrechen, wenn man mit Überlebenden von Rana Plaza gesprochen hat, das habe ich in Bangladesch getan, die verkrüppelt sind, als die Textilfabrik dort zusammengestürzt ist. Da kann es nicht sein, dass es unter Freiwilligkeit überlassen, sondern da müssen gesetzlich verpflichtende Regelungen her, so wie wir das bei den Konfliktmineralien geschafft haben. Da waren die gleichen Gegenargumente von einigen Wirtschaftsverbänden am Anfang. Später haben dann auch die Edelmetaller begriffen und waren auch an unserer Seite, das umzusetzen, weil viele Unternehmer erkannt haben, dass ein fairer Wettbewerb auch ein gleicher Wettbewerb ist und dass dann diejenigen, die Menschenrechte einhalten, nämlich dann keinen Wettbewerbsnachtel, sondern einen Vorteil haben. Und Ausbeutung darf kein Wettbewerbsvorteil sein. Deshalb brauchen wir ein verbindliches, scharfes Lieferkettengesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Gleiche gilt auch für die Handelsabkommen. In den Handelsabkommen der EU, das passt eigentlich super zu dem Thema, was wir ja die Woche haben, gibt es die sogenannten Nachhaltigkeitskapitel. Jetzt sagen wir alle, wir sind für Nachhaltigkeit. Aber dann darf es doch nicht sein, dass diese Handelsverträge zurzeit immer so angelegt sind, dass bei allen Kapiteln der Handelsverträge, wenn es da Verstöße gibt, gibt es Sanktionen. Nur bei Verstößen gegen Menschenrechte, gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Umweltbestimmungen, da gibt es so ein Dialogverfahren. Da wird mal miteinander geredet und am Ende kann man ruhiger erteilt werden. Das kann es doch nicht sein. Wenn wir Nachhaltigkeit ernst meinen, müssen wir auch die Nachhaltigkeitskapitel so gestalten, dass, wenn sich eine Seite nicht daran hält, das auch sanktioniert werden kann. Und das gilt jetzt insbesondere für das aktuell anstehende Ankommen mit den Mercosur-Staaten. Da sage ich auch, ich habe mich gefreut, nachdem die Kanzlerin immer gesagt hat, Mercosur soll so, wie es ist, das Abkommen in der jetzigen Form so schnell wie möglich unterschrieben werden, dass sie nach einem Treffen mit Klimaschützerinnen vor ein paar Wochen auf einmal so 180-Grad-Schwenkungen so öffentlich gemacht hat, ein paar allgemein kritische Worte und jetzt dafür gelobt wird, dass sie da noch mal was verbessern will. Ich finde das inhaltlich richtig, nicht das ist ja falsch verstehen. Aber gleichzeitig weiß ich doch, dass vom Wirtschaftsministerium jetzt wieder gesagt wird, na ja, da meinen wir aber keine Nachverhandlungen, da meinen wir vielleicht irgendeine Zusatzerklärung. Also das muss natürlich rechtssicher sein. Das muss so sein, wie es damals Sigmar Grabel bei CETA nachverhandelt hat, bei den Schiedsgerichten, dass es dann auch ein rechtssicherer Vertrag ist. Und der hängt auch nicht nur von der Person Bolsonaro ab, sondern wenn Gewerkschaftsrechte missachtet werden, egal welcher Präsident dran ist oder der Regenwald abgeholzt wird, dann muss das rechtssicher auch sanktioniert werden können, dass so etwas nicht passiert. Es geht auch um die Prävention. Übrigens bindet das die Europäische Union auch. Also auch wenn man im Mitgliedstaat der Union dann irgendein ungeheuerlicher Präsidenten ein, die Gewerkschaften abschaffen zu müssen, muss ich auch dran halten. Aber das brauchen wir. Wir brauchen in einem Handelsabkommen ein Nachhaltigkeitskapitel, bei dem die Menschenrechte vor den Wirtschaftsgewinnen stehen oder an erster Stelle stehen. Dann haben beide Seiten was davon. Fairer und freier Handel mit großer Betonung auf fair. Das müssen wir erreichen. Dann schaffen wir es vielleicht auch, die Ziele 1 und 2, Hunger und Armut bis 2030, zu überwinden, noch wenigstens dem ein ganzes Stück näher zu kommen. Lassen Sie uns dafür gemeinsam streiten. Vielen Dank. Sascha Rabe hier hat sich noch mal dafür eingesetzt, die Menschenrechte zu berücksichtigen. Seit Monaten ist ja ein Lieferkettengesetz angekündigt. Aber da gibt es noch Streit zwischen den Koalitionspartnern. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben jetzt zu diesem Punkt ungefähr 20 verschiedene Anträge bekommen. Und es ist schwer, sich zu entscheiden, zu welchem Antrag man hier sprechen will. Ich habe mir natürlich den wichtigsten herausgepickt. Der heißt Internationale Geberkonferenz für Wald einberufen. Und zu dem möchte ich heute sprechen, als einziger Förster im Deutschen Bundestag. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass in dieser Woche die Nachhaltigkeit das Thema ist. Und das war eine Erfindung der Förster. Sie wollten die Ressourcen, die Energie bereichstellen für eine Schmelzhütte und das dauerhaft. Und von Karlowitz hat eine Art Flächennachhaltigkeit eingeführt. Er hat den Wald eingeteilt in Flächen. Und wenn er am Ende angekommen war, war die erste Fläche schon wieder so nachgewachsen, dass er diese nutzen konnte. Aber Waldflächen sind weltweit leider nicht nachhaltig. Wir verlieren jedes Jahr auf dieser Welt 10 Millionen Hektar. Das ist die Fläche des gesamten Walds in Deutschland. Einfach wupp, weg. Und mit diesem Wald verlieren wir Ribido-Diversität. Wir verlieren die Insekten und die Säugetiere, die darin wohnen. Wachsende Weltbevölkerung, Armut und Klimawandel stellen die gesamte Weltgemeinschaft vor riesige Herausforderungen. Und besonders in den Ländern des globalen Südens schreitet die Waldzerstörung voran. Grund ist die Umwandlung von Wald in Agrarflächen. Das ist der Hauptgrund. Die Bevölkerung verspricht sich dadurch bessere Einkommen. Und diese Waldflächen werden angezündet. Und das erleben wir in Brasilien, Bolivien, Indonesien, aber auch in Afrika zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo. Und meine Damen und Herren, diese Waldbrände und diese Umwandlung von Wald in Agrarflächen, die muss aufhören. Verheerende Waldbrände beobachten wir aber auch in anderen Staaten, Russland, Australien und jetzt in Kalifornien. Frau Roth hatte es beschrieben. Und diese Waldbrände sind befeuert durch die höheren Temperaturen und eine enorme Trockenheit. Und sie vernichtet damit weitere Waldflächen, die eigentlich für die CO2-Bindung von Bedeutung wären. Wir haben heute schon im deutschen Wald 1,5 Grad mehr. Nachweislich 1,5 Grad mehr. Und wenn Sie das mal in Relation setzen zu den Pariser Klimazielen, dann wissen Sie, dass es schwierig wird, überhaupt noch dahin zu kommen. Und es gibt Flächen in Deutschland, wo wir wegen der Trockenheit überhaupt keine Aufforstung mehr machen können. Sie gelingt einfach nicht mehr. Die Böden sind zu trocken. Es kann natürlich helfen, wenn wir wieder ein regenreiches Jahr bekommen. Aber die Klimaentwicklung ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Ganz einfach. Je wärmer es ist, desto mehr Wald stirbt, desto mehr Wald brennt. Und desto mehr CO2 wird aus Wäldern freigesetzt. Und desto wärmer wird es. Das ist dramatisch. Und auch das muss aufhören. Aber selbst wenn wir den Verbrauch von aller Folies fossiler Energie stoppen, haben wir heute schon zu viel Treibhausgas in der Luft. Das heißt, wir müssen CO2 wieder aus der Luft herausholen. Und die einzige Maschine, die mit solarer Energie das macht, das ist der Baum. Und deshalb brauchen wir mehr Wald für den Klimaschutz. Wir können nach Berechnungen 350 Millionen Hektar weltweit neuen Wald begründen. Aufforstung und Rehabilitierung. Das wurde 2014 schon von der New York Declaration on Forest gefordert. Passiert ist nicht viel. Viele Papiere haben wir gesehen, Bond Challenge und so weiter, hin und her. Aber on the ground ist nichts passiert. Und wir müssen es schaffen, diese 350 Hektar hinzukriegen. Wir haben keine Zeit mehr in den nächsten fünf Jahren. Und das brächte tatsächlich einen stabilisierenden Effekt für das Klima. Und deshalb hat die FDP 2019 im Frühjahr schon einen Antrag vorgelegt, der hieß Mehrwald für den Klimaschutz. Diesen Antrag haben Sie, Grüne, CDU, SPD, abgelehnt. Das nützt niemandem. Und deshalb fordere ich Sie heute noch mal auf, machen Sie mit bei der internationalen Geberkonferenz, dass wir eine Geberkonferenz organisieren durch die Bundesregierung, um die Gelder zu haben, um 350 Millionen Hektar aufzuforsten. Wir kassieren ja auf der einen Seite für Zertifikate und CO2-Steuergelder. Warum geben wir nicht den Leuten zurück, die die CO2 wieder aus der Luft herausholen, den Waldbesitzern, den Waldbauern? Das ist doch ein Kreislauf. Und das wäre nachhaltig. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Sie von der CDU können nun bei unserem Antrag zustimmen. Nach den Beratungen, wie Helge Braun es gestern angemahnt hat, machen wir den Schulterschluss endlich einmal. Oder die Grünen, Frau Roth hat es heute noch mal gesagt, wir müssen über die Parteigrenzen endlich mal hinwegsehen. Stimmen Sie unserer Ambitionen zu, hier eine Geberkonferenz für Mehrwald für den Klimaschutz zu organisieren. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke, die Kollegin Heike Hänsel. Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele wurden ja schon 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt, für die große Vision einer friedlicheren, einer gerechteren und klimafreundlichen Welt. Als oberstes Ziel wurde aber ganz klar formuliert, die schreiende, weltweite soziale Ungleichheit von Arm und Reich zu bekämpfen. Und hier hat sich in den letzten fünf Jahren sehr wenig getan, ganz im Gegenteil. Anfang des Jahres gehörten ein Prozent der Menschheit, 45 Prozent des globalen Vermögens. Und die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung hat so gut wie nichts. Und diese Ungleichheit wird jetzt durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich verschärft. UNICEF hat jetzt erst gewarnt, dass weitere 150 Millionen Kinder in Armut fallen werden und wir dann insgesamt von 1,2 Milliarden Kindern, die arm sind, sprechen. Übrigens auch 2,8 Millionen Kinder hier in Deutschland. Während wenige Milliardäre zu den Krisengewinnern gehören. Allen voran Jeff Bezos, er ist der reichste Mensch der Welt mit erstmals über 200 Milliarden Dollar Vermögen. Diesen obszönen Reichtum können wir uns nicht mehr leisten. Nachhaltige Politik heißt deshalb, Reichtum umverteilen. Und zwar von oben nach unten, nicht wie bisher von unten nach oben. Weltweit und auch hier in Deutschland. Denn die Ziele gelten für alle Länder. Und deshalb fordert die Linke seit Langem, endlich eine Reichensteuer einzuführen. Und jetzt aktuell eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre. Und multinationale Konzerne müssen endlich gerecht besteuert werden. Auch die herrschende Freihandelspolitik der Europäischen Union behindert nachhaltige Entwicklung. Sie trägt zu mehr Armut bei. Das haben wir vielfach diskutiert. Und zu Klimazerstörung. Deshalb braucht es endlich eine gerechte neue Handelsordnung, die sozial und ökologisch ausgerichtet ist. Und die Bundesregierung hätte dieses Thema viel aktiver bei ihrer EU-Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung setzen können. Allen voran, das Mercosur-Abkommen muss gestoppt werden mit Brasilien und anderen Staaten, damit nicht noch mehr Regenwald zerstört wird und noch mehr Armut in diesen Ländern wächst. Zu gerechten Wirtschaftsbeziehungen gehört auch die Verantwortung von Unternehmen für ihre ausgelagerte Produktion. Wir haben es hier ja schon diskutiert. Und Unternehmen, die verantwortlich sind für Ausbeutung und Umweltzerstörung, müssen hier endlich bestraft werden können. Das ist ein entscheidendes Ziel. Und deswegen kritisieren wir die nachhaltige Blockade des Wirtschaftsministeriums gegen dieses Lieferkettengesetz. Es muss endlich kommen. 80 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs, vielfach auch aus den Krisen- und Kriegsregionen dieser Welt. Und deswegen gehört zu nachhaltiger Politik auch Abrüstung und nicht weitere Aufrüstung. Wir sind mit einer Rekordsumme von 2 Billionen Dollar mittlerweile bei der Aufrüstung, bei Ausgaben für das Militär. Frieden und Entwicklung sind aber zwei Seiten einer Medaille, wenn wir zu einer Welt beitragen wollen, in der niemand mehr fliehen muss. Deshalb geht es auch an die Bundesregierung. Rüsten Sie im nächsten Haushalt ab und stoppen Sie endlich Ihre tödlichen Rüstungsexporte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach diesen spannenden eineinhalb Tagen lasst uns konkret werden. Als erstes würde ich gerne mein Ministerium umbenennen, internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung. Denn wir hinken weit hinterher, hinter den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Konkret Vorschlag 1. Dieses Parlament, alle Ministerien stellen sich klimaneutral. Beschließen wir dies. Treten wir der Allianz für Klima und Entwicklung bei. Und kompensieren, indem jeder Abgeordnete hier 1.000 Bäume pflanzt, 1 Million Bäume für einen Parlamentswald in Äthiopien. Herr Präsident, das war ein Vorschlag für Sie. Vorschlag Nummer 2. Vorschlag Nummer 2, meine Damen und Herren, aus den vielen Initiativen der Bund, die Bundeswehr, die Polizei, die Länder und Kommunen stehen um auf nachhaltige Beschaffung. Reden wir nicht nur, tun es. Ja, es handelt sich um ein Gesamtbeschaffungsvolumen von 500 Milliarden Euro. Was wäre das für ein Effekt? Und den ersten Schritt könnten wir machen, indem wir die Textilbeschaffung auf der Basis des grünen Knopfes ausschreiben. Also, werden wir konkret, meine Damen und Herren. Vorschlag Nummer 3, werden wir konkret und beschließen, Herr Hoffmann, hat es spannend, was Sie sagen, den Wald zu retten. Werden wir konkret und beschließen wir, wir sind doch das Parlament, beschließen wir die Einfuhr von Soja aus Brasilien und Argentinien, so wie Palmöller und Indonesien nur noch aus entwaldungsfreien Lieferklinien. Warum machen wir es nicht? Damit würden wir die Regenwälder retten vor Brandrotung, wir schützen das Klima und vieles mehr. Werden wir konkret, beschließen wir ein Nachhaltigkeitskapitel mit Sanktionen im Mercosur-Abkommen, hier in diesem Parlament. Und das muss auf die Tagesordnung, meine Damen und Herren. Beim Mercosur-Abkommen darf es uns nicht so gehen, dass es eines Tages auffloppt und durchgewunken wird. Die Kommission hat vor, es zu teilen und ein Stück weit am Parlament vorbei, an den Parlamenten vorbei zu ratifizieren. Das ist nicht unser Weg. Mercosur muss ins Parlament. Vorschlag Nummer 5 werden wir konkret. Wir beschließen ein Lieferkettengesetz, ein Lieferkettengesetz, das Kinderarbeit verbietet und das Menschenrechte garantiert. Besonders freue ich mich über den Beifall aus der Mitte meiner Fraktion, Herr Fraktionsvorsitzender. Wenn ich das als Unterstützung mitnehmen kann, dann war das eine tolle Debatte. Das schließen wir ein Lieferkettengesetz, das Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsländern beendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern hat Diemab eine unabhängige Umfrage repräsentativ herausgegeben. 75 Prozent der Bundesbürger wollen ein solches Gesetz. Der Kollege Heil und ich haben den Entwurf von Eckpunkten vorgelegt. Und wichtig, das sage ich denen, die es verhindern wollen, mit Argumenten, die nicht zutreffen. Wir schlagen Regelungen vor. Der Kollege Heil und ich, wir schlagen Regelungen vor, die auch und gerade für den Mittelstand machbar sind. Die Lobbyvertreter der Wirtschaftsverbände wollen ein Gesetz. Gut, aber die wollen ein Gesetz ohne Folgen, ohne Haftung und ohne Wirkung. Und das geht nicht. Und den Verbandsvertretern sage ich, die deutschen Unternehmen sind viel weiter, wie sie in den Verbandsgeschäftsstellen. Das zeigen viele Branchenstandards. Das zeigt der Grüne Knopf, das Textilbündnis. Und das ist eine Blaupause. Ich besuche kleine, mittelständische und große Unternehmen, die ihre Lieferketten längst zertifiziert haben. Glauben Sie, dass im Zeitalter von Blockchain ein Unternehmen in Deutschland, das am Markt bestehen will, mit seiner Reputation sich Kinderarbeit in seiner Lieferkette nachweisen lassen will? Nein, meine Damen und Herren, aber es muss Standard werden, Herr Lambsdorff, auch für die wenigen schwarzen Schafe im Markt, die diese Standards nicht einhalten. Made in Germany in Zukunft, Made in Germany sollte nicht nur für höchste Qualität, sondern auch für Verantwortung und nachhaltige Produktion stehen, in Deutschland und weltweit. Werden wir konkret und beschließen diese Vorgaben. Dankeschön. Soweit Entwicklungsminister Müller. Er hat es angesprochen, er möchte hier ein Lieferkettengesetz so schnell wie möglich die Vorlage ausarbeiten. Da gibt es aber gerade wegen der Haftung deutscher Unternehmen, wenn nämlich diese zum Beispiel in ihren Auslandsgeschäften Schäden mit verursachten, wie sie dann die Haftung übernehmen sollten. Da gibt es noch ein bisschen Streit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, werden wir konkret. Erstens, was ist die Definition von Nachhaltigkeit? Erstens, dass man mich mehr entnimmt als nachwächst. Zweitens, der Erfolg oder die Wirksamkeit einer Sache. Nun, wenn man sich diese Definition anschaut, dann kann man durchaus feststellen, dass die Entwicklungspolitik nicht nachhaltig war oder ist. Wir entnehmen mehr als nachwächst. Rohstoffe, gerade auch in Bezug zum Bevölkerungswachstum. Wir stellen eine gewisse Erfolgslosigkeit fest beim Bekämpfen von Hunger, Gewalt, Terrorismus und Korruption. Entwicklungsprojekte, die begonnen werden, existieren nach wenigen Jahren nicht mehr, weil mit der Übergabe des Projektes und der nicht vorhandenen Selbstverantwortung die Motivation schwindet. Das liegt eben auch daran, dass die hier ständig falsch verstandene Entwicklungspolitik eines nicht wirklich geschafft hat, die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Menschen für eine Übernahme der Selbstverantwortung zu stärken. Woran liegt es aber, dass es zu keiner nachhaltigen Entwicklungspolitik gerade in Bezug zu Teilhabe und Wertschöpfung gekommen ist? Afrika ist da ein sehr gutes Beispiel. Von Lieferkettengesetzen bis zu Fairtrade. Was hilft das alles, wenn die Wertschöpfung nicht in den Ländern bei den Menschen im globalen Süden bleibt? Unser Antrag, den afrikanischen Binnenmarkt stärken, zielt nun genau dahin. Er möchte, dass die Menschen am Wertschöpfungsprozess teilhaben, dass die Wertschöpfung afrikanischer Rohstoffe in Afrika für Afrika passiert. Regional, national, kontinental. Dadurch entstehen Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätze. Und unserer Meinung nach ist das echte Teilhabe. Jetzt wird es spannend. Warum folgen die anderen Parteien unseren Ansatz nicht? Weil wir unser Konzept mit Begriffen begründen, die hier im Parlament immer dazu führen, dass ein Antrag generell abgelehnt wird. Und das sind die Begriffe, deutsche Interessen um Migration beenden. Weil wir sagen, dass deutsche Technologien und deutsche Unternehmen in Afrika zur Verarbeitung der Rohstoffe und Güter beitragen sollen, die dann in Afrika und für Afrika genutzt werden. Wir wollen gemäß der afrikanischen Agenda 2063 den afrikanischen Binnenmarkt nachhaltig stärken und aufbauen. Im deutsch-afrikanischen Interesse. Das, denke ich, ist echte, nachhaltige Partnerschaft. Und dann sagen wir, dass wenn es Teilhabe gibt, wenn die Menschen spüren, dass es aufwärts geht, dann verlassen sie ihre Heimat nicht. Deswegen sagen wir, Migration stoppen. Gerade die afrikanische Binnenmigration für eine echte Perspektive Heimat. Und ich denke, das wäre echte Nachhaltigkeit. Und dazu sagt die CDU, und genau daran erkennt man, was die AfD wirklich wird. Ja, dass Menschen nicht migrieren. Richtig, liebe CDU. Das stimmt. Keine Migration mehr bedingt durch Perspektivlosigkeit. Das wäre echte Nachhaltigkeit. Und wir zeigen auf, was es braucht für eine lebenswerte Perspektive. Und diesen Antrag, auch diesen Antrag werden Sie ablehnen. Und warum? Weil Sie niemals einem Antrag der AfD zustimmen werden. Das ist eben Ihre Art, keine zielführende Sachpolitik zu machen. Und aus diesem Grund ist das, was Sie hier machen, alles nur nicht nachhaltig. Dankeschön. Soweit Dietmar Fredhoff. Er ist Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie haben Ihre Redezeit ausgeschöpft. Und wir sehen auch, dass das Präsidium gewechselt hat. Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin, leitet jetzt die Sitzung. Und die nächste Rednerin kommt von der SPD-Fraktion, Barbara Hendricks. Und sie war früher ja Bundesumweltministerin, kennt sich also mit Nachhaltigkeit auch zu Genüge aus. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die zahlreichen Debatten am heutigen Tag zeigen uns, wie vielfältig unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Die meisten Menschen denken vermutlich zuerst mal an Klima- oder Umweltschutz, also daran, was unseren Planeten ausmacht, und wie wir das ökologische Gleichgewicht auf der Erde erhalten können. Wir denken an die unzähligen Pflanzen in allen Farben und Formen, an bedrohte und nicht bedrohte Tiere, Wirbeltiere, Insekten oder Korallen. Und natürlich denken wir in diesem Zusammenhang an den Menschen. Denn nicht zuletzt geht es auch um uns selbst. Denn nur wenn wir nachhaltig leben und wirtschaften, werden wir künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen können. Wir haben ja vor jetzt ziemlich genau fünf Jahren in den Vereinten Nationen unsere Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit 17 Zielen festgelegt. Und wir wissen alle, die Nachhaltigkeitsziele betreffen alle Länder gleichermaßen. Industrie- und Schwellenländer und auch Entwicklungsländer arbeiten gleichberechtigt auf die Erreichung der SDGs hin. Dabei hängen die Ziele natürlich alle miteinander zusammen. Der Klimawandel führt zu Dürren oder Überschwemmungen und in der Folge zu Hunger. Dadurch werden Menschen zur Landflucht getrieben und ziehen in die Städte. Ländliche Gegenden verarmen, Bildungsangebote und Gesundheitsversorgung verschwinden. Gleichzeitig kommt es zu einer Überbevölkerung in den Städten. Das Resultat sind Konflikte um knappen Wohnraum und um Arbeitsplätze. Hinzu kommen natürlich auch Gesundheits- und Umweltprobleme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Menschen weltweit ein würdiges Leben führen können. Applaus Dies betrifft uns insbesondere, wenn es darum geht, dass wir im reichen Europa von der Ausbeutung der Ärmsten profitieren. Denn nach wie vor arbeiten mehr als 70 Millionen Kinder auf Kaffee- und Kakaoplattagen, in Textilfabriken oder in Minen, in denen die seltenen Erden für unsere Smartphones, Autos und Fernseher gefördert werden. Dazu kommt die Umweltbelastung etwa durch Chemikalien, welche die Flüsse verseuchen. Und der Regenwald wird gerodet, um billiges Fleisch produzieren zu können. Für das Futter der auf deutschem Boden gemästeten Tiere brauchen wir über die uns in unserem Land zur Verfügung stehende Ackerfläche hinaus eine Anbaufläche von Millionen Hektar irgendwo auf der Welt. Denn zum Beispiel Soja in brandgerodeten Gegenden des Amazonas wird natürlich nach Europa importiert und hier verfüttert. Und anschließend exportieren wir dann die hier gemästeten Schweine wieder nach China. Ganz sinnvoll scheint das alles nicht zu sein. Profiteure des Ganzen sind die Menschen in den Industrienationen, also auch wir. Wer sich jedes Jahr ein neues Smartphone bestellt, wer ständig neue Kleidung zu Billigpreisen kauft und wer darauf besteht, jeden Tag Fleisch billig essen zu können, sollte sich darüber im Klaren sein, dass all das seinen Preis hat. Und der Preis besteht darin, dass irgendwo auf der Welt Menschen für unseren Lebensstil ausgebeutet werden. Auch wenn es einige Abgeordnete im Bundestag noch immer leugnen, es gibt den Klimawandel und die Auswirkungen sind spürbar. Der Meeresspiegel steigt. Dürreperioden und Extremwetterereignisse nehmen zu. Den Menschen fehlt es in vielen Teilen der Welt an Nahrung und Wasser. Durch unsere Wirtschaftsweise hat die Artenvielfalt in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten. Wir beobachten auch in Deutschland ein Insektensterben und damit die Gefahr, dass das ökologische Gleichgewicht empfindlich gestört wird. Dabei produzieren wir mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen können, exportieren die Überschüsse zu Spottpreisen in die Länder des Südens und machen die dortige Landwirtschaft kaputt, weil die heimischen Bauern mit den Preisen der europäischen Exporte nicht mithalten können. All die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, lassen sich unter einem Wort zusammenfassen, das in den letzten Tagen wieder zunehmende Beachtung gefunden hat. Das Wort heißt Fluchtursachen. Denn aktuell reden wir über die furchtbare Situation der Menschen in Moria, und nicht alle Menschen dort sind vor Krieg geflohen. Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen, weil sie in Armut lebten und überhaupt keine Perspektive mehr sahen. Dabei ist es häufig unsere konsumorientierte Lebensweise, welche die Situation gerade für die Menschen in den Ländern des Südens unerträglich macht. Und wir sollten bei der aktuellen Situation in Moria nicht vergessen, dass das Elend auf Lesbos keine Momentaufnahme ist. Auch vor dem Brand im Flüchtlingslager waren die Zustände unhaltbar, und die Unterbringung der Geflüchteten war menschenunwürdig. Das Feuer hat das Leiden der Menschen noch verstärkt. Wir sind daher jetzt aufgefordert, unsere Menschlichkeit und Solidarität zu zeigen, also das, wofür Europa steht. Wir müssen jetzt handeln und diesen Menschen helfen. Die Zusage der Bundesregierung ist ein richtiger Schritt. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, was sich Woche für Woche auf dem Mittelmeer abspielt, wo immer noch Menschen ertrinken. Seit 2014 sind es mehr als 20.000. Kolleginnen und Kollegen, wir haben nicht nur die Pflicht, denjenigen zu helfen, die akut in Not sind. Wir müssen auch die sogenannten Fluchtursachen bekämpfen. Natürlich sind diese vielfältig, also zum Beispiel gibt es auch Korruption und anderes, für die wir nicht verantwortlich sind. Aber es gibt gleichwohl konkrete Möglichkeiten, die Situation vieler Menschen zu verbessern. Wir haben in den vergangenen Jahren viel für den Klimaschutz auf den Weg gebracht. Und ich sehe nach wie vor Möglichkeiten, unser Engagement in diesem Bereich noch ehrgeiziger zu verfolgen. Darüber hinaus ist es höchste Zeit, dass wir ein Lieferkettengesetz bekommen. Deutschland ist nach den USA und China das drittgrößte Importland und damit von großer Relevanz im Netzwerk der globalen Lieferketten. Trotzdem haben wir bislang auf Freiwilligkeit der deutschen Unternehmen gesetzt, wenn es um die Einhaltung von Mindeststandards im Ausland ging. Zwar gab es einige Verbesserungen, viele Unternehmen haben sich dennoch nicht an die Mindeststandards gehalten. Ich sehe den Gesetzentwurf von Hubertus Heil und Gerd Müller daher als große Chance, das Leben vieler Menschen und den Schutz der Umwelt zu verbessern. Ich bin mir sicher... Kollegin Hendricks, achten Sie bitte auf die Zeit. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Union diese Erkenntnis teilen werden. Herzlichen Dank. Soweit Barbara Hendrick, Fricks. Und in der Tat, denn bei diesem Lieferkettengesetz spielen nicht nur Hubertus Heil und Gerd Müller mit, sondern auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier möchte da natürlich mitreden. Olaf in der Beek ist der nächste Redner. Er sitzt für die FDP im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Corona-Pandemie sind weitere Anstrengungen nötig, um die globalen Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Klimaziele zu erreichen. In den ärmsten Teilen der Welt spitzt die Situation seit Jahren dramatisch zu. Durch zunehmende Umweltkatastrophen, aber auch durch die aktuelle Corona-Krise wird die Situation noch brisanter. Schätzungen des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung zufolge werden allein bis zum Jahresende bis zu 136 Millionen Menschen zusätzlich von Hunger bedroht sein. Und bis zum Jahr 2030 können laut Weltbank 100 Millionen Menschen zusätzlich in extremer Armut leben. Diese Zahlen sind mehr als alarmierend, aber die Probleme sind nicht neu. Wir weisen schon seit Jahren deutlich darauf hin, dass wir unsere Verantwortung gerade gegenüber denen am wenigsten entwickelten Ländern der Erde endlich gerecht werden müssen. Wir müssen nachhaltig unterstützen und Widerstandsfähigkeit schaffen. Die globalen Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Klimaziele dürfen aufgrund der Corona-Krise nicht aus dem Blick geraten. Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz und Umweltschutz gehen nur gemeinsam. Wenn wir die Klimaziele und Umweltziele nicht erreichen und damit die Lebensgrundlage der Menschen gefährden, werden auch alle Entwicklungsmaßnahmen zu Bildung, Gesundheitsförderung, nachhaltigen Wirtschaften und zur Schaffung von Lebenschancen ins Leere laufen. Corona darf nicht dafür sorgen, dass wir diese Fragen international vom Kurs abkommen. Was sind die Folgen, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen? Hunger, Armut, Flucht und eine dramatische Zunahme von Konflikten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen besser heute als morgen gegensteuern. Nachhaltigkeit heißt nämlich nicht, auf Versäumnisse zu reagieren, sondern zu handeln, bevor es zu spät ist. Neben mehr Unterstützung für die Ärmsten der Armen brauchen wir eine deutlich bessere, abgestimmte europäische Entwicklungspolitik. Die Effizienz deutscher und europäischer Entwicklungszusammenarbeit hat in der Tat noch Luft nach oben. Gerade jetzt wird der neue EU-Haushalt verhandelt und Deutschland hat die Ratspräsidentschaft. Müssen wir entscheidend vorankommen. Wir müssen Lösungen finden, wie Entwicklungs- und internationale Klimapolitik effizienter gemeinsam gestaltet werden kann, vor allem auf der europäischen Ebene. Was passiert, wenn wir nicht in der Lage sind, neue europäische Wege zu gehen, sehen wir doch schon am wachsenden Einfluss Chinas und anderer autoritärer Regime. Dort spielt Nachhaltigkeit wirklich keine Rolle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist jetzt an der Zeit für kluge nationale und internationale Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungs- und Klimapolitik. Dies ist heute notwendiger als jemals zuvor. Bitte stützen Sie unseren Antrag. Dankeschön. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer sich die Maske einfach nur vom Kopf reißt, einen Aluhut aufsetzt und meint, durch Grenzschließung einen Virus zu stoppen, der wandelt selbst am Rande des Wahnsinns. Mehr gibt es an dieser Stelle zu den AfD-Anträgen nicht zu sagen. Seit Beginn der Pandemie haben sich bereits über 29 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Der Corona-Top 5 werden angeführt von den USA, Indien, Brasilien und Russland. Bei diesen Staaten stechen einige Gemeinsamkeiten hervor. An der Spitze stehen Personen, die es unerhört finden, dass da eine weltweite Pandemie herrscht, die nicht auf ihr Kommando hört. So gern wir darüber suffisant den Kopf schütteln. Solche Dickköpfe sind gemeingefährlich. Ihre Politik führt dazu, dass sich die Leichensärge der Corona-Toten stapeln. Die Herren Trump, Putin und Bolsonaro haben keine Antworten auf die globalen Probleme. Ganz im Gegenteil, sie sind selbst Teil des Problems. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zahl der Klimavertriebenen ist inzwischen größer als die Zahl der Menschen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen. Die Weltbank prognostiziert, dass es bis zum Jahr 2050 insgesamt 140 Millionen Klimaflüchtlinge gibt. Unsere Antworten als Linke sind ganz einfach drei Punkte. Erstens der Klimapass. Damit schützen wir Menschen, deren Herkunftsländer buchstäblich bald im Meer versinken. Ein Klimapass kann Menschen vor Staatenlosigkeit schützen. Zweitens das Brutto-Nationaleinkommen. Wir müssen 0,1 Prozent für die globale Zusammenarbeit ausgeben, so wie es die WHO schon seit Langem fordert. Und last but not least drittens das Lieferkettengesetz. Wir sagen Schluss mit der Ausbeutung unter der Bettdecke. Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Produkte bei gerechtem Lohn unter menschenwürdigen Zuständen und umweltverträglich hergestellt werden. Es kann da nicht heißen, das war unser Kooperationspartner, damit haben wir nichts zu tun. Ja, Entwicklungsminister Müller ist ja bislang kein Mitglied von uns Linken, aber er hat Recht, wenn er sagt, wir müssten globale Herausforderungen mit global gerechtem Handeln beantworten. Das sollte unser Ziel sein, das sollte unser Ziel sein, ohne Aluhüte und ohne nationalistische Politik. In diesem Sinne, vielen Dank. Soweit also der Beitrag von der Linksfraktion. Der nächste Redner ist auch für Sprecher für Entwicklungspolitik, allerdings für die Fraktion von Bündnis 90 den Grünen. Uwe Kekkeritz läuft hier schon zum Podium. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt viele Berichte gehört über negative Entwicklungen. Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass das ja keine neuen Entwicklungen sind. Man konnte das lange voraussehen. Auch Pandemien sind vorausgesehen und vorhergesagt worden. Und das alles ist auch der Grund, warum vor fünf Jahren die Weltgemeinschaft sich zusammengesetzt hat und die Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet hat. Deutschland hat damals sehr ambitioniert mitgearbeitet. Allerdings hat sich Deutschland damals auch einen Handlungsauftrag gegeben und hat eigentlich der Welt versprochen, dass sie ambitioniert umsetzen werden. Ich suche dauernd die Ambitionen. Irgendwie sind diese Regierung die Ambitionen verloren gegangen, denn das, was zurzeit geliefert wird, reicht nicht aus. Eine wesentliche Konsequenz aus der Agenda müsste natürlich auch eine Neuausrichtung der Entwicklungspolitik sein. Und ein erster Schritt dazu wäre, dass das gesamte Regierungshandeln sich radikal an Menschenrechten, an den Nachhaltigkeitszielen und am Klimaabkommen ILO-Konvention ausrichtet. Und da sind wir noch weit entfernt davon. Diese Botschaft ist noch nicht im Kanzleramt und in den Ministerien angekommen. Diese Regierung weiß immer noch nicht, was eine kohärente Politik ist. Wenn wir wirklich positive Entwicklung wollen, dann brauchen wir eine Kehrtwende in der Handels-, Finanz- und Steuerpolitik, in der Agrarpolitik, in der Wirtschaftspolitik. Da brauchen wir eine andere Rohstoffpolitik. Wir brauchen aber gerade auch in Deutschland eine andere Klimapolitik. Wir haben mit den SDGs im Finanzbereich auch versprochen, dass wir den Entwicklungsländern bei Fragen der Ver- und Überschuldung helfen, und zwar durch Ent- und Umschuldungen. Heute ist die weltweite Verschuldung von Staaten auf einem historisch hohen Niveau. Damit verbunden ist natürlich auch ein noch nie dagewesenes globales Krisenpotenzial verbunden. Wir wissen das auch schon lange. Und wir wissen auch, welche Möglichkeiten es dagegen gibt. Die FDP wusste das auch schon mal. Erinnern Sie sich an Ihren Koalitionsvertrag von 2009. Westerwelle hat den unterschrieben. Da sind Sie eingetreten für ein Staateninsolvenzverfahren. Und wir wissen, dass dieses Staateninsolvenzverfahren auch die einzige Möglichkeit hier ist, nachhaltig diese Schuldensituation in den Griff zu bekommen. Und eins muss uns doch wirklich klar sein. Es gilt eine einfache Regelung. Alles, was wir hier tun oder nicht tun, hat globale Auswirkungen, die immer auch auf uns zurückfallen, positiv oder negativ. Minister Müller präsentiert oftmals richtige Analysen, findet warme Worte in der Öffentlichkeit. Das wird dann gern gesehen von dieser Regierung. Am Kabinettstisch wird er allerdings einfach kaltgestellt. Das sehen wir beim Lieferkettengesetz, beim Mercosur-Abkommen, bei den Cotonou-Verhandlungen oder bei der Aufnahme von Geflüchteten. Das führt sogar so weit, dass sich der Minister hierherstellt und das Parlament um Hilfe bietet. Und wenn der Minister seine positiven Forderungen vorstellt, dann kriegt er von der CDU, CSU und von der SPD Applaus. Ich frage mich, warum kann sich dieser Minister nicht durchsetzen? Was hindert ihn eigentlich daran? Das sind doch Sie hier. Und ich finde das richtig verlogen, wenn Sie hier diese Forderungen von Herrn Müller mit Applaus quittieren, während Sie in der Realität ihn einfach auch mit Altmaier blockieren. Kollege Kekritz, Sie müssen den Punkt setzen. Diese Regierung hat es bisher versäumt, sich ehrlich zu machen. Hören Sie doch endlich mal auf, mit der Zukunft Roulette zu spielen. Bringen Sie endlich die Klimaziele, die Nachhaltigkeitsagenda und damit die Menschenrechte auf die Zielgerade. Dankeschön. Der vorletzte Redner in dieser Debatte kommt aus der Unionsfraktion. Jürgen Hart ist der Sprecher für Außenpolitik und damit ja auch mit den Themen der internationalen Zusammenarbeit immer wieder beschäftigt. Für die CDU und CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Jürgen Hart das Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir hier nicht im römischen Senat sind, werde ich jetzt nicht, wie Kato der Ältere, auch noch das Lieferkettengesetz. Ich möchte mich noch bemühen, sondern mich auf drei andere Aspekte konzentrieren aus dem weiten Feld der Nachhaltigkeit im internationalen Bereich. Wir haben heute Morgen im Auswärtigen Amt das European Center of Excellence feierlich eröffnet, dass tatsächlich einen Beitrag dazu leisten soll, dass wir bei dem, was wir im Ausland tun, dort in den Ländern, wo wir gegen Unrecht und Gewalt vielleicht sogar einschreiten müssen aufgrund einer UN-Resolution, dass wir deutlich mehr und deutlich besser agieren können als eben nur mit Militär und Polizei, was manchmal unvermeidlich ist, aber was niemals den Konflikt insgesamt lösen kann. Ich glaube, dass zur Nachhaltigkeit in der Außenpolitik gehört, dass wir uns noch deutlich mehr als bisher dem vernetzten Ansatz, nämlich dem gemeinsamen von zivilen, staatlichen, polizeilichen, zivilgesellschaftlichen, zur Not auch militärischen Instrumenten bei der Friedensbewahrung und Friedensschaffung in der Welt zuwenden. Da haben wir als Europäer möglicherweise einen längeren Atem als andere in der Welt. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen uneigennütziger, als das vielleicht andere große Nationen in dieser Welt machen, wenn sie an anderen Stellen helfen. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union mittlerweile ein breites Sortiment an Erfahrung und Best Practice haben, im Blick auf das, was man tun kann, um eine Entwicklung in einem Land eben nachhaltig zur Besseren zu wenden. Denn dieses Center of Excellence in Deutschland, der Europäischen Union, wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass wir es auch positiv anwenden könnten, etwa in Mali, etwa im Irak, etwa in Afghanistan. Das wäre meine große Forderung. Und wir sollten uns als Außenpolitiker diesem Ziel, dieser Aufgabe in den nächsten Monaten intensiv zuwenden. Das Zweite. Ich glaube, zu nachhaltiger Außenpolitik, wirksamer nachhaltiger Außenpolitik gehört auch, dass wir Institutionen haben, die in der Lage sind, die internationalen Regeln zu wahren, gegebenenfalls auch weiterzuentwickeln und durchzusetzen. Zur Nachhaltigkeit in der Politik gehört, dass die Menschen, die Bürger in den Ländern dieser Erde, sich darauf verlassen können, dass das Set an Regulatorien, an verlässlichen Regeln auch tatsächlich eingehalten werden kann. Und es ist sowohl für die Umwelt als auch für die soziale und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unverzichtbar, dass diese Regeln Bestand haben. Und wenn wir uns die Vereinten Nationen etwa angucken, den Zustand im UN-Sicherheitsrat, so habe ich die große Sorge, dass die Möglichkeiten, Veto einzelner Staaten im Sicherheitsrat zu überwinden, indem man entsprechende Pakete schnürt und deren Zustimmung dann doch erringt, dass diese Möglichkeiten eigentlich eher kleiner geworden sind und dass wir in den letzten Jahren eben weniger Kraft der Vereinten Nationen bei der Durchsetzung dieser regelbasierten Weltordnung haben, als das bisher der Fall ist. Und ich glaube, zu nachhaltiger Außenpolitik gehört, dass wir uns dieser konkreten Frage auch intensiv zuwenden. Das Dritte, was ich ansprechen möchte, wir sind als Deutsche Mitglied der Europäischen Union und wir wissen als Deutsche, was wir von der EU haben. In dieser chaotischen, teilweise auch orientierungslosen Welt mit vielen Völkern, die in ihren Staaten eben noch nicht den Weg gefunden haben zu nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, ist die Europäische Union möglicherweise in der Lage, ein großes Vorbild, ein Orientierungsstern, zu sein für den Weg, den sie selbst bestreiten wollen. Wenn wir uns zum Beispiel die afrikanische Welt angucken, so stellen wir ja fest, dass die Institutionen der Afrikanischen Union oder von ECOWAS zum Beispiel an Macht gewinnen in der Region, zum Nutzen der Länder, die dann entsprechend angeschlossen sind, nach dem Vorbild, wie wir uns in Europa zusammengeschlossen haben. Wenn wir aber natürlich in Europa, in der Europäischen Union, Wochen brauchen, um uns auf 30 bis 40 Namen festzulegen, die wir vielleicht unter Personensanktionen setzen, angesichts der Situation in Belarus oder angesichts der Vergiftung von Nawalny, dann ist das kein gutes Vorbild und kein guter Ansporn für die Völker auf anderen Kontinenten, sich in gleicher Weise einer friedlichen und nachhaltigen Konfliktlösung, wie wir es mit der Europäischen Union eben für Europa geschaffen haben, zuzuwenden. Ich glaube, dass die Europäische Union auch die Pflicht hat, nicht nur ihre eigenen Dinge ordentlich zu regeln und zum Wohl ihrer Bürger da zu sein, sondern auch als Modell der Konflikt, der nachhaltigen Konfliktbewältigung im 21. Jahrhundert für andere Regionen der Erde darzustellen, sodass Menschen in Afrika, in Asien, in Lateinamerika sagen, so wie die das in Europa gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg bis in das 21. Jahrhundert hinein, so wollen wir es auch machen. Und ich glaube, da sollten wir auch unsere Kraft verschwenden oder drauf verwenden. Und wenn am 24. und 25. September ein kraftvolles Signal auch in der Außenpolitik vom EU-Gipfel ausgeht, dann, glaube ich, wäre das ganz wichtig und richtig auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank. Jürgen Hart spricht hier von einem Orientierungsstern, wobei natürlich auch im letzten Jahr es viel Kritik auch an den wirtschaftsstarken Staaten gab. Bei Deutschland wird da zum Beispiel angemerkt, dass hier der Pro-Kopf-Verbrauch an Elektroschrott sehr hoch sei. Michael Brandt jetzt. Wir alle spüren die enorme Veränderung der Weltordnung. Kollege Jürgen Hart hat gerade über die internationalen Regeln gesprochen. Autoritäre Akteure wollen mehr Platz auf der Weltbühne und sie wollen die Welt nach ihren autoritären Vorstellungen neu ordnen. Als Antwort auf den historisch einmaligen Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus und auf die totalitäre Herausforderung wurde die internationale Weltordnung mit einem globalen Mechanismus den Vereinten Nationen geschaffen, um Ausgleich und Frieden zu fördern. Integraler Bestandteil dieser Weltordnung sind individuelle Grundrechte, die alle Staaten verpflichtet sind, aktiv zu schützen. Die Nachhaltigkeit, und das bedeutet oft schlicht Hartnäckigkeit, mit der die Menschenrechte verteidigt wurden, hat Millionen in die Freiheit und den Genuss dieser Menschenrechte gebracht. Der Aufstieg der immer autoritärer und aggressiver agierenden Volksrepublik China, die individuelle Menschenrechte bekämpft, in der es eine systematische, brutale Verfolgung von vielen Millionen Chinesen, von Religionen, ob Uiguren, Tibetern oder Christen gibt, und das inzwischen auch nach außen immer aggressiver gegen freie Gesellschaften vorgeht, führt doch drastisch vor Augen, dass auch beim Thema Menschenrechte eine globale Herausforderung ins Haus steht. Nicht nur China, sondern auch autoritäre Regime wie Russland, Türkei oder auch Saudi-Arabien und andere stellen uns vor die Entscheidung, werden die Menschenrechte nachhaltig und universell bleiben, oder werden sie global zurückgedrängt? Werden wir nachhaltig verteidigen, oder werden wir verängstigt und erschöpft kapitulieren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine sehr reale Frage im Jahr 2020. In kaum einem Bereich wird es so wichtig sein, wie bei den Menschenrechten nachhaltig zu verteidigen, was wir erreicht haben. Wir reden hier frei und offen, nicht nur in diesem Parlament. Wenn wir diese Freiheit, die der Mensch braucht wie die Luft, zum Atmen nachhaltig sichern wollen, müssen wir bereit sein, sie aktiv zu verteidigen. Dabei gilt auch, es kann keinen Discount für Menschenrechte geben, weder bei Umwelt noch bei Wirtschaft. Und so ist es einfach nicht in Ordnung. Es ist unethisch, auch Menschen verachten, für ein paar Cent oder Euro Ersparnis bei Produktion oder Verkauf die Missachtung von Menschenrechten bewusst oder auch billigend in Kauf zu nehmen. Es entwertet, lieber Minister Gerd Müller, auch unsere Position im Wettbewerb der Freiheit gegen die Unfreiheit. Das gilt für Unternehmen, aber es gilt eben auch für uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn in Ländern wie China Gefangene zur Zwangsarbeit missbraucht werden, dann gehören solche Produkte aus Gründen der Nachhaltigkeit bei Menschenrechten nicht in unsere Märkte. Und Gleiches, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt für andere Länder und andere Kontinente. Der Schutz der Menschenrechte braucht Nachhaltigkeit durch Standards, auch im Bereich des internationalen Handels. Deutschland ist wie kaum ein zweites Land partnerschaftlich engagiert, in vielen Ländern der Erde, um auch Grundrechte wie medizinische Versorgung, ausreichende Nahrung, aber eben auch auf Partizipation und rechtsstaatlichen Schutz von Individuen oder Gruppen zu stärken. Damit helfen wir nicht nur den Menschen und Regionen vor Ort. Wir leisten auch einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese Menschen, die sich in ihren Rechten eben nicht diskriminiert fühlen und die sich nicht um ihre Chance im Leben betrogen fühlen, eben nicht den gefährlichen Ausweg der Migration wählen. Nachhaltige Politik im Bereich der Menschenrechte hat also nicht nur gute Wirkung für die Betroffenen. Sie hat auch eine befriedende Wirkung mit Blick auf die Entschärfung von Konflikten innerhalb und zwischen Regionen. Und sie wirkt nachhaltig gegen Ursachen von Flucht und Migration. Nachhaltiger Schutz von Menschenrechten ist also nicht schmuckes Beiwerk, sondern ein eminent wichtiger, zentraler Beitrag für die Zukunft dieses Kontinents und dieses Planeten und der Menschheit insgesamt. Besonders einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, das nach schlimmen Erfahrungen die Menschenrechte völlig zu Recht zu einer Staatsressort zählt, kommt beim nachhaltigen Schutz der Menschenrechte eine besondere Verantwortung zu. Dieser Verantwortung müssen wir und dieser Verantwortung können wir auch gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt sehr gut gerecht werden. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22.468, 22.469, 22.471, 22.487 und 20.789. Ja, die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau muss jetzt hier einige Anträge vorlesen, die überwiesen werden. Insgesamt gab es ja 21 Anträge von den Oppositionsanträgen, die hier erstmal überwiesen werden, das heißt, in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen werden, dort dann nochmal beraten werden und dann hier im Plenum nochmal diskutiert werden. Und jetzt geht es zu den Anträgen, die direkt abgestimmt werden. Als erstes gibt es hier einen Antrag der FDP, der wurde ja auch hier vorgestellt, in dem die FDP-Fraktion fordert, eine internationale Geberkonferenz für den Wald in Rom zu veranstalten, damit man unter anderem zum Beispiel einen internationalen Fonds für die weltweite Waldmehrung vereinbaren kann. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Wirtschaftssanktionen sofort beenden. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung in diesem Antrag fordert die Fraktion Die Linke eben wegen der Covid-19-Pandemie die Wirtschaftssanktionen zu beenden, weil zum Beispiel im Iran, in Syrien, in Venezuela und Kuba besonders die Bevölkerung unter den Sanktionen leidet. Die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Und die AfD. Entschuldigung. Dann wiederholen wir das Ganze, damit wir es exakt feststellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen, die FDP-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Also damit ist der Antrag abgelehnt, denn die Beschlussempfehlung des Ausschusses hat ja ausgesagt, dass man diesen Antrag ablehnen soll, von der Linken Wirtschaftssanktionen zu beenden. Deswegen ist das praktisch in dieser etwas nicht gleich zu durchschaubaren Reihenfolge hier aufgerufen worden. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.078, den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 15.777 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? So, das ist ein weiterer Antrag der Linksfraktion, in dem sie ein Lieferkettengesetz fordern, dass für alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland gelten soll, die mindestens 250 Mitarbeiter haben, für kleinere und mittlere Unternehmen. Genauso die besonders in Risikosektoren wie der Textil-, Lebensmittel- und Automobilbranche tätig sind. Drucksache 19.10.J. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19.22491 mit dem Titel Globale Ungleichheit überwinden, EU-Handelspolitik sozial und ökologisch nachhaltig gestalten. Wer stimmt für diesen Antrag? Die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag ist abgelehnt. Tagesordnungspunkt 10 n. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Klimabedingte Migration, Flucht und Vertreibung eine Frage globaler Gerechtigkeit. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.599 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 15.781 abzulehnen. In diesem Antrag fordert die Grünen Fraktion unter anderem den deutschen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung um jährlich 800 Millionen Euro zu erhöhen. Außerdem sollen die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden um jährlich 1,2 Milliarden Euro. Tagesordnungspunkt 10 n. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Zivilgesellschaftliches Engagement stärken, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger schützen, hierzulande und weltweit. In diesem Antrag spricht sich die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen unter anderem dafür aus, dass humanitäre Visa für bedrohte Aktivisten schneller und häufiger erteilt werden und dass zum Beispiel auch die deutschen Auslandsvertretungen systematisch starten über die Lage von Menschenrechtsverteidigern und zum Stand der Zivilgesellschaft in dem jeweiligen Land erheben. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Enthaltungen, die FDP-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 10 p. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel über den eigenen Tellerrand hinaus mit Agrarökologie und kohäntem Politik und Ernährungssouveränität im globalen Süden ermöglichen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19 22.424 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 16.496 abzulehnen. Und in diesem Beitrag, in diesem Antrag wird unter anderem gefordert, dass Saatgut als Gemeingut anerkannt wird, damit der freie Austausch sowie die Züchtung traditionellen Saatguts verstärkt und unterstützt werden kann. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 11. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Den afrikanischen Binnenmarkt stärken, Chancen für die deutsche Wirtschaft nutzen, Migration stoppen durch eine reale Perspektive Heimat. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.835 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 15.737 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Der Antrag sagt ja schon im Titel, was er fordert. Die AfD-Fraktion hofft dadurch, die Eigenverantwortung der afrikanischen Staaten zu stärken. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Zusatzpunkt 12. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Internationale Vereinbarungen umsetzen, Least Development Countries besser unterstützen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.505 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19.856 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der AfD-Fraktion, der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion angenommen. Zusatzpunkt 13. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Freihandelsabkommen EU-Mercosur stoppen. In diesem Abkommen möchte ja die Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit den sogenannten Mercosur-Staaten abschließen. Das sind Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Allerdings kritisiert Die Linke, dass da hauptsächlich zum Beispiel die Fleischindustrie in Südamerika profitieren würde, jetzt die europäischen Staaten weniger. Und deswegen möchte sie das Freihandelsabkommen stoppen. Die Fraktion Die Linke, Enthaltungen? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 14. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel für eine global gerechte und nachhaltige Rohstoffpolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17.948 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16.865 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? So, es stehen jetzt noch drei Anträge von den Oppositionsparteien hier zur Abstimmung. Wir wollen jetzt aber die Zeit nutzen und schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt gehen, denn auch da wird es wieder um Nachhaltigkeit geben. Sie haben es ja schon gehört, der Bundestag hat sich Ende vergangenen Jahres dazu entschieden, pro Jahr eine Woche der Nachhaltigkeit zu widmen. Das kann Umwelt sein, das kann aber auch Soziales und Wirtschaft sein. Und nachdem wir uns heute schon, sich der Bundestag schon mit der Marktwirtschaft, mit dem Klima und mit der Digitalisierung und eben jetzt mit der internationalen Zusammenarbeit beschäftigt hat, wird es jetzt um nachhaltiges Leben und Konsumieren gehen. Das ist ein Thema, was auch sehr weit ist. Und dementsprechend gibt es auch zum nächsten Tagesordnungspunkt 18 Anträge aus den Fraktionen, die sich unter anderem mit der Fleischproduktion beschäftigen, mit der Landwirtschaft, aber eben auch mit dem Bauen, wie man zum Beispiel bei der Herstellung der Materialien wie Beton auf den CO2-Fußabdruck achten kann. Es wird um das Containern von Lebensmitteln gehen. Also ob es falsch ist, ob es verboten ist, wie jetzt, dass Menschen in den Supermarkt gehen oder auf Supermarktgelände und dort das weggeworfene Essen der Supermärkte mitnehmen. Momentan gilt das noch als Diebstahl. Allerdings ist einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge, sind neun von zehn Menschen dafür, das zu legalisieren, weil viele Menschen das Gefühl haben, dass man somit der Lebensmittelverschwendung entgegentreten kann. Andere Themen, die jetzt gleich wichtig sind, sind zum Beispiel Elektrogeräte. Da gibt es Anträge aus den Fraktionen, die sich mit der Lebensdauer von Elektrogeräten beschäftigen oder auch mit der Möglichkeit, die zu reparieren, sodass man nicht alles neu kaufen muss. Es geht auch um Kosmetik. Das wird auch immer wieder diskutiert, inwieweit Mikroplastik in Kosmetik drin sein soll und darf. Denn zum Beispiel in Schweden ist es mittlerweile schon verboten, weil Mikroplastik, das zum Beispiel in Peelings genutzt wird, das kommt dann über das Wasser, was wir dann ins Waschbecken zum Beispiel spülen, in die Meere, wird dann dort eventuell von Fischen gefressen, von Meeresfrüchten und die landen dann wieder auf unseren Teller. Es ist ja schon ein Kreislaufsystem, in dem wir leben. Und also Sie sehen hier beim Thema Nachhaltigkeit im Leben und Konsumieren geht es um sehr viele verschiedene Bereiche. Eine Stunde lang wird sich der Bundestag mit diesem Thema beschäftigen. Und der erste Redner in dieser Debatte kommt dann aus der SPD-Fraktion. Klaus Mindrup ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, aber eben auch im Ausschuss für Bau, Wohnen und Reaktorsicherheit. Und wie gesagt, beim Bauen gibt es auch Anträge, die sich damit beschäftigen, wie nachhaltiges Wohnen, Bauen und Leben funktionieren kann. Jetzt wechseln noch kurz einige Politiker. Das Plenum ist ja generell recht leer. Das liegt aber nicht am Desinteresse der Abgeordneten, sondern an den Abstandsregeln. Und viele Sitze müssen hier frei bleiben, damit der Abstand auch im Plenarsaal gewahrt bleiben kann. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Klaus Mindrup für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer über Nachhaltigkeit redet, muss auch über Gro Harlem Brundtland sprechen und die von ihr geleitete Kommission. Sie hat im Jahr 1987 einen wichtigen Bericht herausgegeben. Und der Titel sagt bereits im Kern, worum es geht. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Und natürlich um die Zukunft der kommenden Generationen. Eines muss man hier auch klar sagen. Gro Harlem Brundtland ist eine große Sozialdemokratin. Und sie hat eng mit Willy Brandt zusammengearbeitet, der sich bereits damals den wichtigen globalen Fragen unseres Zusammenlebens gestellt hat. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben also dieses Thema der Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten im Blick. Gestatten Sie mir auch da eine persönliche Bemerkung, weil ich gerade Willy Brandt erwähnt habe. Ohne die Politik von Willy Brandt und die erste damals sozialliberale Reformkoalition hätte ich nicht Abitur machen können. Denn damals hat man sich entschieden, die Gesellschaft zu öffnen, Menschen wie mich aus armen Familien stärker zu fördern durch das Schüler-BAföG und das BAföG. Und ansonsten hätte ich nicht studieren können. Und wahrscheinlich würde ich da nicht hier stehen. Doch, da gebe ich Ihnen recht. Ich habe gerade den Zwischenruf gehört. Abitur ist nicht alles. Da gebe ich Ihnen recht. Ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Wir haben auch viele gute Handwerkerinnen und Handwerker in der Familie. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Wir leben in einer neuen geochronologischen Epoche, dem Anthropozän. Der Mensch beeinflusst die atmosphärischen, biologischen und geologischen Prozesse auf der Erde in einer Art und Weise wie nie zuvor. Es sind vier Krisen, die die Menschheit bedrohen. Vier Krisen wie die vier apokalyptischen Reiter. Zunächst der dramatische Verlust von Arten- und Lebensgemeinschaften weltweit. Zweitens die Belastung der Umwelt durch nicht oder nur schwer abbaubare, sogenannte persistente Stoffe, von Pestiziden über Plastik im Meer bis hin zum Atommüll. Und das sage ich bewusst in diese Richtung. Drittens die nukleare Aufrüstung und die Gefahren nuklearer Kriege. Und viertens die Klimakrise, der menschengemachte Klimawandel. Es gilt weiterhin, Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles andere nichts. Wir haben im letzten Jahr ein wichtiges Gesetz verabschiedet, das Klimaschutzgesetz. Das war eine wirklich große Leistung. Ich habe den Eindruck aber, dass dieses Gesetz von vielen nicht richtig verstanden wird und der dahinterstehende Paris-Vertrag auch nicht. Wir haben, und das war ganz klar auf Druck der SPD, das Ziel Klimaneutralität im Gesetz verankert. Vorher galt der Klimaschutzplan der Bundesregierung, da war das Ziel 80 bis 95 Prozent. Und viele haben damals gedacht, die 20 Prozent Differenz zu 100 Prozent, die sind für uns. Die Industrie, der Bau, der Verkehr, andere. Der nicht vorhandene Kuchen wurde mehrfach aufgeteilt. Seitdem ist das Klimaschutzgesetz, gibt es klar, das gibt es nicht mehr. Die fossile Welt geht ihrem Ende entgegen, und das ist auch gut so. Dies ist eine weltweite Entwicklung, und die, die jetzt nicht vorne dabei sind, handeln nicht nur unethisch. Sie werden auch ökonomisch verlieren, denn die Zukunft gehört den klimafreundlichen Technologien. Das Klimaschutzgesetz stellt weiterhin eine Kopplung mit den Klimazielen der EU her. Die Europäische Union ist auch Vertragspartner von Paris. Alle fünf Jahre müssen nach dem Paris-Abkommen die Ziele überprüft werden, und wir müssen schauen, ob das Tempo der Zielerreichung zu unseren Klimaschutzzielen, zum 2-Grad-Ziel, zum 1,5-Grad-Ziel. Und ich begrüße ausdrücklich, und ich sehe unsere Umweltministerin Svenja Schulze, die das auch getan hat, dass die EU jetzt den Weg in Richtung auf eine Klimaverschärfung geht. Das ist notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt brauchen wir eine Diskussion über das Wie und nicht eine Diskussion über das Ob. Und da komme ich zurück zu unserem Koalitionsantrag, innovativ, zukunftssicher und nachhaltig, Vorbild und das Bauen von morgen heute fördern. Wir zeigen in diesem Antrag auf, dass man mit ganzheitlichen Ansätzen wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele besser erreichen kann. Ein Schlüssel ist das Bauen mit Holz, eingebettet in eine gesamte Wertschöpfungskette, angefangen bei der naturnahen Forstwirtschaft über die Verarbeitung, den Bau und die spätere Wiederverwertung. Dies schafft notwendigen Wohn- und Arbeitsraum, schafft Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze, vor allem im Mittelstand. Und jetzt kommt das Besondere. Durch das Bauen mit Holz wird das Bauen von einer CO2-Quelle zu einer CO2-Senke. Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz. Damit verteufeln wir nicht die anderen Baumaterialien. Es kommt weiterhin auf eine intelligente Kombination an, aber natürlich auch um die Defossilisierung dieser Grundstoffindustrien. Wir schaffen durch eine stärkere Betrachtung des Verursacherprinzips eine echte Kreislaufwirtschaft, den Schutz unserer Kulturlandschaften, unserer Böden und den Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem die Gewinnung erneuerbaren Energien für die elektrische Energie, schaffen wir wirklich eine Zukunft, die lohnenswert ist, für die man streiten kann. Und ich sage Ihnen sogar, wir können auch in Deutschland klimapositiv werden. Wir brauchen solche Innovationen, um die apokalyptischen Reiter zu vertreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich zurück zur EU. Die EU setzt, und jetzt ist der Bundeswirtschaftsminister leider nicht da, auf die Kraft der Bürgerinnen und Bürger, auf die Energiewende von unten, auf die sogenannten Prosumer. Ich gehöre als Genossenschaftler auch dazu. Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach oder im Lockheilskraftwerk im Keller. Diese Stärkung der Verbraucherinnen und Verbraucher ist beschlossenes EU-Recht. Und ich fordere dem Bundeswirtschaftsminister auf, dass er EU-Recht umsetzt, gerade dann, wenn wir die EU-Ratspräsidentschaft haben. Wir müssen die Zweiklassengesellschaft bei der Nutzung der Photovoltaik beenden. Die Solare Revolution muss auch in die Quartiere mit den Mietwohnungen einziehen. Das ist total entscheidend. Und wir haben mit den Wirtschaftspolitikern Timon Gremmels sich da Vorschläge für den Mieterstrom vorgelegt, die umsetzbar sind und die dazu führen, dass wir sozial und ökologisch vorangehen. Das gilt auch für viele kleinere und mittlere Unternehmen. Viele Menschen in diesem Land wollen ihren Beitrag leisten. Geben wir ihnen die Möglichkeit. Dabei wird das Quartier, das Dorf wird immer wichtiger. Es geht nicht um wenige Einzelprojekte, sondern es geht darum, dass wir die Breitenwirkung hinkriegen. Da sind die Kommunen wichtig, da sind die Stadtwerke wichtig, da sind die Gemeindewerke wichtig. Sie sind unsere natürliche Partner für die Stadtentwicklung, für die nachhaltige Stadtentwicklung, für den Klimaschutz. Lassen Sie uns mit diesen Kommunen zusammenarbeiten. Lassen Sie uns mit den Genossenschaften zusammenarbeiten. Lassen Sie uns an der guten und gemeinsamen Zukunft arbeiten. Dankeschön. Soweit der erste Redner in dieser Debatte zum Punkt Nachhaltig leben und konsumieren. Herr Klaus Mindrop, auf ihn folgt jetzt Frank Magnitz von der AfD-Fraktion. Das Wort hat der Abgeordnete Frank Magnitz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und liebe Hunderttausende Teilnehmer der Freiheitsdemonstrationen in Berlin und im ganzen Land. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich zu meinem Vorredner eine einzige Bemerkung machen. Was Nachhaltigkeit im Bauen und das Bauen mit Holz anbelangt, hat ja das beste Beispiel in dem Haus, in dem wir uns hier bewegen. Das ist weit mehr als 100 Jahre alt und hat so einiges in seiner Existenzdauer überstehen müssen. Und man sieht, das ist nachhaltiges Bauen. Gut, kommen wir zum Thema. Ohne den vehementen Kampf der Regierung gegen den Klimawandel gäbe es diese heutige Debatte gar nicht. Wenn sich diese Regierung mit gleicher Vehemenz für das Fortkommen und den Fortbestand unseres Volkes eingesetzt hätte, ständen wir heute nicht vor einer demografischen Katastrophe nationaler Tragweite. Deutschland wäre auch nach der Selbstermächtigung von Frau Merkel ein prosperierendes Land geblieben. Zum Thema nachhaltiges Leben und Konsumieren hat meine Fraktion im Bereich von Bauen und Wohnen zwei Anträge eingebracht. Einen zur Vereinfachung des Baurechtes. Die Regulierungswut der Behörden ist unerträglich geworden. Bauvorschriften haben sich in Deutschland seit 1990 auf 20 000 vervierfacht. Wir haben es mit 16 Landesbauordnungen zu tun, die das Bauen eher verhindern als ermöglichen. Ständig gibt es neue Gesetze und Verordnungen zu den Klima- und Corona-Zielen der Bundesregierung, zum Dämmen von Gebäuden, zur verpflichtenden Errichtung von Ladesäulen, zu massiven Eingriffen in das Eigentumsrecht, zum Mietendeckel und zu vielem mehr. Alle diese Maßnahmen verteuern das Bauen. Eigentumserwerb wird für viele und für breite Schichten unmöglich. Investitionen im Mietbereich und beim Bau von Eigentumsanlagen werden gehemmt. Gleichzeitig ist bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage. Festgestellt hat das kein Geringerer als Innenminister Seehofer. In der eingemauerten DDR wurde das genauso formuliert. Die Wohnungsfrage als soziales Problem sollte bis 1990 gelöst werden. Das Ergebnis ist, glaube ich, allen bekannt. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine neue deutsche Wohnungsnot, herbeigeführt von der Bundesregierung durch fortgesetzten Rechtsbruch. Millionenfach wird illegale Masseneinwanderung forciert statt gestoppt, wie es die beeidete Pflicht eines jeden Amtsinhabers wäre. Der deutsche Mieter stellt sich derweil bei der Wohnungssuche hinten an. Das ist kein Kollateralschaden von Wir-schaffen-das. Es ist gezielte Benachteiligung des eigenen Volkes gegenüber Fremden, die in unser Sozialsystem aktiv importiert wurden und werden. Kommen wir zu einem anderen Aspekt verfehlter Politik, zu den Windrädern. Die sogenannten erneuerbaren Energien ruinieren unsere sichere Stromversorgung. Sie können solide Kern- oder Kohlekraftwerke niemals ersetzen. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, gibt es keinen Strom. Dafür halten wir die komplette Infrastruktur konventioneller Stromerzeugung vor. Das führt zu immensen finanziellen Belastungen für jeden Endverbraucher, Gewerbetreibenden und die gesamte Wirtschaft. Was die Windenergieanlagen betrifft, wollen wir die finanzielle Belastung und die Gesundheitsgefährdung der Anwohner minimieren. Deshalb muss der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen bundesweit das Zehnfache ihrer Höhe betragen. Kommen wir zum vielstrapazierten Begriff der Nachhaltigkeit, der ursprünglich aus der Forstwirtschaft, der deutschen Forstwirtschaft übrigens, stammt. Er bedeutete, dass im Wald nicht mehr Holz geschlagen werden darf, als nachwächst. Was würde Nachhaltigkeit dann erst für den Finanzminister und die Familienministerin bedeuten oder den Gesundheitsminister? Wer macht diesen Akteuren klar, dass man nicht ungestraft zerstören darf, was Generationen vor uns geschaffen haben? Herr Magnitz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Einen Satz noch. Stattdessen betreiben diese Politiker, allen voran Frau Merkel selbst, Angst und Panikmache durch Klima und Corona-Wahn und streuen Sand in die Augen der Deutschen, damit sie nicht erkennen, was mit ihnen geschieht. Ich versichere Ihnen, auf Dauer wird das nicht gehen und schon gar nicht mit uns. Danke für die Aufmerksamkeit. Frank Magnitz war das aus der AfD-Fraktion. Die AfD-Fraktion hat hier auch mehrere Anträge eingereicht. Unter anderem fordert sie eine nationale Strategie statt einer Fleischwende. Rudolf Henkel ist der nächste Sprecher hier. Er sitzt für die CDU-CSU-Fraktion, unter anderem im Ausschuss für Gesundheit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Magnitz, wer angesichts von über 300.000 Neuinfizierten an einem Tag zu Beginn dieser Woche von einem Corona-Wahn spricht und wer angesichts der Tatsache, dass wir am Anfang des Jahres die Brände in Australien erlebt haben und jetzt die Waldbrände in Kalifornien erleben, mit einer Fläche, die so groß ist wie ganz Mecklenburg-Vorpommern, von einem Klimawahn spricht, der, finde ich, zeigt damit, dass er sich aktiv und bewusst in den Gegensatz zu den Fakten begibt. Und deswegen, mit allem Verständnis, konzentriere ich mich auf eine andere Facette dieser Debatte. Ich möchte bei nachhaltig leben und konsumieren über die Nachhaltigkeit im gesundheitlichen Sinn sprechen. Barbara Hendricks hat ja in der vorigen Debatte daran erinnert, dass sich 2015 192 Unterzeichnerstaaten für die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung entschieden haben und in deren Ziel 3 zur Forderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Und zum anderen hat der Deutsche Bundestag im gleichen Jahr nach drei vergeblichen Anläufen einer zehnjährigen Debatte das Präventionsgesetz verabschiedet und in diesem das oberste Ziel festgehalten, lebensstilbedingte Volkskrankheiten einzudämmen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die die Bundesregierung derzeit für 2021 überarbeitet, verfolgt unter anderem folgendes Ziel, Verringerung vorzeitiger Sterblichkeit durch nicht übertragbare Erkrankungen, durch Prävention und Behandlung. Allein morgen in der Sitzung des Bundesrates werden wir mit dem Tabakwerbeverbot und der wartefreien Reha-Wiederholung für Minderjährige weitere Schritte gehen. Mitte August hat das Kabinett den Nutri-Score auf den Weg gebracht, ein Meilenstein für die Ernährungspolitik. Und durch den Anstieg der Lebenserwartung und durch den medizinisch-technischen Fortschritt haben wir heute einen anderen Blick auf chronische Erkrankungen als früher. Und wenn wir nicht Behandlungen einschränken wollen, wenn wir nicht Spargesetze verabschieden wollen, dann ist der einzige Weg zu einer nachhaltigen, auch Finanzierung, sonst notwendige Kosten zu vermeiden, Prävention und Gesundheitsförderung. Jeder in Prävention investierte Euro bleibt später um ein Vielfaches erspart. Deswegen ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung dazu beiträgt, mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vorzeitige Sterblichkeit zu senken, die Raucherquote zu reduzieren, die Adipositasquote zumindest bei Jugendlichen zu reduzieren. Wir haben, glaube ich, komplette Übereinstimmung mit Julia Klöckner, dass wir gesunde Ernährung einfacher machen müssen. Insofern können wir gerne auch die nationale Reduktionsstrategie beschleunigen. Und was können wir besser machen, um beispielsweise ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes im Ursprung zu vermeiden? Da kann ich Ihnen einen kleinen Blick auf den Zuckerstoffwechsel nicht völlig ersparen. Unser Körper spaltet Kohlenhydrate in Zucker. Dann braucht der Körper eigenes Insulin, um den Zucker in die Zellen zu bringen. Und wenn die Zellen nun resistent gegen Insulin geworden sind, dann steigt nicht nur der Blutzuckerspiegel, sondern auch die Insulinproduktion nimmt zu. Insulinresistenz. Und nun ist Insulin das einzige Hormon, das Körperfett aufbaut. Und das ist die wichtigste aller, die eigentliche Ursache der Fettleibigkeit, die überall in der Welt die Gesundheit bedroht. Und diese Zusammenhänge, Insulinresistenz auf der einen Seite, glykämischer Index von Nahrungsmitteln auf der anderen Seite, das müssen wir strategisch, wenn wir nachhaltig sein wollen, besser berücksichtigen, besser angehen und mehr Aufklärungsarbeit machen. Und dann gehören vielleicht auch die eine oder andere traditionelle Ernährungsempfehlung dazu auf den Prüfstand. Aber das lohnt sich. Und das zahlt sich aus. Im Koalitionsvertrag und erneut im gestrigen Leitantrag haben Union und SPD dargelegt, Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Präventionsgesetzes von 2015 vorzulegen. Die Corona-Pandemie ist ein klares Zeichen dafür, wie enorm wichtig Prävention ist. In diesem Sinne werbe ich sehr dafür, das neue Präventionsgesetz zeitnah mit genauem Blick auf die alltäglichen Lebenswelten anzugehen. Nachhaltige Gesundheitspolitik beginnt an der Werkbank, in der Kantine und auch auf dem Weg in den Feierabend. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und der nächste Redner in dieser Debatte ist Daniel Föst. Er ist für die FDP-Fraktion Obmann im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist eine einfache Wahrheit. Der Erhalt und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage ist ein zutiefst liberales Ziel. In Freiheit leben, das können wir nur auf einem intakten Planeten mit einer intakten Umwelt. Und das hat damals schon Hans-Dietrich Genscher 1970 erkannt und den Umweltschutz auf die Agenda der sozialliberalen Koalition gesetzt. Da hat Gorsga Fischer noch Steine auf Polizisten geworfen und Robert Habecks am ersten Geburtstag gefeiert. Und genau wie damals Hans-Dietrich Genscher treibt uns Freie Demokraten heute die Frage um, welche Welt wollen wir unseren Kindern, unseren Eltenkern hinterlassen. Und diese Frage gilt auch für unsere Städte, für unsere Häuser, für unsere Infrastruktur. Was wir heute planen und bauen, das machen wir nicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre. So lange dauert ja allein das Genehmigungsverfahren. Was wir heute planen und bauen, das bauen wir für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Also wenn wir über nachhaltiges Leben diskutieren, müssen wir auch zwangsläufig über nachhaltiges Planen und Bauen reden. Aber zuerst und vor allem müssten wir endlich mal die Potenziale des Gebäudesektors bei der CO2-Einsparung heben. Ein großer Teil der CO2-Emissionen stammen aus dem Gebäudesektor. Aber wer sich die Zahlen anschaut, sieht, hier passiert so gut wie gar nichts. Und was passiert, ist ideologiegetrieben und extrem ineffizient. In den letzten zehn Jahren wurden gut 300 Milliarden Euro, 300.000 Millionen, in die energetische Gebäudesanierung investiert. Aber heute ist der Quadratmeter Energieverbrauch immer noch so hoch wie vor zehn Jahren. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Geld und Vertrauen. Da fällt mir nichts mehr ein. Hier muss endlich was passieren. Was wir brauchen, ist sofort ein Paradigmenwechsel beim Klimaschutz im Gebäudesektor. Erstens. Wir brauchen einen klaren und harten CO2-Deckel für Gebäude mit einem echten Emissionshandel. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht allen bewusst, dem Klima ist es völlig egal, wo wir CO2 einsparen. Und der Emissionshandel lenkt die Investitionen dorthin, wo mit dem niedrigsten Aufwand der höchste Effekt erzielt wird. Alles andere macht das Wohnen teuer und hilft dem Klima nicht. Das beweisen Sie mit Ihrer Politik. Zweitens. Ja, wir brauchen Investitionen in den Gebäudesektor. Aber das kann weder einseitig auf Kosten der Mieter gehen, noch einseitig auf Kosten der Vermieter. Es ist an der Zeit, dass die Regierung endlich dieses Investitionsdilemma aufhebt. Leider liefern Sie hier auch nichts, aber Ihnen rennt die Zeit davon, weil die CO2-Steuer bald kommt. Drittens. Wenn wir Städte bauen und planen, dann müssen wir das voll digital machen, und zwar von der Planung über den Bau, Instandhaltung, Betrieb und Rückbau. Die komplette Digitalisierung dieses Prozesses schont Ressourcen und macht den Energieverbrauch steuerbar. Damit spart man Geld und CO2. Aber auch hier, außer ein paar Pilotprojekte, kommt von der Regierung gar nichts. Fazit dürfte jedem klar sein. Mit Populismus, Planwirtschaft, Degrowth-Fantasien und Askese werden wir Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht zum Erfolg führen. Für ein so großes Projekt brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Das schaffen wir nur mit der sozialen Marktwirtschaft und mit mutigen Innovationen. Also hören Sie endlich auf, Zeit und Geld zu verschwenden. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Ralf Lenkert ist Sprecher für Umweltpolitik seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Erstmals führen wir die im Klimaschutzpaket beschlossene Nachhaltigkeitswoche hier im Bundestag durch. Und ich finde es richtig gut, wenn nicht nur Umwelt-, Klima- und Verkehrspolitikerinnen, sondern auch Gesundheits-, Bildung-, Sozialpolitiker, Rechtspolitikerinnen, Wirtschaftspolitikerinnen, Renten-, EU- und Außenpolitiker ihre Themen mit der komplexen Nachhaltigkeit und ihren Wechselwirkungen auf soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimawandel betrachten. Diese Verknüpfung herstellen ist gute Politik. Und deshalb quälen wir sie erneut mit unserem Antrag zur längeren Haltbarkeit von technischen Produkten. So wie 2013 und 2016. Ehrlich, haben Sie etwas dagegen, wenn Ihr Kühlschrank auch nach zehn Jahren noch sicher funktioniert? Würden Sie es ablehnen, wenn Ihre Waschmaschine nach acht Jahren noch kostenfrei vom Hersteller repariert wird? Oder wäre es nicht super, wenn die Handys in Ihrer Familie auch nach drei Jahren noch Updates laden, die Akkus wechselbar wären und die neuesten Apps funktionieren? Echt, ich verstehe nicht, warum Union, SPD und FDP diesen Antrag mehrmals ablehnten. Unser Antrag zielt auch auf Unternehmen, damit sie in Forschung und Innovation investiert und zukünftig haltbare, langlebige Produkte produzieren. Und die besten Produkte produziert man mit gut ausgebildetem und hochmotiviertem Personal. Mitarbeiterinnen mit gutem Gehalt sichern die Zukunft von Unternehmen. Das ist definitiv nachhaltiger als eine Billigproduktion mit einem menschenverachtenden System von Heuern und Feuern. Liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, wir alle sparen mit so einem Antrag mit längerer Lebensdauer von technischen Produkten auch bares Geld. Ich bin Techniker und plante die Massenfertigung von Achsfedern, Stabilisatoren und Objektiven für Beamer. Und meine Erfahrungen sind, 20 Prozent mehr investieren in die Fertigung, in die Qualität, erbringt doppelte Haltbarkeit der Produkte. Also stellen wir uns vor, statt nach vier Jahren 100 Euro für eine Kaffeemaschine auszugeben und nach weiteren vier Jahren erneut 100 Euro zu bezahlen, bezahlt man dann einmal 120 Euro und hat für acht Jahre Ruhe. Das spart Geld, hilft der Umwelt. Das ist echte, nachhaltige Politik. Und da kann man doch nicht dagegen sein. Also geben Sie sich einen Ruck von der Koalition. Stimmen Sie unserem Antrag zu oder machen Sie es wie die Grünen. Bringen Sie einen ähnlichen Antrag ein. Vielen Dank. Ralf Lenkert hat hier einen Antrag angesprochen, der auch abgestimmt wird, in den die Linksfraktion unter anderem fordert, dass es drei Jahre Lebensdauer, Mindestnutzbarkeitszeit, so nennen Sie es auch für Mobiltelefone, geben soll. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Gerhard Zickenheimer das Wort. Und Gerhard Zickenheimer ist Mitglied im Parlamentarischen Rat für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Städten und Kommunen könnten das leisten, was Sie hier auf der Regierungsbank schlichtweg überhaupt nicht hinkriegen, Klima-, Umweltschutz- und Nachhaltigkeit. Schauen Sie, es ist doch zynisch, dass es eine Pandemie braucht, um in die Nähe unserer Klimaziele für 2020 zu kommen. In Kommunen gibt es willige Akteure über fast alle Fraktionen, die wissen, was für Klima, Nachhaltigkeit und Resilienz zu tun ist. Die erklären in ihren Dörfern, Städten und Kreisen den Klimanotstand. Die haben längst das Fachwissen, wie lokale Resistenz zu generieren ist. Die arbeiten verzweifelt daran, mit Radwegen, Mobilitätsstationen, ÖPNV den Verkehr endlich zu entgiften, die Probleme von Flora und Fauna in ihrer Heimat zu lösen, die Überhitzung in ihren Städten und den Wassermangel in den Griff zu kriegen. Denen hilft nur keiner. Denen hilft nur keiner. Und wenn, dann in homöopathischen Dosen. Dabei läge in der Koppelung von Pandemiefolgen und Klimakrise enormes Lösungspotenzial. Wenn wir unsere Kommunen bei der Transformation finanziell und personell so ausstatten, dass es zielführend zur Umsetzung der Paris- und der Nachhaltigkeitsziele reicht, dann können zum Beispiel in Forst hinreichend Mitarbeiter eingestellt werden, die Planungsämter, die Radwegeplanung leisten, die Tiefbauer und die Busunternehmen, die Verkehrswende tatsächlich herbeiführen und Städte könnten grüner und wasserspeichernd werden. Das liegt nämlich alles in deren Kompetenzen. Und was wären die Folgen? Erstens, wir würden jede Menge schnell verfügbare Arbeitsplätze schaffen. Zweitens, durch schnellstmögliche Aufstockung der Ausbildungs- und Studienplatzkapazitäten in den entsprechenden Disziplinen schaffen wir es endlich mal, dass Förderprogramme auch aufgerufen, abgerufen werden können, weil die Umsetzungskapazitäten ausnahmsweise rechtzeitig geschaffen werden und bringen damit nebenbei eine ganze Generation Fridays for Future in Lohn und Arbeit. Drittens, und damit zum Titel unseres Antrags, wir würden Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung als konjunktale Konjunkturmotoren nutzen. Wenn nämlich das öffentliche Auftragsvolumen durch die Transformationsarbeit hochschnellt, dann geht erstens die Arbeitslosigkeit runter, zweitens die Gewerbesteuereinnahmen steigen und drittens die Sozialkosten sinken. Und wenn Sie meinen, das wäre zu teuer, dann empfehle ich ein Gespräch mit dem Städtetag, den Rückversicherern und am besten auch noch mit der Ärztekammer, die seit langem irrsinnige Zahlen zu Opfern der Luftverschmutzung und Hitze beklagen. Die Mittel dafür sind heute besser angelegt als morgen, weil die Klimaschäden und ihre Kosten und das Leid, das sie verursachen, mit jedem Jahr gigantisch wachsen. Wir investieren damit in eine sichere und gerechte Zukunft. Fragen Sie bei sich zu Hause die Menschen in Ihren Fraktionen, in den Kommunen, was Sie davon halten, und danach reden Sie mit uns. Das, Herr Altmaier, das könnte Teil eines glaubwürdigen, die Menschen vor Ort motivierenden, parteiübergreifenden Klimapaktes sein. Das Wort hat die Kollegin Maria-Lisa Völlers aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Diese Plenarwoche ist eine Premiere für unser Parlament, eine ganz wichtige, wie ich finde. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle an. Nachhaltigkeit ist eben kein abgedroschenes Modewort, sondern eine Verpflichtung für uns alle. Es ist zweifelsohne nicht bequem, das immer und jedes Mal mitzudenken. Aber wir sind es uns und vor allem den nachfolgenden Generationen schuldig. Seit gestern gehen wir dieses Thema hier im Bundestag durch. Ich habe mir für die SPD-Fraktion die Bereiche Gesundheit und Ernährung vorgenommen. Was verstehen wir nun unter nachhaltiger Politik, wenn wir den Aspekt Gesundheit ein bisschen näher beleuchten? Zunächst können wir erst mal ganz sicher eines feststellen. Unser Gesundheitssystem steht infolge der Corona-Pandemie vor riesigen Herausforderungen. Wir sind bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Dank unserer guten Strukturen und vor allem aufgrund der großartigen Leistung der Menschen, der Mitarbeitenden im Gesundheitssektor. Wir müssen jetzt aber dafür Sorge tragen, dass eben unser Gesundheitssystem auch für die Zukunft gewappnet ist. Alle Menschen, ganz unabhängig von ihren Erkrankungen, ihrem Alter, ihrem Wohnort, ihrem Einkommen oder ihrer Herkunft, müssen auch noch in 10, 20, 30 Jahren Zugang zu einer qualitativ hochwertigen medizinischen und pflegerischen Versorgung haben. Das sollte unser aller Ziel sein. Wir müssen die Strukturen fortlaufend verbessern und effizienter gestalten. Wir müssen den Fachkräftebedarf absichern und wir müssen eine sichere finanzielle Basis schaffen. Und ich vermute, die meisten von Ihnen werden wenig überrascht sein, wenn ich jetzt sage, dass wir als SPD hier uns eine Bürgerversicherung vorstellen könnten. Corona zeigt uns aber auch ganz deutlich, dass wir im Bereich Prävention besser werden müssen. Zu den Risikogruppen zählen ältere Menschen und eben auch Menschen mit chronischen Krankheiten. Gesunde Lebensbedingungen und die Vorbeugung der sogenannten Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind so ungemein wichtig. Bei Gesundheitsförderung und Prävention besteht daher dringender Handlungsbedarf. Den werden wir mit unserem Koalitionspartner von der Union jetzt in der näheren Zeit noch beraten. Schön, Herr Kollege Henke, dass Sie sich da auch schon so offen gezeigt haben, dass wir dieses Thema jetzt noch mal forciert angehen werden. Sorge bereiten hier darüber hinaus auch noch die vielen Menschen in unserem Land, die unter Übergewicht oder sogar Adipositas leiden. Die Hälfte aller Frauen und sogar zwei Drittel der Männer in diesem Land ist davon betroffen. 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig und 6 Prozent davon sogar adipös, also krankhaft fettleibig. Viele davon haben ein hohes Risiko für eine Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankung und sind sogar teilweise erkrankt und wissen das aber noch nicht. Es geht mir an dieser Stelle vor allem um gesundheitliche Chancengleichheit. Kinder und Jugendliche aus armen und von Armut bedrohten Familien ernähren sich weit ungesünder und sind leider überproportional häufiger übergewichtig. Ernährungsgewohnheiten werden in der Familie weitergegeben. Und das natürlich nicht aus Boshaftigkeit oder Leichtsinn, sondern schlicht oft aus fehlendem Wissen darüber, was eben gesund ist und was nicht gesund ist. Hier müssen wir endlich die richtigen Weichen stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen es den Verbraucherinnen und Verbrauchern leichter machen, sich gut zu informieren und auch danach gut und gesund eben ausgewogen ernähren zu können. Dafür brauchen wir den Nutri-Score als einfaches, leicht verständliches Nährwertkennzeichnungssystem auf der Vorderseite einer jeden Verpackung. Und zwar einen Score, und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, der in der ganzen Europäischen Union verpflichtend ist. Warum? Weil Studien und Befragungen klar gezeigt haben, im Vergleich ist dieses Ampelsystem mit seiner fünfstufigen Farbskala, mit den Buchstaben A bis E, ganz eindeutig am besten und vor allem am leichtesten für alle zu verstehen. Deshalb fordern auch die Ärzteschaft und die Krankenkassen den verpflichtenden Nutri-Score. Dieser Aspekt ist mir als Gesundheits-, aber eben auch als Bildungspolitikerin besonders wichtig. Sehr geehrte Frau Klöckner, stellvertretend Herr Staatssekretär Fuchtel, wir erwarten von Ihnen und der Bundesregierung, dass Sie sich während der deutschen Ratspräsidentschaft für den EU-weit verpflichtenden Nutri-Score einsetzen werden. Meine Damen und Herren, als SPD ist uns noch eine weitere Sache besonders wichtig. Der Fleischkonsum ist in Deutschland zu hoch. In einigen Teilen unserer Gesellschaft wird das schon sehr lebhaft diskutiert. Aber wir wollen ja nicht nur Vegetarierinnen und Veganer erreichen, sondern alle Bevölkerungsgruppen, also auch Menschen wie mich, die sehr, sehr gerne mal ein Mettbrötchen essen. Wir müssen noch viel mehr darauf aufmerksam machen, welche Folgen zu viel Fleischkonsum hat, für die Gesundheit, aber eben auch für unser Klima. Und dabei geht es mir an der Stelle nicht um das Bevormunden oder um Verbote, sondern um die Sensibilisierung der Menschen. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat erst Ende August sein Gutachten an die Ministerin übergeben. Darin wird unter anderem bemängelt, dass die Lebensmittelwirtschaftslobby einen viel zu großen Einfluss auf ihr Haus hat. Dieser verhindert, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Thema gesunde Ernährung unterstützt werden. Und noch schlimmer, sie werden mit der Verantwortung dafür in vielen Bereichen alleine gelassen. Das muss anders werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, geben Sie an dieser Stelle bitte Ihre Blockadehaltung auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss kommt. Sie sehen, wir haben gemeinsam noch viele Herausforderungen vor uns. Und wenn ich bei der nächsten Nachhaltigkeitswoche hier am Rednerpult stehe und eine Rede halte, möchte ich sagen können, wir haben gemeinsam Fortschritte erzielt. Es geht weiter voran. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Herzlichen Dank. In einem Antrag, der hier auch abgestimmt oder überwiesen wird, fordert die AfD-Fraktion unter anderem, dass auch die Voraussetzung, die Höhe und der Zeitpunkt von staatlichen Zuwendungen nach bestimmten Vorkommnissen für die Landwirtschaft klarer definiert wird. Und jetzt spricht für die AfD Stefan Protschka, der Sprecher für Ernährung und Landwirtschaft. Servus, grüßt euch und habe die Ehre, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gäste im Hohen Haus zu Hause an den TV-Geräten. Wir reden über nachhaltig leben und konsumieren. Die Kollegin hat über Ernährung gesprochen. Aber da ist zuerst einmal die Landwirtschaft verantwortlich dafür, für die Nachhaltigkeit und auch für vernünftige Nahrungsmittel. Aber der deutschen Landwirtschaft geht schlecht. Und das wisst man nicht erst seit den Demonstrationen oder Bauernproteste. Und dafür ist verantwortlich die Bundesregierung. Vor allem mit ihren immer kürzeren Abständen für Auflagen oder Verbote belastet. Dadurch wird ehemals die heimische Landwirtschaft die Kosten erhöht und die Gewinne gesenkt. Denn die deutsche Landwirtschaft muss ja nicht nur mit unserer Regierung zurechtkommen, sondern auch mit den Dumpingimporte aus europäischen Nachbarländern oder aus Übersee, wo Umweltschutz und Tierschutz keine Rolle spielt und somit auch nicht nachhaltig ist. Also, ich muss das einmal aufsprühen werden. Sie sehr geehrten Damen und Herren von den Altparteien zwingen die deutsche Landwirtschaft dazu, dass sie ihre qualitativ hochwertigen Nahrungsmittel zu Billigpreisen verkaufen müssen. Mittlerweile ist es schon so schlimm, dass die landwirtschaftlichen Produktionskosten zum Teil höher sind als die Preise, die sie daraus erzielen. Es ist also kein Wunder, dass jedes Jahr tausende landwirtschaftliche Familienbetriebe ihre Existenzgrundlage verlieren. Es hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle können aber wirklich froh sein, dass es noch überhaupt Landwirte in Deutschland gibt, die trotz aller Widrigkeiten weitermachen. Denn Landwirtschaft, meine Damen und Herren, ist nicht nur ein Beruf. Landwirtschaft ist eine Berufung. Landwirtschaft ist Liebe zur eigenen Scholle. Landwirtschaft ist gelebter Tierschutz. Landwirtschaft ist Umweltschutz, Gewässerschutz und nachhaltig. Landwirtschaft ist aber auch vor allem Heimat und Freiheit, meine Damen und Herren. In der Lockdown-Krise haben wir alle erlebt, wie wichtig so regionale Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit ist. Der eine oder andere hat vielleicht noch mitbekommen, dass wir in Deutschland schon mal Hunger leiden mussten. Allein deshalb lohnt es sich, die heimische Landwirtschaft zu erhalten und kommende Generationen vor Hunger zu bewahren. Wir fordern deshalb in unserem Antrag, hinderliche bürokratische Auflagen zu deregulieren, um die Verbreitung und Vermarktung von regionalen Nahrungsmitteln zu vereinfachen. Wir wollen die regionale Landwirtschaft stärken und fördern und dadurch dafür zu sorgen, dass jeder Landwirt wieder von seiner eigenen Händearbeit leben kann und nicht von den Subventionen und somit von der Regierung abhängig ist. Mit Ihrer Zustimmung zu unserem Antrag helfen Sie uns dabei, einen ersten wichtigen Schritt zu machen. Liebe Landwirte, ich möchte euch für die Geduld mit dieser katastrophalen Regierung in der Agrarpolitik bedanken. Haltet durch. Mit uns habt ihr in Zukunft wieder eine Alternative. Denn nur mit der AfD ist Umweltschutz, Tierschutz und Landwirtschaft möglich. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Soweit Stefan Protschka von der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Thomas Gebhardt. Er ist der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Gesundheit. Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Menschen in unserem Land fragen, was sie sich wünschen für jetzt und die Zukunft, was sie sich wünschen für sich selbst, aber auch für ihre Familie, dann sagen uns ganz viele an vorderster Stelle Gesundheit. Gesundheit ist elementar. Und die Corona-Situation der vergangenen Wochen und Monate hat uns doch einmal mehr eindringlich vor Augen geführt, dass Gesundheit ein Schlüssel ist für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft. Ein gut funktionierendes Gesundheitswesen und gut funktionierende Wirtschaft sind zwei Seiten einer Medaille. Und meine Damen und Herren, wir können heute sagen, wir haben in Deutschland ein starkes Gesundheitswesen, eines der besten der Welt. Und die 5,6 Millionen Menschen, die in unserem Land im Gesundheitswesen tätig sind, Sie leisten Woche für Woche und Tag für Tag eine großartige Arbeit. Was treibt uns um in der Gesundheitspolitik? Wir wollen Probleme lösen, das Gesundheitswesen voranbringen, Stück für Stück ein wenig besser machen, den Alltag der Menschen verbessern. Und wir wollen den Menschen die Sicherheit geben, dass sie sich darauf verlassen können, dass auch in 10 und in 20 Jahren gilt, wir haben in Deutschland eine gute, eine flächendeckende gesundheitliche und pflegerische Versorgung, und zwar unabhängig davon, wo in Deutschland jemand lebt, und unabhängig vom Geldbeutel. Und dafür, meine Damen und Herren, investieren wir heute eine ganze Menge. Wir investieren zum Beispiel jetzt ganz aktuell 3 Milliarden Euro zusätzlich, obwohl wir eigentlich als Bund dafür gar nicht zuständig sind, in unsere Krankenhäuser, um zu helfen, sie fit zu machen für die Zukunft. Wir investieren in Digitalisierung, in IT-Sicherheit, in moderne Strukturen. Ich nenne ein anderes Beispiel. Wir investieren in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Warum? Weil wir doch in dieser Corona-Zeit erleben und spüren und feststellen, wie wichtig der öffentliche Gesundheitsdienst ist, die Gesundheitsämter vor Ort, die die Kontaktnachverfolgung betreiben, die Infektionsketten unterbrechen. Und deswegen haben wir entschieden, langfristig den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken, zu modernisieren. Wir investieren 4 Milliarden Euro, und zwar über den Tag und die Corona-Situation hinaus. Meine Damen und Herren, das ist nachhaltige Politik. Wenn wir nach vorne blicken, dann ist auch klar, wir stehen natürlich auch vor gewaltigen Herausforderungen. Ich nenne die demografische Entwicklung, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pflege. Wir gehen dies an. Ich nenne die technologischen Entwicklungen, die aber zugleich eine riesige Chance sind. Und deswegen treiben wir die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran, weil die Digitalisierung ja nicht irgendwie ein Selbstzweck wäre, sondern die Digitalisierung kann uns helfen, die medizinische Versorgung der Menschen zu verbessern. Und aus diesem Grund haben wir etwa einen Leistungsanspruch der Versicherten auf digitale Gesundheitsanwendungen eingeführt. Und aus diesem Grund startet zu Beginn des kommenden Jahres die elektronische Patientenakte ein Meilenstein für die kommenden Jahre. Meine Damen und Herren, all diese Veränderungen gehen einher damit, dass es in Zukunft noch wichtiger werden wird, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken. Und deswegen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, haben wir zum 1. September vor wenigen Tagen das nationale Gesundheitsportal gestartet. Die Menschen können sich unter gesund.bund.de einfach, verständlich, aber objektiv, wissenschaftlich fundiert und ohne Werbung über Fragen der Gesundheit informieren. In dem Zusammenhang ist natürlich auch die Prävention, die Gesundheitsförderung enorm wichtig. Und ein Indikator ist die Adipositas-Quote. Sie ist leider bei den Erwachsenen gestiegen. Hier haben wir noch einiges zu tun. Aber bei den jüngeren Menschen, bei den 3- bis 10-Jährigen, ist sie immerhin gesunken. Und ein Schwerpunkt ist und bleibt natürlich die Bekämpfung der Krebserkrankungen. Prävention, Früherkennung, die Versorgung der Patientinnen und Patienten bleibt nicht nur wichtig, sondern wir werden dies weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, wenn wir über Nachhaltigkeit und Gesundheit debattieren, dann will ich auch folgenden Punkt ansprechen. Es ist ja oft so, dass uns die Länder Hinweise geben, Appelle an uns richten. Und das ist ja auch in Ordnung. Vieles greifen wir auf, setzen es um. Aber ich möchte heute ganz bewusst im Zusammenhang dieser Debatte einen Appell aus Bundessicht an die Länder richten. Die Grundlage für eine gute Gesundheitsversorgung, auch in 15 und in 20 Jahren legen, heißt auch, dass wir heute genügend Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Und meine Damen und Herren, wenn wir fragen, wie ist denn die Situation, wie ist die Situation heute, dann müssen wir leider feststellen, es geschieht nicht in ausreichendem Maße. Es fehlen uns 5000 Studienplätze in Deutschland. Und deswegen appelliere ich an die Länder im Sinne einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung, handeln Sie heute für morgen, schaffen Sie heute mehr Studienplätze für eine gute Gesundheitsversorgung, auch in 15 und in 20 Jahren. Und meine Damen und Herren, ein letzter Punkt. Mehr Nachhaltigkeit heißt auch mehr globales Engagement. Auch das hat uns Corona sehr deutlich vor Augen geführt. Und deswegen engagiert sich Deutschland für eine nachhaltige Entwicklung der Gesundheitssysteme in der Welt. Und deswegen engagiert sich Deutschland für die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Weltgesundheitsorganisationen. Wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen mehr internationale Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Nachhaltig leben, das ist ein breites Feld. Das kann heißen, wie baut man nachhaltig. Es kann aber auch heißen, wie nachhaltig ist unsere maritime Wirtschaft. Mit beiden Themenkomplexen kann sich der nächste Redner aussagen. Reinhold von der FDP-Fraktion, der Sprecher für maritime Wirtschaft, sitzt aber auch im Bauausschuss des Bundestags. Sehr geehrte Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte in dieser Woche der Nachhaltigkeit mit einer Anmerkung beginnen. Nachhaltigkeit kann nur gelingen, wenn wir alle mitnehmen, die komplette Gesellschaft. Da reicht keine Debatte im Bundestag und nicht die bestgemeinte Verordnung. Und so wie ich wenig Abgeordnete, eigentlich gar keinen bis jetzt, mir persönlich bekannt, kenne, der morgens aufsteht und sagt, heute mache ich aber ein besonders schlechtes Gesetz, was mit Sicherheit vom Verfassungsgericht scheitert, kenne ich auch keinen Menschen, der morgens aufsteht und sagt, aber heute zerstöre ich mal so richtig meine Heimat. Heute zerstöre ich die Umwelt, die Natur und versau das Klima so sehr, dass meine Kinder darunter leiden. Kenne ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Und deshalb stört es mich, wenn selbsternannte Messias losgehen und für sich die einzige Wahrheit gepachtet zu haben scheinen, Steine ins Wasser schmeißen, sich an Bäume ketten und glauben, mit diesen einzelnen Sachen tun sie Gutes. Denn sie tun nichts anderes als denen, die jeden Morgen aufstehen und die Umwelt genauso schützen und ihre Heimat vorzuwerfen. Nur wir tun was fürs Klima, und andere tun das eben nicht. Wenn ich mir die Anträge heute so angucke, dann sehe ich viel klein, klein, und das greift ja um sich, und ich sehe viele, viele Trippelschritte. Ich glaube aber, mit Trippelschritten geht man keinesfalls voran, viel öfter eher hinterher. Auf gar keinen Fall kommt man am Ziel an. Bevor ich nämlich die Haltbarkeit eines Mixers vorschreibe, was ja schwieriger wird als der der Milch, das kennen wir ja zumindest, hätte ich mir gewünscht, viel größere und mächtigere Hebel anzusetzen. In einem stehe ich, Sie sitzen drin, ziemlich nachhaltig, ein guter, nachhaltiger, haltbarer Gegenstand, das ist nämlich ein Haus. In einem alten Haus, das ist auch gut so, denn es ist die Mehrheit der Häuser, die in Deutschland steht. 20,4 Prozent der Wohnungen in Deutschland sind nur nach 1990 gebaut, der Rest davor. Und bei 41 Millionen Wohnungen werden auch 2050 bei diesem so wichtigen Datum noch 80 Prozent der Wohnungen Altbestand sein. Das ist auch gut so und richtig so. Den kann man gut sanieren, zumindest den alten Altbestand, da sind Putzfassaden dran, super zu entsorgen, natürlich Ressourcen sturmt, mit Dämmung geht das nicht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie nachhaltig ist denn das, was wir gerade machen. Ist das nachhaltig, dass wir die Dicke der Dämmung vorschreiben und immer dicker machen, ein Produkt aus Rohöl, das mit dem Treibstoff CO2 produziert wird? Ist es nachhaltig, dass wir Boden auskoffern und durch vier Bundesländer schaffen, und dann neuen zurück transportieren? Ist es nachhaltig, dass wir flächendeckend jetzt gegen Radon auch abdichten, obwohl es nur sehr regional ein Problem ist? Ist es nachhaltig, dass die Travos bald wasserdicht sind, weil wir uns gegen Hochwasserereignisse schützen wollen, obwohl das gar nicht gebraucht wird? Ist es nachhaltig, dass Fundamente bewährt sind wie noch nie, obwohl die 80 Prozent der Altbestände nicht bewährt immer noch stehen? Ist es eigentlich nachhaltig, dass Rathäuser, die durch Krankheit, Gleitarbeitszeit, Homeoffice zum Teil leer stehen, oder Gemeindehäuser, Veranstaltungszentren, die leer stehen, nicht besser genutzt werden, zum Beispiel durch Start-ups, Bildungseinrichtungen? Was kann man in diesen leer stehenden Häusern und Gebäuden nicht alles machen? Ist das nachhaltig? Was ist uns eigentlich wichtig? Ist uns Dämmung wichtig, Bewährung wichtig, Bitumabdichtung oder Heizanlagengröße? Nein, Ressourcen sind uns wichtig, Klima und Umwelt. Dann sollten wir aber auch dafür sorgen, dass die Ziele darauf ausgerichtet sind. Viel wichtiger wäre es, Primärenergie sauber, ökologisch und nachhaltig zu machen. Dann ist es nämlich völlig egal, wie viel ich im Haus verbrauche, passt irgendwie auch zu den 80 Prozent der alten Gebäude, die dann noch da sein werden. Das ist nachhaltig. Mein Wunsch nach diesen zwei Tagen Debatte wäre, dass bei vielen die Erkenntnis gereift ist. Erstens. Es klappt nicht mit vollgaslinke Spur. Es ist kein Konzept für die Zukunft. Zweitens. Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung sind im Wandel mehr denn je. Forschung und Entwicklung sind der Schlüssel, Ressourcen zu schonen und effizienten Mitteleinsatz zu gewährleisten. Und wer den Zauber der Zukunft dadurch verbaut, dass er Zukunft totredet, dass er Todregelungen tut, der schafft es nicht. Sorry, jetzt war ich ein bisschen raus. Es mag manchmal eine Kleinigkeit geben, die regional gelöst werden muss. Aber langfristige Lösungen sind global, zumindest europäisch. Emissionshandel ist einer davon. Im Klein-Klein werden wir diese Welt nicht besser machen. Schönen Dank. Für die Fraktion, die in Frankreich. Aber, meine Damen und Herren, in Deutschland passiert genau das Gegenteil. Menschen, die weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkttonnen retten, man nennt das Containern, werden strafrechtlich verfolgt und können im Knast landen. Und das ist vollkommener Irrsinn. Wenn überhaupt irgendwer bestraft gehört, dann derjenige, der genießbare Lebensmittel in die Mülltonne wirft. In diesem Haus wird oft beklagt, dass Polizei und Justiz überlastet seien. Gleichzeitig aber Delikte wie das Containern von Lebensmitteln, deren Unrechtsgehalt gegen Null tendiert, verfolgen zu lassen, ist schlicht absurd. Anstatt ständig mehr Polizei oder mehr Stellen in der Justiz, die übrigens im letzten Jahr in keinem einzigen Bundesland zu 100 Prozent besetzt werden konnten, zu fordern, hat der Bundestag mit dem Antrag der Linksfraktion die Chance für Entlastung zu sorgen, denn wir beantragen heute, das Containern zu entkriminalisieren. Die Entkriminalisierung von Bagatellen ist übrigens auch die freiheitliche Alternative zur steten Forderung nach mehr Polizei und Justiz. Unser Antrag heute hat auch einen sehr aktuellen Anlass. Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem eine Verfassungsbeschwerde zweier Aktivistinnen nicht zur Entscheidung angenommen. Die beiden wurden wegen Diebstahls verurteilt, weil sie weggeworfene Lebensmittel aus der Mülltonne eines Supermarktes gerettet hatten. Das Bundesverfassungsgericht wies in seiner Entscheidung darauf hin, dass es unsere Sache als Gesetzgeber ist, darüber zu entscheiden, wie weit der strafrechtliche Eigentumsschutz reichen darf. Wir als Linke sind davon überzeugt, dass sich dieser Schutz nicht auf weggeworfene, oft noch genießbare Lebensmittel erstrecken darf. Wir haben die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite. Laut einer Umfrage von Forsa von Anfang September sind 86 Prozent der Bevölkerung in Deutschland dafür, das Containern zu entkriminalisieren. Meine Damen und Herren, Sie haben die Chance, sich diesem Willen der Mehrheit im Land anzuschließen, bänden wir die Kriminalisierung nicht strafwürdigen Verhaltens und leisten wir einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Containern ist kein Verbrechen. Dankeschön. Soweit Niemann Mufassert von der Linksfraktion. Die drittletzte Rednerin in dieser Debatte ist Tabea Rösner. Sie ist für Ihre Fraktion Sprecherin für Verbraucherschutz. Für die Fraktion Bündnis 90 Grün hat nun die Kollegin Tabea Rösner das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Was unterscheidet die Bundesregierung von Verbrauchern? Der Wunsch nach Nachhaltigkeit. Ausgerechnet da ist die Bundesregierung komplett blank. Übrigens genauso blank wie der Sitz hier der für Verbraucherschutz zuständigen Ministerin. Das ist bei einem Top nachhaltig konsumieren mir nicht erklärlich. Seit über vier Jahren gibt es das nationale Programm nachhaltiger Konsum, aber ohne ein einziges konkretes Ziel. Kein Wunder, dass politisch nichts passiert für eine nachhaltige Produktionsweise oder langlebige Produkte. Sie lassen die Verbraucher allein, und es ist verantwortungslos gegenüber Umwelt und zukünftigen Generationen. Beispiel Elektroschrott. Wer kennt nicht die Schublade mit ungenutzten Kleingeräten oder den Drucker, der nach Ablauf der Garantie kaputt geht und die Reparatur teurer ist als ein neuer? Fakt ist, der Berg an Elektroschrott wächst unaufhörlich, allein in Deutschland rund 20 Kilogramm pro Kopf jährlich. Viele Altgeräte werden übrigens illegal entsorgt oder ins Ausland gekarrt. Dabei ginge es ganz einfach, Elektroschrott zu vermeiden. Geräte langlebig und reparierbar machen und Anreize für Recycling setzen. Dafür braucht es klare gesetzliche Regelungen, und diese Standards, die müssten Sie setzen. Es ist doch ein Skandal, wenn Elektrogeräte schon nach kurzer Zeit unbrauchbar sind, weil es keine Ersatzteile oder keine Updates gibt. Und daher brauchen wir dringend ein Recht auf Reparatur. Elektrogeräte müssen so gebaut sein, dass anfällige Komponenten wie Akkus nicht fest verbaut sind und es Ersatzteile und Reparaturanleitungen gibt. Seit April sammle ich Laptops für Schülerinnen, damit sie am digitalen Unterricht teilnehmen können. Über 200 Geräte kamen schon zusammen, zu gut, um sie einfach wegzuwerfen. Viele funktionierten aber nicht, weil Updates fehlten. Mit Open-Source-Software sind die jetzt wieder nutzbar. Das finde ich eine gute Aktion. Dank der EU wird es demnächst eine Pflicht für Sicherheitsupdates geben. Dann müssen Verbraucher aber auch erkennen können, wie lange Updates und Ersatzteile bereitgestellt werden. Und auch das Gewährleistungsrecht muss dringend verbessert werden. Schöpfen Sie den Rahmen aus und verlängern Sie die Gewährleistungsfristen für langlebige Geräte, wie zum Beispiel Waschmaschinen oder Kühlschränke. Und verlängern Sie auch die Beweislastumkehr um zwei Jahre. Und wenn dann auch das langlebigste Gerät irgendwann ausgedient hat, gehören die wertvollen Rohstoffe nicht in die Tonne, sondern ins Recycling. Dafür braucht es aber wirksame Anreize. Deshalb fordern wir ein Handyfund in Höhe von 25 Euro und eine Rücknahmepflicht für alle Händler, auch Online-Händler. Die Rückgabe eines Altgerätes muss genauso einfach sein wie der Kauf eines neuen. Also, gehen Sie es endlich an, ich komme zum Schluss, gehen Sie es an, damit diese Nachhaltigkeitsdebatte nicht heiße Luft bleibt. Vielen Dank. Soweit Tabea Rösner und auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hört bei dieser Debatte zu, zum Thema nachhaltig leben und konsumieren. Nächster Redner ist jetzt Alois Gehring. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung. Sehr geehrte Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Nachhaltigkeitswoche. Danke auch an unsere Gesundheitspolitiker, dass sie mir hier einen Teil ihrer Redezeit geben. Und ich habe auch gleich eine Anmerkung zur Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Der Thomas Gebhardt hat die Ärzte angesprochen. Mir ist es wichtig, dass wir die kleinen Kliniken im ländlichen Raum weiterhin erhalten. Auch das ist Nachhaltigkeit. Das heißt kurze Wege für die Patienten. Das bedeutet für viele aber auch, dass es ein Faktor ist, um eben in diesen ländlichen Räumen zu bleiben. Heute Vormittag wurden die Waldtage eröffnet. Für mich ist der Wald das Sinnbild für die Nachhaltigkeit schlechthin. Der deutsche Wald ist auch aus ökologischer Sicht, aber nur dann, wenn er bewirtschaftet wird und nicht stillgelegt wird, wie das viele hier fordern, Nachhaltigkeit. Und das ist wichtig. Ich bin dankbar und stolz darauf, dass wir in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 1,5 Milliarden Euro als Ad-hoc-Hilfsmaßnahme für den stark geschädigten Wald zur Verfügung gestellt haben. Und ich sage auch, um die Ökosystemleistung unseres Waldes für die Zukunft zu honorieren, müssen wir neue Debatten führen. Ich möchte hier um die Nachhaltigkeit in Bezug auf gesunde Ernährung, auf Lebensmittelsicherheit, auf die Verfügbarkeit, auf die Verschwendung und die Lebensmittelproduktion lenken. Fakt ist, meine Damen und Herren, unsere Bauern produzieren die besten Lebensmittel weltweit. Mit großer Sorge begleitet mich der immense Strukturwandel, das Höfesterben, weil Lebensmittel und deren Erzeuger nicht die notwendige ideelle und materielle Wertschätzung erfahren. Dann sind junge Menschen immer seltener bereit, den Hof der Eltern zu übernehmen. Das schadet der Kulturlandschaft und wir verlieren permanent Marktanteile im Segment Lebensmittel aus deutschen Landen. Das bereitet nicht nur unseren Agrarpolitikern große Sorgen. Dem Verbraucher kann man es im Grunde gar nicht verübeln, wenn er zum kulinarischen Geizhals geworden ist und nur noch 10 Prozent seiner Konsumausgaben für Lebensmittel ausgibt. Und dass dadurch auch vieles weggeworfen wird, wurde gesagt. Er wird doch permanent von den vier Großen im Lebensmittelhandel mit Ramschpreisen in die Märkte gelocht. Das ist nicht nur unmoralisch. Es wird gar pervers, wenn man solche Konzerne nicht nur an jeder Ecke zum Leidwesen kleiner Händler einen Supermarkt bauen, sondern wie kürzlich geschehen mit dem Geld, das den Bauern abgezwackt wurde, viele Tausend Hektar Ackerland gekauft werden. Das darf so nicht passieren. So werden Sie zum Totengräber für die heimische Landwirtschaft. Das muss sich ändern. Und zum Glück wird politisch hier im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten an vielen Stellschrauben gedreht. Als verantwortungsvolle Politiker müssen wir den Bauern helfen, aus der Defensive herauszukommen. Bauern-Bashing muss bekämpft werden, aber schöne Reden allein tun es auch nicht. Es braucht vor allen Dingen ein besseres Marketing für deutsche Lebensmittel und die Bauern und nicht ständig gegen sie. Das Premium-Produkt Lebensmittel made in Germany, das gibt es tatsächlich schon hohe Umstellungsraten auf Ökolandbau. Und ganz wichtig für mich zu sagen, auch im konventionellen Ackerbau werden die Lebensmittel dank der Digitalisierung modernster Landtechnik und Forschung und Entwicklung immer besser. Das heißt, wenn man Nachhaltigkeit in der Ernährung ernst nimmt, braucht es Wertschätzung und es braucht kurze Transportwege vom Erzeuger zum Verbraucher. Beispiel. Unsere Winzer machen doch Top-Weine. Warum müssen wir 60 Prozent ausländische Weine importieren? Oder warum brauchen wir, wenn es doch bei uns die guten Qualitäten gibt, Rindfleisch aus Argentinien? Ich kann es nicht verstehen. Kollege Gehrig, Sie können natürlich weitersprechen. Sie tun es dann aber auf Kosten Ihres Kollegen. Ich habe den letzten Satz. Nachhaltige, richtige, gesunde Ernährung beginnt mit dem Einkauf. Dankeschön. Also, dann kommt jetzt der letzte Redner in dieser Debatte, Michael Kießling, auch von der Unionsfraktion. Deswegen hatte Petra Pau gesagt, wenn der Vorredner nun länger sprechen würde, dann würde diese Mehrzeit Michael Kießling abgezogen werden. Aber so weit ist es dann doch nicht gekommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als letzter Redner hat man das Glück und auch oft das Leid, alle Debatten verfolgen zu dürfen. Und das macht mir Angst. Angst deshalb, weil beide Parteien oder zwei Parteien in diesem Plenum mit Angstpolitik machen. Zum einen die AfD, die Menschen gegeneinander ausspielt. Und zu anderen, wenn man die Ausführungen der Grünen hört, redet man von Klimanotstand und von Klimakatastrophe, meine Damen und Herren. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir die Gesamtheit betrachten. Und zwar geht es uns darum, zum einen unserer Nachwelt ein intaktes Ökosystem überzugeben, ein stabiles Wirtschaftssystem zu übergeben und natürlich auch eine faire Gesellschaft. Und da ich jetzt im Bauausschuss bin und im Umweltausschuss bin, möchte ich den Fokus auf das Thema Bau legen. Wo kann der Bund Vorbild sein? Und da bin ich ganz froh, dass wir den Antrag zusammen mit der Kollegin von der SPD eingebracht haben. Und zwar deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die da drunter steht. Und zwar den Antrag Zukunft Bau von morgen. Und um was geht es da? Da geht es darum, dass der Bund erstens die Vorbildfunktion einnimmt, zweitens die Nachhaltigkeit fördert und drittens die Forschung intensiviert. Und wie wollen wir das erreichen? Unter Verwendung von ressourceneffizienten Baumaterialien im gesamten Produktlebenszyklus. Und da sind wir das, was die FDP fordert, steht hier im Antrag drin, dass wir das ganzheitlich betrachten. Und das macht auch die Partei der Mitte aus, dass wir nicht nur Ideologien verfolgen, sondern das Gesamte uns betrachten. Und was auch dazu kommt, dass wir natürlich klimaneutrale Gebäudestandards setzen wollen, Funktionalität und auch entsprechende Architekturqualität. Die Bauforschung soll unterstützt werden und auch der demografische Wandel im Wohnungsbau berücksichtigt werden. Meine Damen und Herren, ein Punkt, der auch wichtig ist, den wir auch schon oft gehört haben, ist das Thema der Digitalisierung. Und liebe FDP, Sie haben ja auch einen Antrag eingebracht, den wir allerdings im März schon diskutiert haben. Das ist für mich ein bisschen wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Und der erste Gedanke, der mir beim Durchlesen dieses Antrags gekommen ist, wer diesen Antrag schreibt, der dreht wahrscheinlich auch das Quadrat bei Detrice. Also, meine Damen und Herren, wenn wir digitalisieren wollen, dann brauchen wir es von der Planung über die Nutzung bis hin zur Wiederverwertung. Und das machen wir mit unserem Antrag BIM, den wir auch schon gestellt haben. Wenn Sie den durchgelesen hätten, hätten Sie sich viel Arbeit sparen können, lieber FDP. Zum Thema FDP-Antrag. Sie fordern auch noch das Thema Smart Cities, Pilotprojekte. Wir sind mittlerweile in der zweiten Staffel. Wir sind froh, dass wir mehr Geld zur Verfügung stellen könnten, dass wir 32 Projekte sozusagen in ausgerufen haben, dieses Jahr zur Ausführung kommen. Und da ist natürlich schon so, dass die Kommunen teilweise schon auf dem Weg der Digitalisierung sind. Und da gilt es zu unterstützen. Und ich bin froh, dass wir dort das Thema Smart Cities haben, weil unterschiedliche Kommunen unterschiedliche Bedarfe haben. Teilweise interkommunal, teilweise kleine Kommunen, teilweise große Städten. Und da setzen wir auch das richtige Signal für die Transformation. Und das bedeutet auch Nachhaltigkeit, und zwar die Kommunen zu unterstützen, sodass sie auch ihren Tätigkeiten in Zukunft gerecht werden können. Aber zurück zum Antrag. Der Bund gibt ein klares Signal als starker Bauherr und will dort die Nachhaltigkeit entsprechend unterstützen. Konsequent wollen wir Bundesbauten klimaschonend bauen und bewirtschaften, Ressourcenschonen und Klimaziele erreichen. Und bundesweit auch der Bund als Taktgeber tätig sein. Und das über der Legislaturperiode heraus, weil jeder weiß, ein Bauprojekt geht länger, es steht länger. Und genau das wollen wir mit unserem Antrag erreichen, dass der Bund Signalgeber wird, die Zukunft zu gestalten und Beispiel wird für Bauherren, ob Private, Öffentliche oder Gewerbliche, sich über Nachhaltigkeit, über Einsatz von Baumaterialien, über die Digitalisierung Gedanken macht, wie ich Gebäude sinnvoll nutze, wie ich die Ressourcen schonend einsetze. Da wollen wir tätig werden. Und deshalb bin ich froh, dass wir diesen Antrag gemeinsam mit der SPD einbringen. Und bitte Sie, im Sinne der Nachhaltigkeit, diesen auch zu unterstützen. Denn nachhaltiges Bauen ist und bleibt eine Dauaufgabe. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Michael Kießling. Ich schließe die Aussprache. So, das war also die doch sehr breite Aussprache zum Thema nachhaltig leben und konsumieren. Insgesamt 18 Anträge gab es zu diesem Thema. Ein Teil davon wird jetzt in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen. Ein Teil davon werden die Abgeordneten abstimmen. Und auch danach gibt es ein paar Abstimmungen, die ohne Debatte geführt werden. Und weil das für Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht ganz so spannend ist, werden wir Sie in dieser Zeit auf eine Sommerreise mitnehmen. Eine Sommerreise Richtung Osteuropa. Wir kommen aber dann in etwa einer halben Stunde wieder in den Bundestag zur aktuellen Stunde mit dem Titel Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest. Die FDP-Fraktion hat sich dafür eingesetzt, dass die Abgeordneten darüber noch diskutieren. Denn es gab erste Befunde und es gibt auch schon erste wirtschaftliche Folgen, wie dass China schon keine deutschen Schweinefleischimporte mehr zulässt. Das also etwa in einer halben Stunde. Und jetzt kommt erst einmal das Phoenix Plus Sommerreise Osteuropa. Sommerreise Osteuropa.